Hallihallo mein Lieben Leute und ein herzliches Willkommen wieder zu einem neuen Real-Life-Online-Polizei-Livestream mit echten Polizisten. Wir sind wieder weg am Start, Leute. Und die Bewerbungsphase ist ab jetzt geschlossen für alle, die jetzt schon wieder fragen werden, wann ist die nächste Bewerbung. Die ist jetzt seit heute. Heute Morgen haben wir die geschlossen. Das heißt, keine neuen Bewerbungen. Über, ich glaube, 200 Bewerbungen wurden angenommen sogar. Also die schriftlichen. Über 200. Das ist echt krass viel. Also man merkt es auch. Es gab schon ein paar Einreisen. Server ist relativ mehr fuller als davor. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass so viele Leute es auf jeden Fall mal durchgeschafft haben. Ein paar Bewerbungsgespräche sind ja noch. Die werden noch kommen. Vielleicht werde ich da auch ein bisschen mitmachen. Mal schauen. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr es noch nicht wusste, lasst ein Like, da lasst ein Abo da. Es kostet nichts. Würde mich sehr freuen drüber. Und wir starten durch als Sven Rumpe. Ich freue mich drauf. Und wir sind ganze, wie viele Minuten zu spät? Zwei Minuten, ich hoffe. Und Mackerlump hat schon vorm Stream donatet. Danke, Mackerlump für drei geile Flachwitze. Die muss ich jetzt aber vorlesen. Nicht hübsch genug für Instagram, nicht lustig genug für Twitter. Willkommen bei Xurin als Donation. Schönen guten Abend, Kurti. Hashtag Herzregen. Dann hauen wir gleich mal raus. Aber Mackerlump hat noch einen Witz. Wenn der Sandwich-Toaster ohne Gewalt zugeht, ist es dann kein Sandwich, sondern ein Crêpe. Für Helikopter-Eltern gibt es jetzt neue Schilder auf Spielplätzen. Eltern halten, haften an ihren Kindern. Ich wollte, ich dachte schon, Eltern halten ihre Kinder. Eltern haften an ihren Kindern. Ja gut, das ist richtig schlecht. Ich sage immer, Eltern haften für ihre Rinder. Das ist, wo komme ich da eigentlich an die Waffenkammer? Wo sind die hier oben? Ist die hier? Haben wir hier? Achso, ich bin ja noch off-Duty. Ich trottel natürlich, ich muss ja mal on-Duty gehen. Ja, natürlich. Jetzt komme ich ans Waffel-Kämmelchen. Ja. So, Waffen braucht man nicht. Ich glaube, da bin ich relativ voll. Jawohl. Wir brauchen Rüstung auf jeden Fall. Haben wir doch die Spikes. Spikes haben wir. Perfekt. Die Spikes. Genauso wie der Spoiler. Ja, ich sage in Real-Life Spikes und Spoiler dazu. Aber sagen wir es keinem. GTA. Immer wenn ich in GTA bin, muss ich das immer blöd aussprechen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mach ich mit Absicht so. Gut. Das ist Hammer. Funkgerät haben wir höchstwahrscheinlich auch dabei, hoffe ich immer. Brauche ich noch irgendwas, was mir wichtig und richtig ist? Ich glaube, ich bin gerade in den Keller gegangen. Kann das sein? Ja. Gut. Ich starte hier nie meinen Dienst hier drin. Nie. Heute extra für euch starte ich den hier. Weil ich mir gedacht habe, cool, heute High-Speed-Unit. Ich starte es hier. Gut, dann werden wir uns mal eintragen ins PC-AD. Und dann... Achso, hier ist ja abgeschlossen. Aber wisst ihr was? Lieber da drin bleibt nicht, dass ich gleich entführt werde. Ich bin im Palito, Alter. Ein Palito, welcher das Kopf immer entführt. Da muss ich aufpassen. So, erstmal gucken. Also, erhöhte Gefährdung ist heute. Dann Nationalbank. XX. Haben wir noch nichts eingetragen. Dann sind wir heute Criminal Investigation Unit. Könnte ich eintragen. Aber dadurch, dass ich heute High-Speed-Unit fahre, tragen wir uns oben ein. Als King-Unit. Aber ich darf. Letztes Mal hat er gesagt, der Herr... Wie heißt der nochmal? Commissioner. Genau. Der hat nämlich gesagt, ich darf mich dann hier oben eintragen. Ten-Aid dem Dienst. Und zwar als King-Einheit. Was man ja sonst eigentlich nicht darf. Aber ich darf heute. So, dann werden sich die Leute wieder denken, was macht der Typ denn hier? Weil ich bin der High-Speed-Unit. Genau. Wir verlegen ins Freisondereinheit. Sondereinheit. Officer sind wir. Wo sind wir denn? Federal Marshal kannst du jetzt auch eintragen. Oder war es immer schon so? Und ich weiß es nur gar nicht. So, Sven Rumpe. Anonyme Entes da drin. Da wollte ich gerade wieder eintragen. Ich bin die 05, ne? 10.05. Zack. So, dann müssen wir nochmal. Immer nach oben was eintragen. King, äh, King4, heute in der High-Speed-Desal. So, das ist, äh, du musst extra eintragen, dass die Leute es nicht denken, warum bin ich da drin als King4. So, haben wir uns eingetragen. Dann, äh, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Mein Funk rät nochmal an. Und dann machen wir jetzt, zack. Funk 1. King4, 10.8. Guten Abend. Abend. So, los geht's. Äh, ich brauche noch schnell meinen, äh, Gefährdel. Und dann haben wir es. Dann starten wir durch. Ach, das ist richtig schnell hier. Sonst brauche ich immer eine Stunde, bis ich mal fertig bin. Es liegt vielleicht an Palito. Palito geht alles schneller. Also, ich hole meinen Mustang raus. Mustang 19. Ah, da ist er. Guck. Wir sollten vielleicht mal ein Kennzeichen anbringen. Haben wir ein Kennzeichen dabei? Haben wir? Warte, ich mache ein Custom Kennzeichen dran. Das ist auch mal geil. Verwenden. Bearbeiten. Was tun wir denn drauf? Not a cop ist sicher weg. Speed Ente. Ah, es geht sich aus. Ähm. Ach, Speed Ente wäre lustig. Speed Ente. Ente, ähm, die, äh, die, die, äh, Highspeed, Highspeed, geht sich aus. Ich habe hier zugesperrt um 19.37 Uhr. Speed, ne. Ach, ich will irgendwas mit Ente reinballern. Oder, ich weiß nicht. Ähm. Pi, grüner Pi 1. Ähm. Speed Duck geht sich auch nicht aus. Ach, das ist ja. Aber, Tim David. Leute, was, das kann ich, Dienst Ente? Er wurde festgenommen, ähm, aufgrund Einträge von, äh, auf der, ähm, Fahndungsliste. Er hat mehrfache Drohungen ausgesprochen, dass gestern nur ein Witz war und erst Erdenfang. Und die Hölle auf Erden einkehren wird, da wir ihn festgenommen haben. Ach. Nehmen wir. Polente. Ja, das nehme ich. Die Polente. Es ist so nicht mal vergeben. Polente, ja. Danke an den Chat. Polente ist, äh, genau das Richtige. Die Polente. Da haben wir's. Danke. Danke für den, äh, tollen Tipp im Chat, äh, für Polente. Da geht wirklich, muah, Kuss raus. So, ich habe noch nicht Macanelums, äh, Flachwitze vorgelesen. Da ist noch einer gewesen, ne? Äh, hier. Macanelum, wie lange streamst du noch? Wann wieder Kevin, äh, kennst du mich noch? Und getrocknete Trauben, die nach Treibstoffschnecken sind? Kerosinen. Danke. Mal Volume, mach ich mal auf 40 heute. So laut, ich muss mal tanken fahren. Ja, äh, Dankeschön auf jeden Fall Macanelum, für diese tollen Flachwitze. Beschreibung des Fahrzeugs. Irgendwas sportliches, konntest du leider nicht ganz sehen, was auf der Gegend fahren war. Okay, dann können wir damit nix anfangen. Was, was soll ich dann, wo soll ich dann da hinten fahren, ey? Ich kann dir zählen nicht mal. Wie viel zur Stelle ist Fahrzeug auf dem Highway, fährt mindestens 260. Welcher Highway? Äh, East Highway statt einwärts. Ist ein schwarzer Audi A6, müsste gewesen sein mit dem Kennzeichen, keiner da... Ach gut, da komm ich nicht hinterher. East Highway. Welche, wo ist das hier? Fahrzeug ist stehen geblieben. Boah, das geht mir auf den Piss, ne, wenn jemand durchgibt auf dem Highway. Welche Highway? East Highway? West, oh nee, bitte nicht. Was war das grad für ein Clasher? Was war denn das gerade? Alter, ich hab mich grad voll erschrocken. Ja, äh, äh, ablehnen. Alter, ich hab mich grad richtig erschrocken. Ich dachte, jetzt fährt mir so ein, ähm, Panzer in die Tankstelle oder sowas in der Art. Alter, ich hab mich grad erschrocken. Mangelump, ich hau dann gleich ein Herzring für dich raus. Kurt Kurt, kannst du meinen Kussleutin Jonas? Besuchst du meinen Jonas? Dankeschön an Hi Kurt, wann kommt wieder Mark Rumpe? Das sind Fragen, die, äh, bewegen die Welt. Ich weiß das noch nicht. Mal schauen. Louis Simpsonfahrer, danke für den Euro. Äh, Lennos Roblox Spiel, danke für den Euro. Nike Schubert ist auch dabei, danke für zwei Euro. Lord Momo, danke für den Euro. Die mediterrane Nudelpfanne ist auch immer am Start mit Servus Kurti. Hab einen schönen Abend, genieß das AP. Ich schau heute mal, statt zu zocken. Gruß geht raus an dich. Äh, Wolli, auch dabei. Wolli96, erst spende an dich. Grüße aus dem Emsland. Dankeschön, zurück. Und die Gummibärmbande. Halle, schönen Abend, Dirk. Gummibärn. Und, äh, Gruß geht raus an dich. Auf jeden Fall. Wir brauchen erstmal Rubbellose. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich entführt. Ihr wisst, Palito, das ist mein Gebiet. Ihr wisst, warum. Ich werde jedes Mal dort mitgenommen, wenn ich kopp bin. Kann sogar sein, dass ich jetzt auch wieder mitgenommen werde. Mal schauen. Bin so lachen einfach. Kommt wieder so ein schwarzer Konvoi vorgefahren. Und dann war es das mit mir. Ja, war mit. Wobei, scheiße. Ich habe ja meine Maske nicht auf, ne? Ach, ich weiß nicht, ob mich 1 zu 7 sucht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt machen wir mal auf. Verloren. Ich glaube, ich kriege heute wieder richtig den Dings reingesimmelt, oder? Ah, ich habe gewonnen. Ach, gut. Okay, mich holt heute keiner ab. Mich holt heute keiner ab. Ach, zweimal doppelt Glück. Ach, guck. In letzter Zeit gewinne ich hier relativ gut ein Skop, muss ich sagen. Da gewinne ich relativ gut. So, ich muss nur noch beim Auto, muss ich noch meine Radarfalle einstellen. Also meinen Radar. Plate Reader machen wir auf jeden Fall an. Dann Toggle Display einschalten. Einmal haben wir Same Lane. Haben wir beides Opposite Lane machen wir. Dann Eximit, 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 Menü auf 140. Aber nur eingestellt, ne? Perfekt. Supi. Da müsste er jetzt von hinten eigentlich einmal und einmal von vorne. Äh, macht er das jetzt nicht von hinten? Doch, macht er. Gut. Da ist ein Kennzeichen dran an seinem Kfz. Ja, hat er schon mal gleich, ne? Wenn er angemeldet ist. Das ist der Sound auf der Spende. Wir müssen mal fangen und gucken. Florian, Florian, Florian. Peter, Manfred, Brian, Toni, Maroni, Maxim. Der ist ja immer noch da drin. Billy, Ortger, der ist neu, der Billy. Der hat zwei Vornamen. Okay, das geht eigentlich nicht. Toni, Chris. Alter, wenn wir diesen Maxim Rohr noch finden. Der ist ja dreimal drin. Alter. Toni ist... Ah, das ist ein anderer Toni. Na doch, da, Toni ist zweimal drin. Und dieser Maxim wird einfach dreimal gesucht. Der hat... Alter Schwede, das muss er auch mal schaffen. Also, wenn ich heute Maxim irgendwo sehe, dann weiß ich ganz genau, da hole ich mir erstmal Backup dazu. Ähm, BBL382EVO von Jack Brady. Okay, das ist alles okay. Fast. Check ich nochmal von dem hinten ab. Oder dass er es merkt. Ähm. BPU-380. Matthew Murphy. Okay, alles, alles legit. Alles gut. Ach, warte, ich brauch noch ein... Ja, vergessen. Die werden sich so denken, was mach ich denn hier gerade? Hahaha. So, ich nehm mal meine Dings mit. Achso, ich hab ein Kandistana dabei. Perfekt. Gut. Ich bin sehr froh drüber. Der Flottenadmiral, hey, Xyl, bin auch dabei und grüße aus dem Urlaub. Dankeschön an den Flottenadmiral. Äh, Lennos, Roblox Spieler, ach und wundert dich wegen dem Namen war... Acht, oh, 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 oh. Oh. Uiuiuiuiuiuiui. Wir waren doch so schnell, 182. Einmal vorne, einmal hinten geblitzt. Wo fährt er denn? Edward 46 und Lincoln 45. Ähm, bitte einmal 1076. Mission Raw, ähm, wir haben Herrn Maxim Rohmer noch, ähm, wegen euren Verhandlungsanträgen, ja? Ja, check, ich bin kurz dein Textcode P. King 4, 1086, ähm, äh, West Highway mit dem Kennzeichen, HBM, Leerzeichen 461. So, das ist wieder mal was supertolles da drin. Zugelassen, besichert auf Maximilian Bauer, müsste in Golf 4 sein. Guten Tag. Hallo, können Sie mich hören? Äh, ja, ich kann Sie hören. Schönen guten Tag. Äh, ich kenne mal bitte den Führerschein. Danke, ich bin gleich wieder wegen, ja? Alter, das wäre 500 Euro im Superchat-Tonale. Alter, bist du deppert. 125 Menschen mit 500 Euro und Moin. Alter, braucht ihr Einblender aber heute lang, bis die mal hier reinkommt. Alter, das war zufällig, dass ich es gesehen habe. 500 Euro im Superchat. Ha, die Einblende geht nicht. Die wartet heute erst mal ein bisschen. Die braucht, bis es zieht. Oder Tippi ist wieder down und funktioniert nicht richtig. Ah, da kommt sie. Ein bisschen Verspätung. Mit ein bisschen Verspätung kommt sie. Alter, 150. Ich wünsche, was ist denn da los? 500 Euro, Bruder. Perfekt an der Verkehrskontrolle. Perfekt, danke. 500 Euro, Robert. Leute, alle mal hechtig. Robert in Chat. Er heißt zwar nicht Robert. Ich hoffe, vielleicht heißt du Robert. Ich weiß es nicht. 125 München haut 500 Euro raus. Vielen Dank. Robert. Warte mal. Robert. Es ist wieder unglaublich. Aber die Einblende funktioniert. Ich bin sehr froh drüber. Oh scheiße, da kommt der Robert. Ich glaube, da kommt jetzt der Robert. Der wird mit dem 1086 bei der Podseidah 7009 mit einem Supersport mit dem Kennzeichen P6. Wollte ich auch gerade. Ja. Der Robert ist unglaublich schon wieder. Es ist wirklich unglaublich. Sind Sie ein echter Polizist? In einem echten Mustang? Ja. Geil. Danke. Wann geht es auf die Malediven? Ähm. Ich gehe hier auf die Malediven. Es wird bald mal nach Madeira zu Uge gehen. Ach so, ja. Ich brauche auch viele Katzen. Äh, ja. Okay, ja, super. Ich feiere jeden Tag. Danke, Robert! Au, au, au. Okay, danke. Das hat mir gefehlt. Ah. Ah, schau mal. Ich habe sogar eine extra Robert-Eimlenis mit Andel zusammenbekommen. Vielen, vielen Dank, Andel. Das hat mir gefehlt. Ey, vielen Dank, Chat, an die ganzen Leute, die hier Robert schreiben. Alter, 125 München. Ich hoffe, du kannst dir sowas leisten. Das sind 500 Euro. Das ist viel Geld. YouTube snackt sich davon jetzt auch ein bisschen was von. Kuss geht raus an YouTube für die paar Prozent, die mir abdrückt. Aber, ey, vielen, vielen, vielen Dank, 125 München. Wirklich, da geht wirklich ein fetter, fetter Kuss raus. Eine 500 Euro, du, die ist nicht alltäglich, meine lieben Damen und Herren. Da geht nochmal Kuss raus. Vielleicht heißt der Robert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber ich sage mal danke, Robert. 500 Euro, meine lieben Damen und Herren. 500 Euro. Und die Einblende hat heute ein bisschen gedauert. Das freut uns. So, der Maximilian wird sich da vorne denken, was ist denn da gerade los? Äh, ach nee, es gibt ja viele Maximilian. Wie heißt der? Bauer. Noch ein paar Teile im Alter, wo Leute. Keine hate für nichts. Ja, das geht mal. Bin es ausgestellt von mir. Äh, hätten sie mal Zeit. Ey, da geht so ein Kuss raus, Bruder. Wirklich, da geht so ein Kuss raus. Und da noch ein super Chat und Moin, Alter. Ja, das ist krass. So, dann sehen wir uns den Führerschein wieder. Ähm, folgendes Ding, Problemchen, sie sind ein bisschen zu schnell gefahren. Gibt es einen Grund, warum sie da so schnell fahren müssen? Bitte was? Ob es einen Grund gibt, warum sie hier so schnell fahren? Äh, nee, ich wollte eigentlich nur. mal den Startgrad, wir sind erkunden und sowas. Ich hab mich halt so gefreut und sowas, weil ich halt recht neu bin auf dem Start. Sind neu? Ah gut, das sieht man im Auto. Ja. Das wurden wir halt geschenkt. Wenig Geld, ne? Wie, nicht Geld, ne? Gleich zu nahe drehen, aber wie, also ich dachte gleich, dass das Ding so schnell fahren kann. Das hat mir gegeben, da hat mir ein Geschenk, ja, das war vollkrieg. Also, wir haben es geschenkt bekommen? Ja, beim Andréz Autohaus, der Weihnacht, mit dem habe ich verbrochen, weil ich wollte ein bisschen gucken, was für Autos gibt und sowas, weil ich nicht mehr in die amerikanische Richtung gehe. Und da hat er gesagt, komm, hat mich abgeholt beim, äh, beim Führerscheinchen. Warte, 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 habe ich gesagt nicht verstanden, sie wollen in die amerikanische Richtung bei Autos gehen? Jo. Da ist ein Golf genau richtig für sie. Ich weiß, den habe ich halt am Anfang, ich glaube, als ein Führerschein-Neuling ist auch nicht so schlau, glaube ich, ein V8 zu fahren. Jetzt habe ich mal meinen, äh, Notizblock hatte ich ausgepackt für das. Ich habe das in digital ausgestellt. Das sind 1500 Dollar, äh, wegen 30 kmh zu schnell. Hier sind sie mit über 180 gefahren, hier hast du 130, ne? Und so 50 kmh insgesamt drüber. Dadurch, dass sie neu sind, begleiere ich sie. Sollten sie das Doppelte fahren. Also, wirklich, das Doppelte von der Geschwindigkeit. Wird in der Führerschein sofort entzogen, bekommen sie den Führerschein im Zug, dürfen sie neu machen. Können sie das zahlen, dass es um das geht? Wäre das direkt möglich? Ja, so direkt kann ich das, glaube ich, sagen, ja. Ja, bitte tun sie das. Das gebe ich hier nämlich den Tipp. Zahlen sie das so schnell wie möglich ein, aus dem Grund, weil man nie weiß, ob der, äh, ob der Herr, der da noch da ist, weil der, der hat ja die Rechnung ausgestellt und er bekommt dann auch die Rechnung übermittelt. Sollte der nämlich nicht da sein, dann können sie das auch nicht überweisen, ne? Ja. Genau, perfekt, haben wir das jetzt auch geklärt. Dann fahren sie bitte vorsichtig weiter, ja. Ja, alles klar. Einen schönen Tag noch. Jo, gleichfalls. Moment, ein Moment. Wo ist der Funk heute so laut? Die sammeln sich um 20 Uhr vorm PD und laufen dann von dort aus los. Ah, es gibt heute ne, ich hab schon gelesen, es gibt heute ne Demo um 20 Uhr. Ja, danke, dass wir übernehmen. Gegen 20 Uhr gibt's heute ne Demonstration irgendwo. So. Gut, hat sich das auch geklärt. Der fährt einfach mit 180 durch, alter, brennt er da durch hier. Ist ein neuer. Weiß ja nie, ob der grad Bock gehabt hat, in den Stream reinzumelden. Das weiß man nie bei den Leuten. Alter, ey, da geht nochmal wirklich raus an. Äh, 125 Minntchen. Leute, lasst halt nochmal ein Herz da. Für Mac and Malump hab ich doch einen Herzring versprochen. Ach komm, den hau ich mal raus. Leute, haut mal auf den Like-Button. Das ist ja wunderschön hier. Das ist ja einfach nur noch. Hau mal auf den Like-Button, lasst nochmal ein Herz im Chat. Da geht nochmal Liebe raus an den ganzen Chat, der heute aktiv dabei ist. Und natürlich dann Robert. Was für ne Demo, ich weiß es nicht. Mal gucken. Das ist jetzt lockt. Hör euch das anlockt, du rufig? Ah, hier. Äh, dann wechselt ihr am besten auch in Funk 2 und gebt den Petrooleinheiten vor Ort. Scheiße. Ey, wir fahren das jetzt mal vorbei. Wir schauen uns das mal an, was da los ist. Elevate 106-Einiger. Magna Lump, der war für dich. Ähm, eine freie X-Ray-Einheit für 10, David. Das ist die Sound-Richtlinie. Ah, das ist 100, scheiße. Ich hätte 1015 zum SG vom Mission-Raw. Ich bräuchte mit der X-Ray-Einheit. Und mach mich auch mit. So. Ja. Ich fahre natürlich immer mit 130 durch. Ich muss mir das mal abgewöhnen. Ich bin ein gutes Vorbild zu sein. Aber sag dich, ich habe mein Sound-Pack heute drin. Ich bin sehr gut heute vorbereitet. Das erste Mal beim Leben. Sehr gut vorbereitet. By the way, Chat, ich kann euch mal was erzählen jetzt. Es gibt eine traurige Nachricht für die einen oder anderen, die gerne Karl-Heinz gucken. Das wollte ich heute eh mal ansprechen. Ihr wisst ja im letzten Karl-Heinz-Dream, was ist denn hier passiert? Das ist ja ein PC wieder. Im letzten Karl-Heinz-Dream. Viele haben es vielleicht mitbekommen. Da war ja auch der liebe Justin dabei. Weil wir werden mit Justin wohl nie wieder zusammen was machen können. Der wurde leider gebannt. Und ich habe jetzt schon viele Fragen im Chat bekommen. Warum wurde Justin gebannt? Wegen Fail-RP oder so weiter. Der liebe Justin wurde nicht gebannt. Und jetzt kommt ja diese Story, die echt irgendwie, was ich finde, so etwas sad ist. Weil ich ja so zu Justin im RP gesagt habe. Justin war auch zu lügen. Wegen dem Tank letztes Mal. Oh, ich habe ich... Was ist denn dem los, Alter? Was ist für den NPCs? Ich liebe NPCs so sehr. Guck dir das an. Welche Person handelt es sich denn für den Gefangenentransport? Guck, wie er sich rausraubt. Und jetzt rennt er weg. Ten four, könnte ich da bitte Unterstützungsreinheiten bekommen? Allein wegen der... Ja, positiv. Es ist... Okay, ich fahre woanders hin. Ich glaube, da will ich nicht stehen. Schönen Abend. Schönen Abend. Ich hoffe, das Ding ist despaunt da hinten, Alter. Da hat sich auch nur so O überschlagen. Es gibt erstmal eine Anzeige. So, wir schauen mal, ist das Auto angemeldet. Jedenfalls, ähm... Bei dem ganzen Neuling kannst du mal gucken, ob die Autos angemeldet sind, ne? Äh... Da habe ich halt so zu Justin gesagt, hör auf zu lügen und so weiter, ne? Das Ding war... Äh... Viele denken jetzt, er wurde wegen Fail-RP gebannt. Bei uns wird keiner... Ich wiederhole, keiner... ...wegen Fail-RP direkt per Mal gebannt. Das wäre sein erster Eintrag gewesen. Justin hatte keine Einträge bei uns. Äh, das Ding ist, äh, dass Justin, äh, diese... Sein Geld, was er hatte, also er hatte Schwarzgeld eingepackt als Cop und ist dann mit waschen gegangen. Er ist in die Geldwäsche gegangen. Und ich vermute mal, dass das diese 300.000 Dollar waren, die an dem Tag Karl-Heinz abgenommen hat. Das war noch am selben Tag, war das. Ähm... Und, äh... Oder einen Tag danach. Entweder am selben Tag oder einen Tag danach, war das. Und... Er hat das Geld gewaschen als Cop. Das darfst du nicht. Und das Ding war, es hätte sich ja ganz normal klären können, aber er hat dann einen Supporter angelogen und hat gesagt, äh, das ist das Fehler vom Script, das... Er hat nicht, er wollte nicht waschen, er hat nicht gewaschen und hat halt übelst krass den Supporter slash Admin angelogen, weil wir... Ich weiß, wie dieses Script aufgebaut ist. Es ist unmöglich, dass da ein Fehler passiert sein hätte können, dass er aus Versehen Geld wäscht. Das geht nicht. Er war bei dieser Geldwäsche und hat dort diese 300.000 oder was auch immer, was er wollte da waschen. Und das Lügen war dann so dermaßen kacke, weil wir halt wussten, es ist unmöglich. Und, ähm, dafür gab es einen Permabann, weil er uns angelogen hat. Weil stellt euch vor, wir glauben ihm das. Dann sitzt sich da ein Dev hin, guckt stundenlang über das Scriptura, weil wir denken, da ist ein Fehler drin. Und im Endeffekt ist es, ist es kein Fehler, wisst ihr, was ich meine? Das wäre der Scheiß. Nicht, weil er Fail-RP begangen hat, dass er Geld waschen war, es kommt. Da hätte es einen kleinen Eintrag gegeben, vielleicht wäre er auch degradiert worden bei der Polizei, ich weiß es nicht. Aber alles in der Pi, ne? Aber dass du hingehst und dann einen, 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 einen Admin slash Supporter, ich war nicht dabei beim Gespräch, ich weiß nicht, ob es ein Support, ob es ein Admin war, den einfach ins Gesicht lügt und du sagst, ich hab nicht gewaschen, das war ein Fehler vom Script oder so, das kann unmöglich sein. Das war das Ding, wisst ihr? Und da haben wir gesagt, Permaban, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du einmal angelogen wirst von jemandem, dann glaubst du ihm nicht mehr. Das heißt, wenn der jetzt anfangen würde zu cheaten oder so, ist halt, weißt du, es ist halt schade. Es ist einfach schade. Und ich finde es traurig, weil Karl-Heinz, er war so ein kleines Teilchen von Karl-Heinz, es war halt Karl-Heinz ein Polizist, kann man sagen. Und das vermisse ich jetzt so ein bisschen und ich finde es schade, dass es genau an sowas scheitert, wisst ihr, was ich meine? An so einer Kleinigkeit einfach. Hätte er einfach zugegeben, ja, ich war dumm, ich hab mein Geld da gewaschen, ich weiß, ich darf das eigentlich nicht. Kein Problem, aber dann zu sagen, das ist das Script schuld und so und dann lügen. Und am Ende, also ich hab jetzt auch auf Insta mit ihm geschrieben, wir haben kein böses Blut und so weiter, ist alles gut. Aber er hat dann auch nochmal zugegeben, er hat halt einen Fehler gemacht und es war eine dumme Idee von ihm, da jetzt so zu reagieren und da zu lügen. Ist halt schade, ist schade drum. Aber ich fand es dann so ironisch, weil halt im RP halt Karl-Heinz ihm gesagt hat, Justin aufzulügen wegen dem halbvollen Tank letztes Mal. Aber das war diese Ironie dran und das fand ich dann irgendwie so ironisch, dass er dann halt OOC da so einen Scheiß gebaut hat. Ja, aber ich wollte es dir nur sagen, was da passiert ist, weil ich so viele Antworten wieder bekommen habe, weil er hat es auf Insta gepostet, da kommen Leute zu mir, fragen, was ist da passiert. Und ich muss irgendwie, zu jedem Spieler, der auf RLO ein Perma hat, muss ich jemand ein Statement rausbringen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, das ist halt, weil sobald jemand gebannt wird, das ist eher selten bei uns, dann geht es natürlich, macht es seine Runden. Aber er hat dann später auch zugegeben, dass er natürlich gelogen hat. Also da gab es auch keinerlei Problematik. Das Skript läuft seit zwei Jahren auf RLO, hatte noch nie einen falschen Auslöser gehabt, dass irgendwer aus Versehen da Geld einträgt und das dann wäscht, wisst ihr. Da hat er sich halt selber am Bein gestellt mit der Lüge, das war das Ding. Aber sehr schade um ihn, er war ein guter Spieler und ich werde ihn auf jeden Fall vermissen, das muss ich sagen. Ich werde, also als Karl-Heinz werde ich ihn vermissen. Wäre ich letztes Mal nochmal Autoscooter gefahren mit ihm, das wäre das letzte Mal gewesen mit Autoscooter. Schade. Aber deshalb Leute, Ehrlichkeit bei uns, wenn ihr bei uns ehrlich seid, dann passiert euch so gut für nichts. Ihr müsst einfach ehrlich sein, wenn ihr Scheiße baut, kommt her, sagt. Wir haben auch Leute, die Reporter selber, die sagen, ey guck, ich habe da Scheiße gebaut, die kommen dann zu uns und sagen, schau mal, hier, schau mal drüber, ich will mich nur selber reporten, ich habe da einen Kack gebaut. Dann kriegst du nicht mal einen Eintrag oder so, wisst ihr, was ich meine? Einfach selber sagen, ich habe Scheiße gebaut und gut ist die Sache. Und ja, wir sind hart, aber fair, aber bei Lügen, ich muss sagen, ich selber hasse Lügner. Ich wurde im Leben schon öfters von Leuten angelohnt, wo ich mir gedacht habe, warum. Und ich hasse wirklich nichts mehr, als wenn mir wer ins Gesicht liegt. Und diese Kombination einfach, dass du dann halt sagst, dass ein Script dran schuld ist, dass du dich dann vielleicht dran setzt. Wisst ihr, was ich meine? Du setzt dich dann dran und debugst für Stunden als Death, weil du halt vielleicht wirklich Glauben schenkst, dass am Script liegt. Das ist dann das Ding, das habe ich ihm eh gesagt, das kann er halt nicht machen. Weil wir stecken da unser Herzblut rein und wenn irgendwas nicht funktionieren sollte und du das auf den Bug schiebst, dann gucken wir uns das stundenlang an und wir werden dann halt nichts finden. Ist halt dann auch wieder Arbeitszeit umsonst wo reingesteckt, was wir nicht müssten, wenn einer das halt... Aber Gott sei Dank haben wir auch nicht geglaubt in der Hinsicht, Gott sei Dank. Ja, irgendwie traurig, ne? Aber wir müssen sagen, wir müssen fair bleiben. Hätte das ein anderer Spieler gemacht, der auch nicht auf RLO jetzt unter Anführungsstrichen bekannt mit Karl Heinz ist, den hätte es genau gleich getroffen, was das Ding. Wir müssen da fair bleiben, ne? Wir müssen da echt fair bleiben. Aber wie gesagt, weil mich wer gefragt hat, war es Fail-RP, dass er gebannt worden ist? Es war nichts das Fail-RP, es war das Anflugen. Das war das Ding. Sonst fliegst du nicht. Für Fail-RP ein Eintrag, da fliegst du nicht von der RLO. Wirklich. Wir fahren nochmal zurück. Der wird so mit, danke. Halt, auf der Autobahn bin ich los, ne? Kein Raser, das wundert mich ein bisschen. Kein Raser, aber ich fahr nochmal vorbei. Jetzt um 20 Uhr haben sie gesagt, dass hier irgendwo eine Veranstaltung sein. Wo ist denn die? Wo ist denn die Veranstaltung sogar mal? Ah, hier. Hier findet sie gleich statt. Guck mal hier, da werden sie... Da ist hier wirklich was los. Holy shit. Äh, die streiken hier wirklich ein bisschen. Krass. Ich frag mich nur, für was die jetzt streiken. Demo vom PD los. Ja, aber ich würde gerne wissen, was für eine Demo das ist. Ah, vom Strizzi. Warte, Baller Speed. Das Kennzeichen muss ich mal durchgeben hier. Die Ballers sind da auch da involviert. Bruno Hartmann. Ja gut, Hartmann ist so ein Name, weil der geht durch und durch, ne? Bruno, ich bin der Kameramann, ich bin der Bruno. Juhl war gerade erst leider, ne? Aber vielleicht kommt man noch in den Bankraub, mal schauen. Ich weiß, Highspeed Unit schön eingreifen. Ah, es war noch gelb. Es war noch gelb. Ja, ich schäme mich sonst mal hin und blitze mal wo, auf gute alte Zeiten. Ich habe lange nicht mehr geblitzt, fällt mir gerade so ein. Die letzten Streams, meistens als Cop einfach rumgegurkt und nach Anbau gesucht. Da ging das Blitzen bei mir komplett unter. Und das ist mein Lieblingsjob, ist einfach als Cop ein bisschen zu blitzen, wirst du? Ein bisschen blitzi blitzi machen. Was hier passiert? Verkehrsunfall, perfekt. Deswegen eine Demonstration vom MRPD Richtung Rathaus mit Verkehrsbehörden zu rechnen. Alles klar, danke. Danke für die Info. Wir sollten das Ding, sollten wir gelb machen, ne? Wegen Polente. Machen wir gleich. Leute, wir fahren Richtung Palinco, macht das Ding gelb. Auf Andels Nacken. Ich hätte Andel vorhin sagen sollen, schauen wir mal das Kennzeichen. Die Frage ist, wo parke ich mich am besten ein, um zu kontrollieren? Weil hier ist ein Blitzer, hier fahren sie eh langsam. Ich parke mich weiter vorne irgendwo hin und dann blitze ich von dort. Erinnerst du mich noch an Chester Antis? Ja, erinnere ich mich noch. Ich muss sagen, nach den Vorschriften, so wie es heute ist bei RLO, ist es eher schwer gebannt zu werden mit PERMA, so wie damals Chester gebannt wurde. Bei Chester hat es sehr viel Scheiße nacheinander gebaut, ne? Aber wir haben unser Bannsystem, haben wir sehr, sehr, sehr weit runtergesetzt. Du kannst auf RLO nur noch ganz schwer PERMA gebannt werden. Haben wir wirklich so gemacht. Davor kriegst du so ein 7-Tages-Bann und so. Pass mal auf. Ja, es ist auf jeden Fall besser als früher, weil die Leute hatten immer Angst, ein PERMA zu bekommen. Aber es ist so selten, dass mal jemand irgendwie ein PERMA-Bann bekommt bei uns. Es ist wirklich selten geworden. Ich bin sehr froh darüber, weil ich will nicht, dass irgendwelche Leute drausspielen und dann immer Angst haben müssen, bei jeder Kleinigkeit, wo sie einen Fehler machen, dass sie direkt ein Bann bekommen. Auf RLO kannst du 10 Einträge haben. Wenn du zwei Jahre auf RLO spielst, du hast 10 Einträge, vielleicht ein Bann, wenn es scheiße läuft, ne? Wenn du wirklich Scheiße gebaut hast, dann vielleicht ein Bann und du machst immer wieder denselben Fehler. Aber wenn du jetzt unterschiedliche Fehler machst und du machst das halt nicht mit Absicht, dann kannst du auch vielleicht nach zwei Jahren 10 Einträge haben und fliegst trotzdem wie vom Server. Aber wisst ihr, was ich meine? So auf die Art und Weise. Wenn wir sehen, der macht den Fehler nicht mehr wieder, so. Der lernt draus. Dann ist halt nicht mehr gebannt so schnell. Eigentlich nicht. Außer es ist OOC etwas, wie bei Dings jetzt hier mit dem Anlügen und so. Das ist halt das andere, was wenn du ins Ingame scheiße lösst. 949, ah Gott, den lass ich nochmal durchgehen. Mein Gott. Aber das Kennzeichen gibt es durch, super, Matt. Emily Carter, schau'n wir mal. Emily Carter. Fährt die öfter schneller, die Emily? Die Emily fährt nicht illegaler Waffenbesitz, deswegen der Anzahndung. Ja gut, alles okay. King 4 für Lincoln 45. King 4 hört. Haben Sie einen grauen Wolf 4 in der Nähe von Palito angehalten? Äh, positiv. Oh, der steht jetzt hier am East Highway, hat am, ähm, statt einwärts für Pilbock. Der Herr wollte gerne nochmal mit Ihnen reden. Ähm, könnten Sie mir sagen, warum der mit mir reden möchte? Ja, er möchte mir darüber keine Auskunft erteilen. Dann gibt's auch kein Gespräch aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht auch nicht, weil es gab keinerlei Problematik. Es war eine ganz normale Verkehrskontrolle. Es wurde nur der Führerschein angeguckt. Und das war alles. Ja, informativ. Wenn er, äh, mit irgendjemandem sprechen will, dann soll er jetzt, äh, dann soll er sich ganz normal per Dispatch MP3 melden. Und sich dort einfinden. Und dann aber direkt mit Ortes dann sprechen. Ohne Angabe von Korinsten ist erst bei mir. King 4, 1086 am East Highway, ähm, KTM EXC ohne Kennzeichen. Jetzt nehmen wir eine Frage, den wir in den VKU angefahren haben. Guten Tag. Servus. Und fahren Sie mit um die Kennzeichen. Was ist denn da los? Fahren Sie mal bitte im Motorhaus. Natürlich. Haben Sie Kennzeichen dabei zum draufklatschen? Ja, ja, ich hab's. Ja, ich hab's Kennzeichen dabei. Einen Augenblick, ich mach mal hin. Dann tun Sie mir den Gefallen, machen Sie es bitte drauf. Äh, dann könnte ich das nämlich mal, äh, abchecken, ob das Ding angemeldet ist, wenn Sie so nett werden. Oder sagen Sie mal einfach das Kennzeichen, wenn es geht. Ja, ich kann Ihnen das auch eben dran machen, einen Augenblick. Ist es abgefahren, oder was? Äh, ja, da ist Halterung abgebrochen. Ich nehm mal eben den Helm ab, da ist, glaube ich, einfach, dann brauchen wir uns hier nicht so anzuschreiben. Okay, alles klar, danke. Und dann fürs Anhalten. Sicher auch nicht alle Tage, dass Leute und die Kennzeichen mit dem Motorrad immer anhalten. Ich dachte, sie haben mir jetzt darüber ab, oder so. Ja, hätte ich tun können. Und wie hoch wäre die Erfolgschance gewesen, dass ich komplett wegkomme? Ja, ziemlich hoch. Also mit so einem Ding ziemlich hoch. Ja, deshalb, man ist es nicht gewohnt. Ja, das ist schon richtig. Aber irgendwo stehen dann die Kollegen und dann habe ich das nächste Problem. Ja, sag mal, wenn Sie es drauf machen jetzt, dann sehe ich auch der Strafe nichts entgegen, dann kriegen Sie auch keine Strafe von mir. Tad, David, das war gerade knapp, ja. Und Sie so nett sind, dass Sie uns einfach anmontieren könnten. Was meinst du genau? Einen Führerschein kriege ich dann. Danke, den Kollegen, der hat in der Einfahrt den Torzug gemacht, Tad. So, ein Augenblick, geht's sofort los. Ich muss mir einmal draufsetzen. Alles klar. Dankeschön, sehr lieb von Ihnen. Einen Führerschein kriege ich noch. Und dann können Sie sich da draufsetzen oder daneben stehen. Ich muss nur mal das Kennzeichen durchgeben, ja? Dankeschön. Ja, Führerschein haben Sie. Haben Sie ja gar nicht zu verbergen. Perfekt. Bin gleich wieder bei Ihnen. Ja, kein Problem. Scott Randall. Ich kann ja auch ein Kennzeichen sagen. Front, away. 474. Das ist auch angemeldet, das Ding. Also das verstehe ich nicht. Das ist angemeldet, er hat einen Führerschein. Er hat auch nichts. Ah, nee, bin gepfarrt, weil ich bin bei der Emily. Scott Randall. Ah doch, da ist ein bisschen Führerscheinentzug, doppelte Geschwindigkeit am 24. Ist ja schon länger. Führerscheinsperre bis 8.6. Wir haben... Ich gucke nach 8.6. Wir haben ja bald einen 8. Alter. Ich gucke nach, wie ich nahe man denn heute. Okay, alles gut. Flucht. Ja, der hat nicht viel auf dem Kerbholz. Ist okay. Ich sag mal, er kriegt jetzt mal keine Strafe von mir. Mein Gott. Er ist halt angehalten, hat es drauf gemacht. Er soll mal sehen, dass wenn Sie nett sind zu uns, können wir auch nett sein zu Ihnen. Gut, alles klar. Dann kriegen Sie den Führerschein wieder. Jo, welchen Dank. Alter, Lukas. Sie dürfen weiterfahren. Ich stelle Ihnen jetzt keine Strafe aus, auf dem Grund, dass Sie die Gepret angehalten haben, das Kennzeichen montiert haben. Bitte lassen Sie das Kennzeichen montiert. Das passt ja alles. Sie haben einen Führerschein. Sie haben ein angemeldetes Motorrad. Da brauchen Sie auch das Kennzeichen nicht abzumontieren. Und falls Sie den Unterfall, dann am besten anhalten, einen Mechaniker rufen und dann wieder einen Anrund herlassen, ne? Und nicht einfach ohne weiterfahren. Alles klar, dann weiß ich Bescheid, dann werde ich das nächste Mal dazu machen. Ja, perfekt. Gut, wünsche ich einen schönen Tag, ne? Das selber. Jawohl, danke. Alles klar, danke schön. Alles klar. Wiedersehen. Wiedersehen. King4TLT6Bandit. Was ist das? Alter, 400 Euro, Bruder. Ne, 400 Schweizer Franken sind's. Was ist da heute los? Es ist heute der Robert im Chat. Lukas Müller. Der hat sicher den zweiten Namen Robert. Lukas Robert Müller. Hey, Xion, mach weiter so wie du bist. Mach weiter solche Streams. Xion, liebe Akkus, geht raus. Lukas mit 400 Euro, Alter. Da war mal ein Like halt raus, ob es da nacken, ey. Was ist heute los, Leute? Heute geht's hier richtig steil und quer. Ah. Lukas, ich küsse deinen Nacken. Ja gut, die Schweizer, die haben's. Ihr müsst euch vorstellen, für den Lukas sind die 400 Euro wie 200 Euro. Das ist noch viel Geld für uns. Der telefoniert gerade. Aber ich frage mich, was der will. Oh, da auf uns. Was ist los? Oh, das sind aber keine Schilder aufgestellt. Das werde ich gleich mal bemängeln. Oh, ach du Scheiß, was ist denn hier los? Ich fahre da mal vor, ich schaute die so in der Schilder aufstellen. Ey, Lukas, wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Das sind 400 Schweizer Franken. hallo immer ein kleines problem dadurch dass die zone so weit nach hinten geht da hinten sind keine schilder aufgestellt er sollte man vielleicht auch ich kann auch ich kann auch schon welche aufstellen aber ich würde gerne weiter die zone ein bisschen kleiner weil die ist ja die sind groß weil sonst fährst du hinten und dann ist auf einmal hier stau und du merkst nicht dass sie auf einmal stauern ja ich erinnere das eben einmal danke als sie weg jetzt löst sich das durch langsam auf ja deswegen mache ich gleich alles weg und dann ist wieder freigegeben da vorne steht ein lkw quer hast du schon gesehen der anhänger ja ich glaube das ist ein kopfloser ja aber der liegt quer auf der fahrbahn ich schaue mir das mal schon an da liegt ein hänger komplett auf der fahrbahn das schaue ich mir schnell an ich würde das ja absichern ich dass da jetzt reinraste in das ganze jetzt gibt das so alles ganz komisch aber den abschleppen lassen leute ich habe das gefühl das ding ist das ist das mit absicht zu kann das weg oder ist das ist das kunst du da kann das weg vielleicht die künstlerin wollte ausdrücken dass das ein lkw anhänger kurz vor dem unfall war ja gut ich weiß nicht ob wir da jetzt viel machen können weil ich glaube nicht dass die den aufladen können was ist das alter so wird mit rufen die ich weiß nicht so ist das ein abschleppert ich war schon abschlepper ich fragte schnell besser gleich da vorne nein jetzt fährt er weg auch nicht weg wir können das einfach stehen lassen vielleicht die sparen da ich weiß es nicht ja kommt also weiter ich glaube das ding kannst du nicht aufladen dass ich glaube das das ist kunst das kann das kann hier bleiben ist das künstler kann das weg ja guck mal der schiebte die weg ich glaube in zwei minuten ist das ding ganz weg hoffen das mal ist das kunst oder kann das weg also so mein lieblings spruch ist das kunst oder kann das weg von dem david 4 von dem david 4 ich muss erstmal überlegen jetzt weiß ich was ich machen wollte kannst du mal zu der demo mit dazustoßen mit dem dorango ich wollte mein bildschirm wollte ich putzen eigentlich jetzt weiß ich wieder was ich wollte mein bildschirm wollte ich putzen er ist richtig eingesaut schon da ist so ein punkt drauf den krieg ich nicht mehr weg das ist der sound auf der spende jetzt kann man robert ob man einen neuen bildschirm kauft wenn du mich schließt der hot potato flachwitz alarm ich esse nicht jede sorte chips ich bin das sehr bringelig und grüße an robert ey wir brauchen robert emote da muss ich überlegen ich kann ja nicht einfach ich kann ja nicht einfach ein bild von von freddy nehmen das ist ja mein lieblingsspot eigentlich ne hier hinterm busch das ist mein lieblingsspot und wie er das ist so da stellen wir uns hin und ich muss dann gleich eh wieder tanken fahren vielleicht eine schlechte idee ohne tank zu fahren ne ach wir tanken schnell auf bevor ich dann wieder eine highspeed verfolgung habe und ich komme nicht hinterher weil mein tank leer ist da lerne ich jetzt mittlerweile mit leute da lerne ich mittlerweile mit der muss auf jeden fall voll sein der tank so perfekt gut und voll ist er also fast muss man nur hier den tempomat ausstellen genau fast warte mal warte mal bis wir durchfahrt durch unser radar so für gd5 dank 50 cent blacklight dank für den euro chantal bin auch wieder dabei ich bin roberta schönen streamer ach wieder der wagen super mad ja 149 der hat ein 150er tempomat drin ich muss das mal anhalten ach komm bei der postleitzahl 5020 mit einem smart in der farbe das mal durchfahren mein gott wobei es sind ja auch fast 100 was ist das jetzt 149 ne 150 circa ja mein gott wenn er mir nochmal mit dem tempomat durchfahrt dann sage ich ich habe ihn schon das dritte mal geblitzt ok dann halte ich ihn nochmal an da weiß ich dass der mit dem 150er tempomat rumgurkt weil er sich so denkt so bin ich relativ safe aber da kommt jemand 168 also das ist glaube ich er ist ein kollege ne ja ist da gerade ein kollege am east highway gefahren ähm an prison vorbei anscheinend nicht danke das ist ein kollege ich dachte gerade das wäre ein kollege gewesen 168 den halte ich an den halten uns an den halten uns an den halten uns an was ist er denn ist der schnell das ist der sound der bespinde ist der Kollege vor uns der ist ein US Marsch ich weiß nicht warum der hatte kein staatskennzeichen ich fragte ihn mal ich hätt ihn mal an da brauch ich ein staatskennzeichen auf dem fahrzeug das verstehe ich nicht ganz ich fragte mal ob das ein Marshall ist hallo servus ich geh das spiel schon hier warte du kriegst nen führerschein warte warte man hörte ich nicht übrigens ja ne ich wollte gerade reden mit ihnen das ding ist das Kennzeichen ne wir sind kein US Marschall ne ändern nein nein das ist nicht das Problem ist nicht verboten das ding ist nur ich hab zuerst gedacht vielleicht werden sie ein kollege hab ich durch den funk durchgegeben erscheint kein kollege dann guck ich aufs Kennzeichen jetzt dachte ich US Marschall ähm sie sind mit über 160 sind sie ja das heißt äh das sind warte mal warte mal warte mal 30 zu viel heißt 1500 Dollar Strafe ja 1500 Dollar wären das und äh führerschein checke ich auch noch schnell ab ja und können sie bitte nen Motor abstellen ja ja ihr kollege kann sich wieder in der zwischenzeit reinsetzen alles klar alles klar danke äh King 4 hier mit einer kurzen Durchsage da gibt es einen Charger der fährt mit nem US Marschall Fake Kennzeichen zu erkennen ist das wenn man mal das Kennzeichen anguckt das ist kein Staatskennzeichen also falls ihr mal so ein Auto sieht mit US H oder irgendetwas was aussieht mit US Marschall Kennzeichen äh immer abchecken ob das ein Staatskennzeichen ist oder nicht ach ja stimmt oder so ja ein Check besagt daher ist auch schon öfters mit Staatskennzeichen unterwegs gewesen Ben McKinley ist aber der Fahrzeug Karl das ist aber nicht er warte mal wer ist dieser Ben das ist nicht er ne Ben McKinley ich frag mal wer das ist Entschuldigung ähm das Fahrzeug ist aber in Herrn Ben McKinley angemeldet ja das bin ich ach das sind krieg ich bitte nochmal nen Ausweis kann ich dich nochmal angucken ja natürlich warte dann müssen wir mal in den Kollegen aussteigen ich dachte der mich hab irgendwas anderes aufgelesen pack mal raus ähhh ich brauch dich mal ne Brille äh 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 wir haben mal einen Ausweis bitte Danke doch dann passt der ah das ist ja dann gehen sie zurück ähm gut dann kriegen sie eine Recherphone ausgestellt in Höhe von 1500$ ähm bitte fahren sie nächstes Mal ein bisschen langsamer sie hat mich fast bekommen ich werde ja ich habe es auch schon bei anderen kollegen gehört wie gesagt das ist eine nur für ein tuning treffen ja auch gelegentlich mal ein bisschen bewegung wie es halt mit anis ist und der ist bei tuning treffen immer sehr beliebt gerade bei nacht so dann bitte einmal bezahlen dann haben wir das problemchen gleich schön ein officer der das richtig macht dann passt das der halt noch im grund dazu schreibt es gibt viele officer die auch nur strafe oder strafzettel dazu schreiben und dann einfach nur so ich habe immer dazu weswegen weil es gibt die können die strafe nicht direkt bezahlen soll ja schon wissen warum weshalb und dann kann er sich vielleicht ein bisschen erinnern ja es ist machen halt einige und das geht auch so ein bisschen auch ein kex gut so ist halt so ein bisschen dann will ich sie mal nicht weiter aufhalten dann wünsche ich noch einen ruhigen dienst angenehme fahrt fahren sie vorsichtig ebenfalls sehr schön alles klar gut aber ihr kennzeichnet ich schwöre ich dachte ihnen zuerst ich musste mir das marsch erst mal sagen wegen dings hier ich hätte am besten noch mal hier hätten sie machen müssen aber dann wäre es zu auffällig gewesen ist so unauffällige schönen tag noch polizeihupe verbaut da hole ich mir aber doch mal die polizeihupe bauen wir mal aus ja die darf da drin nicht verbaut sein ich begleite sie wir fahren jetzt zur werkstatt aber auch nur weil ich nett bin zu ihnen dann fahren sie mir bitte hinterher ja ja für dich zu informieren mit drei einheiten noch mal mit bei der demo mit dabei weil der fahrzeug noch mit hinterher fahren die baume da mal direkt aus die hupe wie er doch wie er doch da gehupt hat mit voller freude ja das das ist aber komplett schau hätte er nicht gehupt wäre das gar nicht aufgefallen ja ja dann warte ich auf sie ja jetzt esse ich mal was bevor ich hier noch abdreck leute von der chat auch wieder komplett rumwuselt du musst was essen muss das essen seid ihr glücklich leute seid ihr glücklich chat ist das ist das so gut für euch habt jetzt habt jetzt richtig spaß dran sind wir voll werde aber schau mal gleich mal was kostet das polizeihupe kostet ja auch ein bisschen was ne wenn du die hast die werde ich auf jeden fall noch verrechnen die werde ich auf jeden fall verrechnen also pack ich mich hier vorne hin und hier auspacken das ding muss Papa Aiden wieder schimpfen kommen tschau mal was kostet das wenn ich jetzt guck eCRD äh Strafkatalog haben wir für polizeihupe wo ist das denn polizeihupe das hatte ich auch schon noch nie polizeihupe wir haben nicht zufälligen werksverfassen nein ja bitte was ja können sie mal kurz hupen geht das nicht das Ding ist dass der Wagen Kratzer hat und dass die den so nicht äh ah ja nehmen wollen ah ja gut dann müssen wir jetzt n ähm holen sie jetzt mal einen Mechaniker ja mhm machen wir das so weißt du was ich laufe ich schreib ihnen dabei eine Rechnung auf wenn das ok ist für sie hier lauf du mal ja machen wir das mal so ich pack mal anders ab und es wird blinden fahrig reif machen polizeihupe 1500 dollar mhm wo fahren sie denn hin also parken sie ein hier hier ist es gerade schlecht zum parken gucken sie mal wo sie gerade parken 15 Davids und 11 Davids und 14 Davids und 14 Davids und 15 Davids ja sonst parken sie mit Ausnahme erstmal da drauf perfekt ja ähm ja gut das sind nochmal 1500 dollar zum zahlen ne ja 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 stell die mich ja schon mal aus ja es ist es immer schön wenn sie da gehupt haben ich wäre das gar nicht aufgefallen ja das ist auch so ein Geflex So, ich ruf, ich telefonier mal kurz. Uiuiuiui. Ah, das ist grad ein Problemchen. Eieiei. Ich muss jetzt dann ganz schnell weg, können sie die wieder bezahlen und dann ausbauen. So sind sie mir dann gefahren. Ich muss jetzt ganz schnell weg. Ö, äh, hi. Ähm, ich... Ja, gerade ein Bankraub im Gange wird eine King-Unit, äh... Äh, fehlt da noch eine? Schon vor Ort, aber du kannst auch respawnen, wenn du willst. Ja, King-Force unterwegs. Ja, triff die Kamera raus. Warum ist da schon eine vor Ort? Das kam doch jetzt gerade erst, der Raub. Ich hab nichts gehört. Auf einmal Bankraub, Alter. Ein fetter Bankraub direkt, da muss ich aber ganz schön hin. Da ist grad ein Bankraub und die sind mit Dings unterwegs. Dann sind wir... Demo-Funk, Gericht. Äh, King-Force hier gibt es schon einen Funk-Kanal für den, äh, Bankraub. Äh, bist du King-Force? Ja. Ja. Ähm, wie sieht's aus, magst du Verfolgung oder Verhandlung, oder? Funk-Kanal auf 1.01. Ja, Verfolgung müsste ich nicht, weil ich wäre mit dem Mustang eh zu schnell, glaub ich, für das Ding hier. Weil die sind ja hier mit der Dings unterwegs. Außer ich werde noch dazugeschalten. Ja, ja. Sollen die umsteigen, oder so? Würdest du uns die Verhandlung machen? Okay. Ja, dann mach das. Alles klar. Dann könnten sie bitte nochmal wiederholen, bezüglich dem Funk. Ich hab grad nichts gehört. Das Funk-01 ist hier in der Nationalbank gewechselt. Okay. Was für ein Funk? Funk? 1.01, okay, 1.01, da war ich doch richtig. Sind wir hier auch, das kopier ich direkt. Das ist 1064. Das ist 1064. 1064. Oh. Äh, 46. 64, ach komm. Lava, kein Scheiß. Was ist das? Das ist das? Das ist das? Der Bank läuft in einem anderen Funk-Kanal. 1.01, wenn ich's kicke. Wir bräuchten vielleicht noch eine Motorrad-Streife, wenn möglich. Da stehen zwei Motorräder vorne. Also, falls jemand ein Motorrad noch hat, könnte noch dazustoßen. 2. Ja, Edward Zett, Responding Motorrad. 104. Du? Könntest du 105 sagen? Dann bitte auf den Funk-01 wechseln. Ja, genau. Check. Ja, ich wollte dich mit dem Funk-Kinder gehen. Ne, alles gut. Ich wechsle gleich. Ich wollte nur noch bescheiden sagen, im 1er Funk, dass wir Motorrad-Streifen bräuchten. Ja. Ja, perfekt. Jawohl. King4, äh, Funk-1.01. Legen wir die Falsch-Falsch-Falsch-Falsch-check. Check. Nein. Nein. 100 Euro. Dann 400. Und jetzt sollen wir mal 500? 500? 500 Schweizer Franken und Lukas. Oh, warte, ich muss jetzt AP spielen, Bruder. Ist gar nicht schlecht. Hallo? Alter! Lukas schallert 500 Euro aus! Können sie ganz kurz warten? Ja. Ich höre sie gerade schlecht. Ja, natürlich. Alter, Lukas! Genau jetzt, Alter! Ich höre nichts! Was ist denn da los? Ich schwöre, das ist nicht normal! Alter! Ey, weißt du, vorhin, Lukas mit 400 und mal für... Lukas ist der neue Ruhrwert. Warte ganz kurz, Bruder. Warte ganz kurz, Alter. Heftig. So, jetzt kann ich sie verstehen? Jetzt. Bitte. Ähm, wir kriegen gerade die Türen nicht geheckt. Ah, es geht wieder. Alles klar. Ja, ich komm. Das ist ja nicht mein Problem, wenn wir die Türen nicht geheckt bekommen. King4 wegen der Bank, die waren kurz draußen. Ähm, weil die Türen anscheinend nicht, äh, aufgingen. Jetzt sollten die aber wieder funktionieren. Also, alles gut noch soweit. Alter! Ey, Lukas, ich schwöre. Da sind nochmal 500 Schweizer Frankeln hier. Die einfach reingewuppelt wurden. Da geht ein... Also, da geht wirklich ein Danke, Robert, raus an dieser Stelle. Jetzt ist gerade ein scheiß Zeitpunkt, um mir das einblenden zu lassen. Aber, Bruder Lukas, vielen, vielen... Äh, ganz schlechtes Timing gerade, weil ich habe nichts verstanden. Vielen, vielen herzlichen Dank, Alter. Alle Mann, Hashtag, äh, Lukas, Hashtag Robert, was auch immer. Schauen wir mal, was mehr kommt. Kommt ein Robert, kommt ein Lukas, ich weiß es nicht. Lukas einfach der neue Robert. Ich nenne nicht... Ich nenne nicht heute den neuen Robert. Lukas Robert. Einfach zweiter Name, Bruder. Vielen, vielen Dank, Alter. Und er schreibt nicht mehr was dazu. Das ist der komplette Ehrenmann-Move. Einfach Support da. Lass nichts dazu schreiben. Ah. Alter Lukas, vielen Dank, wirklich. Herz geht raus. Das ist alle mein Herz dafür, für den Lukas. Maske? Ne, ich brauche jetzt keine Maske. Alles gut. Ich, äh, hab nur Maske getragen wegen, äh, Ding letztes Mal. Bin nur Verhandlungsführer jetzt. Er geht echt kurz raus an dich. Lukas Robert. Er heißt Lukas Robert. Wo ist ein Andel eigentlich, wenn man ihn braucht? Andel, wo bist du? Andel müssen wir jetzt eigentlich ins Ohr schreien. Danke, Robert. Wo ist er denn? Für ihn hau ich noch später eine Lasershow raus. Und jetzt ist grad ein schlechter Zeitpunkt, weil wir jetzt noch RP machen. Ich hab noch sehr viele, noch sehr viele, ich hab sogar 50 Euro Donis bekommen, die ich noch nicht vorgelesen hab. Richtig abgehoben, aber ich liess alles noch vor, Leute. Es wird jede einzelne Cent-Donation wird heute noch vorgelesen. Also bitte, wenn ihr donated habt, es ist grad schwer, wenn ich im RP bin, weil sonst stört das natürlich auch das RP. Es wird alles vorgelesen, Leute. Alles. Wenn ihr einen Fufi donated habt, ich hab gesehen, von einer Stunde werden wir einen Fufi donated fast. Und ich, ich hab's noch nicht vorgelesen. Also sorry dafür, ich lese alles vor, Leute. Also bitte seid mir da nicht böse, aber, ähm, ich schau eh, dass ich alles dann vorgelesen bekomme, ne? Also keine Sorge, wenn ihr was donated habt. Ich lese mir alles vor und nimm mir alles zu Herzen. Das ist nämlich wichtig, dass ich sowas mache, weil ich finde, jeder Cent soll auch toleriert werden. Ist so. Jeder Cent muss vorgelesen werden? Ah, toleriert. Wird ein Cent jetzt nicht mehr toleriert? Ja, 27 für Lincoln 11. Ne, wenn ein Euro nicht wert, ist die 500 nicht wert. Oder so. Schickst du uns mal zwei Straßenanhalten von der Bank nochmal weg, dann kriegst du zwei Motorräder, sonst sind wir zu wenig im Streifendienst. Ja, 10 vorgelesen. Mal gucken, aber Kennzeichen haben die Dinger nicht, ne? Ich will mal gucken, ob eins davon offen steht. Also wenn sie es jetzt offen stehen gelassen haben, dann ist das ganz schön blöd. Nein, haben sie nicht gemacht. Ähm, kurze Frage, die haben ihren Motorräder offen stehen gelassen. Ähm, jetzt liegt da natürlich das Kennzeichen drin. Dann hau mal raus. Ja, ich, ich gehe gleich durch, ist nur grad ein bisschen problematisch, aber der eine hat es auf jeden Fall offen lassen. Ja, dann vielleicht eine Einheit in den Camps schauen und dass sie nicht rauskommt. Kingtöneranfunk 101, komm jetzt mit KTM. Also das eine ist O, P, O, Leerzeichen 151. Äh, Entschuldigung, 155. Also O, P, O, 155. Mario Stone, abgemeldet. Das war ja ganz schön dumm, dass er es offen gelassen hat, weil, wenn der Kofferraum offen ist, kannst du den Kofferraum gucken und dann weiß es ist. Aber wenn es verschlossen ist, gucken wir nicht nach. Aber das war jetzt echt dumm von dem. Mario Stone. Aber gut, jetzt kannst du ja nicht viel anfangen. Aber schau mal, ich kann mir nicht meine Zahl merken, Bruder, ich bin zu blöd dafür. Ah, gut, damit kannst du ja nicht viel anfangen. Vielleicht mal den Fahrzeughalter anrufen. Wobei, ist vielleicht, ah ne, lieber nicht, ist vielleicht grad blöd, haben die Geiseln drin? Positiv. Wie viele? Zwei, zählich. Zwei Geiseln, zwei Täter. Ja, am besten nicht anrufen, weil nicht, dass dann irgendwie, da drinnen gleich eine Problematik entsteht. Da ist der Feldkummer bei dem Herrn hinterlegt. Ah, einer kommt wieder nach vorne. 15 und 18, der wird übernimmt. Hallo. 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 Kommt ein bisschen weiter nach vorne, dass ich sie besser hören kann. Also, das ist ja auch. Ja, könnt ihr ein bisschen lauter reden? 15, der wird nicht drin. Ja, bin dabei. Alles klar, danke. Also, ähm, wir warten ja darauf, ähm, mit Geiseln, zwei Stück. Ja. Wir sind tatsächlich auch zu zweit. Deswegen, wir werden dann, ähm, schrittweise, ähm, dann quasi rausgehen wollen. Sie wollen schrittweise rauskommen, wie wollen sie das machen? Ja, wir wollen uns splitten. Ja, wir haben ja zwei Geiseln. Heißt, wir machen einen zweifachen Verhandlungsgang. Das heißt, sie wollen, sie wollen einmal, sie wollen einmal an die Geisel rauslassen, dann kommen sie raus? Nein, dann kommt mein Kollege, der darf dann mit freiem Geleit wegfahren. Und dann, nach ein paar, keine Ahnung, wenn es ihm passt, 20 Sekunden, wir können es auch auf 10 reduzieren, aber weiter runter halt nicht. Ähm, dann würden wir, ähm, die zweite Geisel gehen lassen und dann halt auch mit freiem Geleit, ähm, abfahren. Können sie mir nur eines versprechen? Ja, was denn? Ich will, dass der Geisel nichts passiert, ja? Nein, gar nicht. Ja, also denen geht's gut. Die haben genug zu essen. Ja. Positiv. Passt. Die haben auf jeden Fall. Sie müssen damit rächen, dass sie auf dem Motorrad verfolgt werden. Ja, klar. Ich will da nicht von Ihnen hören, äh, wenn mir was passiert auf dem Motorrad, dann, äh, Geisel tot da drin. Wissen Sie, was ich meine? Ne, ne. Aber, passen Sie auf, ähm, wir machen gleich mal weiter. Ähm, wir wollen auch zudem keine Nagelbänder. Was kriegen wir hin? Okay. Kriegen wir hin? Passt. Ähm. Und, ja, quasi, dass wir halt etappenweise, also mein Kollege würde mir, würde mir dann durchfunken, wenn in der Zeit dann schon irgendwer kommen würde. So, mäßig. Weißt? Mhm. Dass hier, äh, kleiner Vorherabwert, bevor wir nicht beide raus sind. Alles klar, ähm. Oder, ähm, auch nicht irgendwie eine externe Verfolgung passiert. Ne? Ja, ich hab, ich hab noch, ich hab nur ne Frage an Sie, ähm, könnte ich vielleicht die zwei Geisel erstmal sehen, dass ich mit ihnen reden kann, ob's denen gut geht? Können Sie die mal vorbringen? Ähm, wollen Sie reinkommen? Also. Äh, reinkommen werde ich auf gar keinen Fall. Okay. Ich möchte, dass die Geisel hier mal vorgebracht werden, dass ich die mal sehen kann, ob's denen überhaupt gut geht. Ja, dann geht's gut. Äh, ich geh schnell. Danke. Ähm, Geiselnehmer kommen jetzt erstmal mit zwei Geisel vor und, äh, ich begutachte jetzt, ob's denen gut geht oder nicht. Egal, wie gut du schläfst. Ja, Albert schläft wie ein Stein. Guten Tag. Guten Tag. Äh, wer ist der Name bitte? Mein Name ist White. Ja, Vorname. Adam White. Adam White. Adam White. Alles klar, ähm, geht's Ihnen gut? Ja, ein bisschen nervös grad, der irgendwie hier mit seiner Waffe rumfuchtelt, aber sonst, ja. Dementsprechend. Aber, ihr, ihr wurde jetzt nichts angetan da drin, oder? Nein, nein, nein. Nichts, okay. Wir haben auch Essen gegeben. Also, soweit, also soweit geht's Ihnen gut jetzt erstmal. Ja. Alles gut. Also, nochmal, wie heißen Sie? Adam White. Doch, Adam White. Okay, perfekt, danke. Dann geb ich das so durch. Um die eine Geisel handelt es sich um Adam White. Danke, äh, ich bräuchte nochmal die andere, dass sie mit Jammer reden kann. Danke. Guten Tag. Hallo. Äh, wer sind Sie bitte? Ich bin Martin Martini. Martin Martini? Ja. Äh, bei der zweiten Geisel handelt es sich um Martin Martini. Geht's Ihnen gut? Wurde Ihnen irgendwas angetan? Ähm, mir geht's gut soweit, mir wird nichts angetan. Alles klar. Also, einfach ruhig bleiben und holen Sie da raus, ja? Wir klären das alles. Auch eine Frage der Entschuldigung. Eine Frage an mich? Mhm. Bitte, ja. Wenn wir so ein bisschen Face-to-Face dann so reden, also, dass Sie sich hier quasi normal hinstellen. Also, ja. Sie meinen, dass ich mit Ihnen so rede, wenn ich mich hier so hinstell? Ja, genau. Fände ich viel cooler und angenehmer. Das finden Sie angenehmer. Ja gut, das können wir auch so machen. Ich hab jetzt so erstmal gedacht, ich weiß ja nicht, ne? Schau, Sie sehen meine Augen, ich sehe Ihre Augen. Ja, alles gut. Können wir so machen. In Augen kann man sehr viele Handlungen verwischen. Ja, kann man so machen. Alles gut. Fast. Also, äh, ich bring die Person nochmal rein. Na ich? Ja, ja. Perfekt. Fast. Gut, äh, ich hab jetzt grad mit denen ein bisschen, äh, geredet. Forderungen sind erstmal keine Nagelbänder. Zweite Forderung ist, dass die eine Geisel erstmal rausbringen. Äh, die eine Person wird dann mit dem Motorrad flüchten. Dann wollen die so, ich sag mal, einen 20 Sekunden Puffer mit der zweiten Geisel rauskommen und der andere will dann flüchten. Äh, dann wären halt, ich sag mal, zwei verschiedene Verfolgungsjagden, äh, zwischen den zwei Motorrädern die eine 20 Sekunden versetzt. Hat mir aber auch versprochen, dass es keine Problematik gibt, weil ich ihm auch gesagt hab, sie müssen damit rechnen, dass sie verfolgt werden. Bitte kommen sie nicht damit, dass die andere Geisel dann Problematik kriegt, wenn sie am Boden liegen. Äh, hat er mir versprochen, wird nichts passieren. Ähm, hab ich soweit auch durch. Also. Bitte. Guten Tag. Ähm, wie sieht's aus mit den Nagelbändern? Das kriegen wir hin, äh, hab ich grad schon durchgegeben durch den Funk, ich werd das auch nochmal wiederholen. Äh, das ist kein Problem, ähm, das mit den 20 Sekunden versetzt wegfahren sollten wir auch hinbekommen. Ah, okay, ja, cool. Solange sie mir versprechen, dass mit der Geisel hier drin nichts passiert, egal was mit dem anderen auf dem Motorrad passiert. Egal was passiert, sie bringen die zweite Geisel raus oder wir stürmen halt rein, ne. Wenn irgendwas sein sollte, dann ist eh Ende Gelände für, für ihn da drin. Wuh, wuh. Also, uns geht's wirklich ums Wohl der Geisel. Das hoffe ich, dass sie das auch wollen. Die Geisel sind wohl aufgehoben, aber pass es ja auf. Ja. Uns ist es ja auch wichtig. Ja. Und jetzt merke ich, dass es ihnen sehr wichtig ist. Und ich hab ihnen ja auch gesagt, ich weiß bloß nicht, ob sie es so richtig verstanden hatten, aber deswegen rede ich jetzt nochmal schnell drüber, bevor es zu Missverständnissen kommt oder eine Person dann geschadet wird dadurch. Ähm, mein erster Kollege wird, äh, wegfahren. Quasi dann, in dem Zeitraum. Weil, wenn es ihnen lieber ist gleich, äh, wenn ich zu Ende geredet hab, dann sagen sie es mir, auf 10 Sekunden, 20 Sekunden werden uns aber am liebsten. Wissen Sie was? Zwar, dass er halt komplett frei wegfährt. Und wenn ich irgendwie durch den Funk dann mitbekomme, dass er verfolgt wird oder sonstiges, dann, ähm, wird das durchgefunkt und, ähm, ja, dann, es gibt ja halt die Geiseln. Also die einige, also wir würden auch die erste Geisel dann freilassen, wenn ein Kollege raus darf. Ja. Ähm, und ja, deswegen meint ich, falls es ihnen zu ungeheuer ist, wäre ja, dass sie auch wenigstens auch ein bisschen die Chance haben, die Kollegen zu fangen, dass wir es mit 10 Sekunden Abstand machen. Ne, um das geht's uns nicht. Also wir wollen ja nicht die Kollegen fangen mit den 10 Sekunden Abstand. Das ist uns eigentlich egal, wenn sie auch 30 Sekunden wollen. Ist egal. Es geht nur darum, wir wollen die Geisel raus haben und ich will ja nicht, wenn es ihren Kollegen dann aufhaut mit dem Motorrad oder irgendetwas mit dem Kollegen passieren sollte, dass der sie anfunkt und dann sagt, ja komm, äh, kill jetzt die Geisel da drin. Jetzt bin ich down und du hast ja die Geisel noch. Wissen Sie was ich mein? Ja. Um das geht's mir. Es geht nur ums vor der Geisel, dass der auf jeden, jeden Fall nichts passiert. Da müssen sie mir Ehrenwort geben, weil sonst können wir das so nicht durchziehen, wie sie das wollen. Kling's ja, kling's ja, kling's ja. Dann ist mir egal, ob sie 20, 30 Sekunden draus machen. Ist mir egal. Sie können auch gerne 30 machen, wenn sie das unbedingt wollen. Ich komme ihnen da komplett nach. Ich will nur, dass die Geisel rauskommt. Ich glaube 20 ist fair für beide Parteien. Alles klar. Ja, ich will nur, dass die Geisel hier lebend rauskommt. Das ist mein Ziel. Ja, ring man, ring man. Das mit dem Kollegen, wie ich ihn gesagt habe, ich kann ihn auf jeden Fall versichern. Der wird verfolgt. Das wissen Sie selber auch. Ich will nur nicht, dass Sie dann, wissen Sie, wir hatten auch schon so Sachen, wo einer gemeint hat, bitte, wenn der Kollege hier jetzt mit Ihrem Fahrzeug verfolgt wird, dann töten wir die Geisel oder so. Wenn Sie mit sowas kommen, dann können wir nicht arbeiten. Wenn Sie mir wirklich versprechen, Ihnen passiert, also der Geisel passiert nichts, dann können wir das machen mit den 20 Sekunden. Das ist kein Problem. Wie gesagt, uns geht's nur ums Wohl der Geisel. Die wollen wir ja rauskriegen. Ja. Was anderes nebensächlich. Also wie gesagt, Sie kriegen dann halt auch die Geiseln logischerweise versetzt, ne? Also dass ich... Ja, natürlich, das weiß ich. Das Ding, ne? Dass Sie mir versprechen, dass Sie mir diese trotzdem aushändigen und das dann nicht irgendwie zu einem Fall kommt, dass Ihr Kollege stürzt und Sie dann sagen, ne, die Geisel behalte ich da jetzt so drinnen, so lange bis der Kollege wieder aufschüttet oder was weiß ich. Wissen Sie, dass Sie uns da jetzt nicht so ein Bein stellen. Ja, klar. Ja, das passt. Alles gut. Dann verstehen wir uns ja, oder? Ja. Alles klar, dann machen wir das so. Da drinnen werden gerade Witze erzählt, um ein bisschen die Situation aufzulockern, ein bisschen Adrenalin loszuwerden. Wie ist das? Alles gut. Gut. Gut, ne, ich geb das mal so durch. Ich komm da nochmal rüber, ich schreie dann nach Ihnen und dann geb ich ihm Bescheid. Ja, ich werd nochmal alles durch abchecken und abklären wegen den Nagelbändern und so weiter. Ja. Das ging mal hin. Also, wenn mein Kollege mir durchfummt, dass er irgendwie eins findet oder so. Dann halt, ne? Klar. Alles klar. Deswegen, wir wollen das sauber aufgeräumt haben. Alles gut. Gut, das ging mal hin. Ich geb das mal durch. Ja, passt. Bis gleich. Alles klar, danke. Klingt vorher nochmal mit einer Frage. Ist die Ambulanz eigentlich eingetroffen? Weil ich sehe die von hier aus nicht. Ähm, da steht ein Feuerwehrauto bei McDonalds. Gehören die zu uns? Ja, statt. Stadtwerke und FD haben sich bei McDonalds positioniert. Alles klar, danke. Der Mac ist Prentiss aber gerade, deswegen ist der FD glaube ich nicht. Ja, wir bräuchten hier nämlich eigentlich einen Krankenwagen wegen den zwei Geisen, die hier sind. Also der sollte euch gerufen werden. Also hat den schon wer gerufen von euch? Ich geh mal zum FD und frag mal nach. Alles klar, danke. Weitere Informationen jetzt nochmal. Ähm, ich hab das jetzt abgeklärt. Ähm, mir wurde versprochen in Geisel wird nichts passieren. Ähm, wir haben jetzt ausgemacht eine Versetzung von 20 Sekunden. Ich glaube das ist ganz okay, wenn wir das so hinkriegen. Egal was mit dem einen passieren sollte, der mit 20 Sekunden versetzt fährt. Ähm, die Geisel wird auf jeden Fall rausgebracht. Ähm, wurde mir versprochen und versichert. Und, äh, wie gesagt, wir brauchen jetzt zwei Motorräder. Ah, wir haben eh vier Motorräder. Perfekt. Dann sollten sich bitte, äh, die jetzt entscheiden, welcher KTM sie hinterher fahren. Wie gesagt, 20 Sekunden sind die halt dann versetzt. Äh, die brauch für dich? Informativ, FD, keine Kapazität, die fahr nicht an. Bitte? Komplette Einteilung steht für beide KTM's. Ah, perfekt. Ja, aber auch mit der, mit der 20 Sekunden, äh, dass die das auch wissen. Also ich sag dir ehrlich, 20 Sekunden, ich sag mal 5 Sekunden ist schon, da kannst du nicht Kontakt mehr, also 20 Sekunden ist halt, da kann ich ja bis nach Palito fahren. Ne, 20 Sekunden nicht warten. 20 Sekunden warten die, bis der andere fährt. Ich geb das nochmal durch. Achso, also einer steckt auf? Ja, genau, genau. Ich geb das nochmal durch. Ja, okay, perfekt. Warte mal. Aber sonst steht alles. King, vorher nochmal, damit's nochmal alle verstanden haben, mit den 20 Sekunden ist nicht gemeint, dass ihr 20 Sekunden warten müsst, bis die wegfahren. Die 20 Sekunden sind gemeint, dass die versetzt fahren. Das heißt, der erste fährt los, ihr könnt dem ersten direkt hinterher fahren, dann 20 Sekunden müssen wir warten, bis der andere die nächste Geisel rausbringt und der steigt dann halt 20 Sekunden später aufs andere Bike drauf und ihr dürft dem dann auch direkt hinterher fahren. Also ihr müsst nicht 20 Sekunden warten, bis ihr an einem Bike hinterher fahren dürft. Wann geht's nur gut? Ja, das hat Info, haben wir so verstanden. Und bitte keinerlei Nagelbänder hier legen. Also gar nichts, wirklich. Keine Nagelbänder. Das wär dann alles. Alles gut. Gut, dann hat das jetzt wieder verstanden. Weil nicht, dass der das falsch versteht, Alter. Alter, nochmal 100. Schweizer Frank... Alter, der Bruder ist doch krank. Werde erstmal nicht tuneten. Ich hab morgen zwei Wochen im Urlaub bin. Feier eines Teams. Bleib wie du bist. Waren jetzt insgesamt 1000 Schweizer Frankies, die ich gespendet hab. Und sollte fürs Erste reichen, Alter. Bist du Deppert. Lucas Müller, du bist abnormal. Das ist... Das ist krank. Der hat 1000 Schweizer Franken grad tonated. Super Chat. 1000 Schweizer Franken, Leute. Ey, Lucas, das ist krank. Also... Wirklich. Krank. Einfach nur krank. Nein, warte. Der braucht mich hier. Guten Tag. Hallo. Wir hatten wegen länger gedauert. War grad ganz witzig mit der Geiste. So dass ich... Hören Sie mich? Ja, ja, jetzt. Aber warten Sie, ich stell mich so vorne hin, dass Sie mich auch sehen können. Das mit den 20 Sekunden, ne? Ja. Das war aber eh so gemeint, dass sie halt versetzt 20 Sekunden später rauskommen, ne? Ja, ja, klar. Perfekt. Gut, dann hab ich das auch richtig verstanden. Also halt das... Aber der halt dann auch seine Ruhe hat in den 20 Sekunden. Also wenn er irgendwen sieht, der ihn stalkt oder so, dann... Ach so, Sie meinen doch, dass 20 Sekunden lang keiner ihm hinterherfahren darf? Ja, ja. Ach, das meinen Sie? Ich hab gedacht, Sie wollen 20 Sekunden versetzt rauskommen. Ja, ja. Deswegen hab ich es extra richtig oft betont. Ach so, ich hab... Wir wissen nicht, wie ich das verstanden habe. Ich hab jetzt nochmal meinen Kollegen das so durchgegeben. Ich dachte, dass sie 20 Sekunden später rauskommen, versetzt, als ein anderer. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ob wir das machen können, weil in 20 Sekunden sind sie schon über alle Berge. Weil Sie meinen, in 30 Sekunden dachte ich mir so, wow. Ja, ich sag Ihnen aber ganz ehrlich, wie es ist, wenn Sie, äh... Alleine 10 Sekunden weg sind, hat ein Kollege gesagt, dann sind Sie weg mit dem Ding. Ja. Also, wenn Ihnen... Wenn Sie bei 20 Sekunden einverstanden werden und mir eher Ehrenwort geben, dass da halt nichts passiert... Ja, ich... Ich hab jetzt... Ne, passen Sie mal auf. Ich hab das... Ich hab das anscheinend falsch verstanden. Ja, ja. Ich dachte von Ihnen, Sie wollen 20 Sekunden versetzt aufsteigen. Wissen Sie, was ich meine? Dass zuerst der eine aufs Bike steigt, der dann wegfährt, der direkt verfolgt werden darf. Und Sie dann 20 Sekunden später aufs Bike kommen und dann auch verfolgt werden direkt. Wissen Sie, was ich meine? Weil Sie sich nur splitten wollen in 20 Sekunden Abständen. Ne, ne. Das ist schon extra so bedacht. Also so, dass ich dann halt auch davon... Dass wir halt mehr Druck ausüben können auf die Polizei. Wissen Sie... Also, wie wollen Sie... Aber jetzt müssen wir das wieder umwürfen. Informativ. Wie genau wollen Sie das jetzt bitte durch... ...durch geht? Also Sie wollen jetzt, dass wir hier 20 Sekunden warten. Weil in 20 Sekunden, da sind Sie so weit weg, da haben wir eh keine Chance mehr. Deswegen meinte ich 10. 10 wären auch in Ordnung. Alleine 10 reichen schon aus. Wenn Sie mit 10 Sekunden Vorsprung hier wechseln mit dem Bike... Ich... Ja, ja. Deswegen meinte ich ja... Ja, ja. Weil Sie dann mit 30 kamen. Da sind Sie 10 Sekunden direkt damit. Deswegen... Ich dachte so 30... Wow. Aber was halten Sie mit dieser 20 Sekunden versetzte Idee? Finden Sie das nicht besser? Ne. Finde ich nicht. Warum nicht? Ja, weil das ist nicht so. Aber jetzt müssen wir auf den grünen 2 kommen. Jetzt habe ich Ihnen etwas versprochen, was vielleicht gar nicht geht. Weil ich habe Sie komplett anders verstanden. Ich habe das komplett anders aufgepasst. Ja, dann müssen Sie das jetzt klarstellen. Wenn 20 Sekunden nicht gehen, dann machen wir, wenn es geht, 10. Aber wie wollen Sie das machen? Gehen Sie jetzt beide aufs Bike nach den 10 Sekunden? Nein, nein. Ich verstehe das jetzt nicht. Ja, passen Sie auf. Also, ganz einfach. Ja. Eine Geißel geht und mein Kollege geht. Genau. Der Kollege hat dann die ausgemachte Zeit Ruhe. Ja. Wenn er was sehen sollte, kriege ich durch Funk Bescheid. Und dann hat die andere Geißel halt Schmerzen, ne? Mhm. Ah, so wollen Sie das also machen. Das heißt... Ja, ja. Ja, ja. Okay. Und... Das andere wäre dann, dass Sie dann aber nach diesen 10 Sekunden rauskommen. Mhm. Und bei Ihnen ist das dann egal. Dann müssen wir keine 10 Sekunden warten, bis Sie wechseln. Ne, ne, das nicht. Das nicht. Also, von mir... Also, freies Geleit wäre schon cool, dass Sie nicht hier direkt einen Taser fangen, wenn ich die Geißel loslasse. Das fände ich nicht so geil. Mhm. Aber, ähm... Quasi, dass Sie mich los... äh, fahren lassen und dann... Ja, ja. Darf eine Verfolgung passieren. Okay. Dann muss ich das nochmal neu... Dann muss das neu kommunizieren. Ich hab... Ich hab das zuerst wirklich komplett anders verstanden gefunden. Ich dachte, Sie wollten mit 20... Ich hab sie nochmal gefragt mit 20 Sekunden Abstand, ob sie da anders fahren wollen. Ich hab dann gedacht, dass diese 20 Sekunden komplett egal sind, ob dann wer hinterher fährt oder nicht. Also, das muss ich dann nochmal durchgeben. Ja. Ähm... Gut. Dann, äh, warten Sie kurz. Dann gehen Sie mal rein. Ich, äh, werde das nochmal besprechen. Mhm. Also, Sie haben jetzt gesagt, 10 Sekunden. Ja. Alles klar. Also, fragen Sie erst einmal nach 20, wenn... Ich kann Ihnen... Ich kann Ihnen was sagen. Ich hab mit einem Kollegen vorhin geredet. Der meinte schon 10 Sekunden. Weil der hat das zum Beispiel komplett anders verstanden als ich. Der hat das gleich verstanden wie Sie. Der hat gesagt, allein bei 10 Sekunden ist der über alle Berge. Ja. Aber, äh... Deshalb, ich sag mal, 10 Sekunden können wir vielleicht gerade noch so einbiegen, wenn wir das... was kriegen gehabt. Das... Das ist wirklich fair, würde ich sagen, oder? Ja. Ich meine, es sind zwei Menschen. Weil, äh, 20 Sekunden... Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, 20 Sekunden ist zu viel. Deswegen meine ich Ihnen, ja, ne? Ja, wir... Wir machen das... Wir machen das mit 10. Ich geb das so durch. Ich schau mir, was wir da jetzt am besten machen. Und dann hat sich das... Ja, weil ich hab jetzt den Kollegen das komplett falsch durchgegeben. Ja. Das hättet ihr sonst echt schlecht ausatmen können, ja? Ja, genau. Deswegen hab ich's extra x-mal betont. Ja. Alles gut. Gut, dann, äh, geh ich jetzt mit dem Kollegen durch. Ja. Das ist doch anders als gedacht. Es ist doch genau umgekehrt. Nämlich, wollen sie das so, dass sie eigentlich, ähm, in einem 20 Sekunden Abstand... Zum aller... Zu allerersten... Einer kommt halt raus. Nach 20 Sekunden kommt der andere raus. Aber der eine darf 20 Sekunden nicht verfolgt werden. Ich hab das jetzt runtergedrückt auf 10 Sekunden. Ähm, ich weiß nicht, wie wir das jetzt am besten umsetzen. Das ist aber schon ein bisschen scheiße. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Also, ich hätte, ich hätte nur diese, diese Möglichkeit jetzt gehabt, in einem, in einem Umkreis vielleicht zu gucken auf den Hauptstraßen, dass wir da Leute positionieren, die dann sagen können, ob der vorbeigefahren ist oder nicht. Ich würd einfach hergehen, würd ich nur aus der Absperrung rauffahren lassen und dann hinterher... Ja, das Ding ist, dass der andere dann noch mit der Geisel drin ist. Das ist das Ding. Also, das... Also, das... Ja, das hat er jetzt auch gesagt. Ich hab nämlich vorhin das Konzept komplett falsch verstanden. Ähm, also, sein Konzept wäre jetzt 10 Sekunden, hab ich jetzt runtergedrückt, 10 Sekunden lang, äh, kommt der Erste, also der Erste kommt raus, der setzt sich aufs Motorrad, 10 Sekunden lang dürfen wir den nicht verfolgen. Nach 10 Sekunden kommt der andere mit der Geisel raus und sollte halt in den 10 Sekunden dem hinterher gefahren sein, dann passiert der Geisel etwas. Und nach 10 Sekunden kommt er raus, setzt sich aufs Motorrad und da musst du keine 10 Sekunden mehr warten vom Wegfall. Also, den anderen kannst du direkt verfolgen. Aber den Ersten sollen wir 10 Sekunden warten. Das heißt, ich schätze mal, dass der Erste die ganze Beute haben wird, so wie es aussieht. Ja, dann müssen wir am besten irgendwo anders noch einen hinterziehen. Das ist eben das, was ich meinte, dass wir irgendwie, ähm, erstmal schauen, wo komme ich in 10 Sekunden hin. Da fahr ich, da, da soll bitte wer abfahren oder ein paar Kollegen sollten da vielleicht abfahren und gucken und dann, äh, dass wir da nochmal besprechen, wie wir das am besten durchziehen. Dann kannst du gucken, vielleicht welcher, also ob links oder rechts zuerst fährt. Ich kann's ja nicht sagen, ist das Ding, ich kann's ja nicht sagen. Ich kann ihn jetzt mal fragen, äh, also, wenn, vielleicht sagen, er kriegt 8 Sekunden und er muss dann sagen, ob links oder rechts zuerst fährt. Weil, also, ich glaub, man muss schon erklären, wie viel 8 Sekunden eigentlich sind. Ja, das stimmt. Weil das ist halt, also wenn er 8 Sekunden hat, also wirklich 8 Sekunden, da bräuchte ich halt gar nicht hinterherfahren, weil den siehst du halt nicht. Ich mein, ich hab eben auch gesagt, du, in 10 Sekunden bist du komplett weg. Und ich schätze mal, dass der, also, ich sag dir, wie es ist, der wird die ganze Beute haben, das wird der Plan sein. Ja. Ist ja, ist ja geschickt gemacht, aber, äh, ich weiß ja, was die wollen. Der eine will wegkommen, dem anderen ist es scheißegal, weil der hat die Beute halt nicht dabei. Ja, deswegen ist es so ein bisschen, also, ich finde es schwierig, also, 8 Sekunden, könnte man sagen, man fährt 5 Sekunden los, weil ich glaub nicht, dass er die stoppen wird, so. Ich hätte halt sonst die Idee, dass wir alle Einheiten auf den ersten Weg fährt, äh, spezialisieren, dass wir dem gar nicht, den anderen vielleicht gar nicht so krass hinterher fahren, dass wir da vielleicht nur eine Einheit, eine Motorrad-Einheit dem anderen hinterherjagen, weil eben der andere wird die ganze Beute haben, dem können wir alles nachweisen. Und dass wir die kompletten Einsatzkräfte, am besten mit einer R1 in der Luft, weißt du? Das ist ja doch eine Sache, was ist mit der R1, wenn die in die Luft ziehen. Sonst mach ich so, dass ich mir eine R1 schnappe, und, äh, ich hab die beiden in Teams im Prinzip unterteilt, also du hast bei GIA im Prinzip vier Personen, die verfolgen. Ja. Ähm, dass ich an jeder Ecke einen abstelle und der bei der ersten Kreuzung im Prinzip dahinter herfährt. Und dann kann ich ja mit der R1 erstmal durchgeben, bis die dran sind. Was machen wir das so? Wie lange wird denn das sogar dauern, bis das alles ready ist? R1. 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 mal dann direkt eine A1. Ich teile die eben ein und dann mache ich die A1. Jawohl. Hallo. Alles gut. Ich habe eine Frage. Ja, ich habe vielleicht eine Antwort. Was ist, ich weiß, hört sich jetzt blöd an, aber was ist, wenn sie das vielleicht auf 8 Sekunden runterdrücken können? Sind zwei Sekunden. Hui. Ja, aber dann müssen Sie mir jetzt auch nochmal entgegenkommen. Ja, mit was soll ich Ihnen entgegenkommen? Sagen Sie mal. Ich will, dass die Enduros entweder alle in der Mitte stehen und die Polizisten von der Enduro-Einheit irgendwie dann wieder auf den Gehweg, also so, dass die Enduros auf jeden Fall einfach aus dem Weg sind. Weil die haben dieselben Chancen wie wir. Wissen Sie. Ja, aber Sie haben 8 Sekunden Vorsprung. Jawohl. Nein, nein, mein Kollege hat 8 Sekunden Vorsprung. Ja, ja, das ist klar. Und dann losfahren. Dann darf der Rest folgen. Ja gut. Die Enduros müssen alle hier stehen, sagen Sie? In der Mitte. Und die zwei, die gerade weggefahren sind, und sich irgendwo aufstellen wollen, die sollten am besten auch wieder ihr Bike herbringen. Ob wir das denn bekommen, kann ich Ihnen nicht versprechen. Da bleiben wir lieber bei den 10 Sekunden. Ja, oder dass die Bikes halt, dass die Cops von den Enduros irgendwie von ihren Bikes auf jeden Fall runter sind und mindestens so 5, 6 Stunden. Ja, dann können, weil da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da können Sie gleich komplett die die Fessel hinten bei uns dran machen. Das ist halt... Sie müssen uns halt auch schon irgendwie einen Spielraum lassen. Das Ding ist halt, Ihr Kollege möchte diese 10 Sekunden wegfahren. Ich finde schon schön, dass sie von 20 auf 10 runtergekommen sind. Also sonst machen wir 10 Sekunden, dann passt das. Ich gebe das so durch. Ja, aber die drei Enduros weggefahren sind, die sollen wieder herkommen. Also die Stands hier sind auch gut. Ja, das haben wir jetzt... Wir haben jetzt einen Deal eigentlich so gemacht, wie es ist. Wir müssen schon fair zueinander auch sein. Ich kann nur so viel sagen, uns sind sowieso jetzt schon die Hände gebrunden mit diesen 10 Sekunden, weil sie so schon wegkommen mit dem Ding. Ja, vielleicht haben wir mittlerweile... Ich kann uns gucken, also hinten sind noch zwei Enduros, die hier stehen. Ich kann sie mal fragen, was sie vorhaben. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss fragen. Nein, ich muss fragen. Ich kann es ihnen nicht sagen. Ich gebe das mal schnell durch. Bitte gehen Sie da mal rein, weil wenn Sie da so rumlaufen, macht mich das ein bisschen... Ist ja mal paranoid. Man weiß ja nie, was sie machen. Man weiß ja nicht. Ja, aber schauen Sie, wir wollen ja das Geld. Wir sind ja aufs Geld aus, nicht hier auf... Ja, wir sind auf die Geiseln aus, holen wir, dass die da rauskommen auch. 10-4 Team, wie sind wir nach wie vor im Position Channel 1? Haben wir ja beide nur gute Absichten. Natürlich, aber... Sie müssen auch bedenken, unsere Kollegen probieren auch nur das Beste. Sie probieren ihr Bestes, wir probieren ihr Bestes, ja. Und wenn wir keinerlei Spielraum mehr haben, dann wird es auch für uns ein bisschen blöd. 11-27-10-7-1-10-8. mit den vier Enduros. Also die sind wirklich... sind böse, die Dinge. Naja, ist aber klar, wenn Sie mit solchen Bikes hier ankommen, dass dann die Kollegen auch mit den Enduros ankommen, ne? Das ist halt... Sie kommen sonst auch nicht hinterher bei Ihnen. Und Sie kriegen 10 Sekunden Vorsprung, wo nichts passiert. Das ist schon ganz schön lang dann. Da können Sie wissen eh, wohin fahren mit den Dingen. Das ist halt... Dann machen wir das mit diesen 10 Sekunden, passt das, dann gebe ich das durch und dann schauen wir, dass wir hier bald mal rauskommen, ja? Alles klar. Jawohl. Die vier Einheiten, die im... ich sag mal, im Kreis drumherum stehen, warten eine Sekunde, wenn die KTM vorbei gefahren ist und verfolgen dann... Vorsicht, Fahrzeuge fahren wieder durch die Absperrung. King, vorher nochmal mit einer Durchsage bezüglich den 8 Sekunden. Die bleiben bei ihren 10 Sekunden stehen. Wäre ich auf 8 Sekunden untergegangen, hätten sie gewollt, dass alle Enduros in der Mitte stehen. Habe ich abgelehnt. Also wir bleiben bei 10 Sekunden Vorsprung für den ersten Fahrer und ähm... Ja. Nicht wundern, ich habe sich Blockade südliche Seite aufgestellt. Man hat die Evo. Hallo? Servus. Kann ich Ihnen helfen? Ähm... Wäre es möglich, dass vielleicht immerhin zwei oder drei von der Enduro absteigen. Schelle Richtung Hildschocker Zwarbant. Ich weiß jetzt nicht... Wir hatten eigentlich ein Deal. Ja. Alleine, dass sie diese 10 Sekunden Vorsprung haben, das haben wir eigentlich sonst nie. Das ist etwas, was wir eigentlich sonst gar nicht machen. Okay. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt in Deal 15 mal platzen lassen, wollte man einen anderen ausmachen. Ich dachte, wir haben jetzt einen Deal und es passt. Ja, okay. Meinst du das so sagen? Ja, es war ja nur noch eine Frage oder eine Bitte. Das Ding ist, ich habe schon gesagt, wenn wir das so machen würden, dann sind uns komplett die Hände gebunden. Die Enduros sind das Einzige, was ihnen daherkommen könnte. Die haben sonst nichts. Das ist das Einzige. Wenn wir die jetzt hier hinsetzen, dann können wir hier gerne ein Kaffeekränzchen machen, können die hier fesseln und dann sitzen die da. Das wäre dasselbe circa. Okay. Aber Nagelbänder liegen nicht, ne? Ich habe in die zwei Forderungen gegeben. Wir haben zwei Geisen, wir haben zwei Forderungen. Ich finde das perfekt. Wir haben keine Nagelbänder, wirklich nichts. Das kann ich ihm versprechen. Da lege ich meine Hand, da lege ich meine Hand ins Feuer, dafür, dass hier keine Nagelbänder liegen. Und das andere ist, diese 10 Sekunden Vorsprung, die wir sonst eigentlich nie machen, das kann ich ihnen anbieten. Das ist etwas, das ist sehr ungewöhnlich, dass wir sowas mal machen überhaupt. Weil es schon sehr schwer ist, vor allem mit so einem Gefährt, 10 Sekunden hinterher zu fahren, ist schon sehr schwer. Und wenn wir da jetzt, also wie ich gesagt habe, wenn wir da jetzt die Enduro-Fahrer jetzt hier noch hinsetzen würden, alle, dann Kaffeekränze, dann war es. Sie können gerne Kaffeekränze machen. Dann werde ich heute entlassen, sage ich Ihnen. Also eine Kaffeekränze können Sie von uns aus gerne noch haben. Das wäre kein Problem für uns. Ja, aber ich werde dafür dann entlassen, das ist so, dann mache ich meine Arbeit nicht richtig. Also wir müssen da schon diesen Punkt finden, dass wir beide auf einen guten Zweig kommen. Ich glaube, das, was ich ihnen angeboten habe, ist ziemlich, ziemlich gut für sie. Also sieht echt gut aus für sie. Ja, hoffe ich auch mal, dass das dann auch so bleibt, ne? Und dass ihr nicht irgendwo in irgendeiner Seitengasse noch nicht mehr eine böse Überraschung habt. Sie werden nicht verfolgt. Sie werden 10 Sekunden lang nicht verfolgt. Ja, ich hoffe auch, dass das so ist und nicht, dass auf einmal irgendwas hinter mir rausgefahren kommt. Das können wir nicht machen, aus dem Grund, weil der andere Kollege noch die Geisel hat. Das können wir nicht. Ja, ich weiß. Das ist nicht möglich. Wir wollen nicht, dass der Geisel was passiert. Aus dem Grund geht das auch nicht. Okay. Ja, gut, passt. Ich bin da nochmal kurz drin, ne? Alles klar. So, ich habe nochmal ein bisschen gesprochen. Wir wollten nochmal irgendwie was mit den Enduros in der Mitte. Ich habe nochmal abgelehnt. Er hat es jetzt anscheinend akzeptiert. Der Plan steht. Bitte wirklich 10 Sekunden lang, wenn, also sobald er aufs Bike steigt, wirklich 10 Sekunden lang nicht hinterher fahren. Es ist noch immer eine Geisel in der Bank und sollte irgendwas passieren, dass irgendwer dem hinterher fährt, dann könnte es da drin knallen und das möchten wir alle nicht. Also bitte diese 10 Sekunden wirklich abwarten, am besten Timer stellen und ja, dann erst losfahren. Sind, eine Frage, sind Einheiten jetzt überall stationiert? Kann mir das mal versagen? Informativ NM21 steht Höhe Freilufttheater in den Hils. Zivil. NM217. Ja, wir haben jetzt an jeder Ecke im Prinzip das erste Team postiert, dass die auf jeden Fall die KTM eine Kreuzung weiter noch in sich Kontakt haben. Wurde rundum komplett alles gelegt, also auf jeder Straßenseite so gesehen. Genau, an jeder nächsten Kreuzung von der Bank aus steht eine. Perfekt, weil ich habe, also ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Gefühl, dadurch, dass sie mit einer KTM fahren, dass sie in Norden abhauen werden, Richtung Hills hoch. Das war, also ich weiß nicht, ist jetzt eine Einheit dort stationiert, wo es dann direkt Richtung Hills rauf geht? Ja, da steht eine KTM. Ja, linken 5. Edge steht, steht an dieser Kreuzung, ist genau den Laden und den Weg hoch. Alles klar, perfekt. Vielleicht noch eine, haben wir vielleicht noch eine Einheit, die ein bisschen weiter rauf in die Hills könnte? In den Tent, ich stehe in den Hills. Direkt in den Hills, perfekt, dann passt das. Ich habe ja jetzt auch die A1, dann, äh, Jawoll. Passt das ja auch. Ja. Ich habe ja keine Forderung, dass die KTM eine A1 wollen. Die Kollegen, die weggefahren sind, ne? Ja. Die sind ja, offensichtlicherweise haben die sich ja irgendwas versteckt, ne? Wie habt ihr das bei der Verfolgung gelöst? Versteckt nicht, die haben sich anscheinend stationiert, so bis es aussteht. Ja, stationiert, aber ich möchte nur, dass das nochmal jetzt klargestellt wird. Also, wenn mein Kollege irgendwen sieht, dem hinterher fährt oder sonst was. Also, wenn er einen sieht, dann, dann, das kann ich Ihnen nicht versprechen, weil hier steht ein paar Leute drüber. Naja, wenn irgendwo einer in der Gasse steht, aber wenn er merkt, ihm schaut, fährt einer hinterher, dann, äh, ne? Ne, ne, der fährt ja nicht hinterher. Nach 10 Sekunden fahren die erst hinterher. Erst nach den 10 Sekunden. Habe ich gesagt. Das machen wir so. Ja. Das ist ja versprochen. Das habe ich auch so durchgegeben, auch, äh, für die Leute stationiert sind sie ja nicht blöd. Ich habe durchgegeben, bitte wartet 10 Sekunden. Äh, ich würde dann das Go im Funk geben, dass die wissen, ab jetzt 10 Sekunden warten und erst dann, dass dann losgefahren werden darf, ja? Ja. Da machen wir das so. Machen wir so. Ähm, genau. Äh, wir würden dann auch jetzt dann anfangen. Äh, ja, ich gebe das nur noch ganz schnell durch, mit dem, dass ich dann das Go gebe, ja? Weil ich würde mir hier so einen Timer stellen, dass ich exakt diese 10 Sekunden einhalten kann. Äh, ja, ich hätte gesagt, 10 Sekunden runter, weil dann darf ich die Geißel los. Ähm, sie halten genügend Abstand zu meiner Sicherheit. Dass ich die Geißel wegschicken kann. Ja, das Ding ist halt, wenn sie, wenn sie etwas zu spät rauskommen, jede Sekunde zählt, ich werde mir selber einen Timer halt stellen. Nein, nein, ich warte das schon draußen. Ich warte dann hier draußen mit der zweiten Geißel. Okay, wie gesagt, ich stelle mir diesen Timer mit diesen 10 Sekunden angeblich stehen in das Go und dann übergeben sie mir die Geißel und dann fahren sie weg, ja? Ich bin ja dann hier, ich übernehme die ja. Ja. Dann machen wir das so. Gut. Dann gebe ich das noch mal so durch, ja? Vielleicht bei der ersten Karte noch einmal, wenn der losfährt, sagen, welche Richtung der Witzelstuhl liegt. Können Sie noch ganz kurz warten? Zwei Sekunden. Ich will das nur durch den Funk durchgeben. Ich möchte jetzt nur nicht, dass ich hier funke und sie stehen vor dem Bewaffneten und man weiß dann nie, was passiert. Warten Sie, du kannst. Sie können auch da stehen, dann ist mir egal. Ich muss das nur durchgehen. Ich werde so sagen, versteckt euch einfach oben in den Hilds, weil wenn ihr euch nicht sieht, dann hat er auch nicht das Gefühl, ob er verfolgt wird. Weil wir können euch keine Position durchgeben, weil man halt keiner hinten dran ist. King, vorher noch mal. Ganz wichtig, auch wenn ihr ihn sieht und er vorbeifährt, haltet euch später an die 10 Sekunden. Ich werde folgendes machen. Ich werde mal einen Timer stellen, der exakt 10 Sekunden geht. Ich werde im Funk einmal ganz laut Zugriff sagen. Sobald ich Zugriff sage, wisst ihr, dass diese 10 Sekunden abgelaufen ist und dass ihr direkt verfolgen dürft. Zettfahr. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Positiv. Positiv. Perfekt, weil wenn da ein Fehler passiert, dann knallt er da drin die Geisel ab. Das ist ganz wichtig. So, die ersten Geisen kommen jetzt raus. Wir machen jetzt die Übergabe gleich. Ich hoffe, dass alle auf Position sind und ich werde dann gleich den Timer stellen. Könnten Sie bitte nach links zu der Palme noch ein Stück weg? zu Palme weiter. Noch weiter weg? Ich höre Sie nicht. Sie müssen dann mit mir schreien. Ja, so passt. So. So passt. Ja, so ist gut. Alles klar. Kommen Sie zu mir. So weit ich aufgestiegen bin. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Er ist aufgestiegen. Wenn er abgefahren ist, ja. Ja. Fährt Richtung Süden. Einmal bitte zur Palme jetzt. Jetzt zur Palme bitte. Wäre wichtig. Kommen Sie rüber. Da gibt es das mit dem Fahrrad. Zugriff. Bitte zur Palme. Der Herr. Ja, ich habe das, ich höre Sie ganz schlecht. Informativ hinter der KTM ist direkt ein blauer Ferrari hinterher gefahren. Sichtkontakt. Also kommen Sie bitte zu mir. Fährt auch in die Richtung. Passen Sie auf. Danke Kollege. Lass Sie mal fahren. Ich muss querfahren. Danke. Endlich. So, haben Sie Ihnen was zugesteckt? Äh, nein, also, ich habe nichts. Alles klar. Haben Sie doch alles an sich? Wurde irgendwas geklaut? Geht's Ihnen gut? Nein. Und mir geht's nicht so gut, weil ich hatte vorhin eine Schlägerei mit einem Kopflosen. Was hatten Sie? Eine Schlägerei mit einem Kopflosen. Eine Schlägerei mit einem Kopflosen. Das ist nicht gut. Soll ich Sie ins Krankenhaus bringen, was das Problem ist? Äh, so. Nee, also, vielleicht. Braucht irgendwer von Ihnen psychische Unterstützung, einen Krankenwagen, irgendetwas? Ich gerade nicht. Also, die waren eigentlich wirklich ganz nett, muss man sagen. Okay, dann krieg ich nochmal einen Ausweis bitte von Ihnen. Das ist nicht wichtig, dass ich das mal habe. Also, Sie können sich ja als irgendjemanden ausgeben, man weiß ja nie. Hauptkarte, also Ausweis, den habe ich hier, bitte sehr. Aber das Erste ist nämlich das Wohl um euch, dass es euch alles gut geht, alles okay ist. Äh, willst du ja, wo die hinwollen oder so? Haben die irgendwas gesagt? Äh, nein, aber ich weiß, dass der Erste, der hier fahren ist, der hat die ganze Beute. Der in der Town vielleicht nur oder so. Ja, das ist uns auch bewusst, dass der die Beute haben muss. Und die hatten ein Auto, ich habe mir sogar das Kinnzeichen gemerkt. Ja, stimmt, das Auto steht hier hinten, um die Stadtbahn rum, in der Gasse rechts. Das ist ein schwarzer X5. King4 hier, da gibt es auch ein Auto und ein schwarzen X5 hinter der Staatsbank. Der soll anscheinend zum Täter gehören. Äh, das war das Kinnzeichen übrigens. H, H, I, 0, 1, 9. Alles klar, ich schaue es mir gleich an. Von Ihnen kriege ich auch nochmal einen Ausweis, bitte. Ja. Das ist genau jetzt, Stromausfall, ne? Martin Martini, perfekt, gut. Also, wenn Sie, wenn Sie bitte so nett werden, bräuchten Sie ein Taxi, irgendetwas, kann ich Ihnen was rufen oder geht das zu Fuß oder ich weiß nicht. Nee, mein Auto steht unten beim Tuner. Beim Tuner. Sonst kommen Sie dort so zu Fuß hin? Ja, nicht, wirklich. Ich habe nur das eine Auto. Okay. Gar nichts. Und bei Ihnen? Ich habe leider auch gar nichts. Ich bräuchte, wenn ein Taxi, aber weiß nicht, ob ich der Kollege gleich mitnehmen könnte. Es sind sechs, also ich sehe gerade sechs Taxifahrer. Werden da für Sie? Ja, auch negativ. Sie sind beide in der städtischen Highway. Irgendwie tut mir die Brust weh. Ja, wie gesagt, Sie rufen sich am besten ein Taxi oder wenn die Brust weh tut, ich kann Sie auch ins Krankenhaus sonst führen, aber sag mal so, Taxis, also bei Ihnen am besten ins Krankenhaus springen, ne? Frage, wo denn eigentlich die Stadtwerke kommen? Ja, dann kommen Sie mal mit. Also der ins Krankenhaus muss, bitte kommen Sie mit und Sie können direkt bitte vorgehen, gehen Sie am besten da vorne hin, nicht, dass Sie an der Bank stehen, dass Sie da nicht gefragt werden, warum Sie da rumstehen, dass Sie außerhalb der Zone da sind, ja? Also hinter der Absperrung? Ja, oder hinter der Absperrung, ist egal, Hauptsache, dass Sie da nicht sind, weil sonst der Taxi fährt, man ist ja sonst strafbar. Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie uns da rausgeholt haben. Jawohl, bitteschön, alles gut. Ruhe Geschichte noch, ciao. Danke, ciao. Dann kommen Sie mal bitte mit, ich bin Sie zum Krankenhaus. Ich tue nur ganz schön meine Waffe rein. Ja. So. Lass mal aufspinnen, das Ding. Sind es sehr große Schmerzen, oder geht's? Es tut sehr weh. Sehr weh, ja, von mir Blaulicht. Also, ich habe das jetzt geschafft, zu unterdrücken, dass es nicht so schlimm war, aber das war, glaube ich, auch das Adrenalin im Auto. Jetzt, zu langsam, wird es ja beruflich weh. Ja, da ist er mal rüber. Da hatte ich wieder mal Unrecht mit den Hills, ne? Die sind genau nicht in die Hills gefahren, sondern in die Stadt rein. Ich würde damit in die Hills hier halt flüchten, so ein Teil. Ich weiß aber nicht, ob die das bekommen haben, oder nicht. Ich weiß auch nicht, dass es so viele Taxifahrer gibt, weil ganz viele neue Leute in der Stadt sind und du kannst Taxifahrer werden direkt. Es hat gerade Stromausfall, ist gerade schlecht, aber ja, da sind wir. Ja. Hallo? Hallo? Äh, wir sind da. Dann bedanke ich mich. Bitteschön. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Bitteschön gemacht. In 21-Bressur war auch ab. Der Rittorfunk 1. Ja, ist denn weg. Das ist mir so in 10 Sekunden auch gedacht. Du, 10 Sekunden mit dem Bike ist es einfach zu krank. Aber jetzt weiß ich das für die Zukunft. Das werde ich nie wieder machen. Man muss es ja auch mal testen, ob die wegkommen oder nicht, oder ob irgendwie eine Chance besteht, aber die R1 war ja in der Luft. Ich dachte, wir hätten vielleicht irgendwie eine kleine Chance gehabt mit der R1. Das ist anscheinend nicht so schade. Ah, das geil ist es. Die Ampel, das ist alles rechts vor links. Die sind nicht an. Ha! Ich kann hier jetzt immer über rote Ampeln fahren, ohne anzuhalten. Das ist richtig angenehm. Vielleicht sollten wir auf uns aber insgesamt rechts vor links machen, statt Ampeln zu nehmen. Das ist ja viel besser. Hat schon jemand den X6 hinter der Bank gesehen? Ich habe eine Frage, wo sollte der denn genau stehen? Wir haben jetzt den Kontrollgut und hier ist nichts. Also mir wurde nur mitgeteilt von dem einen von der einen Geisel, dass der hinter der Bank stehen soll. Ich muss uns mal selber gucken. Soll ein Schwarz X6 oder X5 sein? Turn 4 hinter der Nationalbank, hinter der großen Hecke steht einer. Ja, dass man da vielleicht das Kennzeichen durchgeben kann. Aber wenn das dasselbe Kennzeichen wie vom Motorrad ist, dann ist es ziemlich, ich sage mal, komisch. Ich frage, das Kennzeichen ist zugelassen auf einen Mario Stoned. Abgemeldet, nicht versichert. Was ist das der selbe? Was ist das? Gehen vorst du mit? Bitte wiederholen. Fahrzeug ist nicht zugelassen und nicht versichert auf Marius Stoned. Danke, ich check nochmal das Kennzeichen vom Motorrad ab. Gleiche, also gleicher Mensch. Gleicher Name? Alles klar, danke. Würde ich dir mal anrufen. Ja, wie soll man weiter mit dem Fahrzeug reagieren? Abschleppen lassen. Dadurch, dass es sowieso nicht zugelassen ist, darf es da gar nicht stehen. Dann fuhre, wir kümmern uns drum. Dann ruf ich dir mal an. Marius Stoned. Oder Stone. Oder Stone halt Stoned. Ja, und Bexipidopfung 1. Also wir halten, same traffic. Adam 10, same traffic. Hat er keine Nummer hinterlegt? Du hast keine Nummer hinterlegt, ne? Oder? Ne. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. That's pretty bad because we have no numbers. Äh, fragst uns das mal schnell an. So was, wir werden jetzt einfach mal richtig geile Polizeiarbeit machen. Wir werden jetzt mal Richtung, ähm, Richtung links fahren. Mal schauen, ob wir eine Nummer rauskriegen. Ja, nochmal so zur Information von Herrn Marius Stone gibt es leider keine Nummer hinterlegt, das wurde auch schon vor dem gleichen Funk gesagt. Vielleicht ausrufen? Wäre das eine Möglichkeit? Das wäre eine Möglichkeit, ich lass ihn das mal ausrufen. Da weiß er halt, dass wir ihn, dass wir ihn halt anrufen und so. Jawohl, ich lass ihn ausrufen. Also weiß nicht, ob das so schlau ist, deshalb frag ich. Wir müssen ja, weil zwei Fahrzeuge von ihm in eine kriminelle Machenschaft verwickelt werden. Das ist ein Fall. Wir müssen ausrufen lassen. Was war denn das nochmal? Das ist der Sound auf der Spende. Was war denn das nochmal für ein Comment? Admin Ad oder Admin war ja das Ding, Ad Police Ad LAPD. Ah, das war's. Marius. Vielen Dank. M.R.P.D. gebeten, bitte senden Sie uns ein Dispatch-Vice-See. M.R.P.D. gebeten, bitte senden Sie den Weg! 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 zwei fahrzeuge ich würde dann gerne mit ihnen reden vermissen sie zwei fahrzeuge ich habe ein paar auf der dinge und ich glaube zwei oder drei habe ich dingens versicherung ok wie viele haben sie davon also sind es alle ihre fahrzeuge also die die an der versicherung und sowas auf mich warten ja klar also ich habe generell viele fahrzeuge ok alles klar ja hätten sie uns zeit so irgendwie sag mal drei vier minuten geht sich das aus ja ich weiß ja nicht wie lange ich auch wenn ich jetzt mit grenzer fahren würde dann wo sind sie denn gerade und der eben ausgerufen hat sich auch für dispatch gemeldet ja sonst hätten sie fünf minuten geht sich das aus ja also ich müsste schon ich komm ich komm ran alles klar ich warte um es hier ja alles klar gut wieder die dispatcher ist angenommen soo da haben sie den führer schon wieder sie waren etwas schnell ja ich muss halt über den tanken ja das ding ist halt sind sie mit 144 gefahren in der 80er zone ja gut wenn sie über 160 fahren dann ist der führer schon weg müssen aufpassen also dann würde ich sagen wir noch mal knapp da mal die rechnung bezahlen bitte so schnell wie es geht also wenn sie die jetzt bezahlen könnten das ist super toll ich kann nicht ich muss noch ein bisschen geld abheben alles klar bitte wenn sie das geld haben bitte nicht bezahlen ja das mache ich noch weiter alles klar danke dann frohe weiterfahrt und fahren sie bitte langsam ne jo alles klar alles klar nix nur eine andere frage habt ihr noch aktiven Sichtkontakt zu ihm und ich muss nicht ich über rote ampel gefahren auch noch ist genau mein held fluchtdichtung mehr richtung berge ich muss ja nicht runter aber der hat mir gerade so leid getan das ist komplett neu der hat kein geld Alter so ist muss ich auch mal vorlesen hier ähm hier nochmal alter vielen dank für 107 euro hier von flo 1993 112 alter bruder Kuss 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 K� Playside, na wie geht's denn so am heutigen Abend? Kannst du mal einen Feuerwehrstream machen? Ich hab noch nie einen Feuerwehrstream gemacht, helden wir so allen. Mal schauen. X4D, X4D, der Kollege Rukitetti. Ah, kommt ihr Richtung... Ist er hoch? Hallo? Ah, wir fahren Sanipedi und nehmen dann beim Leuchtturm den Bootsanleger. Sind Sie bei der Polizei? Ich bin die Kommander, ja. Okay, ich dachte, der Kollege da drüben auch? Ich glaube, das ist der Herr Günsel. Ich hatte mich grad gedacht, da gehen schon irgendwelche Leute tanken aus der Hutte oder so. Nee. Okay, alles klar. Aber dann mit Vollgas. Sie sind auch bei der Polizei, nicht mal beim LPD. Wie bitte? Sie sind auch beim LPD, oder? Ja, natürlich. Sind sie? Ah, danke. Jetzt kommt es nochmal an jetzt hier. Man sieht die Blitzer nicht, warum sind sie da eingebaut? Nein, das ist... Ich muss noch mal den ganzen Polizeiausfluss in den Wagen reintun. Ach so, du hast grad ausgepackt. Okay, ja. Ja, ich geh jetzt nämlich auf durch hier, deswegen... Ach so, ich dachte gerade, ich guck extra so... Ich hab den Kollegen grad auch geguckt, da hab ich aber nicht reingesehen, wer da drinnen sitzt. Okay. Gut. Alles gut. Alles klar. Ja, ich dachte, jetzt kommen da schon Leute aus der Hutte, die hier tanken gehen. Das ist sogar ein letztes passiert. Dann schauen wir mal, welche Sachen die hier tanken. Wenn's mal schnell gehen muss, ne? Das stimmt. Ciao. Ich pass lieber auf, dass der Kollege mich da nicht gleich einbaut. Perfekt. Das ist der Sound, aber ich spreche. Schau mal gleich mal. Alter, Ben G. H. Auch danke für ein 10i. Du hast mir so viel vorlesen. Also achts nochmal Leute, da geht wirklich die Liebe raus. Leon Templer. Bist der Beste, bitte lass deine... Lest deine Bekle auf. Verlangenheiten einmal P-Cat aktualisieren. Bitte. Weil wir sind noch ein paar auf Bankraub eingetragen. Kein Problem. Jan Strobel, lang für ein Euro. Dann Ghost Tale. Nee, Ghost Late, nicht Ghost Tale. Ghost Late. Moin, Liebe deines Teams, mach Weihnachten. Dankeschön. Fabi Zegger, danke für 90 Cent. Dann Jeremy 1 und 7, danke für ein Euro. Fabian, lolol, danke für ein Euro auch. Booth hält beim Bootsverleih bei Leuten an und steigt in den blauen Porsche um mit dem Kennzeichen Reiskoch. Reiskoch. Das Kennzeichen sicher angebracht. So, es ist ein R35. Warten wir hier auf ihn, ne? Ist das nicht der? Ist das nicht der? Mann, Zug kommt davon. X-ray 9, sperren die Straße Richtung Sandy. King 4 für A1. Eckhardt. King 4 hört. Kannst du dich mit anschließen bei der Verfolgung an 2 Speed? Ja, ich hatte zwar gerade einen Termin im Mission Grove, aber ja, dann mach ich das schnell. Räuchte bitte 10-20. Ja, 10-4. Da muss ich mich dann doch anschließen. Na super. Gut, dann machen wir das schnell. Na super. Muss ich ihn leider warten lassen. Dann muss ich ihn aber anrufen. Jetzt ist Highspeed-Verfolgung, Leute. Ich wusste nicht, dass die mich jetzt noch dazu rufen. Mein Tank ist fast leer. Ja, super. Super. Jetzt fahrt Richtung Bikerbar. Oh, scheiße, ey. Edward 14, 10-8. Jetzt an der Kreuzung, Bikerbar, rechter Richtung Sandy vor, statt einwärts. Scheiße, 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 schnell, 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 Leute. Jetzt müssen wir Gas geben. Jetzt müssen wir Gas geben. Ach, bitte mal schneller, Bruder. Bitte mal schneller. Wir müssen Gas geben. Bitte. Dank doch. Es gibt diesen, es gibt diesen Bug, den man schneller danken kann, aber das mach ich nicht. Auf 3.0 gefixt. Ich brauche, du darfst alle RPD-Einheiten. Der Axi ist hinten wieder raus. Der Axi ist hinten wieder raus. Fischener, 10-86. Bitte einmal eine Backup-Einheit dazu. Dann macht's hier Spaß im Dienst weiterhin, ne? Per Dogtik auf. Ich bin auf die Nr. Ist da weg, die Nr. Die Nr. Ich kann auch nicht. Kam das durch? Jetzt der Axi ist bei der Maustückerball. Direkt. Richtung KUKAI-Verarbeiter, äh, KUKAI-Feld. In der 2, seit ich nur 1 zu 7 starte. Kriegen wir bei der Verfolgung bitte Einheiten, die aus der Stadt oder so etwas entgegenkommen? Ja, King 4 kommt entgegen. 16 auf die Route 68. 16, warte, gut. Jetzt die Kirche. Fährt jetzt Richtung Hüls, oben, um die Landbrasse. Brauch ich den noch unterstützen? Ja, King 4, bitte dann zu kommen. Und nochmal aktuell 1020. Endlich mal eine High-Speed-Verfolgung, ich freue mich. Muss ich wieder gut fahren heute. Ich meine, ob das klappt. Hätte ich keine Kuh über die... Ah, natürlich, die Kuh über die Straße läuft. Ach nee, oh mein Gott, ich dachte schon, ich überschlag gerade. Uh, kein guter Fahrer heute, perfekt. Was war denn, die Kuh hat mich gerade abgelenkt. Na gut, dass die jetzt da langfahren. Ich dachte, 1 zu 7, sagte mir. Also, er sagt mir 1 zu 7, aber gut, er war ja zuerst trieben. Oh, ich bin jetzt ohne. Wir fahren jetzt links, klicken Stausee, Willenviertel. Ah, jetzt kann ich gerade nicht. Jetzt kann ich nicht abholen. Was ist das? Wolle ich da bitte wieder in 1020? Passieren jetzt, Willenviertel. Fährt weitergehört aus. Bitte in 1020? Ja. Danke. Kreuzung rechts, ab Richtung Stadt 1 jetzt. Fahrzeug gleich vor Umfeld. Fährt weiter. Das ist bei der Nationalbank. Was ist denn so schnell? Negativ fährt wieder davor rechts. Ne, ist rein. Schleiche bei der Beobacht. Fahrzeug gleich vor Umfeld. Fährt weiter. Was soll denn das, Alter? Was ist da so schnell unterwegs? Bin ich ganz den Weg umsonst gefahren? Ne, will er gleich abbiegen können. Gibt es noch Einheiten in der Stadt, die von der Stadt aus nochmal ihm entgegen kommen könnten? Ich komme nicht hinterher, weil der hier die ganze Scheiße langfährt, auf die ich gar keinen Bock habe, wo es heißt. Der hier hat jemand rein, sonst kann es sein. Oh, scheiße. Ah. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Bruder. Der ist genau in dem Moment entgegengekommen. Alter, ich dachte jetzt, jetzt liege ich schon auf dem Dach, Bruder. Boah, war das so knapp. Ich habe nicht gesehen, dass der da kommt, Alter. Ich habe nicht auf den Helikopter geguckt, wo der hinfliegt. Du wirst dich denken, was ist das für ein Vollidiot, warum fährt der da so raus? Du, aber hey, rechts vor links, ne? Ich hatte Vorrang. Da war da ein Vorrang gegen Schild. Ich weiß es nicht. Vielleicht war sogar ein Vorrang oder ein Stoppchen oder so. Ich habe mir nichts gesehen. Alter, wie der da angeflitzt kam. Bruder, mein Herz. Aber ey, mein Auto ist gar nicht mal so kaputt gegangen. Da vorne ist es komplett kaputt. Vorne kommt der Damage, Alter. Ich würde jetzt gerne mal beschleunigen, Bruder. Ey, ich dachte ganz kurz, dass es auf den Kopf fallen, Bruder. Aber das Rubel los hat mich heute... Das Rubel los hat mich jetzt gerade gerettet. Ich würde jetzt den Hauptplatz. Wie er kurz vor Kopf stand. Aber ey, so ein Pech musst du halt auch haben, ne? Du fährst genau in diesem Moment raus, wo der entgegenkommt. Und du suchst ihn seit einer Stunde gefühlt. Und genau dann fährt er die rein, wenn du dich siehst. Ja, Huch. Zeit für Frau Huch, Alter. Warum ist der so schnell? Braucht ihr noch Unterstützung? Negativ, bin nun bei der Händen dran. Für die Person, alle weißen, zwei weiß Anzug ein. Raptor flüchtet. Ist das ein Raptor-J? Raptor von J. Gegen vor würde es uns mal gerne von links überholen, jetzt. Mit Highspeed, danke. Jetzt verhört. Person noch gerade raus. Dann fahrt er noch der Weg. Edward, der Red bräuchte in der Abfolge. Wo ist es? Wo sind? Wir fahren heute die ganzen Leute rein. Das gibt es doch nicht. Rundfahre ich überall rein, weil es übersteht Leute. Ich muss sagen, sind wir vom Raptor. Es ist ja uns, der fährt gerade aufs 2. Er fährt jetzt an Rietung vorbei. Boah, bitte auf anzurufen. Es wird doch in den Grund gehen, wo ich dich abgewürzt jetzt hin. Lass dich vor, gut schatze. Ist am Fernungsplan sowas. Ach komm, laber mich. Ist hier weiter. Das ist super. Vielleicht jetzt Richtung Immobilienmarkt, na? Ey, weißt du, das Ding ist halt auch. Ich werde so zugeschissen gerade am Händen. Ich kann mich gar nicht konzentrieren gerade. Rechts ab. Jetzt ist das Handy dran schuld, dass ich scheiße fahre. Links ab. Braucht ihr noch Hilfe beim Raptor? Ja, das ist schwer verunfallt. Schwer verunfallt, dass du nur auf dem Dach liegst oder so. Ja, links ab. Braucht ihr noch Hilfe beim Raptor? Negativ, also wir sind gerade an einem GTR dran. Frage, Spatus, Raptor. Passt dir jetzt gleich den Supreme Court? GTR fährt am Euro vorbei. Fährt jetzt am Supreme Court vorbei. Wieso? Du hättest gesagt Supreme Court? Bin ich dumm? GTR fährt gerade auf weiter Richtung Ancadius Tower. Fährt jetzt am Ancadius Tower vorbei. Richtung Lusen Park auf. Setz da den hoch und dann hoch. Der Rest ab. Links ab Richtung Bank auf Platz. Vielleicht mache ich einfach nur Musik dafür. Das kann sein. Hast du euch leichter Unfall? Schau mal, ob ich Musik habe dafür. Ich muss mich nicht dranhängen. Ich muss das füllen, Leute. Ich muss mich nicht dranhängen. Ich muss das füllen, Leute. Ich muss das fokussieren. Ich werde jetzt nicht da richtig drauf lassen. Ich werde rechtlich die Bank drauf lassen. Beinahe, falsche Einheit. Ich werde jetzt wieder rechtlich drauf lassen. Ja. Hauptplatz geradeaus an der Pizzeria vorbei. Links am Hauptplatz. Parkplatz vorbei. Bitte passt auf, da ist ein grüner Evo. Ich glaube, der wird sich da mit einbauen. Geradeaus Richtung Burger King. Das ist jetzt am Burgerland vorbei. Nein. Da ist ja geradeaus. Die Musik hilft. Konzentration ist da. Ja. 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 Blaulicht. Wir fahren heute sogar in die Nicht-NPCs rein. Der hört doch, dass hier Blaulicht ist und alles. Sehr schnell. Ja. 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 長sam. Ja. 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 Weil ich hab den Sichtkontakt komplett, eine Kollege ist ja vollgasrein, ich hab den Sichtkontakt komplett verloren gehabt. Ich hab mich Dauersirene an in der Stadt eigentlich. Ist er noch da? Er ist weggefahren schon. Wir sind da voll drüber gebrettert und der fährt in die Kreuze. Ist er doch da? Ist er das? Ja, nee. Wo ist er denn? Das war so ein... ein GTO war das. Ein Mitsubishi GTO war das doch, in so einem Gila. Schauen wir mal, ob wir den finden. Ne. Ne. Schauen wir zum guten Dude. Ist wahrscheinlich nur Blechkontakt gehabt, der gut der hat. Der hat gehoopt wie sonst was. Sonst kann ich ihn endlich mal zurückrufen. Der hat 15 mal angerufen. Ich denke ich stehe mit der Frage, möchte ich noch mal eine weitere Einheit mit anschließen. Ich kann mich da auf den Beweck zu machen. Guten Tag. Servus. Ich war grad dort. Ja, X-ray 4 und X-ray 9 würden responden. Bitte was? Können Sie das wiederholen? Wir treffen uns und würde ich sagen beim Bootverleihung. Ich war jetzt grad dort. Ja. Am Mission Row. Und irgendwie... Ja, die Cops wussten... Ja, das war... Holt ihr ein Boot raus und holt uns dann unten am Strand... Ich höre Sie gleich ganz schlecht. Können Sie lauter reden? Ja, hören Sie mich besser? Ja, ich höre Sie jetzt besser. Danke. Okay, passen Sie auf. Ich war grad dort. Ich hatte aber keinen Anzug an. Okay, ne. Weil ich hab auf sie gewartet. Das Ding ist jetzt nur... Ich wurde ganz schnell... Ich hab nicht abheben können. Ich hab ganz schnell in Highspeed verfolgen müssen. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich auch Ihren Anruf komplett ignoriert, weil ich komplett konzentriert war. Da... Das ging jetzt gerade 10 Minuten lang oder so. Und... Ne, ich wollte sie eigentlich zurückrufen. Das Ding ist nur, es war jetzt... Es war ganz spontan. Ich war schon oben im Mission Row PD. Und... Ja. Ich wäre jetzt aber da. Sind Sie jetzt da? Ja, ich kann nochmal vorbeikommen. Ja, ich wäre jetzt da für Sie. Alles klar. Ja, ja. Es ist nochmal 10-19. Mission Row PD. 10-19 heißt was? Zurück zur Polizeistation. King 62 nachgefangen. Aber dann wieder back 10-19. King 4. 10-19 Mission Row PD. Edward Ferret zum Traffic. Jetzt weiß ich das auch in Mischmaß. Das muss... Das hab ich nämlich nie gemacht. Muss ich mich da mal umtragen, dass ich im... Mission Row bin. Äh... 4. Ich bin im 10-19 Mission Row. Zeig. Äh... Wobei ich glaub mein Auto steht da. Relativ ärger. Passt schon. Okay. Das Barsche so, sagt Marc. Das Barsche. Das war der Kollege, der mit dem Auto volle Kanne reingefahren ist. Ey, aber die Verfolgung war jetzt schon nicht schlecht. Nur das eine, wo's... Warte, ich muss mir den Clip angucken, wo ich volle Kanne... Wo der mir reingezogen ist, weil ich raus bin. Das guck ich mir an, Alter. Das muss ich klippen, ey. Was ist da? Weißt du, ich such den. Und genau in dem Moment, wo ich da rausziehe, fährt der mir volle Kanüle rein. Und ich guck oben den Helikopter an, ne? Alter, hab ich ein Pech gehabt. Bruder, ich war so kurz davor, auf Dach zu liegen. Ich war so kurz davor. Wäre die Wand nicht gewesen, ich wär auf dem Dach gelegen. Ich wär einfach mit dem Ding auf Dach gelegen. Heftig. Danke an die Wand. Hätten wir heute mal den Leben gerettet, kann man so sagen. Danke an die Wand. Pus geht raus. Oh, der ist da... Alter, der hat ja... Der hat ja ein Gewicht gehabt, der Wagen der GTR. Der hat mich ja richtig hart weggerammt. Der hat mich ja richtig, richtig hart hat. Incoming 33, äh, von den Mechanikern eine bitte, man solle die Motorräder abholen. Kling vor kurz außer Funk. Guten Tag. Guten Tag. Storm hier. Ah, der Herr Storm, perfekt. Ähm, haben Sie irgendwas dabei? Spitze Gegensteller, Sie müssen nämlich kurz reinkommen. Da müssen Sie sich aber einmal besuchen. Ja, ich hab auch noch eine Frage an Sie vielleicht. Haben Sie mir Aussage als der Cop gestern? Ich wollte einen Waffenschein beantragen, aber Cop hat Nein gesagt. Einen Waffenschein? Warum wurde aber Nein gesagt? Kann ich mal einen Ausweis haben? Ähm, er meinte... Jaja, Mario Stone halt. Ja, aber ich will noch meinen Ausweis sehen. Nicht, dass da irgendwer kommt und sagt, der ist der Herr Stone. Und dann ist es gar nicht der Herr Stone. Man weiß ja nicht. Dankeschön, dass passt. Jawohl, Herr Stone. Dann guck ich mal schon nach. Ähm, Waffenschein. Ja, wollte ich einen machen wieder, weil ich hatte den mal verloren. Dann meinte der Cop gestern, ja, wollen Sie Ihre Akte mal vorgelesen haben? Dann hat er die ganze Zeit Führerschein, 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 Führerschein. Äh, ja, ihr wurde der Waffenschein entzogen aufgrund Eröffnung des Feuers am Beamte. Genau. Das war am 27.06. Der wurde ihn damals entzogen. Genau. Das ist aber jetzt schon ein Monat her. Das ist ein Monat her, da haben Sie recht. Ihre Akte ist ja lang. Irgendwie zwei, äh, zwei Tage noch, äh, ne, zwei Wochen meint der. Irgendwie nochmal Bedenkzeit. Ähm, deswegen wollte ich Sie nochmal fragen. Ja, aber wenn der Kollege da schon gesagt hat, er gibt sich da zwei Wochen Bedenkzeit, ich müsste uns mal, müsste uns meinen Vorgesetzten fragen. Ich soll zwei Wochen drüber nachdenken. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. Und dann sollen Sie nochmal kommen, ne? Ja. Genau. Ähm, das Ding ist nur, ich müsste, wenn er meinen Vorgesetzten fragen, wenn der schon, ich weiß nämlich nicht, wer das war, könnten Sie mir deinen Namen sagen, wer das gesagt hat zu Ihnen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Vorgesetzten war. Ja, das ist ja das Ding. Wenn ich das wüsste, dann wär's gut. Ich hab keinen Namen. Ich hab... Aber... Ich kann mich nicht immer mehr an sein Gesicht erinnern. Ja, ich sehe nur, dass Ihre Strafakte ziemlich relativ lang ist. Vor allem, wenn ich da oben gucke, Strafakte ist wirklich nicht, äh... Ja, aber das sind ja fast eh nur Führerscheindelikte. Naja, 31.7. Schwarzgeldbesitz. Dann haben Sie fahren ohne Führerschein am 27.6. Ein mittelschwerer Raub am 16.6. Das war eh dasselbe. Taku in der, äh... Ah, ne, 27.6. Wir sind das entzogen halt, das auch noch. Ja, gut. Da müsste ich halt einen Vorgesetzten fragen. Wenn der das nämlich gesagt hat, dann könnt ihr euch da nichts machen, ne? Äh, gut. Äh, ich komm kurz zu Ihnen rüber. Ja? Bin gleich bei Ihnen. Ja, schauen wir mal. So, haben Sie irgendwas Illegales dabei? Ne, wollen Sie mich durchsuchen? Ja, bitte. Einmal bitte gehen wir nach oben. Das wäre supi. Dankeschön. Äh, so... Benzinkanister... Okay, haben Sie... Was haben Sie denn? Patronen, die keine Pistole haben? Oder wurden damals die Pistole abgenommen? Ja, klar. Klar wurde die Pistole mir abgenommen damals. Mhm. Aber die, die, äh, Dingens hatte ich halt noch. Die Max. Mhm. Sind Sie fertig? Ja, ich muss nur gucken wegen dieser Excess Card da. Ob die, äh, überhaupt egal ist. Da muss ich gleich mal gucken. Ach so. Den Laptop, den können Sie behalten. Aber das Ding ist, diese Karte, ich geb das sonst mal durch. Ich frag da mal schnell. Wenn nicht, dann können Sie die auch haben. Ja, ich frag mal. Also, die haben viele eigentlich. Hab ich mal schon mitbekommen. Ja, das Ding ist, äh, da bin ich mir jetzt selber unsicher. Ich frag da mal, ich hatte da auch noch keinen Fall mit so einer Karte. Kontrollierter wurde die mir nicht abgenommen. Ja, aber es ist ja eine Bankkarte, ne? Herr Kusch, wir machen uns auf den Weg zu dir. Mhm. Mhm. Ich fahr mal ganz schnell. Ich fahr kurz vor, wir haben das jetzt so lange gesichert. Ja, 10-4. Danke. Äh, King, vorher mit einer ganz kurzen Frage. Da hat jemand eine, äh, Bank-Access-Card, eine illegale. Dürfen wir die abnehmen oder darfst ihr die behalten? Moin. Äh, abnehmen mit dem. Wenn die illegal ist, dann kann ich die... Illegal ist gut. Alles klar, danke. Genauso wie Hacker-Laptop? Gut, ich referiere sicherlich auch wie Hacker-Laptop. Bitte wiederholen. Positiv, Hacker-Laptop auch. Ah, alles klar. Den V. Na gut. Das sind, äh, ich hab das nochmal durchgegeben, auch den Hacker-Laptop möchte ich ihn sogar abnehmen. Das sind illegale Gegenstände. Hacking vor Korrektur, den Hacker-Laptop nur, wenn es im Zusammenhang mit der Straftat besteht. Ah, ok. Perfekt. Ne, den dürfen sie behalten. Alles klar, dann nur die Karte. Äh, nur um diese eine Karte, die sie dabei haben. Die hier. Weil das eine Bankkarte ist, ne? Alles klar, wie so verstanden. Danke. Gut, dann kommen sie mal mit rein, bitte. Ja, super. Äh, legen die Karte an die X-Wer-Härten, die dazukommen. So. Und was soll ich noch mal gucken, was wir da machen? Weil das Ding ist, also den Hacker-Laptop dürfen sie behalten. Das Ding ist, solange sie damit keinen Scheiß bauen, ist das kein Problem im Zusammenhang. Aber diese Karte, die sie da hatten, das ist eine Bank-Access-Karte, die, äh, selber gebastelt ist. Also da müssen sie mir ein bisschen was erklären jetzt gleich. Achso, die konnte ich dabei so einen Laden kaufen. Dann hab ich einfach mal ein bisschen... In einem Laden haben sie gekauft. Ich glaub nicht, dass sie so einen Laden kaufen können, das ist das nächste Karte. Naja, ich weiß nicht, ob's, ob's jetzt Laden zählt, aber da O ist irgendwo so ein Haus und die Verkauf... Ja, einen Schwarzmarkt gibt's dort höchstwahrscheinlich. Ja, dann setzen sie sich da mal hin. Ja. Da mal hinsetzen. Ich hab nur ne kurze Befragung an sie, dann können sie auch gleich wieder weitermachen. Was ist denn jetzt? Sie meinten irgendwas zu zwei Fahrzeuge oder so? Guten Tag. Ich hör sie ganz leise nur. Ich weiß nicht warum, aber sie sind sehr leise. Äh, ja, komm vor. Ich hab vorher wegen... Ich frag das denjenigen, der uns eingeladen hat zur Besprechung. Gut, also das Ding ist, ähm... So, warten Sie, sonst setzen wir uns mal um. Da sind so viele Kollegen, die reden grad hier, die tratschen. Setzen wir uns hier hinten hin. Ich wusste jetzt nicht, dass hier so viele Kollegen stehen, die hier tratschen. So, hier setzen wir uns hin. Ja. Ah, so. Gut. Also es ging um zwei Fahrzeuge von Ihnen. Äh, vermissen Sie zwei Fahrzeuge? Boah, vermissen? Keine Ahnung. Mir fehlen ein paar gerade aus der Garage. Ne, aber vielleicht irgendwas geklaut oder irgendwas bemerktes, was geklaut wurde. Also ich hab ein paar mal Fahrzeuge stehen lassen. Was haben Sie denn stehen lassen? Sagen Sie mal. Äh, was hab ich alles stehen lassen? Also ich hab ja irgendwie so 3 XC irgendwie. Was haben Sie? Ich hab 3 KTM XC, aber ich glaube da hab ich... Ne, eine ist auf der Versicherung. Genau. Mhm. Ähm... Ich bin mir nicht sicher, aber ich... Ich glaube ein M4 könnte mir fehlen. Ein M4? Ne? Ein M4? Ja. Ich weiß es aber nicht. Ich bin nur am raten. Haben Sie, äh, heute... Haben Sie heute eine EXC irgendwo stehen lassen? Äh, ne. Ne. Also eine EXC haben Sie heute nirgends stehen lassen? Auch die letzten Tage nicht? Ähm... Nein. Haben Sie nicht. Ne. Ne. Okay. Ähm... Einen BMW, einen schwarzen? Ist das der M4? Ja, ja, ich hab... Ich hab, äh... Nein, nein. Ich hab einen X5 noch. Genau. Den hab ich heute irgendwo stehen lassen. Den haben Sie wo stehen lassen? Wo stand denn der? Ich hab den in Sandy Shows, glaub ich, oben am Parkplatz stehen lassen. Okay. Ähm... Weil da war ich mit einem Kollegen und dann, äh... Und welche Uhrzeit war das circa, wo Sie denn stehen haben lassen? Boah, keine Ahnung. Ich bin heute schon lange wach, deswegen nicht. Okay. Und so eine EXC, die haben Sie nirgendwo stehen lassen. Die steht, äh... Die steht zuhause in ihrer Garage, hundertprozentig. Da ist nix. Ich... Die haben Sie auch nicht rausgestellt? Ich hab drei Stück. Ich hab drei Stück. Das ist das Ding. Ja, aber Sie haben... Sie haben keine... Sie haben mir gerade gesagt, Sie haben keine EXC draußen stehen lassen. Ne, heute... Also keine rumstehen lassen. Ne, ne, also... Dann kann sie auch nicht geklaut worden sein, ne? Auf der Dingens. Dann kann sie auch nicht... Dann kann sie auch nicht... Dann kann sie aber auch nicht geklaut worden sein, oder? Wahrscheinlich nicht, ne. Also... Nicht. Ich müsste mal schauen, weil ich hab drei Stück, das weiß ich. Oder vielleicht vier nicht. Ja, aber die stehen alle... Sie haben gerade gemeint, Sie haben keine EXC heute rausgeholt. Das müssen Sie ja wissen. Rausgeholt? Doch. Ich bin einmal ein bisschen rumgefahren mit einer. Ja, aber die haben sich dann wieder eingeparkt anscheinend. Das ist ne gute Frage. Eigentlich ja. Ja, also zuerst haben Sie mir gesagt, Sie haben heute keine EXC rausgeholt. Nein, nein, ich hab keine stehen lassen. Ja, jetzt sagen Sie mir... Ja, aber ich hab... Sie vorher auch schon gefragt, ob Sie einen rausgeholt haben. Rausgeholt? Äh... Und dann haben Sie jetzt erst gesagt, nein. Sagen Sie ja und stehen lassen, haben Sie von Anfang an verneint. Das ist nicht möglich, dass Sie sie stehen haben lassen. Also... Ja, wie gesagt, ich weiß es halt grad nicht. Also... Ja, wie können Sie das nicht wissen? Sie wissen doch, mit was Sie heute gefahren sind, oder nicht? Ja, ich hab so viele Fahrzeuge. Und mein Ding ist... Ja, trotzdem, Sie wissen doch... Entschuldigen Sie bitte, aber wenn ich... Wenn ich heute aufs Motorrad steige, mich dafür ready mache, den Kickstarter anmache, mir meinen Helm aufsetze und damit rumgurke, dann weiß ich das noch. Also so blöd bin ich nicht. Ja, ja, also rumgefahren bin ich, aber... Eingeparkt hab ich sie eigentlich ja. Also... Also Sie haben sie in die Garage gestellt. Und irgendeine müsste noch auf der Versicherung sein. Mhm. Und noch ne TM, glaub ich, ne? Okay, also draußen ist es unmöglich, dass jemand die eigentlich geklaut haben könnte, weil Sie die Halter geparkt haben. Eigentlich nicht, ne. Okay. Also eigentlich nicht. Also Sie sagen, Sie haben sie eingeparkt. Die ist bei Ihnen. Die kann nicht geklaut worden sein. Ja, also geklaut nicht, ne. Okay, warten Sie mal ganz kurz. Beziehungsweise wüsste halt nicht wie. Jawoll. Dann schau ich mal schnell wegen dem einen Dings hier. Warten Sie ganz kurz. Ich muss noch ganz schnell am PC. Das ist noch das Kennzeichen von dem Ding nochmal. Irgendwas mit... Muss jetzt noch mal gucken auf der Dings auf der Dashcam, was da stand. Ähm... Da muss noch mal gucken, was auf dem Kennzeichen stand. Schön ist, wir dürfen Dashcam aufnahmen. Also alles, was wir recorden, dürfen wir verwenden. CC. Das ist aber nur für den Kopf erlaubt, ne. Das dürft ihr euch gerne merken. Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das, Leute? Wo war denn das? Ah, da hab ich's gesehen, ganz kurz. Mhm. Wo? 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 155? Mario Stone abgemeldet? Nicht versichert. Ja, das ist seine. Das heißt, er kann unmöglich... Er hat ja gesagt, er hat die eingeparkt. Damit macht er sich jetzt gerade echt verdächtig zum ganzen Fall. Er hat auch ein Hackerlaptop dabei gehabt. Also seine Story macht keinen Sinn, weißt du was ich meine? Weil wenn er eingeparkt hat ist es unmöglich, dass die geklaut wird Er hat sie nirgends abgestellt, er macht sich gerade selber, aber er glaubt, wir haben das Kennzeichen nicht, das ist das Ding So Ich hab jetzt nochmal nachgeguckt Die Karte hier mit dem Kennzeichen OPO155 gehört Ihnen, ne? Äh Ich hab actually keine Ahnung Ich hab ja wie gesagt drei Stück Ich kenn die Kennzeichen gar nicht, irgendeine glaube ich Mit T, J, U, aber Keine Ahnung Das Problem ist jetzt nämlich Zum einen war ihr BMW X5 An einem Bankraub beteiligt Laut Zorgenaussage, das zweite Ist, dass ihre KTM XC Ebenfalls daran beteiligt ist und sie mir Gerade gesagt haben, sie haben sie eingeparkt und die war daran beteiligt Der Kofferraum stand offen Und da konnten wir das Kennzeichen ablesen Da war das Kennzeichen drin im Kofferraum der XC Und da ist genau ihr Kennzeichen drin OPO155 Äh, das Problemchen ist Wenn sie mir jetzt sagen, sie haben sie eingeparkt Und es ist eigentlich nicht möglich, dass die Wer geklaut haben könnte, dann macht das ein bisschen So ein bisschen komisch Ich find's auch etwas komisch, dass sie ein Hacker-Laptop dabei hat Und so eine Bank-Access-Card, aber Ihre Story macht jetzt nur gerade für mich In meinen Augen gerade keinen Sinn, wenn sie mir da sagen Das ist, ähm Eigentlich eingeparkt gewesen Aber wenn sie eingeparkt ist, dann kann sie ja nicht rauskommen Und die ist aber draußen gewesen Und das ist bei ihr Kennzeichen Ist auch ziemlich verdächtig, wenn das zum einen Erstmal Ihr Fahrzeug ist und Das Fahrzeug, was mit dieser Geisel-Name Wo sie die Geisel mitgenommen haben, dieser X5 Der da drin auch beteiligt war Dass beide Fahrzeuge ihnen gehören Und dass sie mir halt sagen, dass die KTM eingeparkt war Plus mit dem Hacker-Laptop, den sie mir jetzt auch Nochmal mitgebracht haben Ich find das halt ein bisschen Wissen Sie, es war grad ein Bankhaus Ja, klar, klar, klar Klingt verdächtig, definitiv Also, ich fühl mich grad auch ein bisschen irgendwie Ja, keine Ahnung Ich weiß halt nicht, was ich jetzt sagen soll Ja, dann erzählen Sie mir mal die Story Was heute passiert ist Warum war diese KTM, die sie persönlich Heute sogar eingeparkt haben Warum war die hier im Dings Ah ja, bevor Sie jetzt irgendwelche Aussagen treffen Ich muss Sie darauf hinweisen Sie können auch einen Anwalt zuziehen Sie müssen nichts sagen Sie können auch jetzt hier vor Ort Gerne einen Anwalt zu sich ziehen Ich kenn keinen Anwalt Also, ich weiß halt jetzt auch nicht Wie ich mir der Situation mal verschnelle Ich mein, es ist jetzt freiwillig Dass Sie hier sind Sie müssen nicht hier sein Sie können auch jederzeit gehen Wenn Sie darauf keine Lust haben Ich sag nur Ich find das ein bisschen verdächtig Dass das halt Ihre Fahrzeuge sind Und ich wollte eigentlich jetzt nur einladen Und fragen Nur, sobald Sie hier verdächtigt werden Dann muss ich Sie auch mit Ihren Rechten belehren Weil, ähm Das Ding ist, wenn Also, es hätte ja auch sein können Dass Sie gesagt haben Die steht draußen Und wurde Ihnen geklaut Oder was weiß ich Aber wenn Sie mir halt sagen Die wurde nicht geklaut Dann machen Sie sich hier sehr verdächtig Ja, also Ich weiß jetzt nicht, dass Sie hier geklaut wurden Aber wie können wir das hier sonst Ähm Wie können Sie mir das sonst erklären Wie Ihre zwei Fahrzeuge Zum einen Das eine haben Sie gesagt Das haben Sie wo abgestellt In Palito Das andere aber Dass Sie eingeparkt haben Oder? Habe ich Palito? Oder Sandy Ist egal Sie haben es auf jeden Fall irgendwo abgestellt Das andere Fahrzeug Das haben Sie auf jeden Fall eingeparkt Wie das in so einen Bankraub kommt Das würde ich nur gerne wissen Wenn Sie da vielleicht eine Story für mich hätten Wie das passiert sein hätte können Ich habe tatsächlich keine Ahnung Also Ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr blöd Hm Hm Ja Weiß ja jetzt nicht, ne? Gut Ähm Ja Also wollen Sie Also Sie können dazu auch nichts sagen Wie das passiert ist Also Keine Ahnung Müsste ja dann Zufall gewesen sein Ja Zufall kann es ja nicht sein Sie haben es ja eingeparkt Haben Sie ja selber gesagt Sie kann ja nicht geklaut werden sein Das ist ja unmöglich dann Ja eben, deswegen Ja dann müssen Sie sie ausgepackt haben, oder? Ja ich wüsste jetzt nicht Dass ich sie ausgepackt habe Oder Vielleicht habe ich sie mal irgendwo Stimmen lassen Ja Sie haben mir auf jeden Fall gesagt Das ist nicht Also Entschuldigung Aber Sie müssen doch jetzt wissen Was Sie gemacht haben Ich bin heute Ich habe heute so viel gemacht Ich wurde dann geschnappt Wo ich mein Dingens Was haben Sie gemacht? Also ja Dann kommen Sie mit sowas mit Sie wissen nicht wie das passieren Hätte sein können Also die einzig logische Erklärung Die sich jetzt Für mich sich logisch anhört Ist dass Sie damit halt Gefahren sind Aber Das Kein Plan Sie müssen ja aufs Bike gestiegen sein Müssen damit gefahren sein Ja Und dann haben Sie es nicht eingeparkt Ich muss mal überlegen Ja Ich finde es ja sehr komisch Dass Sie damit verwickelt sind Wissen Sie was ich meine? Sie sind aber jetzt Richtig tief drin verwickelt Achso ja Stimmt Das Ganze und Ja wissen Sie was Sie über verwickelt sind? Sie haben ja gemeint Irgendwie Bankraub Ne? Ja Genau Und dann was noch? Keine Ahnung Ich möchte Ihnen jetzt Keine Vorwürfe machen Aber es war auch eine Geiselnahme dabei Also es waren zwei Geiseln Die wieder genommen wurden Und halt Ja das machen wir Ja Ich sage halt wenn ich Ihre zwei Fahrzeuge sehe Und ich kann das zurückfüllen Und Sie sagen mir das ist eingeparkt Dann ist das Klingt ein bisschen fishy Ja Sie müssen dazu jetzt auch nichts sagen Ich werde es mir jedenfalls mal notieren Ja kommt da jetzt dann noch irgendwas auf mich zu irgendwie Es Ich meine Wir werden jetzt ein bisschen ermitteln Es kann sein dass wir Sie nochmal anrufen werden Bezüglich dem Thema Wie gesagt Das was Sie jetzt hier sagen Ist komplett freiwillig Sie können auch jetzt Jederzeit eine Anwalt zu sich ziehen Ich hoffe Sie wissen das Ja Ne Ich habe ja keine Bedenken Ich war es ja auch nicht Ja Also wenn Sie das so sagen Aber Es kann nur sein Wie gesagt Vielleicht bald mal jemand bei Ihnen anruft Oder wir klopfen Oder sonst was Also ich meine Ich habe dann irgendwann Immer noch die Chance Einen Anwalt zu holen Falls ich irgendwie Sie haben jederzeit das Recht Einen Anwalt zu holen Ja Weil ich Ich wollte zuerst mit Ihnen nur reden Was mit Ihrem Fahrzeug passiert ist Weil wenn Sie mir sagen Es wurde geklaut Dann muss ich Ihnen gar nicht Ihre Rechte vorlesen Aber Jetzt mit der Aussage Hier mit dem Dass Sie es eingeparkt haben Machen Sie sich halt sehr verdächtig Wissen Sie was ich meine Ja Ist eine doofe Lage Definitiv Ist eine doofe Lage Natürlich Vor allem Ich finde es auch komisch Dass Sie halt So Sachen hier drin haben Die ja auch von dem Bankrop Eigentlich sind So eine Ja Das ist halt Das ist nochmal eine andere Geschichte Das ist eine andere Geschichte Ja Alles klar Gut Ich habe jetzt erstmal Die Sachen aufgenommen Sie dürfen jetzt gerne gehen Wenn Sie wollen Und Vielleicht melden wir uns die Tage Jo Und dann vielleicht nochmal Auf ein zweites Gespräch Oder so Ähm Was könnte der Zum schlimmsten Fall Auf mich zukommen Also Das kann ich Ihnen gar nicht sagen Ich weiß auch Es kann auch sein Dass Ich meine Ich bin ja Detektiv Meine Sache ist Drauf zu kommen Was da heute passiert ist Ja Deshalb habe ich Sie ja auch hergerufen Dass ich weiß Was ist mit Ihren Autos passiert Was ist mit Ihrem Motorrad passiert Ja Deshalb habe ich Sie eigentlich hergerufen Deshalb habe ich Sie eigentlich hergerufen Dass ich weiß Okay Was ist da los Ich habe Sie zuerst mal gar nicht verdächtigt Hätte ja sein können Dass das geklaut ist Oder sonst was Ähm Ich sage mal Ähm Wir werden jetzt ermitteln Kommt vor Gut Äh Die Karte behalte ich mir Als Beweis bitte Ne Nein Alles gut Alles gut Jawohl Ich habe die Treue auch eigentlich Oder Gut Dann wünsche ich Ihnen schon Einen schönen Tag Ja Ciao Oh der ist leise So Gehen wir mal runter Ich meine Ich weiß schon OOC Wissen wir Das ist Erkenntnis Auch an der Stimme Und so Aber IC Darfst du ja die Stimme Und nichts verwerten Aber er hat sich gerade Er hat sich gerade selber Am Bein gestellt Hätte er gesagt Aber er Ich meine Er hat Er dachte nämlich Wir haben das Kennzeichen Nicht Weil er das Kennzeichen Abrundiert hat Aber das Ding war halt Er hat sein Fahrzeug Offenstehen lassen Und deshalb war er sich so sicher Dass er einfach sagen kann Die war eingeparkt Die KTM Weil Vielleicht hätte ich ihn ja Einfach ein bisschen Ins Messer laufen lassen Er hat dann gesagt Ja meine KTM würde geklaut Dann hätte er sich vielleicht Wieder verdächtig gemacht Wissen Sie was ich meine Das war jetzt relativ lustig Da drin Er hat sich schon jetzt Ja Er hat sich schon jetzt Ein bisschen verdächtig gemacht So sind Leute da für Ja Mechaniker sind da Vielleicht so Mechaniker Ich habe das ja auch Ein bisschen Geld verdient mit mir Die müssen ja auch Ein bisschen Geld verdienen Dann fahren wir mal rüber Mechaniker Mechaniker Ich bin gleich jetzt da Ich gebe kurz Ten Ten King Four kurz Ten Ten Eintragen ist immer so eine Sache Das ist in der King Four Mission Row F aus F aus F aus Solche Augen dazu schreiben Perfekt sollten wir vielleicht So Reinballern Dann sind wir mal Ten Ten F Kurze Pause Für meine King Einheit Denn ich muss zur Mechaniker Mein Auto rüberleben lassen Sind da so viele Dings Achso das war wegen der Arbeiterschaft da Die da war Wieso darf man die Stimme EC nicht verwenden Aber Bruder stell dir mal vor Du dürftest die EC verwenden Alter Schwede Das Ding ist halt EC kennst du doch jeden Also bei uns auf RLO Da kennt jeder jeden so Irgendwie Nur das EC verwenden würdest Dann wäre eh mal aus Also stell dir vor Ich würde Ich würde Mark Rumpus streamen Und nur einer kennt die Stimme Ich könnte ja verstellen Trotzdem Trotzdem sagt Ach das ist aber der Mark Rumpus Das hört ja charakterisch aus Dann war es das Dann macht es doch keinen Spaß mehr Deshalb Stimme Darfst du nicht verwenden Du darfst NUR Das Gesicht verwenden Oder das Outfit Wer das noch an hat Und das darfst du Dieses Outfit Darfst du dir glaube ich Für Für eine Stunde Oder so Darfst du es dir merken Und ja Ich bin zu schnell Ne Ups Stell dir jetzt mal vor Was das wäre An der Stimme Dann wäre das aber echt Nicht mehr lustig Aber die Polizei Hat auch neue Regelungen bekommen Du darfst jetzt In einem bestimmten Umkreis Wenn ein Täter flüchtet Und du findest ihn nicht mehr Darfst du in dem nahen Umkreis Die Leute durchsuchen Und schauen Ob sie vielleicht der Täter sind Das durftest du doch Eigentlich auch nicht Das darfst du jetzt Sollte wer flüchten Von der Bank Darfst du die Umgebung absuchen Und steht da wer rum Darfst du ihn durchsuchen Und also Er muss schon der Täter Also wenn es eine Frau Jetzt ist Und Eine ganz andere Kleidung Und so an hat Dann natürlich nicht Dann weiß man es eh Aber ihr wisst was ich meine Guten Tag Servus Leihen Sie mir Kosti Highspeed Unit aus Das ist ein geiles Kennzeichen Ja Och stimmt Ich wollte das Ding Heute noch Geld blockieren Ui Danke Ja Polenze Perfekt Das Kennzeichen ist echt geil Ja ich wollte es halt noch Umlackieren in Entengelb Das wäre natürlich geil Mit dem Kennzeichen passt das Ja das passt Die Polenze Ja Ich war sehr erstaunt Dass es nicht vergeben war Guten Tag Leihen Sie mir die Jedenfalls mal aus Das kann ich leider nicht Das ist mein Dienstfahrzeug Mando Könnten Sie Hätten Sie Zeit Um was von zu reparieren Meiner Highspeed Unit Ja klar kann ich gerne machen Ich stelle nur noch Gerade den Herrn hier Alles klar Perfekt danke Das ist nicht mein Auto Arley zahlst du Machen wir es mit dem Kaffee Eine Frage Rauchen Sie Schade sonst hätte ich Ihnen eine Zigarette gegeben Ne ne ich rauche nicht Ich finde Rauchen ungesund und unnötig Soll man nicht machen Okay dann gehe ich jetzt einer rauchen Gut viel Spaß dabei Danke Beim Lunge zerstören und Krebs bekommen davon Hallo Ich hatte Corona Das reicht schon Ja also ich verstehe sowieso Leute nicht Die Corona haben und rauchen Aber weißt du was ich noch weniger verstehe? Ja kann ich gerne übernehmen Leute die Asthma haben und rauchen Das verstehe ich gar nicht Das verstehe ich auch nicht Da bin ich mit ihm mal in der Meinung Muss nichts halten ne? Ne Aber gut man schädigt so oder so seine Lunge damit Das ist egal wie Aber Ja Aber irgendeinen Laster muss ja jeder haben oder? Darf ich Ihnen denn Kusch geben? Naja Ein paar Gramm sind ja erlaubt Aber nein danke Auch das nicht Mando Sind Sie da in der Front? Kann man Ihnen weiterhelfen? Herr Officer Danke tschüss Äh ja wie Sie sehen die Front ist ein bisschen touchiert Highspeed Verfolgung gesagt hatte ich leider Also es gehört ähm Die Scheinwerfer können ausgetauscht Die Stoßstange, die Motorhaube und die zwei Kotflügel Die können komplett aus Also eigentlich die komplette Front gehört gemacht Ja kein Problem Machen wir es auch Das Fahrzeug ist aufgeschlossen Ähm ja Ich habe immer nur ein bisschen Angst Hier mit einer Highspeed-Unit Die wird ja sehr gerne geklaut Ja ich Ich nehme mir den Zweitschlüssel aus Ja bitte Ein bisschen vorsichtig sein damit Ja mach mal Mach mal Danke Hier wird wirklich sehr gerne geklaut So ähm Ja der muss halt komplett neu gemacht werden Der Wagen Das passt schon Bei den Mechanikern Und zwar wir müssen ja nur umlackieren den Wagen So ich gehe aber erstmal auf Klo Fred kannst du den dann gleich fahren? Mach ich ja Ja ich mach noch Perfekt Leute Mach dir mal die Tür hinten so Riecht dir Riecht dir es? Sag mal riecht dir das auch? Ach das arme Ding Sag mal Ich weiß nicht ob ihr das riechen könnt Aber es riecht Es riecht komisch gerade Riecht das jemand von euch? Also ich Ich riech's gerade Oh ich hoffe ich werde es nicht angesprochen Ja ich riech's Ich riech's richtig Denn es ist schon wieder soweit Nord VPN Es geht wieder los Hashtag Werbung in Chat Jetzt wieder 68% Könnt ihr euch ja Wenn ihr wollt sichern Auf jeden Fall reduziert Über meinen Link Und in der Jebel Schreibung Da könnt ihr euch den Deal gönnen 30 Tage Geld zurück Garantie Mit dem VPN Könnt ihr nämlich Besser Im Internet surfen Ohne dass die Spuren hinterlässt Ich zeige euch das mal wie das funktioniert Ihr sollt euch vorstellen Ihr seid jetzt in eurem Internet Das ist euer Internet Und da drüben ist das Server Die Website Ihr connected Zack Der Typ ist hier Der Typ der da jetzt gerade vorne steht Der hat jetzt eure IP Eure Adresse Und der weiß ganz genau was ihr macht So Nord VPN funktioniert so Das ist euer PC Ihr loggt euch in den VPN ein Das ist der VPN Server Der verschleiert eure IP Die Nord VPN IP Geht rüber Ja bitte Zum Server Zum Internetbetreiber Und der Typ ist hier Der denkt jetzt Ihr werdet das Motorrad Obwohl ihr Jetzt wo ganz woanders halt Wie ihr gerade seht Ihr seid wo ganz woanders Das heißt So funktioniert ein VPN Holt euch sowas Ist auf jeden Fall gut Damit könnt ihr auch Geld sparen Unter anderem zum Beispiel Flugtickets kriegt ihr damit günstiger Wenn ihr euch in ein anderes Land einloggt Ihr könnt zum Beispiel Sagen wir mal Irgendwo Im Nirgendwo euch einloggen Mit dem VPN Und dann kriegt ihr Ganz geile Preise Für zum Beispiel Flugtickets Oder sonstiges Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen Oder auch für Serien Ich benutze das Beispiel selber Wenn es irgendwelche Serien Noch nicht bei uns gibt Mach ich VPN rein Zack USA Und ich kann direkt Meine Serien gucken Zwar auf Englisch Aber hey Die Serien sind ja schon früher da Als in Deutschland Und jetzt würde ich sagen Geht's weiter Meine Damen und Herren Und aus die Bauchs Perfekt mit der Musik abgeschlossen Ah das war mal ne geile Werbung Vor allem wie ich das gerade gezeigt hab Wie ein NordVPN funktioniert Jetzt Ah geil So Der wird sich auch gedacht haben Warum geht der zu meinem Auto Aber ich finde das immer so geil Weil NordVPN Die lassen mir so viel Spielraum Ich kann so gut die Sachen einbauen Hier Kuss geht raus an euch Werbung des Jahres Ne aber wirklich Deshalb für NordVPN Werbe ich auch gerne Ich benutze es ja selber Und vor allem NordVPN Die lassen mir so voll die Freiheit Wie ich das anwerben darf Und ich mach das immer lustig Hat schon was unter der Bier Dann geht Kuss raus an euch Danke Kuss Kuss Hätten sie vielleicht wohl Zeit Also dann macht jetzt hier mal Worum geht's denn daher Ich wollte fragen Wo ich meine Bewerbung Hier abgeben könnte Haben sie die schon schriftlich? Ja ich hab sie schon schriftlich Herr Officer Ja bitte Alles klar Ich hätte meine Frage Da der Herr gerade anspricht Bewerbung Wäre es möglich Dass ich mich beim LAFD bewerbe Und bei ihm Falls ich irgendwo nicht angenommen werde Ist das irgendwie möglich? Sie können zwei Bewerbungen absenden Und dann können Sie gerne Sich für eines entscheiden Das ist kein Problem Der Herr kommt sofort Alles klar Ich sag Ihnen folgendes LAFD wird auf jeden Fall Gerade mehr gesucht Als beim LAPD Also LAFD Die brauchen unbedingt Unterstützung Also wenn sie ein Herz haben Fürs LAFD Dann gehen sie dorthin Okay weiß ich Bescheid Dankeschön Mach ich das Bitteschön So Jetzt hat man hier mal So eine Runde Geht die Ermittlung eigentlich weiter Oder ist sie jetzt vorbei? Wir werden da noch ein bisschen ermitteln Aber ich glaube wir können nicht machen Ich glaube ich werde mal mit meinen Kollegen dann reden Und schauen was wir machen Aber auf jeden Fall Ermittlungsakte müssen wir auch stellen Mit dem Typen Also irgendwas müssen wir da machen Weiß nicht ob wir jetzt noch ermitteln Oder ob wir es später machen Mal gucken Auf jeden Fall muss ermittelt werden Boah ich muss ja so viel vorlesen Es tut mir so leid Ey da sind vor zwei Stunden Donis die ich noch nicht gelesen habe Teilweise 50 Euro und so weiter Ich fühle mich immer so kacke Aber Leute ich probiere mal mein Bestes Wisst ihr ich probiere immer so gut wie möglich RP zu spielen Weil ich habe letztes Mal wieder einen Kommentar bekommen Das RP geht so viel kaputt Wenn ich Donis vorlese Aber das Ding ist halt Schau mal wenn ich jetzt hier rumstehe Ich gurke hier halt nur rum Und tue halt gar nichts außer warten Da kann ich mal vorlesen oder so Da stört es auch nicht Aber es gibt Leute Die stört sogar das Wenn ich hier jetzt rumstehe Und statt dass ich jetzt hier mit jemandem spreche Wie zum Beispiel mit dem Typen da drüben Ähm Dass ich dann Donis vorlese Finde ich halt auch irgendwie schade Das haben so Leute gibt die das dann so stört Aber ich probiere halt eh immer Dann vorzulesen Wenn gerade nichts los Ich hoffe das stört nicht zu sehr Weil ich möchte halt dann auch nicht Ganz am Ende des Streams vorlesen Finde ich dann auch doof Dann ist halt Ich weiß nicht Weil ich streame manchmal 6-7 Stunden Dann hast du 2 Uhr in der Früh Und der Typ hat vor 6 Stunden donated Wisst du was ich meine Das ist halt das Ding Ihr seid immer schwer ne Aber ich möchte mich trotzdem bei allen immer bedanken Das ist das Ding Ich kann das nicht Ich kann nicht einfach ne Doni annehmen Und dann nichts dazu sagen Kann ich nicht Ähm Kurt Kurt Kannst du meinen Kostelionis grüßen Das hab ich nämlich vorhin schon vorgelesen Meditirane Nudelpfanne war vorgelesen Äh Lianus Roblox Ach das war der letzte Den ich noch nicht vorgelesen hab hier Lianus Roblox Spieler Ach und wundere dich Wegen dem Namen war 8 Das war das letzte Was ich vorgelesen hab Der Flottenamiral Xion bin auch dabei Und Grüß hast du im Urlaub Dankeschön zurück Da kommt eine polnische Ente Von Run Game Danke Zombie 107 Danke für den Euro It's Lenny Kannst du mal Zivilstreifen Mit einem vollgetunten Smartfahren Ich glaub da kommen wir nicht weit mit Carsten Wunder Einen wunderschönen guten Abend Mein Schatz Ich liebe dich Meine Knalltüte Dankeschön Carsten Lukas Moins Schöne Grüße aus dem wundervollen Äh Wunderschönen Ostfriesland Einmal schon zurück Aber das haben wir sogar vorgelesen Aber die 50 Euro Uniform Lukas Miss Katie Miss Katie Das ist echt lustig Benjamin Hoff Und Benjamin Hoff Und nochmal Benjamin Hoff Haut einen Euro aus Danke Bei Linux Hey Meine erste Spende Liebe Polizeistreams Ja danke Freut mich Das freut mich sehr Das freut uns alle sehr So Lukas Mit dem Zeni Aktiv Wie geht's heute Mir geht's immer gut Wenn ich streame Äh GD VGD VGCF Danke für die 50 Cent Florian Adam Oh ne Moin Kurt Auf dem schönen Stream Flachwitz Was bekommen Männer Wenn sie nackt im Schnee liegen Schneeglöckchen Richtig grob Oh ne Noch Magna Lumpwitz Oh der wird wieder schlecht Ähm Wenn man mit einer Pistole Daneben schießt Hat man sich dann Verknallt Ich öffne mal Ein 24-7 Spätkauf Und nenne ihn Es ist nie zu späti Ach so Nie zu Und dann späti Ja danke Mhm Das ist Gar nicht mal so ein schlechter Name Für so ein 24-7 Laden Es ist nie zu Und dann späti Mhm Stopfel 1904 Blacky Jacob Ah dankeschön Servus Jetzt versuche ich das auch mal Kennst du mich noch Ein bisschen Spaß Muss sein Liebe Grüße Unser Stopfel Aber irgendwie hast du immer Den Namen hinten an Das heißt so Blacky Jacob Du hießt doch vorhin anders Wieder auf Ey das ist so komisch Fabian Wie geht's Auch jetzt Sie sind doch vom LAPD Ähm LAPD Ich weiß nicht was LAPD Äh meine ich Entschuldigung Ähm Wie lange dauert das denn bei Ihnen Bis man Rückmeldungen Wegen der Bewerbung bekommt Circa Das kann ich Ihnen gar nicht sagen Ich bin gar nicht zuständig Für die Bewerbung hier Ach so Ich komm vom vom NRAPD Und wurde überstellt Ich hatte hier gar keine Bewerbung Ach so Also ich kann Ihnen das gar nicht sagen Wie das hier stattfindet Ich war voll komplett ausgebildet Wie ich zum LAPD rüber bin Ach so gut Dann danke ich Ihnen Alles klar bitte Aber wie lange warten Sie denn schon Sagen Sie mal Wie bitte? Wie lange warten Sie schon? Ach so äh ne Woche circa Ich hatte mich vor ne Woche beworben Ich glaube da kriegen Sie bald mal Äh äh Back Äh Irgendwas Das Also nach einer Woche Ich meine ich könnte es Ich könnte es mal die Jungs fragen Aber Ich glaube so eine Woche ist normal Die brauchen ein bisschen Ist ein bisschen viel Ansturm gerade Denke ich auch Gut Da weiß ich Bescheid Vielen Dank Alles klar Schönen Tag noch Ja ebenfalls Danke Tschö tschö Doch etwas lang fürs Auto ne Ich hab heute alle Zeit der Welt Ey Leute Jetzt hauen wir mal auf den Like Button Wir sind bei 5590 Likes Wir sind 7000 Zuschauer Da geht noch was Da geht noch Was Es ist Unglaublich Robert Der Kühlwert Kommen wir raus So äh Fabian Wie geht es mir? Geht es nicht gut Meine Mama sagt Das ist Das ist aber nicht schön Schreibt man sowas Also manchmal Ist es Ist es Also sorry ne Weil ich das jetzt sage Aber ich glaube manche Leute Die sowas donaten Dass sie sowas reinschreiben Wie meine Mama Oder mein Papa Ist heute gestorben Ist jetzt so disrespect Aber ich glaube manche Schreiben das wirklich rein Um teilweise Aufmerksamkeit Zu bekommen Und die meinen das gar nicht ernst Weil ich hab schon so oft Diese Doni bekommen Mit meinem Vater Meine Mutter Oder das ist heute gestorben Ich weiß gar nicht Ob das real teilweise ist Weil ich mir so denke Wenn meine Mutter stirbt Dann sitze ich nicht Im Stream Dann bin ich für Wochen Geschockt Und donate Das nicht in den Streamer rein Also it's no disrespect Ich hoffe das jetzt Dass es nicht real ist Ich hoffe deiner Mutter Geht es gut Fabian Aber teilweise kommt mir vor Dass vielleicht irgendwelche Kids Das machen Weil sie das lustig finden Weil ich kann das nicht nachvollziehen Also ich Könnt ihr das nachvollziehen Dass wenn bei euch jemand stirbt Du das in die Donation Reinschreibst Also ich könnte es nicht nachvollziehen Also beim besten Willen nicht Bei allem Respekt Ich könnte das nicht Also ich wäre an dem Tag Wenn heute meine Mutter sterben würde Ich würde glaube ich Heute nicht hier streamen Oder irgendwas machen Dann wäre ich komplett fertig Mit meinem Leben Und ich lese das so oft Dass die Leute das mir hier spenden Mittlerweile glaube ich echt Dass das nicht real ist Weil teilweise Ich kann es mir Sorry Ich kann es mir nicht vorstellen Das ist was wer macht Ich kann es mir beim besten Willen Nicht vorstellen Dass da wer auf die Idee kommt Ich spende 5 Euro Um das in den Chat zu schreiben Keine Ahnung Können sie mich? Ich schaue sie ja Ja perfekt Also das Fahrzeug ist jetzt repariert Oh danke Das macht bitte einmal 1000 Dollar Jawohl ich gebe das gleich so Ja perfekt Ein bisschen Trinkgeld Super vielen Dank Dankeschön Ganz wichtig bitte In den nächsten 24 Stunden Nicht in die Wahrscheinlichkeit fahren Da der Lack noch ein bisschen austrocknen muss Nicht in die Wahrscheinlichkeit Perfekt Genau Perfekt Jawohl Dann wünsche ich gute Fahrt Danke 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 Tschau 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 Ja sobald ich eingetroffen bin Wechselflieger in Funk 1 zu leiten bitte Wird noch eine King Unit benötigt? Ja bitte Dann King Vorfeld an Weiter heißt wieder als 1 Kilometer 10-4 King 21 Adam 21 bricht Anfahrt ab Straße Richtung Pidimischen Rung Ach der Herr Links Richtung Tankstelleraufplatz Ja Bitte ich muss noch ganz schnell was eingeben Ich bin hier im Einsatz Warten Sie ganz kurz Von da links Richtung Grove Von da links Richtung Grove Fahrzeuge bei der Verfolgung Bin sie sind Kommission A10 für FD Bin jetzt gerade alleine hinter dem P1 2.3 10.20 Ich muss leider los ich habe Einsatz Packen Sie das Fahrzeug Wir tun unbedingt deinem Einrichtung Wegen dem Wagen Ja geht gerade leider nicht Ist gerade los Mach ich dann später danke Äh sind die P1 bei der Bank Haben wir eine King Unit Die zum Tankstelleraufplatz fahren kann Und da die Buren von der F1 ziehen kann Hey don't have you one responding Jetzt hatte ich sie so einen Kilometer Jetzt ist man Maze Bank Arena Ja Jetzt wieder Richtung Hauptplatz Ich bin jetzt bei Klasse Hälfte Tank 1.4 Ah ich fahre Wo ist er genau 10.20 von dem P1 Tankstelleraufplatz Komm Scheiße mein Tank ist leer Na gut da muss ich schon mal unten drehen 65 Eintreffen bei Flieger 1 Das geht nicht alles Leute das geht nicht Das ist ein Tank 2.2 mit Subicci und ein Ferrari Ja perfekt Ich mache Tank wieder einmal eine Backup-Einheit Was ist ganz schön los Das Ding ist ich habe jetzt hier unten die Stutzen dran Aber scheiß drauf 1.4 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 Muss man schnell machen jetzt hier Jetzt müssen wir ganz schnell werden hier Leute Jungs und Mädels Sonst wird das nichts Na sonst wird das nämlich nichts Oh bitte tank doch schneller ey bitte Diese Tankanzeige die ja nicht auf den Poppes So King Ford jetzt auch vollgetankt Ich komme jetzt zu Flieger Dann Zelle 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 3.4 2.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 Dann würden wir vom A-A-Way abfahren. King 4, Funk 1.01 Jack? Jack. Welche Fliegerbank ist das nochmal? Am West Highway, die erste. Dankeschön. Ach ne, was soll ich denn? PCAD? Ich muss mit der Funk-Dings gehen. Bankraub. 1.01 Funk check. Check. 4-4-King in Punkt 1.01 Wie sieht es mir der King-Unit aus für den Fliegerbank? King 4, bin schon da. Ich regel das jetzt. Jawoll. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ich kann Sie hören, ja? Okay, wir haben drinnen drei Geiseln. Drei Stück, ja? Äh, könnten Sie mir die kurz zeigen, die drei Geiseln? Wäre das möglich? Leuchttung, bring mal die anderen zwei vor. Müsste mal mit den Almer reden, bitte. 1.01 Das ist eine der Geiseln. Wie viele Täter sind Sie? Drei. Drei Täter, drei Geiseln. Hab das richtig verstanden. Ja, genau. Drei Täter, drei Geiseln. Wer sind Sie bitte? Ein Täter. Achso, ich sehe es nicht, weil ich jetzt gerade rede mit mir, weil Sie beide eine Maske aufhaben. Könnte der Herr den Helm vielleicht abnehmen, dass ich mal sehen kann, wer das ist? Ich glaube, das hat er selber nicht so gerne, aber muss er für die Beantwortung. Warum wollen Sie den Helm? Ich meine, Sie müssen sich sowieso ausweisen bei mir, bitte. Damit ich weiß, wer Sie sind. Aber bitte schreien Sie mit mir, ich kann Sie nicht hören. Er redet auch irgendwie gerade nicht. Okay. Herr Geisel? Ja, ich kann den Helm schon abnehmen, wenn Sie mir helfen. Wenn ich helfe... Das ist doch Putti! Das ist doch Putti! Nein! Scheiße, nein! Wer sind Sie? Ich bin der Reinhard Steckmann. Jetzt kann ich es verstehen, warum Sie es nicht sagen wollen. Alles gut. Ich bin das mal schon durch. So, folgendes. Bei der Fliegerbank, drei Geiseln, drei Geiselnehmer. Die eine Geiselnehmer. Die eine Geisel schon mal Reinmann Steckmann. Wie heißen Sie? Reinmann Steckmann? Steckmann Reinhard. Nein! Also, Reinhard Steckmann heißt der Herr. Ermann fliegt Panik an. Könnten sie vielleicht noch die anderen Geiseln rausbringen? Wäre das möglich? Wir bringen noch die anderen, natürlich. Bitte, dass ich da auch mal... Jetzt kommt die einen rein getragen. Komplett raus. Reinhard Steffmann. Ich möchte mein Name nicht sagen. Jetzt weiß ich auch warum. Da ist gerade Panic. Scheiße, wo haben die gerade Panic? Da? Ach nee, Alter. Wir sind ja eh nur so wenig. Die müssen jetzt alle anfahren. Aber wir können da jetzt nicht wegfahren, Leute. Wir sind da gerade drin. Wenn sie alle wegfahren, dann war es das. Wir bräuchten ja echt Backup, ne? Warte, wir haben zwei High Speeds. Wir bräuchten vielleicht eine High Speeds. Ja, wir bräuchten Backup. Das geht nicht. Wir bräuchten Backup. Das ist jetzt scheiße, Alter. Redox, frage an dich. Verfolgungseinteilung. Jeder schnappt sich ein, oder wie? Eigentlich will ich mir Backup wünschen gerade. Aber das Ding ist, dass jetzt gerade die Leute damit einen Panic zu tun haben anscheinend. Die zweite Geisel wäre dann hier. Also eine High Speed fährt auf jeden Fall den Ferrari. Guten Tag. Hallo? Ja, Nummer zwei heißt Big Zane. Alles gut bei Ihnen? Ja, einmal vom King Ford. Ja, ja, alles gut. Wie ist Ihr Name? Mark Sanchez. Mark mit C. Mark Sanchez. Mark mit C. Okay, alles klar. Gehe ich so weiter. Zweite Geisel ist Mark Sanchez. Mark mit C. Alles klar. Also Ihnen wurde gerade nichts angetan oder sonstiges? Nein, nein. War sehr nett. Keine Verletzung, kein gar nichts? Ist irgendwer drin verletzt oder braucht Essen oder irgendetwas? Nein. Wurden alle mehrmals gefragt. Alles gut. Okay, perfekt. So wie ich es einschätzen kann jetzt die Situation. Die High Speed nach dem Powernap. Dann warten Sie am besten drin und wir kriegen das hin. Holen Sie sich da raus. Okay, ich vertrau Ihnen. Hol die Dritte. Tschüss. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich hol sie da raus. Das verspreche ich Ihnen. Anders geht es jetzt nicht. Dann fahr. Ja, ich bleib da. Guten Tag. Ich würde mich dann auf den roten kümmern. Wer sind Sie? Ich bin... Mein Name ist Mike Peik. Mike Teig mit T. Mike mit Paula Peik. Peik. Genau. Peik. Paul Peik. Mike. 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 Mike Peik Paul? Noch nicht, würde ich kurz erledigen. Nein, also... Warte, warte. P. Also P wie Paul, haben sie gesagt, ne? Ja, genau. Ah, ich dachte schon, sie heißen P wie Paul Peik oder so. Nein. Mike Peik. Mike Peik. Okay, weil ich hatte vorher jemanden, der hatte drei Namen. Mike Peik. Nein, ich glaube nur zwei. So, Dritte Geisel. Die letzte. Mike Peik. Mit harten P. Gut. Ihnen geht es gut soweit. Ja, mir geht es soweit gut. Alles klar. Gut, wir holen sie da raus. Oh, super. Danke schön. Nee, nee, wir machen alles. Wir kriegen das hin. Ja. Perfekt. Alles zum Besten. Dann müssen wir gleich mal reden. Alles klar. Bringen sie rein. Können sie bitte mal herkommen? Oder wir können auch so reden. Das ist kein Problem. Also nicht sie, sondern der Kollege im Kamo. Wir können auch so reden. Ich weiß noch nicht, ob sie so viel schreien wollen mit mir. Dann alles geht so. Was wollen sie denn? Ja, also einmal für einen Geisel freien Abzug. Keine Nagelbänder. Was verstehen sie unter freien Abzug? Keine Nagelbänder. Keine Nagelbänder? Kriegen wir hin, ja? Für die zwei Evos keine Highspeed. Keine Highspeed. Keine Highspeed? Ja, das Ding ist, müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt gerade nur Crown Wicks im Einsatz. Sie kommen ja nicht hinterher. Das kann ich Ihnen sagen. Für die können wir eine Highspeed haben. Ja, ja. Klar, klar. Weil ich sehe ja einen Mustang. Der kommt da sicher hinterher. Mhm. Okay. Haben sie sonst noch Wünsche? Für die anderen zwei Geiseln würden wir gerne 60.000 haben. 60.000 Dollar? 60.000 für die anderen zwei. Nur um drauf, ja. Und wie gesagt, auch keinen Helikopter. Was wollen sie? Keinen, keinen Helikopter. Keinen Helikopter. Da haben wir jetzt aber, jetzt haben wir ja schon vier Forderungen eigentlich. R-1, 10, 10. Ah ja. Oder einfach am besten die R-1 auf Standby halten. Ja, da muss ich mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob die R-1 gerade da ist. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wenn sie da ist, einfach auf Standby halten. Auf Standby? Ja. Wie meinen Sie das mit Standby? Wenn es notwendig ist, dass sie zum Einsatz kommt. Wenn es notwendig ist. Ja, alles klar. Ich gebe das mal durch. Weil ich weiß nicht, wenn sie sagen Standby und dann fliegt sie da auf einmal drüber. Ich kann es nicht versichern, wenn man noch andere einsetze. Wenn die hier drüber fliegt, will ich ja nicht, dass sie mir da durchdrehen. Weil wir haben gerade andere Kollegen und die kriegen gerade richtig auf den Poppes. Okay. Also bitte, wenn da eine R-1 oder irgendwas gerade vorbeifliegen sollte, dann wissen sie, dass es vielleicht auch nicht wegen Ihnen ist. Und dann 60.000 für die anderen zwei Geisel. Ja, passen Sie auf, wir machen folgendes. Eigentlich sind das schon mal 60.000 für zwei Geisel ist eine Forderung. Dann haben wir hier die, die Nagelbänder ist ja eine Forderung. Das mit dem Mustang ist eine Forderung. Dann haben wir eh schon drei. Da muss doch kein E hinter dem herfahren, das ist mir egal. Also sonst sagen sie, Highspeed kann auch hinterm Evo herfahren. Nein, das nicht. Ja eben, das ist ja Ihre Forderung. Das sind drei Forderungen, das meine ich ja. Ich bin jetzt leicht verwirrt. Ja, leicht verwirrt. Aber pass auf, die drei Sachen kriegen wir hin. Ich weiß nur nicht wegen der, ich glaube auch Helikopter, ich weiß gerade gar nicht, wo der stationiert ist. Ich muss das mal durchfragen. Ich will doch nicht, dass wenn der da einmal drüber fliegt, sie dir durchtreten. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ja, kein Problem. Dann, ich gebe das mal so weiter. Okay? Ja. Machen wir das so. So ging vorne nochmal. Die Geiselnehmer wollen einmal 60.000 Dollar für zwei Geiseln haben. Die eine Geisel würden sie anscheinend dann für den Abgang rauslassen. Das sind dann insgesamt drei Geiseln. Sie wollen keine Nagelbänder. Sie wollen, dass die Highspeed Unit nur den Ferrari verfolgt und die Evos nicht von der Highspeed Unit verfolgt werden. Ich weiß nicht, ob wir das gerade hinkriegen, weil wir ziemlich unterbesetzt sind hier. So ist ja eh die Einteilung, dass die Highspeed nur den Ferrari verfolgt bis jetzt, solange du King 4 dann quasi wieder Luft hast. Ja, ich sag mal meine Schätzung ist sowieso, dass die im Ferrari den Typen reinbringen, der die Beute hat, weil es halt ein bisschen auffällig, dass da zwei Evos stehen und dann mit dem Ferrari. Ja, oder sie steigen halt später irgendwo. Ja, genau. Ja gut, dann verfolgen wir zwei, also zwei Highspeeds verfolgen den Ferrari. Die anderen Fahrzeuge fixen sich bitte auf die zwei Evos. Ja, du müsstest dich halt erst kurz noch um die Geiseln kümmern, weil da sonst keine Swat Unit oder sowas da ist. Nee, nee, ich kümmere mich, ja stimmt, ach scheiße, war ja was, sehr gut, das ist jetzt blöd. Es war noch eine Einheit am Responden und so. Ja, vielleicht, dass wir eine noch haben zur Übergabe, weil sonst ist es blöd wegen den zwei Highspeeds, weil wir brauchen schon mindestens zwei Autos, die den Ferrari hinterher fahren. Wenn einer einmal weg ist, dann ist er komplett weg. Ja, 62, ein Kilometer. Perfekt, danke. 62, du übernimmst dann die Geiseln. Jo. Jo. Gegen vorne noch eine Frage, Lösegeld, gehen wir darauf rein, sonst würde ich das schnell holen. Bitte holen, 60.000 ist angemessen, finde ich, das sind für zwei Geiseln. Ich meine, insgesamt haben sie eh drei, aber sie wollen zwei, ist angemessen, können wir mitnehmen. Ja, halt hin vor, dann fahr ich, also hier ist ein Laden, dann gehe ich auf den Zugang. Perfekt, danke. 62, 10, 90, 70. Hallo. Hallo. So, passen Sie auf, wir kriegen das hin. Wie gesagt, mit einem Hubschrauber kann ich Ihnen nichts versprechen. Ja. Hubschrauber ist nämlich gerade, glaube ich auch gerade im Einsatz hinten, aber in einem ganz anderen Gebiet. der wird wahrscheinlich nicht herkommen, sollte er herkommen, dann, ja wissen Sie Bescheid, aber es ist jetzt nicht geplant, dass wir den Hubschrauber herholen, ne? Nur, dass Sie es wissen. Der, auf jeden Fall, der kommt eigentlich nicht, sollte er dazukommen, wegen irgendwas, was auch immer, ist es nicht unsere Schuld, der ist gerade woanders im Einsatz, das ist wahrscheinlich. Ich werde jetzt aber einen Helm aufsetzen. Ähm, wegen dem Lösegeld, kriegen Sie, 60.000 wollten Sie? Ja. Das kriegen Sie, wird gerade abgeholt. Der Lösegeld ist da. Ähm, wie wollen wir das machen, ähm, wollen Sie zuerst die eine Geisel rausbringen, und dann das Lösegeld, oder wie, wie wollen Sie das dann machen? Jetzt erst eine Geisel. Die erste Geisel ist erstmal für den freien Abzug, haben Sie gesagt, ne? Eine Geisel bitte raus, Black. Dann übergeben Sie mir die mal, dass da mal eine draußen ist, genau. Dann machen wir das, dass Sie keine Nagelbänder und so weiteres bekommen. Ich geb das nochmal extra durch. Äh, King4, die bringen jetzt die erste Geisel raus, äh, gefordert würden keine Nagelbänder dafür. Bitte einmal herbringen zu mir. Einmal einfach zu mir bringen, bitte, dass Sie meine Richtung wollen. Alles klar. Schauen Sie ja, bitte sehr. Kommen Sie mal zu mir. Kommen Sie mal zu mir. Kommen Sie mal zu mir. Kommen. Zum Auto. So. Äh, Kollege, kümmerst du dich schnell um mich? Jawohl, jawohl. Einmal durchsuchen und alles, danke. Jawohl. Gibt es das Löse? Ah, Lösegeld, ja. Ja, nee, ist so weit. Waren 60.000, ne? Nein, äh, eigentlich, ja, nein, aber sie haben nichts. So. Bitte schön. Ich glaube, die werden irgendwo noch Backup haben. Ja. Äh, bitte wiederholen. Die Täter in der Bank funken, also die werden wahrscheinlich irgendwo außerhalb seiner Backup haben. Das könnte sein. Ähm, jetzt mal ne, äh, ne Sache. Ich hab dir jetzt gesagt, äh, wegen Hubschrauber, sollte der heute jetzt noch dazu kommen, die R1, dann ist die nicht von uns. Ich wollte die da, weil die wollten zuerst sagen, kein Hubschrauber. Äh, hätten wir vielleicht ne R1? Die ist schon Backup und wartet auf uns. Perfekt. Perfekt, weil ich hab denen jetzt sowas gesagt, wie, äh, dass wir noch, äh, stimmt ja auch, wenn wir noch einen zweiten einsetzen, und sollte der dazukommen, ist nicht unsere Schuld. Also, hab ich das schon relativ gut hinbekommen. Also, die bitte auf jeden Fall auf Cent beihalten. Perfekt. 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 Ähm, wann wollen wir das machen mit dem, mit dem Geld, mit der Geldübergabe? So schnell es geht. So schnell es geht, wollen sie das machen. Okay, folgendes. Ähm, ich übergebe ihnen das Geld. Ja. Also, das kriegen sie zuerst von mir, ja? Ja. So machen wir das. Und in dem Moment, möchte ich bitte, dass sie dann die Geiseln rausholen, Geiseln übergeben, und ich schätze mal, dann steigen sie eh schon ein. Wann würde ich das gelungen bekommen? Bitte? Wann würde mir das Geld ungefähr bekommen? Ich hätte es schon parat, ich kann es jetzt rausholen, wenn sie wollen. Ja, okay. Dann geht es um 45 los. Um 45 geht es los, perfekt. Ja. Dann machen wir das so. Gut. So, King4 nochmal, es geht um 45 los, äh, ich übergebe jetzt den Geldkoffer, die Geiseln werden rausgebracht, bitte die Einheit, die sich um die Geiseln kümmert, bitte dann direkt, äh, rüber kommen, dass sie schon mal einsatzbereit ist, dass sie übernehmen wird kann. Ich werde mal mit meinem Auto ein bisschen vorfahren. Kann keiner von euch nochmal Tempozone machen? Hab ich grad gemacht. Dann verdanken. Junger Vater, hey, alle 10 Sekunden die Tempozone neu machen, oder was? Wenn dir was dagegen hilft, sie soll 100 mal rücken. Ich hab das Geld. Ja, warten Sie. Ja, ich nehme sie aus der Hand. Perfekt. Ähm. 45. 45? Ja. Ja, kommen Sie her, Sie haben das Geld noch nicht. Ah. So, jetzt. So. Ich brauche ja den Schlüssel für den Koffer. Jungs, es geht los. Geht's los, richtig verstanden? Ja, es geht los. Die bringen jetzt gleich die Geiseln raus, die zwei Stück. Der eine Officer übernimmt die, und sobald die einsteigen, legen wir los. Geht's los. Also aus der Tür rauskommen, das Go geben, dann fliegt die Eber und schon mal an. Wir haben noch einen guten Anflug. Jawoll. Jetzt aus der Tür. Täter kommen beide mit, äh, Geiseln im Schützkasten jetzt raus. Geiseln werden losgelassen, Täter steigen ein. Ja, beim Startup. Ja, beim Startup. So, ich fährt früh. Ja, statt einwärts. Check, er was nicht nach. Ah, die wird auf Schmerzen. Ich glaube, der Ferrari hat einen Q0. Da würde ich fast sagen, wir warten auf ihn, und dann werden wir es fortsetzen. Das ist ja nicht weit gekommen. Bitte? Ich würde sagen, wir warten jetzt auf ihn, und lassen ihn fortsetzen. Das ist ja nicht weit gekommen, der Arme. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dann warten wir mal auf Wien. Laden sauber. Ah ja, auch noch nicht gehabt, so'n Fall. Geil, das ist sicher. Achtung, die zünden los. Erwan hat sich Kontakt. Das ist auch nicht schlecht, der hat gerade direkt einen Gamecrash bekommen. Er fährt zwei Meter Code Zero, Alter, ich lach meinen ab. Schwerer Ten für Schwerverunfall. Ah, geil, ey. Feierlich. Schau mal. Ja, wir warten auf ihn. Ich meine, der untersteigt ja hier eh aus. Ich bin jetzt im Arcadius, weiter auf dem innerstädtischen Halbett. Okay. Ach, jetzt mal warten. Der arme Junge, ey. Was ist mit der Cam? Dein Hund tankt. Jetzt haben wir ihn nicht mehr, oder? Ich habe einen Kieferbruch gewartet. Ja. Ja, wann kommt's bei dir, Batscha? Wo bist du? Wie war'n Kiefer gebrochen? Ich bin auf der dätscher Highway abgefahren, Richtung Ölfelder momentan. Auf Anflug. Er hat umgedreht Richtung Brücke PD. Wird schon gewundert, warum der so langsam ist. Ich auch. Ich wäre jetzt fast in das Ding hier reingefahren, weil ich dachte, was macht der jetzt? Rechts ab Richtung Klamottenladen. Aber das Licht hinten ist aus gewesen. Auf einmal. Biegen ab Richtung East Highway. Biegen links ab vom East Highway runter. Ist am Hauptplatz vorbei. Hauptplatz rechts ab Richtung rotes Parkhaus. Ist aber warum ist denn deine Heißbedingungen so kaputt? Sie sind abgebogen durch den Waffenladen runter. Ich wollte sie reparieren gerne, aber angeblich war dafür keine Zeit. Ja, aber ich wollte mich genau dann reparieren, wo denn der Einsatz reingekommen ist. Wir haben hier keine Kapazitäten. Ja. Ja, das klappt. Wir fahren am Abschiffbuch vorbei. Dann bitte zwei Einheiten, einen noch für Batsch. Ich schau' mal im E-Mail-Verteil, ob da irgendjemand was reingeschrieben hat. Wir fahren runter durch den Kurven. Warten wir mal auf ihn. An der Tankstelle links wieder zurück. Das ist aber so, der kriegt dann äh... Der fährt dann weiß und dann machen wir unsere RP fort. Wird das aber fortgesetzt. Einfach Kieferbruch gewesen, hey. Voll fies ihr seid gerade. Voll fies, ey. Ihr seid so fies. Ihr seid solche Fieslinge. Oha. Echter Ferrari-Fahrer. Fahrt in einem echten Ferrari. Ja. Ach. Nee, hab eh nix. Ich glaube, er wird bald wieder kommen. Das war ein Kopfschmerz, der gerade hatte. Jetzt Hauptplatz, Parkplatz, Tankstelle. Fahrt. Der wird gleich Richtung East Sideway ziehen. Der hat glaube ich gerade noch's eingebaut. Vorziehen wir mal shoppen. Und ich hab mich auf eine richtig geile Verfolgung schon eingestellt, weißt du. Fährt Richtung Pd-Brücke. Über die Pd-Brücke drüber. Jetzt öfter mal langsamer. Jetzt rechts Richtung alte Tuning-Workshot. Ich glaube, er hat nach Backup gepunkt, so wie das aussieht. Kann der Status der anderen verfolgen, wo er noch im Gang ist? Äh, der hat Kopfschmerzen und wir warten, bis er wieder kommt. Wir fahren jetzt bei der Security vorbei. Kann mir erklären, was mit Chesson passiert ist. Die Tankstelle Pd, warum? Haben wir ganz am Anfang vom Stream erklärt, was da passiert ist. Was passiert, wenn er zurückkommt, der Typ da? Also wenn der Typ jetzt hier zurückkommt, dann wird die, dann darf er wieder einsteigen, ganz normal, wir werden ihn nicht festnehmen. Auf jeden Fall. Und dann geht die Verfolgung einfach weiter, das wäre nichts gewesen, ne? Weil Kopfschmerzen sind Kopfschmerzen. Theoretisch könntest du den auch ins Fest nehmen, aber... Jetzt an der Arena. Als Kopf, wir sind da mal so fair und dann... Ach, macht ja keinen Spaß sonst. Wir wollen ja auch Spaß haben. Und Spaß ist, wenn die auch eine geile Verfolgungsjagd mit dem haben. Jetzt fährst du zehn Meter, nimmst du ihn fest. Das wird langweilig für alle. Soll schon seine Chance haben, dann hier wegzukommen. Durch die Schleuser da durch. Auf wir mal. Ich kann versuchen... Ich, äh... Ne, ich guck's uns mal schnell nach. Ich mach das mal schnell. Der fährt mir verdächtig Richtung Airfield. Ferrari... Gut, ihr habt ja noch einigermaßen Sprit, ne? Positiv. Schau mal, wer aus das letztes rausgecrashed ist in der Location. Dann können wir mal gucken, ob der wiederkommt oder ob der einfach disconnected ist. Können wir auch nachgucken. Wenn der disconnected ist, dann wäre das ziemlich komisch. Lass mal gucken. Heilt das aktuell im Flughafen auf? Ähm... Connected? Schau mal mal. Oder ob er neu connected überhaupt oder nicht. So, der hatte... Der hatte hier... Zöck, zöck, zöck. Fahr'n weiter oben im Flughafen drumherum. Warte, wann waren das? Warte, wann waren das? So viele connected, disconnected. Das ist unglaublich. Exiting, exiting, disconnected. Leute, um wieviel Uhr waren das genau? Können wir das einer sagen oder so? Also ihr habt ja Steam-Verzwörung dabei oder was. War ich hier? Grüß Gott. Hallo. Wartet sie auf den wegen dem Code Zero? Ja, aber der kommt schon seit 5 Minuten nicht mehr. Der hat keinen Code Zero. Der hat keinen Code Zero? Was hat er denn? Nein, nein. Was war denn? Ich wollte jetzt gerade eingreifen, dass ihr da nicht umsonst wartet. Was war denn mit dem? Der... Wurde gekickt? Der ist irgendwo. Ja, der ist irgendwo. Aber er ist nicht... Aber er ist nicht... Ja, doch. Was macht der? Der ist irgendwo, aber er hat keinen Code Zero. Okay, warte. Warte. Warte, er hat... Er ist... Warte, willst du mal sagen? Er ist gefahren. Und auf einmal war er weg. Aber er ist nicht... Warte, das muss ich jetzt aber abchicken. Ich habe die Situation jetzt nicht gesehen bei dir im Stream, aber... Ja, das war so, wir sind hinterher gefahren. Und auf einmal war das Auto aus und der Typ war weg. Der war einfach weg. Warte, ich schaue es mir mal bei dir an. Ja. Der war einfach weg. Der ist... Wie Disconnect? Hä? Jo, ich habe das bei dir im Stream geguckt, weil ich habe nämlich auch gesucht. Ja. Aber in den Loks steht nicht drin, dass er disconnected ist. What the fuck? Und deswegen... Ich habe leider die Verfolgung nicht miterlebt, deswegen kann ich dir nicht mal sagen, was war. Aber dir sieht dann echt so aus, als wäre das Auto einfach ausgegangen. Ja, aber es ist doch keiner ausgestiegen oder so. Es war nichts. Der ist auf einmal... Der Wagen war auf einmal aus. Der Typ war weg. Ja, der Typ war weg. Der Typ war weg. Ja, der war weg. Und es ist auch nicht geflüchtet oder so. Kannst du mal gucken. Ich frage nochmal. Die Straße fährt unten entlang Richtung Parkplatz. Stimmt. Und unten am Parkplatz vorbei Richtung Gegenverkehr von der Auffahrt kommt. Wenn du von der Schnellstraße dorthaus kommst. Fahren weiter dort im Kreis und vorne wieder bei der pinken Stange. An der pinken Stange vorbei. Der Richtung, wo er gewechselt hat. Wo er gewechselt hat. Fährt dort die Straße runter. Wo er herkam. Ganz am Anfang Richtung Arena. Das ist richtig strange, Alter. Das ist richtig strange, Alter. Dort, wo er ganz am Anfang herkam. Die Straße wieder zurück. An der Arena vorbei. Also rechts lang Arena. Genau. Der fährt links diesen Opferweg hoch. Wenn man sich fangen muss. Jawohl. Dann fängt man sich. Fahrzeug raucht massiv. Fahrzeug raucht massiv. Der macht nicht mehr lang mit. Was ist jetzt passiert mit ihm? Das verstehe ich jetzt noch nicht. Einer von uns ist gerade nicht dort. Der ist Geld kaputt. Fahrzeug wird langsamer. Fahrzeug hält an. Fahrzeug ist kaputt. Steht an der Position. Warum macht er denn keinen Support oder sowas? Äh, Punkt. Also, der ist direkt vor dir. Direkt vor dir. Okay. Fahrzeug abschließen. Ähm, wir machen die Verfolgung weiter ab hier. Was ist das denn? Er kann mich auch nicht erklären. Er war auf einmal unter dem Auto und dann war er weit weg. Warum macht er keinen Support? Ähm, hat er eine Waffe in der Hand? Ja. Ich bin der ähm. Der braucht's doch nicht. Oder? Ihr macht einfach die Verfolgung jetzt weiter ab hier. Ja bitte. Wieso hoffst du dich im Busch, dass du einen Support rufst? Ja gerne. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, nein, nicht. Ey, das Ding war, wir dachten, wir haben jetzt hier gewartet, weil wir gedacht haben, äh, Code Zero, weil auf einmal keiner mit dem Auto saß und das Auto noch weggerollt ist. Also. Du kannst nicht unter dem Auto landen und dich dann in den Busch hocken und zu tun, was auch nie was passiert ist. Hallo? Hat er nicht gemacht? Wie. Wie er voll. Aber wie es, äh, was hier ist. Der hat sich in den Busch gehockt. Setz dich da ins Auto und dann fahren. Ja. Ja. Ja, aber warte, hat er, hat er jetzt doch überhaupt Sachen dabei, das jetzt das Ding? Weil nicht, dass er das jetzt los geworden ist. Wie komm ich da ganz schnell? Der ist da, zwei Meter neben dem Busch. Ja, aber da sind nämlich auch vorbeigefahren. Aber uns ist da ein Ferrari vorbeigefahren vorhin. Das war sehr auffällig. Kannst du dich jetzt durchsuchen? Nee, nee, alles gut. Ich sag nur, ich sag nur. Weil, wenn sie sich schon wieder versteckt, dann spielt der ja ganz immer weiter. So, weißt du? Nein, hat er nicht. Nee, einfach hier verfolgen und los. Perfekt. Und wir warten wie Trottel und er versteckt sich einfach im Busch. Wie gesagt, Schussbeigabe, ne? Guck, ne? Tja, Tja. Tja, Tja, Tja. Tja, Tja, Tja. Wenn ich mir was auch so, kann man... Also da schreibt man auch einen Support. Ich schwöre euch, diese scheiß NPCs könnten mich heute so aber erschrecken. Das ist so unglaublich. Hast du einen Sichtkontakt zu dem Wagen? Wo ist er gefahren? Haben wir vielleicht noch eine R1, die da dazu stoßen könnte? Ich habe ihn fast verloren. Ja, ich könnte dazu stoßen. Richtung Sandy. Ich wollte mal bitte 1020. Ich glaube, der ist irgendwo abgefahren. Ohne 1020 wird es halt gerade schwer für mich. Ich weiß nicht, wo der jetzt abgefahren ist. Ich fahre jetzt einfach die Route 66 da lang. Wo hast du den Sichtkontakt verloren? Die erste Abfahrt bei Route 68 Richtung Tankstelle Richtung Sandy. Da die erste Abfahrt. Da könnte er abgefahren sein. Die erste Abfahrt rechts dann rein. 10V. Okay. Warum sagt er das nicht? Vermutlich da. Warum sagt er das nicht? Ich verstehe nicht. Weißt du, das ist sowas. Ich brauche ein 1020. Da kriege ich kein 1020. Da sagt er ja hier. Guck, da ist irgendwo abgefahren. Da habe ich ihn verloren. Da könnte ich echt kotzen bei sowas. Und mir fällt der NPC rein. Weißt du, dann war es das. Und dann ist er über alle Berge. Da versteckt er sich noch im Busch davor. Ich könnte echt kotzen. Du musst für dich zwölf Minuten Zeit stoppen. Alter, das mit dem Busch verstecken verstehe ich nicht. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Da fliegt einfach aus dem Auto raus unter die Map. Setzt sich dann in den Busch rein. Und sagt dann, das passt Schüssel. So auf die Art und Weise. Wisst ihr, was ich meine? Das passt Schüssel. Aktuell ist keiner auf dem Highway entgegen gekommen. Also wie wenn ich, ich könnte jetzt hier auch irgendwie auf einmal aussteigen. Und dann war es das. Dann fliege ich unter die Map und dann war es das. Dann bin ich weg, Leute. Dann habe ich es geschafft. Dann bin ich eh mal geflüchtet. Dann bin ich mal unter die Map gebuggt irgendwo. Ach so stimmt. Da war dieses eine mit auch noch buggy. Da bin ich dann unter die Map und dann habe ich auch angehalten und habe gesagt so. Äh. Jetzt aber, ne? Ja, aber das war jetzt echt muggelig von dem. Also wirklich. So was macht man halt echt nicht, ne? Der lässt uns da einfach warten und guckt uns zu. Anstatt dass er da das AP fortsetzt. Also verstehe ich halt echt nicht. Aber gut, dass über alle Berge das weg ist. Wenn man da mal Kennzeichen davon. Jo Fahrzeug äh geflüchtet. Kein Sichtkontakt mehr. Kennzeichen Rari mit drei Rs in der Mitte. Angemeldet Züge aus dem Felix Juh. Was Stefan overweight. Ich war milalatrice davor vom Geld. Und das war alles nicht dritt. Man hat sich hier blatt es an. суд hat auch so! Und wenn das doch nicht warum da wegg. Und dann raus solltest ihr dann klub. Da fahr ich zweimal. Den muss ich mir jetzt mal anschauen. Ey, der ist ja doch 100. Ich bin doch nicht in den reingefahren. Der ist doch wieder mir reingefahren, dieser NPC. Ich weiß nicht. Heute bin ich ein richtiger NPC-Magnet. Mir fällt heute alles rein. Aber nicht nur NPCs, mir fahren auch Spieler rein. Weil ich irgendwo rausfahre und dann war es das wieder für mich. Ich habe mal ganz gezwungen, wie das ausgesehen hat. Das muss ja richtig lustig ausgesehen haben, wie ich da raus bin. Das muss ich mir angucken. Ey, wo war der zurückgespult, das Schweinchen? Ich wollte es doch angucken. Dieser einen Clip, wo es mich da weggeschaltet hat, mal wieder. Ja, guck dir das an, wie der da rechts reinzieht. So ein Stück Scheiße, Alter. Ich sehe es gerade. Dieser blöde, der ist mir rechts... Weißer Kollege fährt ganz normal rechts vorbei. Der hat den ganz normal rechts vorbeigelassen. Ich fahre rechts vorbei. Er zieht mir rechts rein. Das ist so ein Stück Scheiße, dieser NPC, ich schwöre. Ey, so manchmal wünschte ich mir, dass dieser Sommer keine NPCs hätte. Manchmal wünsche ich mir das wirklich. Bei solchen Situationen, ey. Da fahre ich... Weißt du, der Kollege mit dem selben Auto fährt an ihm rechts vorbei. Ich auch rechts. Er fährt mir rein. Das ist genau mein Humor, Alter. Und ich denke mir schon, ich kann nicht Auto fahren. Ich denke mir schon, es liegt am Auto. Dass ich zu blöd dafür bin. Aber nein, es liegt nicht am Auto. Es liegt nicht am Auto. Es liegt auch nicht an mir. Es liegt am NPC, der einem reinfährt, wenn das Blaulicht an ist. Was ist das Ding? Das Ding, was mal André gesagt hat. Wir fahren immer die Autos rein, wenn das Blaulicht an ist. Das stimmt halt. Ah, nee. Wäre ich so kotzt. 130. Ja, vielleicht einfach irgendwie ein Script machen. Dass sobald du Blaulicht an hast, die ganzen NPCs irgendwie entfernt werden. So auf irgendeine Art und Weise, wisst ihr? Weil jetzt habe ich schon gedacht, bei einer... Ich habe mir das überlegt, so ein Script zu bauen für eine Verkehrskontrolle. Für den Highway. Da haben wir ja diese Mautstation da, ne? Ich habe mir überlegt, dort das einzubauen. Dass dort die NPCs immer entfernt werden, die im Umkreis sind. Damit du dort ganz normale Kontrollen machen kannst. Weil sobald du so eine Verkehrskontrolle machst, wo du den Verkehr aufhältst, dann bildet es sich zum einen Stau hinten. Und zum anderen fahren die dir dann die ganze Zeit in dieses Ding rein. So wie hier gerade. Seht ihr das? Und dann, wenn du hier sitzt und eine Kontrolle machen würdest, dann fahren die dir die ganze Zeit in die Kontrolle rein. Machen das die ganze Zeit kaputt, das Ding. Das ist so hart nervig. Und deshalb habe ich schon mal überlegt, so ein Script zu machen. Einfach NPCs löschen in einem gewissen Umkreis. Dass du dann ganz normal arbeiten kannst, ne? Das wäre halt echt mal nicht schlecht, so was. Dass ich dann wenigstens da nicht stören kann. So. Ein Auto wieder kaputt. Perfekt. Hattet ihr gemerkt, wie matt Andel vorhin war? Weil der jetzt gesagt hat, Andel kann richtig matt werden. Man kann nicht verstehen. Weißt du, wir suchen den und dann kommt da nix. Das ist doch nicht strange gewesen. Echte Polizisten werden vom Kopflosen gerammt. Danke Mr. Black dafür. Danke. Echte Polizisten werden vom Kopflosen wieder genietet. Ja. Danke, Robert. Danke. So. Fabian. Wie geht es mir? Geht es nicht gut. Das haben wir vorhin gelesen. Lukas. Das haben wir auch vorhin gelesen. Cool. YouTube 109. Danke für den Euro. Mr. Tobi LP. Einen wunderschönen Sonntag. Wünsche ich dir ebenfalls. Ist es jetzt Sonntag? Ja, jetzt ist Sonntag. Doch. Es war Samstag. Jetzt ist Sonntag. Dankeschön, Mr. Tobi LP. Vielen, vielen Dank. Vor zwei Stunden. Oder ist jetzt Sonntag? Ja, doch. Jetzt ist Sonntag. Noch. Noch ist Sonntag. So wollte ich sagen. Den schönsten Menschen. Ja, Herr Mr. Tobi. Geh mal, Max. Danke auch für eine Runde. Dann steht der Stefan Loll ist dabei. Dann steht Stefan Loll für einen Euro. Dann Nina. Deines Teams sind geil. Danke schön, Nina. Stefan Loll, was ist mit dem PD Chaston? Da habe ich vorhin schon geklärt. Anfang des Streams. Ziemlich am Anfang, wo wir auf die Autobahn aufgefahren sind. Da könnt ihr gerne zurückspringen, wenn ihr euch das interessiert. Wird aber eh hoch. Ist wahrscheinlich irgendwie auf TikTok hochladen. Warte, 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 guck mal schnell. Wartet, Leute. Wartet. Ich habe noch eh keinen Einsatz. Ich mache hier mal Warnblinker an. Ich wette mit euch. Ich mache TikTok auf und kriege den Clip. Ich wette was mit euch. Das ist genau die Scheiße, auf das die Leute Bock haben. Auf TikTok. 100 Prozent. Ich mache jetzt mein iPhone auf. So. Pass auf. Jetzt gehe ich hier. Jetzt gucke ich nur unter Suche. Alle Aktivitäten wurde ich da irgendwo markiert. So. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Was ist denn das? Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Hat das keiner hochgeladen? Das würde mich wundern. Ne, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Hat das keiner hochgeladen? Weil sonst diese Statements, die werden immer direkt hochgeladen. Das ist es auch nicht. Ah doch. Da hat es ja hochgeladen. Vor drei Stunden. Ich sag's doch. Ja. Vor drei Stunden hat es ja hochgeladen. Weil ich da eine Antwort aufgegeben habe. Das hatte ich hier auch. Ja. Das lagen ganz viele hoch. Ja super. Siehst du. Ich sag. Ich mach TikTok auf. Ich find's direkt. Ich sag's doch. Das ist nämlich genau die Scheiße, auf die Leute immer Bock haben. Wenn irgendwer gebannt wird von RLO, machen die immer so ein großes Drama draus. Ich versteh's halt nicht, warum, ne? Das ist echt lustig. Jedes Mal, wenn wer gebannt wird oder irgendwer nicht mehr drauf spielt, ist gleich ein riesengroßes Drama. Dann bläst man das auf, dann beißt das nur so eine Kleinigkeit gewesen. Jetzt krieg ich, ich rede jetzt sicher zehn Tage lang wieder, warum ist Chaste noch so mit Chaste. Was ist denn passiert? Was ist Chaste? Was ist da los? Was ist eigentlich mit dem Herrn Chaste? Was hat er eigentlich gemacht? Nächste NPC. Guck dir das an. Das ist unglaublich. Unglaublich. Das ist unglaublich, Robert. Stefan Loll. Aber trotzdem, danke noch für deine Doni. Niem, viel Damen. Manuel, 16, danke von Euro, danke. Ne, nur bei Chaste, Alter, nicht nur. Ich bekomme bis heute, kriege ich Nachrichten. Ähm, was ist mit Nixen? Was ist mit Kleinox? Was ist mit, ähm, wobei man muss sagen, Nixen wurde auch nicht gebannt. Das muss man auch sagen. Das wird von selber gelieft, kann man sagen. Ähm, was ist mit, was ist mit, ähm, wie heißt es ja nochmal? Chester? Chester kriege ich ganz oft. Hatte ich ganz oft. Äh, die ganze Zeit. Warum? Weshalb? Wieso? Dann hatten wir noch diesen einen Kopf, der mal weggebannt wurde, weil er, weil er in die Bank im Taser gerannt ist alleine. Der ist ja vorgerannt. Der dann so irgendwie ein Video gegen mich gemacht hat und sich dann wundert, dass er halt von mir kein Gespräch mehr so kriegt. Also das hatten wir ja doch, ähm, also wir haben wohl noch gebannt. Da ist jetzt immer so ein Drama draus gemacht, wo ich mir so denke, ähm, das ist schon krass eigentlich so. Aber das liegt halt auch daran, weil halt wir bannen so, so selten Leute weg. Das ist echt krass. Officer Fox wurde nicht gebannt. Nee, mit Officer Fox, der wurde nicht vom Server gebannt oder so. Mit Officer Fox, äh, das war bevor der Server stand, da haben wir, ähm, einfach nicht, wir haben ja zusammen den Server aufgebaut. Die Zusammenarbeit hat einfach nicht geklappt, der wurde nicht gebannt. Also Fox, äh, das war eine ganz andere Story, der wurde nicht vom Serverprojekt gebannt, das war was ganz anderes. Das war, die Zusammenarbeit hat halt damals nicht geklappt. Und bis heute finde ich das ein bisschen schade so. Bis heute finde ich das so ein bisschen schade, das ist, irgendwie vermisse ich das auch. Ja, Klinux hab ich auch gesagt, Klinux, der wurde ja gebannt vom Projekt, aber das war auch... Ach, keine Ahnung, der war ja auch nicht so geil. Das war doch eine offizielle Ausreise. Nee, das krieg ich ja nicht, der Justin hat ja im RP keinen Scheiß, er hat schon im RP Scheiß gebaut, er hat ja Fail-RP betrieben. Aber er hätte dafür keine Ausreise kassiert. Justin ist draußen, weil er OOC, also als Person selber Scheiße gebaut hat, da gibt's auch im RP natürlich keine Ausreise, ne. Was anderes, wie wenn du jetzt im RP mit deinem Charakter Scheiße brauchst, dann kriegst du eine Ausreise. Wenn du aber, ich sag mal, so Sachen machst, wie, dass du halt OOC jemanden anlügst oder so, das, was halt er gemacht hat, dann hast du halt auch dementsprechend keine Ausreise, weil das war ja nichts, was IC passiert ist. Das, was bei Justin war, das war zwar eine IC-Geschichte, dass er da Fail-RP betrieben hat, aber das war... Der Banngrund war ja die Geschichte, dass er halt, äh, gelogen hat, das war das Ding. Der Grafenreiter, der Grafenreiter wurde aber nicht gebannt, weil Grafenreiter, der ist auch von selber gegangen. Grafenreiter war bei uns, äh, im Team als Death und da hat die Zusammenarbeit auch nicht geklappt, das waren aber komplett andere Gründe, das war auch was ganz anderes als mit Fox. Äh, das, das waren einfach, ich glaube, das, das hat einfach nicht gepasst, das war einfach, wir hatten so ganz, ganz andere, ich sag mal, ja, wir waren halt ganz andere Art Menschen, muss man sagen, also, mit Grafenreiter, das, das war halt eine ganz andere Art Mensch, als, als Ande und ich es sind. Und der hat halt auch sehr viele Sachen so falsch verstanden, wo wir das gar nicht so gut meint haben und auch andersrum, muss man sagen, und dann, da ging halt die Zusammenarbeit ebenfalls nicht. Aber der ist halt auch, ist auf uns selber vom Projekt gegangen, aber soll man sagen, der Grafenreiter ist auch ein, war auch ein sehr reifer Mann, der war kein Kind, der hat jetzt, will sich vorstellen, der Typ hatte die kompletten Serverdaten, alles und da hat halt die Zusammenarbeit nicht geklappt und der hat den Server einfach so gelassen, wie er ist und hat da keinen Scheiß mitgebaut und der hat uns übelst geholfen und da habe ich auch kein böses Blut mit dem oder so, wisst ihr? Der Grafenreiter, der war einfach die Zusammenarbeit nicht und dann hatte er irgendwie keinen Bock mehr aufs Projekt und ist halt gegangen, ne? Ist halt sehr schade, weil wir hätten ihn, äh, gerne noch ein Projekt gehabt, natürlich. Aber Grafenreiter, das war ein cooler Typ eigentlich, der war richtig cool drauf, so. Ein etwas älterer Herr, also älter als wir, viel mehr Erfahrung so gehabt, der war ein cooler Typ, aber Zusammenarbeiten hat halt nicht so ganz geklappt, das war halt schade dann. Sehr schade, dass er dann einfach weg war. MacMuff, stimmt, MacMuff gab es ja auch dann immer so Leute, wo wir gefragt haben, wo ist MacMuff und so. Stimmt, das gab es ja auch. Sag mal, kriege ich gar... Ah, ich bin noch im... Ich denke mir, ich kriege keinen Einsatz rein. Ich bin immer noch in Funk 101 drin, Alter, ich bin so ein Volltrottel. Oh mein Gott, bin ich ein Vollidiot und ich denke mir, warum kriege ich keine Funksprüche? Warum kommt kein Einsatz rein, ey? Ich bin so ein Idiot, ey. Wie kann man so blöd sein? Linkel 25 für Adam 10. Meine Güte. King 4 wieder Funk 1. Der beste Anwalt. Das war er wirklich. Amonte? Ja, Amonte war so ein eigenes Ding, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen... Oh, wie Edward 76 gekommen. King 4 hört. Irgendwas zum Ferrari noch gesehen gehört. Negativ. Nichts. Der war weg und der ist irgendwo abgewogen. Das Ding ist, jedenfalls ist der nach seinem, unter Anführungsstrichen, Code Zero wieder aufgetaucht, aber der war, der hat NOS gezündet und dann war er einfach weg. Also keinen Sichtkontakt mehr gehabt. Adam 10, 1015, 109, Team Mission Ropey, die mit dem Juwelierräuber. Also Leute, ich kann euch jetzt mal realtor kurz was sagen, weil sehr viele immer fragen so, was da oft vorgefallen ist. Ich kann euch jetzt so eine Story erzählen, die ich glaube ich euch noch nie erzählt habe. Einfach ausgrund dessen, dass ich nicht wollte, dass dann Leute zu einer gewissen Person gehen und die dann auf den Piss gehen, weißt du? Aber ich glaube, ich sollte das mal voll ansprechen jetzt im Onstream. Das ist so eine Sache, weil ich sehe ganz, ganz viele Fragen danach, was da damals passiert ist. Und ich kann das Folgendes sagen, also weil Amonte so eine Sache, das war glaube ich aber nicht er, aber Amonte hatte jemanden auch im Team, man muss ja sagen, der hat ja einen eigenen Server gehabt. Ich weiß nicht, ob der immer noch der Owner dieses Servers ist. Und zwar dieser, dieser County-Side-Server. Ich will jetzt gar keinen Topf schmeißen, das ist lange her. Es passiert, aber ich kann euch mal eine Story erzählen, was da genau vorgefallen ist, weil viele wissen das gar nicht. Und ich habe das auch nie erzählt. Folgendes, also die hatten ja dieses Server-Projekt, dieses County-Side-Projekt aufgebaut. Alles schön und gut, wir wussten auch davon, dass die das extern aufgebaut haben. Das Ding war halt nur, dass wir draufgekommen sind, dass halt RLO-Spieler teilweise abgeworben wurden, dass die auf County-Side spielen und dass dann County-Side, irgendein so ein Admin, der dort halt war, das Regelwerk kopiert hat und unsere ganzen Polizeicodes einfach eins zu eins übernommen aus dem RLO. Aus dem RLO-Forum, einfach gezogen, einfach eins zu eins gezogen. Und da haben wir gesagt, halt stopp, das geht so nicht. Ihr könnt halt nicht Leute von RLO rüberziehen und unsere Sachen kopieren. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Klar, weißt du, das tut man nicht. Und deshalb gab es auch damals diese Ausreise und da sind ein paar Leute ausgereist. Und ich fand, das war aber auch mit Absicht, dass das gut war, weil ich kann euch jetzt folgendes erzählen, was passiert ist. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, wer das war, aber einer von diesem Team damals, der ist dann gekommen auf meinen Discord und hat mir dann erzählt, dass ich mein Impressum ändern müsste auf meiner Real-Life-Online-Website. Dann habe ich ihn gefragt, warum soll ich mein Impressum ändern? Dann hat er mir erzählt, dass mir wer von diesem County-Side-Discord einen Anwalt aufhetzen wollte als Schelle, obwohl ich dem gar nichts getan habe, nur weil ich eine Ausreise gemacht habe, weil halt die damals diese Sachen kopiert haben. Es war halt damals, jetzt ist es eh nicht mehr so. Die haben jetzt alles komplett custom und was weiß ich. War halt damals und halt abgeworben haben. Da wollten die mir eins auswischen. Dann hat der gesagt, bitte ändert das, weil ich das gehört habe. Der will ja einen Anwalt aufhetzen, so auf die Art und Weise. Und ab da habe ich gewusst, solche Pister bin ich froh, dass ich die aus dem Server wegkabe. Das war das Ding. Die sind mir so in den Rücken gefallen, so hart in den Rücken gefallen. Und deshalb muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war auch das Ding, warum ich jeglichen Respekt auch leider so gesehen verloren habe dann zu diesem Projekt. Und die Leute, die auf diesem Projekt gespielt haben dann. Das war so, leider. Und ich muss auch sagen, da sind sehr viele Leute drauf, die auf RLO gebannt waren. Ich will das Projekt jetzt gar nicht wegbashen oder so. Ich glaube, das ist jetzt relativ gut so. Das ist ja alles schön und gut, wie es jetzt ist. Aber damals, was da passiert ist, das war halt echt nicht Choral. Und das war halt echt nicht Choral. Und das wissen sehr viele nicht, dass das halt so passiert ist, dass die halt dann wirklich so in den Rücken gefallen sind, wisst ihr? So richtig mit Messhänden rein. Nix ist wegen der Zusammenarbeit gegangen. Nee, das Nix war was ganz anderes. Das war ein komplett anderes Ding. Aber das fand ich dann so hart, also das würde ich jetzt nochmal sagen, das fand ich so dermaßen hart respektlos von Nix. Bei Nix war so eine Sache, ich will euch das nicht erzählen, was da passiert ist. Sagen wir mal so, ich bin innerlich so ein bisschen enttäuscht. Aber ich war dann so krass enttäuscht von Nixen, als er dann auf Countyside gezockt hat. Weil Nixen ist mit... Sagen wir uns nichts vor, er ist durch RLO groß geworden und dass er dann auf einen Server streamt, der uns das Messhänden reingerammt hat. Das war das Ding. Und da war ich so krass enttäuscht von ihm. Und deshalb, ich bin auch sehr froh, dass Nixen bei uns nicht mehr spielt, muss ich ehrlich sagen. Also es hat mir so im Herzen weh getan, das so zu sehen, dass er dann mit RLO groß geworden ist, wir ihn eigentlich so gesehen voll supportet haben, er einen richtig krassen Push bekommen hat und uns dann auch nochmal auf diesem Projekt dann dort streamt. Das war das Ding, das hat mich so krass fertig damals gemacht. Das habe ich euch auch nie gesagt, das hat mich... Also innerlich hat es mich wirklich krass verletzt, so auf die andere Weise. Ich fand das halt richtig hart respektlos. Weil es gibt kein Projekt, wo wir gesagt hätten, das wäre, da wären wir dagegen oder so. Kein Projekt. Aber das war halt damals so die Sache, wo wir gesagt haben, das war halt echt assi. Das war das Ding. Also ich fand das... Also ich möchte jetzt nicht... Ich habe gesagt, ich möchte jetzt ansenden, aber so viele fragen mich, was ist mit Nixen, was ist mit Nixen. Da gab es halt Sachen, die vorgefallen sind. Das ist halt eine Sache, die möchte ich nicht sagen. Aber die Aktion mit diesem Countyside, dass er dann darauf gestreamt hat, das fand ich das Problem. Das fand ich... Das war so dieser Kick hinterher, der mir dann gezeigt hat, so okay, das hat sich erledigt mit ihm so. Das war das Ding. Das war der komplette so... Ja, wo ich gewusst habe, das ist echt hart. Weil ich war wirklich gut mit ihm so, das habe ich mir von ihm damals nie erwartet, dass er sowas macht. Also die Leute, die dir halt damals Messer ins Rücken gestochen haben, dass man dann sowas supportet, so auf die Art und Weise. Obwohl er halt mit R und O so groß geworden ist. Das war das Ding. Ich wollte mein Mustang Geld machen. Jawohl, das wollte ich. Aber das ist jetzt nicht mein Hate oder so. Ich wollte euch nur sagen, was da mal so ein bisschen passiert ist. Ich meine, was genau mit nichts passiert ist, das muss ich euch nicht sagen und das will ich auch gar nicht sagen. Das ist ein Privatding. Das mit Countyside ist ein Ding, da kann man sich drüber streiten. Gibt es Leute, die sagen, ja, soll er doch dort streamen, wo er möchte. Gibt es auch Leute, die das sagen und du hast da nicht zu entscheiden. Ich fand es nur mir gegenüber respektlos. Wisst ihr, was ich meine? Nein, das war das Ding. Das ist diese Respektlosigkeit, dass man dann auf die Idee kommt, dort zu streamen und er wusste davon. Ich habe ihm das auch geschrieben und so. Ich habe ihm gesagt, was die mir damals angetan haben. Dass die mir den Anwalt auf den Hals setzen wollen, nur um irgendwie bei mir Stress zu machen. Das war halt das Ding. Und ihm war das irgendwie egal. Er hat halt weiter gestreamt. Er hat dann gesagt, er muss jetzt ein bisschen drüber nachdenken, aber er streamt ja trotzdem weiter da drauf. Aber das ist jetzt auch schon so lange her. Mittlerweile ist es mir scheißegal. Also, wisst ihr, mittlerweile ist mir das egal. Nur damals hat mich das irgendwie so hart getroffen. Und da haben wir auch drüber geredet und so, aber das war halt echt. Ich weiß nicht. Nixen sagte, wenn er etwas gegen RLU mitkriegt, wird der County seit verlassen. Ja, aber er wusste halt, was vorgefallen ist. Ich weiß auch nicht, ob er da eingelullt wurde von den drüben, dass sie ihm was anders erzählt haben, aber ich weiß, was damals vorgefallen ist. Ich habe das ja am Abbekommen damals. Hat ja nichts mit dem Server in Verbindung zu tun. Das stimmt, das stimmt. Das war damals die Leitung vom Server. Das war einer, der ist jetzt glaube ich eh nicht mehr da. Ich weiß es auch nicht. Ich wusste halt nur, dass die mir damals nichts Gutes wollten. Und das war das Ding. Die wollten uns damals nichts Gutes. Die wollten auch RLU nichts Gutes. Die haben die Leute hier abgeworben. Die haben unsere Sachen kopiert. Und das war das Ding. Aber das war auch gar nicht, aber das muss ich sagen, das war glaube ich gar nicht Amontes Schuld. Das war ja komplett anderes. Das war nicht seine Schuld. Also es war nicht der Owner, es war irgendein Admin, der das gemacht hat mit diesen Kopieren. Aber Mont hat ja drüber gucken können und schauen können, dass das kopiert ist. Der wusste anscheinend davon nichts. Aber wisst ihr, wie oft ich das mitkriege, dass bei uns Sachen kopiert werden und dann kommt irgendeiner und sagt, ich wusste davon nichts. Das kriege ich so oft gehört. Unglaublich. Keine weiß, wo er ist. Was war das mit Mana-Waffe? Da ist nichts, aber der hat halt keine Zeit irgendwie. Der ist auf AX und Leider ist der nicht mehr häufig da. Also der ist eigentlich gar nicht mehr da. Ich höre auch über WhatsApp nichts mehr über ihn. Ich habe jetzt erstmal, aber ich kann mal gucken. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da habe ich geschrieben, wo ist er eigentlich hin, Mana? Und wir kriegen keine Antwort drauf. Also keine Ahnung, wo der ist. Der wird anscheinend untergetaucht sein oder I don't know. Jetzt will ich das Ding mal umlackieren, aber ich muss es erstmal reparieren lassen. Geil, kriegst du das mit mir lassen, das Ding. Oder ich packe es schon ein. Sind mir, naja, ich sehe mich an, ich kann da einfach nicht falsch hin. Familie Frost. Keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Also mit den Frosts habe ich keinen Plan. Also Frost, no shit. Ich weiß nicht, was mit denen passiert ist. Die sind spurlos verschwunden. Ich wusste nur noch, die waren auf HX drauf und wurden dann auf HX auch gebannt. Oder irgendwie so war das. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die wurden gebannt. Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt keinen Schluss erzählen. Aber von denen habe ich nichts mehr gehört. Die waren auf einmal weg. Amonte, nicht Monte. Nein, nicht Monte. Amonte. Aber ich muss sagen, Amonte, der, ich glaube, der konnte am wenigsten dafür, was da damals passiert ist. Der war, ich fand, Amonte war so an sich immer korrekt. Aber ich glaube, so die Leute hinter ihm, die waren nicht so ganz korrekt. Das glaube ich. Amonte, der war eigentlich immer korrekt, soll ich mal sagen. Also zu mir zumindest. Er hat mit der Sache so nichts am Hut gehabt. Aber dadurch, dass es halt sein Server war, er der Owner war, er nicht aufgepasst hat, das sein Projekt war und da die Sachen kopiert waren und so, dieses Regelwerk und diese, diese Police Calls und so und das wir damals durchgreifen, das war das Ding. Das haben wir nicht akzeptiert. Hast du ein Babyboot, die keine Ahnung, was mit dem sein soll? Wir haben ein bisschen neuer Lack auf der linken und rechten Seite. Ja, habt ihr ein bisschen ausgemullt. Mit einer Frage, ein Luftfahrwerk ist es hier im Start erlaubt? Hallo. Die Unkraut. Bitte wiederholen. Edward 36 mit der Frage, ist ein Luftfahrwerk erlaubt? Sprich, das Fahrzeug kann halt ja, ist erlaubt. Keine Ahnung. Luftfahrwerk ist erlaubt. Willkommen in Kalifornien. Kalifornia. Kannst du Cisco dazu überreden, einfach richtig SP bei euch zu spielen? Er will sogar. Ich muss ihn nochmal einladen dazu. Ich habe ihn noch nicht eingeladen. Kalifornia. Schau, was da steht. Ist das hier unser Kollege? Das ist doch der, oder? Wobei, wir haben kein Kennzeichen, aber das ist, ja, warte mal, das ist doch diese Felge, ne? War das der vom Bankraub? Ach, wo sind Sie denn gegengeditscht? Ähm, ich wollte noch Verfolgungsjagd. Ach so, die Geschichte. Ja. Sieht man öfter nach einer Verfolgungsjagd in so einem Polizeiauto hier, muss man sagen. Geht Ihnen das Fahrzeug? Äh, Nee, nee, nee. Auch nicht, okay. Nee, gut, äh, ciao, ciao. Das ist ganz schön mitgenommen. Äh, King4 hier mit... King4 hier mit... King4 hier mit einer Frage, wurde beim Bankraub dieser grüne, ähm, Evo, wurde der gefunden? Ja, 10-4. Ah so, den habt ihr stellen können. Alles klar, ja, aber der steht hier nämlich gerade in der Garage, dachte nämlich. Gut, dann ist er ja gefunden, oder? Ich dachte gerade, hä? Aber wir haben ja kein Kennzeichen gehabt von dem her. Und ich denke mir so, hä, was steht denn da? Was ist denn da los? Guten Abend. Ja. Ist ja eigentlich Unkraut. Wie Unkraut. Ja, hier mittlerweile wächst ja so selbst in der Werkstatt Unkraut. Ja, aber... Was meinen Sie, was ist denn Unkraut? Kennen Sie den noch nicht? Naja. Ah ja, dann lassen Sie es lieber. Ich sage mal, was... Nein, nein, das geht schon nicht selbst. Was sagen Sie, ich muss noch... Was ist denn... Was meinen Sie unter Unkraut? Meinen Sie mich damit? Ach, nicht wichtig. Nein. Ja, was sagen Sie mal. Ach, nicht wichtig. Ach, vor allem ist es nicht wichtig. Nein, der war mit... Da muss ich hin. Das ist mir wichtig. Hallo? Entschuldigung. Hatten Sie heute einen Verkehrsunfall an einer Kreuzung mitten im Polizeimustang? Äh, ja. Das war nämlich ich. Sie haben die Sirene nicht gehört. Ich habe die echt nicht gehört. Ich habe mich gewundert. Hä, wie jetzt? Warum fährt der in mir? Ja, alles gut. Ich bin dann noch mal zurückgefahren, nach Ihnen zu gucken, aber dann sind sie leider schon weg. Aber es ist nichts passiert, oder? Es war... Nee, alles gut. Ich hatte halt nur Kopfschmerzen, habe mir eine Tablette reingepfiffen und dann war alles in Ordnung. Dann ging es wieder. Ich glaube, ihr Auto ist runde. Ah, jetzt doch nicht. Ja. Jetzt wieder da drauf. Was ist denn passiert mit dem Auto? Äh, ich sage mal so, da die Kreuzung am Hauptplatz da, ja, die Bremsen haben versagt. Dann bin ich mit der Seite schön in so einen Boller gefahren und dann hat er sich mit der Achse verheiratet. Ja, das ist ja hängen. Haben sie aber auch kein Glück mit Kreuzungen dort, in der Nähe vom Hauptplatz, ne? Nee, vor allen Dingen Los Angeles. Anscheinend. Ja, ja. Alles gut. Das war der Typ, den ich vorhin an mitgenommen habe. Oh, nee. Adam21 liste ich auf... Experiment Kling ist am eigenes Projekt. Ja, das weiß ich. Gänge ein Projekt zusammen. Ah, schau mal, ich habe auch gegen Kino-Ksticks oder so. Das ist alles gechillt mit denen. Tschö. Also, wir haben eigentlich mit keinem Serverprojekt irgendwie Beef oder so. Wie gesagt, ich habe jetzt auch kein Beef mit Countyside. Das war damals halt, ne? Also, das, was passiert ist, ist mir eigentlich, jetzt eigentlich sogar, ich bin da jetzt nicht nach dran gesagt, das ist halt damals passiert. Da waren wir damals richtig mad aufeinander, so. Also, sag mal so, ich war halt mad darauf, dass die halt diesen Anwalt da schicken wollten und ich meine Impressum nochmal umändern musste, weil denen da irgendwie was nicht gepasst hat und ich wollte mir halt ans Bein pissen oder irgendeiner dort vom Projekt, keine Ahnung. Und das mit dem Abwehrmuster, das fand ich halt nicht cool, aber du, das ist jetzt schon so lang her, wir haben so gesehen kein Problem mit irgendeinem Projekt jetzt. Also, ich sag das mit Countyside war mal und das ist gar nicht so, dass wir jetzt sagen, da müssen wir jetzt drüber fahren und sagen, ach, ihr seid alle scheiße oder sowas, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Das ist halt eine Aktion, die damals passiert ist durch jemanden, der vielleicht gar nicht bei dem Projekt ist. Also, ich schätze mal, dass der vielleicht gar nicht mehr dort ist, der das damals da gesagt hat und da Scheiße gebaut hat. Also, ich glaube, die haben den sogar rausgebannt, der da die Bewerbung und so kopiert, also Bewerbung, die ganzen Regeln und so kopiert hat von uns. Bin mir da sehr sicher, dass der nicht mehr drin ist. Also, wie gesagt, wir haben kein böses Brut mit irgendeinem Tauberprojekt, also ist alles cool. Also, wir sind mit keinem in Feindschaft oder so. Bevor jetzt irgendwelche Leute denken, wir schießen jetzt gegen irgendjemanden. Hallo. Hallo. Wir sind mit ihrem Fahrzeug hier da. Genau, ja. Was muss denn gemacht werden? Ja, ich war nämlich gerade vorhin in einer Verfolgung drin oder gehört die Front gemacht. Das Ding ist, ich möchte den Wagen nämlich noch heute umlackieren. Und da muss halt gemacht werden. Da ist vorne so ein kleiner Kratzer drin, vorne rechts an der Front und warten Sie mal. Vorne links auch noch ein Kratzer. Ich weiß nicht. Warten Sie mal. Die Lichter gehen auch perfekt. Ja, alles klar. Klingbar hin. Alles klar, danke. Machen wir schnellstens. Danke. Kann man mal machen, oder? Ja, sicher. Also, wir haben nichts in Kontakt. Nee, gar nicht. Ich habe eine Frage. Wie schnell fährt das Auto eigentlich? Äh, 300 geht's hier nix an, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht. Aber ich sage auch so, ich gebe da auch jetzt keine Daten raus, wie schnell unsere Autos fahren, weil sonst kommt jemand, der macht eine Probefahrt mit seinem Auto und sagt, ach, den kann ich antreten. So, wisst ihr? Ach, so. Würde ich nie machen. Nee, einfach aus dem Grund, 1000 PS hat er. Ah, das ist schon einiges. Naja. Aber allgemein Mustang ist sehr schönes Auto, muss ich sagen. Würde ich auch gerne einen haben. Aber er fährt die so ein bisschen wie so ein Schiff, muss man auch sagen. ist halt Muscle Car, das ist halt, so ein Porsche ist da sicher wendiger. Definitiv, aber ein Mustang ist deutlich schöner. Mustang finde ich persönlich tatsächlich auch schöner als ein Porsche, doch, haben sie recht. Das stimmt schon. Für ein Porsche ist mir zu rund, das ist schön eckig, kantig. Ja. Und der Motor hört sich immer ziemlich aggressiv an. Wir haben mittlerweile zu schönes Gefühl. Dispatch oder immer noch nicht. Ist da nicht in Hemi drin? Lass mal gucken. Jetzt kannst du nur schnell bei dem Golf die Seitensteile vor dem Tag. Ich kenne mich bei dem Mustern gar nicht aus, was wir da verbaut haben. Ich weiß nur, dass der 1000 PS hat, aber weiß ich auch nicht. Wir haben bestimmt so ein Spezial-Tuning bekommen. Ihr wissen, was er angestellt hat? Dass der ein paar PS mehr hat. Ja, davor, einmal Handfarmbau mit Flucht von einem Fahrtungseintrag vom Zandlungen ziehen. Alles gut. Ich habe jetzt auch das Auto zugelegt. Das ist ganz angenehm. Was haben Sie sich zugelegt? Ein Lamborghini Aventador SV. Also den mit Dach oben draußen. Ja, genau. Steht da vorne. Der weiße. Schön. Ganz frisch von der Stange. Da haben Sie noch nichts dran gemacht. Sieht man. Er ist eben gerade gekauft und jetzt erstmal ein bisschen Motorleistung. Wie lackieren Sie den? Ich war mir wegen etwas dunkeleren Farbton. Ich finde die Lamborghini streicht man sich schon ganz geil drauf. Diese italienischen. Aber ich werde mir da so ein paar Farben angucken. War echt rot so. Ja, auch schön. Das würde zu den Bremsbacken hier passen zum Innenraum. Ja. Aber rot auf einem Lamborghini? Ja, das ist ja das Ding. Ist ja eher auch die Porte. Rot gehört auf Ferrari. Ja, Ferrari. Ferrari ist eigentlich gelb. Aber auch viele rot. Ja, der ursprüngliche Ferrari war gelb, deshalb ist das Logo auch gelb. Ja, das stimmt schon, aber die meisten Ferrari sind mittlerweile echt rot. Ja, das stimmt, aber kennen Sie die Geschichte dahinter? Nein, nicht hundertprozentig. Ja, das ist so ein Mythos, warum Ferrari das rot gemacht hat. Aufgrund dessen, dass dann das Blut nicht zu sehen ist auf dem Ferrari. Da haben sie den rot gemacht. Das ist schon irgendwie mies. Das war die Story davon. Das Ding so schnell ist. Roter Getriebe, falls nichts anderes selbst erklärend. Guck mal, hat das einen roten geiler? Das Ding, das Auto? Ich glaube ja. Ja, der ist unten rot, ne? Ja. Hat er auch nicht gesehen. Rot, weiß, das hört so niemand. Sonst lassen sie den so. Das hat keiner. Also ich wollte schon sagen, das ist gefühlt der Erste, den ich jetzt so sehe im Start. Er ist aber ganz frisch gekauft, der ist noch so vom Händler. Aber das Kennzeichen ist gemacht, ne? Kennzeichen ja, natürlich. Ja, ja. Das habe ich ja extra beim Kauf dazu bekommen. Wie versteht das? NC, ASV? ASV für Avento oder SV und NC ist für meinen Namen. Wer ist denn? Niklas Klo oder Cäsar? Ne, Niklas Klo vor allem. Ne, Niklas Carter. Sie heißt wirklich Niklas? Ja, Niklas Carter. Immerhin, immerhin habe ich den Vornamen richtig. Ja. Und jetzt kommt die Frage, mit K, C oder CK? C? KC. Ich bin gut. Mit C, richtig. Ich bin gut. Ui, guck. Lass mich raten. Wahnsinn, Geburtsdatum. Ich bin gleich dabei. Äh, 2000? Ähm, wenn der Jobauto 1941, äh, 81. Ah, 41 oder was? 41. 41. Der Opa in Lambo kommt kaum noch raus. Äh, 2001. Ne, 97. Scheiße, ey. Ich bin so, der Name, der Vorname, 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 ich ebenfalls. Aber Niklas hab ich mir gedacht, weil so viele Niklas heißen. Echt? Ja, ich könnte mal gucken, wie viele Niklas gibt's denn? Gut, ich darf jetzt keine Auskunft geben nach Zahlen, aber ich kann mal gucken. Lassar, brauchst du noch Hilfe? Äh, ne, eigentlich nicht, aber, äh, wenn du willst, Dispatch. Ich hab grad 8 gefunden, aber alle schreiben sich anders. Ja, das ist für Niklas. Spiele, glaub ich, mit K, haben ein paar mit, also ich glaub C ist doch noch, äh, oder CK. Da müssen wir auch mal gucken, gibt's CK. Wer schreibt denn Niklas mit CK? Es gibt da eine. Du bist lach, es gibt genau eine. Haben sie doch Auskunft gegeben. Ja, ups. Es gibt 50, die mit CK hier geschrieben werden. 50.000. Ey, aber sie haben selber gesagt, es gibt einen. Das hab ich, die Info hab ich jetzt von ihm. Das hab ich jetzt nicht vom Tablet. Ja. Ja. Hat keiner gehört hier. Meine Lippen sind versiegelt. Dann ein ganz anständiger. Das war ich, Sören. Ist der Wagen fertig, oder braucht der noch? Ja, der ist fertig. Ui. Tick, tick. Das macht dann einmal 360 Dollar. Und ganz wichtig, Fahrzeug bitte einparken. Wir haben keine Info, ob er noch hat. Ne? Alles klar, danke. Gut gemacht. Ich danke. Ja, und dann, gut weiterfahren. Können Sie mal den Motor aufholen lassen? Ja, kann ich machen. Ja. Wir hatten den noch nicht repariert, weil sie... Oh, so. Hier drin hört das hier so laut an. Das ist echt laut. Nee, nee. Deswegen haben wir den stehen lassen. Nein, aber wir wissen jetzt, was passiert, weißt du? Ja, dann mach ich ihn erst mal so weit. Ja, dann muss man auf den Schliff. So weit wird aus. Tschüssi. Vielleicht sieht man sich gleich. Boah, äh, sie... Oh, was ist das zur Ansage? Vielleicht sieht man sich gleich? Wollte mir grad... Oh, warte, hier so. Ah, der Escape-Muskel. Er funktioniert. Der Escape-Muskel funktioniert. Ich bin aber eh noch eingetragen, ne? Ich hab jetzt vergessen, mich, äh, Dings zu melden. Ging vor. Notfall-Officer. Was? Notfall-Officer? NL-36. Zerlade aufsleifert. Ist der für die ganz krassen Notfälle da? Das ist, wir mal runterkehren. Ich bin ein Notfall-Officer. Ich bin da, wenn es einen Notfall gibt. Sonst bin ich nicht da. So. Fahr mal rüber. Der hat noch Stelz. Nee, ich musste ihn einparken, hat er eh gesagt. Ich fahre ihn zuerst, ähm, tunen und dann gehe ich ihn einparken. So machen wir das heute. Ich fahre extra über Rot da oben. Kommission dafür, äh, dann kennen. Das war's. Das war's. Ich weiß nicht. Oder vielleicht, weil wir uns, äh, vielleicht noch später sehen auf der Autobahn und er viel zu schnell unterwegs ist. Ich bin in High Speed. Zumindest könnte er halt auch sein, ne? Vielleicht sehen wir uns ja später so, weißt du? Ich weiß schon mal, ob wir den gelb lackieren. Also soll ich den wirklich gelb lackieren? Ey, das war schon lustig eigentlich, ne? Lackierung oder Scheibentönung? Weil Scheibentönung klappt hier eh nicht so ganz. Lackierung. Der muss halt, äh, ausschaut wie eine Ente. Gelb. Gelb. Achso, ich muss primär. Gelb. Gelb. Es wird halt keiner denken, dass das Ding ein Polizeiauto ist, ne? Das Gelb ist doch so ein Entengelb, ne? Das hier. Das nehme ich. Oder das? Nee, das nehme ich. Das ist so ein Entengelb. Keine Ahnung. Wie so eine Quietsche Ente halt. Och, sag nicht, ich kann das auch gelb machen. Ja! Oh ja. Oh ja. Das sieht ja richtig gut aus. Meine Pollente ist fertig. Ganz viel komisch. Wieder eine Pollente. Ja, komm ich schnell, bitte einmal über das Rad kommen. Komm ich schnell, bitte einmal über das Rad. Bitte einmal über das Rad. Ja, komm ich schnell. Meine Pollente ist fertig. Ey, das sieht gar immer so scheiße aus. Sieht echt gut aus. Dafür, dass es ein Polizeiauto ist. Warte, Pauline. Kennzeichen. Das geh ich mal ein. Pauline. Pauline. Warum heißt die so Faddelkoch und es heißt dann Pauline? Auf ein Kennzeichen. Werd ich nicht verstehen. Schichten aus dem Paulaner Biergarten. Warum ist der schon wieder so langsam? Das ist so schnell. Das war noch gelb. Okay, so darf der nicht stehen. Oder darf der so stehen? Ich kann auch mal ein bisschen stehen. Mein Gott. Nein, ich bin die Tür. Ich bin kein Park Sheriff. Ich bin kein Ratter, aber ich bin kein Ratter. Ich bin kein Ratter oder nicht. Das ist das Amgurig, bitte. Ich bin kein Ratter. Ich bin kein Ratter. Hotkey für Tempomat. Das ist ja echt schön. Wenn ich fühle. Einfach Undercover als Undercover. Das ist halt dieses Doppel-Undercover-Fahren. Schon geil. Wir sind ein Doppel-Null. Das sieht echt nicht so schlecht aus. Die Farbe gefällt mir. Vor allem, du denkst halt echt nicht, dass dein Kopf drin sitzt. Wir waren eben bei der Verfolgung Lisa Benkevo mit dem Herrn Sanchez in der Verfolgung mit Beteiligten hat die Person verfolgt ganz wichtig. Da ging vorher welche Person wurde verfolgt oder alle mit einem beschlossen? Negativ von der Füße der Evo, womit beteiligt war nicht der Grüne, sondern der andere. Entschuldigung, doch der Grüne. Da war ich nicht beteiligt bei dem anderen. Ich kann es nicht sagen, dass Edward 26 im King vor dem Ferrari verfolgt hat. Ich soll wieder blitzen gehen, aber ich habe richtig Bock auf ein-einparken. Ach stimmt, einparken muss ich eigentlich ja gut. Ja, die Einer hat sich vorhin durchgegeben, als der Kukuline Evo verunfallt ist, dass er dringend Potenzial werden muss. Die Lauterfrau, da habe ich den immer noch benutzt. Da machen wir die Akte auch noch raus. Die stellt es nicht um. Das ist ja echt kacke. Ich habe ja noch Zeit bis rüber. Andel, die Mustang-Ente? Sag mal, wo ist denn eigentlich der Andel, wenn man mal wieder braucht? Andel, die Mustang-Ente, wo ist sie denn? Ich brauche sie mal. Ach komm. Mein Gott, ey. So schleichend da unter Auffahrt. Das ist 100. Nice, 100, mein Herr. 100, komm mal hier. Irgendwie wäre es cool, wenn die NPCs schneller fahren würden. Nur habe ich das Gefühl, sobald die NPCs schneller fahren und die schneller einstellen, dass die dann höchstwahrscheinlich ganz viele Unfälle bauen werden. Habe ich irgendwie gerade im Bauch gefühlt, ich weiß nicht. Der war gerade gut, ne? Ja, was ist denn raus? Ey, irgendwer hat in irgendein Stream hat irgendwer so einen Kommentar hinterlassen. Fahrzeug ist habe ich so ein Paletto mit 267. Wir haben gerade keinen Sichtkontakt mehr. Fahrzeugbeschreibung? Supersportwagen. Dann können wir uns anfangen. Brauche ich gar nicht anfangen. Ach, das ist die falsche Garage. Ach nein, ich bin so... Ach, das ist ja unglaublich, ey. Das ist ja ein Polizei-Auto. Ich möchte es hier in die normale Garage stellen. Ich weiß nicht, soll ich das wieder anfangen probieren? Weil, der hat ja nicht mal eine Beschreibung vom Auto. Was soll ich denn da noch machen? Kann ich ja ein bisschen anfangen und hoffen, dass der da vorbeigekommt wird. Äh, wo zum Teufel ist jeder Einparkpunkt? Ach komm, nicht ehrlich, oder? Doch, hier. Ich habe sie gerade nicht gehört. Ich habe sie gerade nicht gehört. Mustang, ich habe... Hat er King 4 gesagt? Oder hat er gesagt 10 4? Das ist nämlich immer das Ding, wo ich mir jedes Mal denke, hat er King 4 gesagt? Oder 10 4? Ich müsste das eigentlich mal ändern zu einem... Ach komm. Ich mache jetzt dieses Stück. Habe ich angeguckt? Jedes Mal überlege ich, King 4 oder 10 4? Was hat er jetzt gesagt? War das jetzt richtig und wichtig? Ich weiß es nicht. Da wird er mich verarschen, der Typ. Was macht er denn? Was zum Teil für macht er denn? King 4 verfolge gerade einen, ich glaube, 7er BMW von Sandy mit dem Kennzeichen Jason M. Was ist mit dem? Fahne ich. Was ist Kopfschmerzen? Der Typ hat anscheinend tierische Kopfschmerzen. Unterstützung, Freizeit. Wird benötigt, ja. Ich gebe mal mein 1020. HSP drücken wir mit an. 1136 Responding. Weil der mich beten? Weil der ist ja mir vorbeigefahren. Hab mich angehubt. Ist ja weg. Ist ja mal Return gefahren. Ich habe die 6, ich muss schon noch. Ah, ma. Alter, also so kannst du ja keine Verfolge machen. Das geht so nicht. Alter, der kann doch so keine Verfolge machen, der Typ. Mein Auto wieder kaputt. Wo sieht das aus, wenn du einen Ping von Orban 9000 hast. War so, ist sehr schön, eine Verfolgung zu machen. Weil wenn der irgendwo abbiegt, sehe ich den vielleicht irgendwie nicht mehr. Der Kollege, du musst echt aufpassen. Der Typ hat irre Kopfschmerzen beim Fahren und ist echt schwer, da dran zu bleiben. Das ist keine Chase-Mucke. Das ist Chase-Mucke. Flüchtet der immer noch? Ja, positiv. Ich habe schon weiter mit dem Grape-Seat. Ich wächst ganz kurz auf Offload, Kündet und Kampan. Wir haben irgendwie dabei, um den Grape-Seat hochfällt. X-Fort verfolgt, oder? Ich habe negativ. Nein. Das ist noch ein M5 oder so. Nein, das ist, glaube ich, ein Audi A6 oder so. Das ist nicht auch voll fähig. Nein. Nein. Ich bin der B-Win. Einfach Sporting benötigt. Achso, ich bin der B-Win. Dann gibt's wieder Graves die ganze Straße. Wenn ihr A8 ist das. A8 ist das. Oder ein A7 macht keiner, ich gehe gar nicht aus. Ich bin der B-Win. Ein bisschen, Chase. Wie hat der hier? Jetzt wollen wir sie raus. Adam 10, 10-7 gesammelt. Schönen Abend noch. Schönen Feierabend. Ja. Wieder Kopfschmerzen. Perfekt. Ich sag eigentlich nie Kopfschmerzen. Aber wie soll ich das jetzt sonst definieren auf die Schnelle? Jetzt weißt du hier wieder von Andl und von Freddy ausgelacht. Du sagst Kopfschmerzen soll man nicht sagen. Weil das ja ein Gamecrash ist. Das Ding ist, wenn ich jetzt sag, ja der sieht grad mit seinen Augen schlecht, versteht das keiner im Funk. Weil alle sagen zu Lex Kopfschmerzen. Aber wenn der so weiterfährt, dann überschlägt's von der Hauptmann, ne? Ich predikte, dass der irgendwo runterfallen wird. Hier irgendwo... Ach nee. Bleib dran, Probe. Ist ich da abgebogen? Ist er nicht abgebogen? Ah nee. Der fährt dann nicht weiter. Ich stehe weiterhin geradeaus von der automatischen Tankstelle West Highway. Passieren jetzt gleich die Tankstelle. Fährt auf die Tankstelle auf. Und wieder ab. Fährt rechts Richtung Etihad. Hier links. Hier in der Stadt Alm jetzt auch West Highway. Ich schwöre dir, ich krieg noch nen Auszucker mit diesen scheiß NPCs. Ich schwöre euch. Ich mach dir ab heute aus. Krieg vor? Geht's dir gut? Ja, danke. Dann brauchen wir noch Sichtkontakt zum Audi. Schön dranbleiben bitte. Schwierig. Ich bin heute ein ziemlicher Kopflosenmagnet leider. Ist nicht dein, sie hab gerade auf den 2.0. Das ist ja echt hartnervig. 1020? Keine. Ich war zu weit weg. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Wahrscheinlich immer noch West Highway. Naja, da fahr ich gerade weiter. Ich sehe noch nicht genau. Ich brauche jetzt nen 1020 vom verfolgten Fahrzeug. Da fahren keinen Sichtkontakt. Kein Sichtkontakt? Das ist korrekt. Wo hast letztes gesehen? West Highway, Stadt Einwärts. Oder Tankstelle, weil ich letztes Sichtkontakt zum Oceansal links war. Ich glaube, da fährt er da vorne, oder? Ah, nee, doch nicht. Glaub ich, NOS gezündet, so wie das Polster. Wir sollten ein bisschen aufpassen, wo sie lang fahren. Ja, ich. Ja. Und Kennzeichen an dem Fahrzeug? Ähm, ich glaube Jason M stand drauf. Ich guck nochmal nach. Ja, hast du korrekt. Jason DRM. Ich glaube, der ist irgendwo hinten abgebogen. Ich habe irgendwas hinten gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt der Kollege war. Warte mal. Irgendwas habe ich gesehen. Ich fahre jetzt mal durch die Eimer und durch. Ich komme mir schnell für heute. Ich habe einen schönen Abend. Das muss ich auch. Ah, nee. Das war ein NPC hier, Alter. Ich dachte, der wäre hier... Hat er sich hier... Ey, das ist halt wieder so traurig und ekelhaft, Alter. Wenn dir so ein scheiß NPC in die Fresse wieder reinfährt und du wieder keinen scheiß Sichtkontakt hast, weil der dir wieder rechts... Der hat mich rechts runter geschubst. Die nehmen das persönlich, die Pisser. Die wollen, dass ich die ausmache. Die nehmen das so hart persönlich. Ey, das geht mir so auf den Arsch, ne? Also sowas wie heute hatte ich noch nie. Ich muss mir diesen Clip angucken. Das ist... Das ist unglaublich, Alter. Das ist unglaublich, was ich für ein Pech habe heute. Ich fahre fünf Meter. Nehmen so ein Dings lang. Und weißt du, der kickt mich da richtig runter. Der hat sich richtig... Der NPC hat sich richtig gefreut, wie er mich da runter gekickt hat. Alter, guck dir das an, ey. Guck dir das an. Ich fahre da ganz normal. Und er... Weißt du, das Geile ist... Der Typ, der da vor mir gefahren ist, wäre der eine Millisekunde vor und hätte jetzt den erwischt. Und er fährt und er biegt gerade ab. Ich habe mit Blaulicht volle Abbremse gemacht. Und man sieht von hinten gleich, dass er abbiegen möchte. Schau mal, du fährst hier ganz normal. Und du siehst ihn gar nicht. Und auf einmal biegt er da ohne Grund ab. So richtig... So richtig random. Ohne Grund abgebogen. Fährt mir rein. Ich gegen die Planke. Ich bin froh, dass es mich auf den Kopf geschmissen hat. Es wäre wieder ein Krankenhäuser entstanden. Aber, Alter, das ist so unfair. Ich kann so kotzen, Alter. Wie sowas schon wieder sehe. So kotzen kann ich. Ey, Glück, dass ich keinen Überschlag hatte. War wieder eine Verfolgung für nichts einfach. Verfolgung wieder für nichts. Aber ey, dieser Typ hat auch gebatet. Weil ich bin da an dieser Tankstelle gestanden. Der hupt mich an beim Vorbeifahren. Und returnt dann. Der fährt dann wieder zurück. Der ist ja nicht in die Richtung gefahren oder so. Der ist ja dann wieder zurückgefahren in meine Richtung. Er hat doch sicher gebatet, der Typ. 100 pro. Der wollte ja was von mir. Sonst hupt der doch nicht einfach, oder? Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Könnte schon sein. Ich will ihm nichts vorwerfen. Es kann schon sein. Aber gefahren ist er gut. Das ist ein Kollege gewesen. Ich wollte mein Kollege. Und das wollte meine Kollege. Und meine Kollege viel zu schnell. Ich kann immer sagen, Kollege, nicht zu schnell, bisschen langsamer. Aber ein bisschen langsamer alles angehen, Kollege. Weil wenn Kollege zu schnell, Kollege liegt am Kopf. Das ist schon öfter passiert bei Kollegen. Da muss er aufpassen, weil sonst Kopf irgendwann ab. Und dann war es das mit Kopf. Wenn man nicht den zweiten Kopf habe, wenn man nur einen Kopf habe. Mit einem Arm weg, ich klotze noch den zweiten Arm. Aber wenn Kopf weg, dann weg. Ich habe gesagt, Kollege. Du musst aufpassen. So, 130, danke. Du musst tanken. Heute kein Glück. Wobei den einen, ich bin immer bei den Verfolgungsjagden dabei, wo sie keinen fassen. Die haben ja vorhin den Evo gefasst. Die zwei, ich glaube sogar beide Evos haben sie vorhin gefasst. Bin mir nicht sicher. Ich weiß ja, ob es nur ein, ich weiß ja, ob es beide oder ein. I don't know. Ich guck mal, das ist auch so richtig unwirklich. Ich wollte nur Blitzen fahren. Wohl, weil ich glaube, das Koffer ein. in der gauche des plant aperfwig. Wo kann ich nen Tank einfach house host? Und mir ehrlich gesagt Calle. Falls du mal den Charakter machen, die genau so redet. Mein Kollege hat gesagt, er ist nur ein Kopf und wenn er weg ist, dann ist er kaputt, er ist halt weg. Er geht, schickt mal wieder den Zweiten, er ist halt weg. Hab ich gesagt zu meinem Kollege. Aber das ist wirklich ein Wunder, dass mich heute nicht offen... Also das Rummel-Los hat mir heute so weit geholfen, dass ich im Krankenhaus liege. Das ist mittlerweile... Also wenn ich das Rummel-Los ziehe und ich habe Glück, dann liege ich im Krankenhaus anscheinend. Heute kein einziges Mal überschlagen, einmal fast. Die Wand hat mir geholfen. Schau mal, hätte Justin nicht gelogen. Wäre ich mit Karl-Heinz hier nochmal mit Justin aus dem Auto gefahren. Justin-Bashing, hab ihn lieb. Ah, das werde ich vermissen. Wenn ich mit Karl-Heinz unterwegs bin, wäre ich ihn echt vermissen. Das ist echt traurig. Das tut immer so weh, wenn du so RLO-Spieler hast. Mit denen du schon so ein bisschen was aufgebaut hast im ÖP. Alter, stell ich euch mal vor, Freddy fliegt oder so, Alter. Das würde so wehtun einfach. Und dann hast du mit denen was aufgebaut, aber du musst trotzdem fair sein. Das ist das Ding. Da ist ja die Person einfach weg. Weil der Justin war echt ein guter Rp-Spieler. Der hat er gut gemacht. Muss man schon sagen. Das ist ein guter Spieler, den wir verloren haben. Leider. Ich bin ja selber kein Fan davon, Leute wegzubannen. Das ist ja das Ding. Das wissen die Leute halt nicht. Aber ich bin halt kein Fan von das Leute wegkommen, die eigentlich gute Sape spielen. Das ist ja schade drum. King 4 für Edward 36. King 4 hört. Dein aktueller 10-20. Jawohl. Tankstelle in, äh, neben der Nationalbank. Den fort, dankeschön. Lass mich raten, ich hätte kein 10-20 senden sollen, ne? Pass, danke. Pass, danke. Ich dachte, ihr wollt'n zu mir. Ich hab nichts gehört, ich war grad tanken. Äh, ja, negativ. Das passt schon so. Alles klar, danke. Ja, komm einfach mal kurz vorbei mit dem zweiten Heißen, glaub ich. Also du kommst vorbei, ja dann, äh, trech nochmal rum. Super. Edward 40 für Linken 62. 40 oder 14. 14. 14. Warum reißt es denn das Auto eigentlich so? Was ist denn mit dem Auto falsch? Äh, letzter Dispatch vielleicht interessant für Sie. Ich weiß nicht, ob Sie da was machen können. Ich weiß, das ist kein Witz, aber hat das Auto Parkinson oder sowas? Das schüttelt die ganze Zeit, ist ja nicht normal. Ist die Kassamilie? Ich bin eigentlich nicht mehr dienstfähig. Äh, 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 in Geschwissen wurde. Alles okay? Ist das in der Waffe? Äh, ich war ja schon im Krankenhaus, alles gut. Ich muss nur noch meine Zweigen Aussage schreiben und dann bin ich erst mal Tänzer. Ich glaube, mein Auto mag mich nicht. Sobald ich einsteige, schüttelt es mich durch, guck. Hä? Hä? Aber ich... Ah, wenn ich anstarte, ist es normal. Okay, warte. Hä? Jetzt ist es wieder normal. Okay, komisch. Hä? Hä? Was denn da passiert? Was ist mir beim Auto los gewesen? Hä? Ist das, ist das ein Bug vom Mustang oder... Ich weiß nicht. Fragt mich nicht. Kommt der jetzt als Backup oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Vielleicht habe ich... Ich muss eigentlich gerade pinkeln gehen. Warte, ich mache kurz Pinkelpause und gehe wieder da, Leute. Ah, ich muss schon so dringend, ey. Ich darf aber nicht frei pinkeln. Das wäre gegen das Gesetz. Und wenn jetzt der Kollege kommt und das sieht, kriege ich erst mal einen Anfall. Ähm, frei pinkeln hier in die Ecke? Das sieht keiner hier. Hoffe ich halt. Oh, ich bin gleich wieder da. Ich gehe ganz schön pissen. In der Zwischenzeit bitte gerne wieder 500 Euro donaten oder 300, dass ich das wieder nicht mitbekomme, wenn ich am Klo bin, genau. Ist by the way nur Spaß, bitte tut es nicht. Danke. Oh, jetzt kommt der Kollege. Na genau jetzt. Äh, King4, kurz Code P. So, Schatz. Ah, ich bin gleich wieder da. Aber warum gehe ich überhaupt weg mit der Facecam? Ich hätte einfach sitzen bleiben können. Ah, jetzt sitzt er aber ganz schön gut. Ah, ich bin gleich wieder da. Eruir. Oh, ich bin gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah, das war jetzt ne pinke Pause. Perfekt. Ging vor wieder. Back 10-8. Wir haben hier meinen Wagen hier vorgetankt beim Nationaler, genau wo ich tanken konnte. Ah, guten Tag. Das ist ja der Herr. Ach, guten Tag. Ja, ich hab ihr Rad befolgt. Das sieht wunderschön aus mit dem Motor. Haben sie rot gemacht? Ja, sind weinrot. Ah, und weinrot, das ist doch mal was schickes. Ja. Das war eine sehr gute Idee. Wunderschön, muss ich sagen. Passt gut zu Ihnen, mit der Rose und so, von der Farbwahl her. Danke, dann müsste es eigentlich ein bisschen bräunlicher sein, aber... Ne, ne, aber so, wissen Sie, das passt so in so Waldfarben, so herbstfarblich irgendwie. Ja. Wenn Sie sich das so angucken, sind Sie sehr braun angezogen. Sind Sie der Baumstamm und das ist dann, ähm, die Eiche oder so. Wissen Sie, das hat so schön, schöne Blätterfarbe von so einem Baum. Ja, ja, okay. Also der Graser, ne, weiß ich nicht. Also farblich finde ich das schon schön. Ja. Ist mal was anderes. Wäre in weiß schön, glaube ich. So mit ne weißem Pellet. Der war vorhin weiß, äh, mit rot. Genau, das habe ich gesehen. Das war an sich ne rote Grund, ähm, Lackierung, aber es war so ne weiße Folierung oben drüber. Genau. Wenn Sie, wenn Sie flext wollen, der Kater, machen Sie einen golden Pellet drauf. Ach, Gold, ich weiß nicht, ja. Aber guck mal mein Auto an. Das ist doch mal schick geworden, oder? Guck mal. Das ist hier. Das gibt's gelb. Das ist ihrs? Der, der, der gelbe Flitzer ist das. Es steht Polente drauf als Kennzeichen. Von dem her musste ich das schon machen. Ja, hab's schon gesehen. Ach, gut. Und das ist so auffällig, dass man damit nicht auffällt irgendwie. Weil, ihr denkt schon, dass so jemand in so einem Popauto sitzt. Das müsste doch eher Küken sein, oder? Gelb Küken. Ja, aber dann kannst du nicht Kük-Ente machen, äh, Kük-Kük-Ente, weil es ist ja Polente am Kennzeichen drauf, ne? Ja. Achso, meinen Sie wegen Ente? Ja, Ente. Ja, ist dann Küken, haben Sie recht, doch. Aber ich denk immer an so ne Quietsche-Ente, was man in so einem Badezimmer hat. Ach so. Ich weiß aber, wie sie genau so lackieren, weil ne Quietsche-Ente genauso aussieht. So ne, so ne Bade-Ente? Ja, genau. Auf das hab ich's angelegt. Das sind aber eh, glaub ich, Küken, soll das darstellen, so Bade-Ente. Absolut, Kollege. Hm? Kennen Sie mich noch? Ob ich sie noch kenne? Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Fragen Sie mich das jedes Mal, wenn ich sie seh? Ja. Waren Sie der, der mich rausgekauft hat aus der Scheiße? Ja, nur mit ein bisschen, nur mit einer anderen Uni von heute. Warum machen Sie das? Jedes Mal fragen Sie mich. Ja, weil sie mich, weil es im, weil, das ist ja nicht vergessen. Ich vergesse es nicht. Ihre Stimme habe ich nie vergessen. Ich weiß auch nicht, wer er ist, aber er weiß, wer ich bin. Ne, er ist immer sonst in voller Montur angezogen. Aber ich erkenne ihn auch so in der Stimme. Ja, jetzt bin ich aber auch kein Marshall mehr. Haben Sie da gekündigt? Kann man so sagen, ja. Warum? Was ist denn los? Sind Sie jetzt wieder bei der Polizei bei uns? Jetzt bin ich beim LMPD, ja. Hm. So, was ist der da? Als Rookie? Ja, die Woche. Ui. Okay. Ich dachte mir nämlich, wo ist denn Ihre Montur hin? Ich musste meine M4 abgeben, meine Scar abgeben, hat mir schon ein bisschen wehgetan. Ui. Kriegen Sie vielleicht eben mal wieder. Also Scar nicht, aber... FDM4 dann schaut irgendwann her. Ja, Herr Kater, Sie sind aber auch unvergesslich. Echt? Wieso? Weil Sie, glaube ich, der einzige Mensch sind, den ich im Stadion kennengelernt hab, der Kater heißt. Echt? Ja. Ich hab Deutsch schon im Ahnen kennengelernt. Also, ich muss sagen, ich hab ihn vorhin, ich hab einfach vorhin den Namen von dem geraten. Weil hinten auf dem Kennzeichen N stand und C und ich hab einfach gesagt Niklas. Niklas Kater, genau. Bin ich schon so bekannt? Ich bin auch noch gar nicht so lange hier im Staat. Wie lang denn? Der Flieger ist vor acht Wochen ungefähr gelandet. Acht Wochen? Und dann haben Sie schon so ein Auto? Ja, ähm, ich hab auch noch eine Black Series oder so. Ich will's ja nur sagen. Wie können Sie sich das leisten? Was arbeiten Sie? Also, Herr Kater, bei allen Respekt für das, dass Sie noch nicht lange hier sind. Ja. Zwei Monate. Ne? Also... Hinkommt so eine Akte grad durch? Ja. Ich glaub mir wurde gesagt, es sind elf Einträge. Ach. Ah, aha. Ja. Rufen wir mal bei der Bank an, machen wir mal einen Finanzcheck, oder? Einfach eine Finanzprüfung, hätte ich mal gesagt. Muss das sein? Sollen wir mal nachweisen können, wo das ganze Geld herkommt? Ne, dass das alles legal arbeitet. Na ja, ja. Muss die Bank anklopft, ne? Ja. Hanf aber Großmenge. Hä? Wann denn das? Besitz mit der Absicht zu verkaufen. Ne, alles Eigenbedarf. BTM mit der Absicht zu verkaufen. Alles Eigenbedarf. Entführung. Was? Besitz illegaler Schusswaffen. Aha. Besitz BTM nach Meff-Herstellung. Illegaler Waffenbesitz. Fabriken des Flüchten nach Fahrzeugbeestall. Herr Kater, ich weiß ja nicht, ob das alles so legal ist. Also, das sind zwei Monate, da haben sie aber ganz schön Gas gegeben. Ähm, durchsuchen sie mich, ich hab nichts Illegales dabei. Ne, ich will sie gar nicht durchsuchen. Wo ich ja nicht bin. Herr Kater, wenn ich jetzt hier die offene Rechnung angucke. Haben sie die alle bezahlt? Ähm. Also Herr Kater, sie haben eine US-Barticle. Die hab ich ihnen damals ausspielen. Von 2000 Dollar. Die hab ich ihnen persönlich damals ausspielen. Die hab ich ihnen persönlich damals ausspielen. Der 14 würde sich dann verletzten Spitting-Kanzel anmelden. In C-A-S-V. Die Aussage und Bodycamps sind in der Rechnungsakte. Aber ich hab das angemeldet, ich wollte schon sagen. Vielleicht sind ja er war nicht angemeldet, dass ich mir das vorweisen kann. Also, Herr Kater, ne? Den hab ich von angemeldet. Eigentlich hätten sie sieben Tage Zeit, das zu zahlen. Ähm. Ich weiß, dass ich ihnen die Rechnung vor mindestens vier Wochen ausgestellt hab. What? Welche Rechnung? Ich weiß nicht. Die US-Marsel-Rechnung. Die hab ich grade bezahlt. Das ist ein Körner-Fälliger, dass ich auf dem Weg zum Fahrzeug-Lebstahl mache. Ähm, aber bei der AMR-Rechnung, da seh ich nicht ein, die zu zahlen. Müssen sie aber auch zahlen. Ja, aber ähm, ich seh das nicht, weil wenn die FD den ganzen Tag nicht im Dienst sind und ich dann behandelt werden muss, weil ich blute. Ähm, ja, würde ich zumindest günstige Rechnungen haben als 15.000 Dollar, müssen sie verstehen. Ich bin arm. Darf ich kurz was sagen? Ja. Ich wurde bei einem, bei einer Schießerei, wurde ich angeschossen. Und ähm, ich durfte dann, ich glaub, ich würde, ne, in zwei Tagen wurde ich zweimal angeschossen. Insgesamt 40.000 Dollar dafür zahlen, dass ich angeschossen wurde im Dienst. Nehmen wir denn das nicht hier, äh, das PD? Nein. In dem Fall. Also wenn ich einen Arbeitsunfall erleide, übernimmt das meine Arbeit, die ganz gute Rechnung. Ne, das, das Ding ist, dass, äh, wenn's vor Gericht geklärt wird, kriegt man das Geld vielleicht wieder, aber, ähm, da hab ich bis heute nichts gehört. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht immer da, von dem her. Hm. Da hab ich den deutlich besseren Arbeitgeber, muss ich sagen. Äh, sie verdienen auch anscheinend sehr gut, aber... Wo, 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 arbeiten Sie denn, äh, Herr Kater? Ähm, ich bin Weinbauer. Weinbauer? Ja, in den Weinbergen. Deshalb, deshalb die Lackierung des Autos, ne? Macht Sinn. Die Lackierung kommt von Ihnen. Die Idee. Ja, aber es ist auch Weinfarben, das passt dann zum Job. Ja. Das ist Weinbauer. Darum das Weinrohrwebender, ja. Komisch, Herr Kater, dass alle Weinbauern irgendwie den selben Anzug tragen, ne? Finden sie nicht? Ja, Weinbauer. Sie müssen doch als Firma erkennbar sein. Das ist, das ist, das ist, äh, ja. Arbeitskleidung. Ja, das wird's für die Kleidung sein. Bekommen sie so gestellt, ne? Genau. Das ist wie ihre, ähm, wie ihre Weste oder ihre Uniform. Kriegen sie auch von der Arbeit gestellt. Naja. Also, ich muss meine Sachen selber kaufen. Ich auch. Da ist wieder der Zuspruch, dass ich den besseren Arbeitgeber habe. Haben sie das Geld dafür bekommen? Tatsächlich, ja. Für nen Anzug? Für nen Anzug. Ja. Eieieiei. Maasanzug. Ja, der hat nen guten Arbeitgeber anscheinend. Feinbauer. Ich kann mich nicht beklagen. Also, sie sind eigentlich, also sind sie eigentlich ein, wie sagt man, ein Winzer? Hm. Ich bin grad überfordert den Begriff, den hab ich noch nicht gehört. Ja, ja, ja. Was ist jetzt ein Winzer? Was ist ein Winzer? Was ist ein Winzer? Eieieiei. Ein Weinbauer sein und dann will ich wissen, was ein Winzer ist. Das ist gut. Eieieiei. 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 Stammt sie so rum? Stammt sie so rum? Dafür haben wir tatsächlich Maschinen. Achso. Das ist halt so allgemein, wenn man am Alltag unterwegs ist. Und sonst haben wir natürlich, wenn wir pflücken, haben wir was anderes an. Wenn wir die ganzen Sachen haben. Aber das macht mich jetzt doch etwas. Also, sie haben nicht mitbekommen, was ein Winzer ist? Also, haben die gar nicht damit aufgeklärt, was das ist? Also, Kollege, wenn sie einen Rotwein haben wollen, der nussig schmeckt, empfehle ich einen italienischen Primitivo sogar. Es schmeckt sehr gut zu Fleisch und Fisch. Ja, ich trinke eigentlich keinen Wein, aber ich wollte ihn jetzt nur mal testen. Oder einen österreichischen Spätburgunder. Ist auch sehr gut. Was für einen? Einen österreichischen Spätburgunder. Einen Spätburgunder? Da werden die erst ganz spät gepflückt, die Bärchen. Die Trauben. Ja, tatsächlich. Die werden zehn Tage später gemacht. Haben sie gerade nachgeguckt. Immer. Herr Kater, der Weinprofi. Definitiv, definitiv. Ich bin noch gar nicht so lange im Job. Also, ich habe ja heute erst meine erste Beförderung bekommen. Ach, okay. Da sind wir noch nicht so lange dran. Deswegen. Deswegen ist das auch so. Ich war vorher noch in der Probezeit und jetzt wurde ich, sag ich mal, aufgenommen. Aber eines können Sie mir sicher sagen. Warum gibt es Weiß und Rotwein? Sagen Sie mal. Wissen Sie das auf Anhieb? Ähm, der eine schmeckt anders als der andere. Nein, nein, nein. Warum gibt es weiß und warum Rotwein? Also, warum ist der Rotwein rot und der Weißwein weiß? Sagen Sie mal. Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das liegt an den Früchten her. Welche aus welchen Regionen oder so. Oder bin ich gerade? Glauben Sie oder wissen Sie es? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Wie gesagt, ich bin noch neu im Job. Herr Kater, aus was macht man denn Wein? Aus was für Früchten macht man denn Wein? Wie wäre es Ihr Kumpel? Nee, aus welchen Früchten macht man Wein? Sagen Sie mal. Aus Trauben. Ja. Genau. Und was gibt es für Trauben? Wieso? Weintrauben. Es gibt weiße Trauben und es gibt rote Trauben. Es gibt die Rottraube, die rote Traube und die weiße Traube. Dreimal dürfen Sie raten, warum der Weißwein weiß ist und der Rot Weinrot. Ich sag doch wegen den Früchten, oder? Ja, aber das ist so richtig. Aber Früchte ist es ja dem, was er mit den Weintrauben hat. Ja, ja. Ja, ja. Haben Sie doch nie rote Trauben gegessen? Doch, ich ernte sie doch auch. Aber sie haben auch weiße Trauben. Also dass sie nicht ganz weiß sind, dass sie so grünlich sind, die eher. Herr Kater, eine Frage. Ja. Kennen Sie ein paar spanische Grundbegriffe? Spanisch ein wenig, ja. Was denn zum Beispiel? Also, ich meine sie jetzt in der Kommunikation, oder? Moral gemein, Begriffe, Aussagen, Wörter. Also, Begrüßung so mit Holla. Bestätigung sozusagen. Holla! Die wollen sie. H-O-L-A geschrieben, glaube ich. Wir sind jetzt nicht auf Hawaii, ne? Ja, dann sie halt, die Bestätigung und so. Das ist mir aber aufgefallen, dass viele Leute hier im Staat so ein bisschen Spanisch können. Das ist ja schon. Guck mir ein bisschen Spanisch vor. Herr Kater, können Sie mir... Ach, ich fahr gleich und zwar mit überhöhlter Geschwindigkeit. Ich hab weg. Ankündigung, eine Staffel ist auch eine Staffel, Herr Kater. Kater? Oh, ich h-n-du mich zu. Naja, Kater, können Sie mir was... Was... Dinge... Können Sie mir was... Ü-übersetzen? Wäre jetzt möglich. Äh, kommt aus Waterrun. Schauen Sie mal. Er muss erst mal sein Handy suchen und dann Übersetzer aufmachen. Der Lobos! Der Lobos? Übersetzen Sie mal. Ähm, also Lobos mit L-O-B-B-S. L-O-B-O-S. Der Lobos. Äh, war das nicht... Ähm, entweder es war, ich glaub Nacht oder... Sollten Sie als professioneller Weinbauer mit einem Braunanzug kennen. Ist das nicht nur von Sekt oder Wein? Ja. Ist das ein Weißwein? Es... Ja, das... Ey, der Wolf war das. Der Lobos heißt die Wölfe. Ja, die Wölfe. Wow, wow. Ich wusste auf jeden Fall, entweder Nacht oder Wölfe war das. Ich weiß nicht, dass eines von den B-B-B-B-M-Innen ganz sicher welcher B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Der Wolf. Der Wolf ist das ja. Aber was heißt dann... Der... Der Notchel? Der Karte? Das ist denn... Der Nacht. Der Nacht. Heißt übersetzt... Dich funkt jemand an. Ach. Ähm... Also Sie meinen jetzt im ganzen oder... Im ganzen, ja. Ähm, letzter Dispatch... Kannst du da was machen oder ist das für dich nicht dein Bereich? Ich schau mal schnell. Also wir quatschen hier und da kommt ein Dispatch rein. Hahaha. Und wir quatschen einfach. Äh, braucht jemand von der Führungsintarschung Ketive noch da? Ähm, ich muss mal gucken ob ich gerade der höchste bin im, äh, CAD. So, hab ich schon nachgeguckt. Alles klar, dann mach ich das. Frau, danke dir. Führungsetage. Dann sag ich einfach, dass ich gerade der höchste bin, der da ist. Lieutenant 2. Stadtwerke, hallo. Guten Tag. Äh, folgendes. Sie wollen jemanden aus der Führungsetage? Ich bin nicht ganz die Führungsetage. Ich bin ein Lieutenant. Ich bin aber gerade der höchste, der da wäre. Hallo? Gerade schlecht. Wollen Sie auf Einsatz? Äh, ich höre Sie gerade nicht. Was haben Sie gerade gesagt? Ich bin jetzt gerade noch im Dienst jetzt gerade, ja. Da noch? Äh, weiß ich noch nicht. Ich denke, wir haben nicht mal so lange jetzt. Äh, weil ich denke mal, wir werden so eine halbe Stunde hier... Ja, um was geht's denn? Wenn's schnell geht, können wir das auch schon am Telefon machen. Äh, es geht um den Rasenmäher. Wir zeugen uns jetzt Rasenmäher eben für Krümpflege. Mhm. Den hat eben keine Kennzeichen. Ja. Mit dem Rasenmäher dürften Sie, ähm, eigentlich dort lang fahren, wo halt jetzt, wenn Sie nicht mit auf der Straße fahren. Also ich sag mal so, Sie könnten damit auf, auf, äh, auf dem Gehweg fahren. Es ist eigentlich, kann man fast so sehen wie so einen, ich sag mal, kleinen Roller. Der fährt ja nur 5 kmh oder sowas. Ja. Damit tun sie ja niemandem was. Das, wenn man das, das jetzt nicht möglich ist, auf dem Gehweg zu fahren. Ja. Aber sowas was einfacher ist. Also eigentlich, wenn Sie mit dem Rasenmäher fahren, Sie dürften damit sowieso fahren. Das Fahrzeug ist unter 25 kmh. Alles, was unter 25 kmh fährt, ist eigentlich etwas, was Sie auch nicht mal zulassen müssten. Sie können das, müssen das auch nicht mal anmelden. Äh, damit dürften Sie theoretisch auch, wenn Sie ganz rechts auf der Straße fahren fahren, Sie dürften nur damit nicht auf die Autobahn. Aber sonst dürften Sie damit theoretisch, äh, fahren. Solange Sie nicht auf der Autobahn damit gucken. Ja. Okay. Ja, sonst hätte ich gesagt, dass wir es halt so machen, weil eh immer, äh, wenn das Auto dabei ist, dass es halt mit Gelblicht voraus wäre oder hinterher. Können Sie machen, Ne, weil es ist so, so ein Rasenmäher, damit müssen Sie ja irgendwo hinkommen. Und die einzige Möglichkeit, die Sie halt haben, ist halt, mit auf der Straße oder am Gehsteig zu fahren. Ich würde sogar Ihnen empfehlen, fahren Sie vielleicht rechts auf der Straße damit. Ja. Ähm, wenn Sie das mit Gelblicht machen, super. Also von mir aus gibt es da kein Problem. Dadurch, dass das Fahrzeug so langsam ist, damit, da können Sie eh nicht viel, äh, Unfälle damit bauen eigentlich. Sie müssen es auch nicht anmelden. Klar. Und bloß um das Gelblicht, ob wir mit Gelblicht dann fahren dürfen. Ja. Können, können Sie so machen. Da fahren Sie, also am besten mit Gelblicht, dass Sie da ein bisschen gucken, aber, ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob das sogar kontraproduktiv wäre, wenn Sie mit Gelblicht fahren, weil so ein Rasenmäher nicht viel Platz braucht. Und wenn Sie jetzt mit einem Auto mit Gelblicht hinten dran fahren und das, das Auto fährt ebenfalls 5 kmh, dann halten Sie vielleicht den Verkehr noch mehr auf. Spawnen. Ja. Ja. Achso, jemand ist näher dran. Schon eigentlich schon. Okay, hat sich dann gelblicht? Ja, hat sich erledigt. Perfekt. Ich habe eins, kann man schon. Also sollte jemand fragen, sagen Sie einfach, äh, King 4, ich bin Lieutenant 2, hat Ihnen das so genehmigt. Ja, Lieutenant 2. Ich bin Lieutenant 2, aber dann können Sie auch gerne sagen, King 4. Also ich kann Ihnen sonst auch meine Dienstnummer geben, wenn Sie die brauchen, aber die, ähm, werden Sie sich glaub ich nicht merken. Ja. Ich schreib sie mir schnell auf. Warten Sie. Ich bin 65 10 0 5. Haben Sie was zum Schreiben? Ich schreibe 16 10 7. Schönen Abend. Hallo. Ja. Haben Sie was zum Schreiben? Ich hab was zum Schreiben. Perfekt. Also meine Dienstnummer ist die 65, Bindestrich, dann haben Sie 10, Bindestrich 0 5. Klar, hab ich so notiert. Perfekt. Also sollte Sie jemand fragen, wen das genehmigt hat, können Sie da gerne da, äh, meine Dienstnummer sagen. Und wenn da irgendein Vorgesetzter mit einem Problem hat, dann wird er sich höchstens bei mir melden. Aber ich, äh, denke mal das sollte kein Problem darstellen, weil Sie müssen ja irgendwie das, äh, Fahrzeug auch so transportiert bekommen. Geht ja gar nicht anders. Also die, die einzige Möglichkeit, die ich mir sonst noch vorstellen könnte, mit dem Abschlepper drauf, aber sowas haben Sie ja nicht, bei den Stadtwerken. Ja, das müsste man mal gucken. Abschlepper haben wir nicht, ne. Genau, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da die Stadtwerke vielleicht auch sowas kriegen würden, wie so ein Abschlepper oder sowas, dass man da solche Sachen transportieren kann. Aber in der Zwischenzeit können Sie damit einfach auf der Straße fahren und einfach gucken. Alles klar, okay. Alles klar, perfekt. Dankeschön. Danke, wieder. Was ist denn hier das? Was ist denn hier passiert? Bitte was, Mann? Ich habe mir das beigestellt, Junge. Einfachsdruck. Er ist hingefallen, Mann. Er hatte Kreislaufprobleme, Mann. Guck es dir an, Mann. Kompletter kranke Typ. Fahren Sie ohne Kennzeichen? Bei mir. Ben, Blade, Let it Rude. Hallo. Können wir ja mal wieder den Motto abstellen. Weil Sie kein Kennzeichen dran haben. Das ist mir auch kein Kennzeichen. Das sind aber auch diese Billig-Mobilde, Kacke, Mann. Die Bellinger, Mann. 35 Street Gang, Mann. Kranker Typ. Kannst du machen wir immer schon alle? Na gut, dann fahren wir mal hinterher. Kein Problem. mit drei Rollern an der Nationalbank vorbei, sind wir in eine Seitengasse rein. 2, der heißt wieder, ist auch schon dran. 254, wir spawning 800 Meter. Wir fahren jetzt Richtung Casino runter. Wir fahren jetzt am Casino vorbei, liegen rechts ab beim Taxi, wurden von Herrn Kater weggerannt. Wir fahren einfach 10.000 Arocs rum. Da wo ist denn jetzt hin? Hä? Wir werden noch von einem Lamborghini verfolgt. Das ist doch ja Kater im Magen, Kartellbeglied. 10.20? Also heute habe ich echt keinerlei, keinerlei Informationen. Habe ich das vorhin im Tankstil richtig gehört, dass er den das Geisel nehmen wollte? 10 fahren wird nicht gehört. Räuchte ich bitte nochmal einen 10.20? Unten in der Kannel-Session, wir werden immer noch vom Lamborghini verfolgt. Wer fährt auch mit? Der hat den Vorderungen gerade versucht auszubremsen. Gönnt ihr da dazu, Herr Kater? Der gehört doch gar nicht hin. Anscheinend schon. Alles klar. Aber vermutet, dass die mit dem Belägen sich gehört, wahrscheinlich die Kartellbeglieder sind. 10.20? Wir werden von dem Kater wieder ausgebremst. Ich kümmere mich um den. Fahre mal weiter. Wir werden die Offroad fahren, oder? Jo. Gib den Kater, Behinderung der Justiz. Hä? Hä? Oh, ich muss rüber rutschen. Alter, heute ist nicht mein Tag, Bruder. Heute ist einfach nicht mein Tag. Lincoln 33 hatte gerade einen Steigkong in den Lamborghini. Flüchte jetzt beide mit den Lamborghini. Na ja, Kater. Dann werden wir dich aber auf die Fahnen umschreiben, oder? Der Kater hat den einen Rollerfahrter aufgenommen. Flüchte jetzt in der Kalle. Oh, ey! Der andere Rollerfahrer fährt gerade Richtung Pilbott. Das ist jetzt Oberhalb von Pilbott verdreht im Aufplatz. Das war jetzt schon ein grenzwertiges Offroad von Lambo. Der ist heute schon grenzwertig. Dann lassen wir es durchgehen. Da sind wir mal so lieb. Da sind wir mal so lieb. Ich bin ja auch mal über die... Fragen Interstate. ...über die Ding drüber geschneiden, gell? Ja. Flüchte durch das einmal jetzt. Der zweite Roller ist jetzt am Aufplatz. Weil ich gedacht, dass ich um die Uhrzeit noch eine Verfolgung habe. Könnte mich jemand auf den aktuellen Stand bringen? Ich hatte gerade einen Coldstick auf. Der Verfolgung sagt... Der hat den Mosk gezündet. Verlieren den Lamborghini. Es ist der Highway to West Highway unterwegs. Verfolgungstag mit einem Ventador. Ja. Soll ich mich an euch dran binden, Kollegen? Die Karte hat mir vorbeigeflanzelt. Ne, sich Kontakt verloren. Der hat Mosk gezündet, aber weg mit dem Auto. Rollerfohrnfall oder Schwerfohrnfall? 1020? 1020? Könnte jemand, ähm... Niklas Kater auf die Fahndung schreiben? 1246 ist bereits dabei. Perfekt, danke. War ich so hier irgendwo eine Rolleraktivarm rumfahren? Weil den kriegen wir so oder so irgendwann mal. Jetzt steht er auf der Fahndung. Den nehmen wir uns mit. Geht doch irgendwo Unterstützung, Benedict. Gerade negativ. Das ist der Sound, aber ich bin nicht. Das ist ganz schön. Wir lesen uns einfach mal ein. Vorne, rechts, hinten, links. Von hinten einfach. Ah, ok. Mach mir jemand mal die Tür auf, Mann. Ich hab ja nur Kabel. Äh, ja, Moment. Das kriegst du hin, ne? Jo. Sehr schön. Äh, was war... Kollege, was war mit dem... Was war mit dem Lambo? Äh, der ist geflüchtet. Äh, aber wir wissen, wer das ist. Oh, warte mal. Oh mein Gott. Seid ihr auf der Highway? Äh, King Fall gerade in der Verfolgung. Da fährt jemand... Ein schwarzen EWO mit dem... Mit dem Kennzeichen EE... Leerzeichen EWO. Und hält nicht an. Mit 188 geblitzt im 80er. Unterstützungsfahrzeichen? Ja, bitte Unterstützung. Hab ein 1020 rausgeschickt. Linker Info, 3, eh, Responding. Edward, Tatistik, Info, Responding. Jason, Billard, Dillon. Was ist denn jetzt auf einmal los in die Uhrzeit? Holy shit. Wie geht's die Street Racers im... ...Haus oder was? Wo seid ihr grad mit dem Neighbor? Ich hab grad durchgegeben. Äh, wir fahren grad durch... ...durchs Parkhaus, äh... ...richtung Hauptplatz. Richtung, äh... ...Abschlepphof. ...Haus oder was ist denn... ...Tämpfer, Verläufe? ...Haus bis zu 100 km. ...Haus bis zu 100 km. ...Haus bis zu 100 km. 1020. Ich fahre Richtung Wurzeln, Rubio. Der bleibt so krass ab. Hat jemand noch Sichtkontakt? Komm zu dir, komm zu dir, komm zu dir, komm zu dir, links. Da fährt aber echt ein Schmarrn zusammen, du. Es sind zu viele Leute rumfahren. Hol den hier, Junge. Seid ihr auf den Highway? Nein. Wir fahren jetzt gerade Richtung Willenviertel da. Verunfall. Fährt weiter. Tun wir den durchgeben. Halt wieder zweier Meter. Fährt weiter, habe ich nur einen Tornader. Beim LAFD vorbei, rechts ab. Zugstatt im Pferd. Fährt weiter. Weiter wieder Richtung Fotostudio. Fotostudio, rechts ab. Warum lachen die? Fährt weiter. Fährt weiter. Jetzt gleich am Hauptplatz vorbei. Jetzt zum Hauptplatz. 10-20. Das braucht nur einen 10-20, Alter. Alles klar, 300 Meter. Jawohl. Evert 53, 10-15, 10-15, 6-1-0. Knackenbell vorbei. Sorry, sorry. Alles gut. Der bremst so krass ab. Die ganze Zeit. Ich glaube, jetzt ist er weg. Oh, fuck. Das ist mal mein Fehler. Okay, mal mit einer Frage. Gibt es da eine Einheit der Schwerstückkampf? Letzte Richtung? Richtung, ähm, Juwelenhändler. Sorry, tut mir leid. Das war mein Fehler. Alles gut passiert. Der ist ziemlich aggressiv gefahren. An deinen Rookie, ich würde dich abholen. Ich habe Durchfall. Ich habe das erste Mal im Leben Durchfall, Alter. Wo kommt denn der her? Wo kommt denn der Durchfall auf einmal her? Das ist nie Durchfall. Oh, oh, stinky. Durchfall. Richtig krank der Durchfall hier. Aber hier nicht mehr, ne? Doch, hier habe ich doch Durchfall. Schau mal, wie ich hier reinfahre. Alles was drum rum um den Mechaniker ist, ist das Durchfall bei mir. Komisch. Ist richtig strange. Hatte ich sonst nicht so. Und hier ist dann wieder, hier ist auch nochmal Durchfall. War das der? Ah, das ist schade. Kollege ist mir hinten drauf gefahren und dann eingedreht. Und das war es schon. Sehr schade. Ja, aber es ist halt... Man hat halt nicht Glück. Nicht immer, ne? Einmal kommt der NPC von der Ecke. Einmal kommt der Kollege und fährt da hinten richtig geil rein. Und er freut sich halt nicht so krass. Aber ey, kann nichts dafür. Ich bin ja auch immer auf was hinten drauf gefahren. Weil halt... Der ist so dermaßen schnell immer abgebogen. Der fährt immer so und dann biegt er direkt so schnell ab. Ich weiß nicht, das ist das Auto. Dieser Evo ist glaube ich so krass wendig. Das ist richtig unfair. Wenn du diese Kurven da reinfährst. Und das siehst du halt erst viel zu spät. Baby Grafik. Ja, erstmal geht der Sir Andreas angemacht. Schaut mal ein bisschen durch. Aber der ist weg, der Typ. Leider. Hab keinen Sichtkontakt mehr gehabt, dass der... Dadurch kommt doch der Durchfall dazu. Dann sicher noch weniger. Hier. Hier sind wir weggekommen. Aber ich glaube er ist hier abgefahren. Oder hier. Wartet mal. Vielleicht ist er hier reingefahren und dann so. Sehr schade. Ja. Passiert. Der Kollege hat sich sehr entschuldigt. Aber ich bin jetzt nicht so ein Kollege, der direkt ausfällt. Was soll das? Wir hatten auch schon Kollegen. Alter. Wenn die hinten drauf waren, wären die Ends mad. Dann sind die richtig mad. Dann lachen sie richtig aus. So einer bin ich nicht. Aber naja. Wir haben den Herrn Kater. Den können wir erstmal auf die Fahnen umschreiben. Bin ich schon sehr froh drüber. Dann passt das. So. So. Wäre ich mich jetzt aber mal Richtung PD wieder verpieseln. Jetzt wäre das ganze zu spaßig. Wie viel haben wir denn? Sie haben 70 Spieler noch um die Uhrzeit. Ja nicht schlecht. Du denkst, dass morgen eigentlich Montag ist? Also ist es schon Montag? Die Uhrzeit. Nur so viele Spieler ist es schon nice. Aber gut. Ich bin auch schon seit 5 Stunden jetzt auf dem Server, ne? Wer ist das? Entschuldigung. Das ist er nicht. Mal da rein. Ein Auto ist komplett zerschleddert. Zeigen könnte er sich da irgendwo... Sind immer noch live. Natürlich. Hier gibt es qualitativ hochwertige und lange Livestreams. Ja, links. Ich ziehe schon nochmal her. Sorry nochmal, dass ich nicht weggrammt habe. Ich bin da heiß. Ja, gut. Das ist... Ja, das ist halt ein bisschen deppert, das Ganze, gell? Das ist halt... Kann man nichts machen, ne? Kann man nichts machen. Es gibt Tage, da läuft alles supi. Da gibt es Tage, da läuft alles beschießen, ne? Es ist halt... Es ist halt problematisch. Aber ich werde das jetzt... Jetzt habe ich hier auch durchfällig hier reinkommen, oder? Ne. Hier nicht. Komischerweise. Ah doch, hier. Guck. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das PD das auslöst, was lustig ist. Hier überall habe ich keine Missing Textschuss. Aber wenn ich dann ins PD komme, gucke ich das bitte an, wie das auch hier aussieht, ey. Minecraft Grafiker. Noch schlimmer. Guck dich das an, Alter. Ich glaube, dass das ist nicht gewollt. Aber sobald du drin bist, ist alles okay. Hier steckt der selber erst fertig. So, gehören wir mal rein da. 170 Dollar Schaden. Passt schon. Also, dass ich da 170 Dollar zahle für diesen Schaden, der da gerade angerichtet wurde. Das Respekt. Aber mich hat es sich auf den Kopf gelegt. Ich bin sehr zufrieden mit der Auswertung heute. Und werde mich gleich mal 10-7 begeben. King 4, 10-7. Gute Nacht. King 4, noch eine Frage. Hast du ein Kennzeichen? Ein Kennzeichen von dem Fahrzeug? Hab ich vorhin durchgegeben vom Evo, ja. Ach stimmt, EE-Evo war das. EE Leerzeichen Evo, genau. Das ist das Kennzeichen. Dass man da vielleicht nochmal guckt, den vielleicht mal anruft oder kontaktiert. Ich glaube, ich hab den wieder. Ich glaube, ich hab den wieder. Echt jetzt? Am Hauptplatz gerade. Warte, ich komm nochmal schon rüber. Ich schau mir das schön an. Warte, ist noch nicht bestätigt. Ist noch nicht bestätigt. Ne, ist ein anderer. Ach, okay. Alles klar. Ja. Da hat er seine Waffel liegen lassen. Erstmal Off-Duty. Erstmal ausziehen die Kacke und dann... Ach. Ah, ich kann mir... Ah doch, kann ich. Ach, shit. Einfach nach oben mal gehen. Aber es waren heute echt gute Verfolgungsjagden auch dabei. Aber ey, ich hatte heute so viel Pech mit der Verfolgung. Zuerst die ganzen NPCs, die einem reinfahren. Und jetzt am Ende der Kollege da hinten volle Kalle drauf. Ich war so konzentriert an dem dran, ne. Ich war so konzentriert dran an dem. Ja, passiert. Ach. Ach. Jetzt erstmal. Alles gut für heute. Wir machen Feierabend. So sieht's aus. Feierabend wie das dufte. Deftig, deftig, würzig. Gut. Au, ich hab mir angehauen. Aua. Äh, Twitch-Chat was hier. Aha. Aha. Also, das sehe ich zum ersten Mal jetzt, ne. Obwohl wir dieses MLO schon so lange haben. Twitch-Chat was hier. Danke. Danke, Robert. Danke. Danke, Robert. Schön, dass du auch hier bist. Aber süß, wie oft er sich entschuldigt hat. Das stimmt. Aber ich glaube, das liegt halt daran, weil sehr viele direkt Endsmetzen mit einer hinten drauf fährt. Und dann so richtig ins... Ich hab schon mal gehört, dass irgendwer auch richtig reingeschrien hat. Weil er sich so aufgeregt hat. Und ich denk mir so, sowas passiert halt. Ist mir auch schon mal passiert. Ich mein, ich bin auch schon mal ein Kollege, volle Kanne reingedüst. Weil er halt davor eben richtig abgebremst hat. Und du kommst dann hinten immer zum Stehen, ne. Hm. Fußraumspinne. Bei 8000 Likes, Leute. Das schaffen wir eh nicht mehr. Wir sind bei 7372. Wenn wir das noch schaffen, gibt's noch eine kleine Fußraumspinne. Zum Abgang. Hm. Hashtag Likerl. Für die Beinchen. So, das gucken wir mal. Wen hab ich noch nicht vorgelesen. Da sind noch so viele Donis offen, ich noch lesen muss. Und deshalb mach ich das jetzt hier auch. Ähm. Der Firefighter 102. So mein Bautzi. Ich bin mal schnell duschen und melde mich, wenn ich zurück bin. Er hat sich dann, glaub ich, eh gemeldet. Andreas Pauli. Danke für 90 Cent an der Flu. Das haben wir vorgelesen. Warte, 107 Euro vorhin. Die haben wir sogar vorgelesen. Benji haben mit dem 10er mal auch vorgelesen. Ähm. Fabian Lolol. 56. Dankeschön für 2 Euro. Moritz. Greshke. Danke für 490. Dann mit der VIP-Gamer. Mit Highfighter übelst mach weiter so vielen Damen. Gamer Nico. Hallo Kurt. Wie geht's dir? Wird Freddy irgendwann eine Streaming-Lizenz bekommen? Hab dich lieb. Kauf dir gern was. Pedigree. Liebe Grüße von meiner Familie. Ich weiß nicht. Also wir haben derzeit gar keine Streaming-Lizenz, die wir vergeben. Aber ich kann ja auch sagen, was der Grund ist, warum wir das nicht mehr machen. Schlechte Erfahrungen damit gemacht, leider. Schlechte Erfahrungen. Wobei man sagen muss, Freddy ist schon wirklich so Server-Team und so. Schon klar. Aber ich sag so, wir haben so schlechte Erfahrungen gemacht für Leute, die wir dann Stream haben lassen. Es ist halt wirklich so. Wirklich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Oh, im PCR die austragen. Ja. Hab ich mich jetzt nicht ausgetragen. Ach nee, scheiße. Ach, das trägt mich mal aus. Die wissen das eh. Ich hab nämlich schon angefangen die auszutragen, glaub ich. Die wissen das eh. Sonst trägt mich halt ein Kollege aus. Ähm. Janus M. Hör dir mal. Was? Ghost Mane an. Könnte dir gefallen? Ghost Mane. Was ist das denn? Lass mich raten. Hardstyle. Hört sich richtig an nach einem Hardstyle-DJ. Ghost Mane. Mercury. Ach, Nevermind. Na, Nevermind doch nicht. Ähm. Sieht eher nach Metal aus. Screamer-Mucke. Ich glaub eher Screamer-Mucke. Mal gucken vielleicht. Jakob, danke für den Euro. Dann Tiki Tobi. Ah, der ist ja auch dabei. Danke für 1,05 Euro. Dann der Robert. Kann man, wenn man IC dauerhaft eine Maske trägt, die Stimme mit Voice Changer ein bisschen dumpfer machen? Äh, Voice Changer haben wir komplett verboten. Also du musst, wenn dann deine Stimme verändern. Dann zum Beispiel. Ah, hallo. Ich bin's. Der Cartrain oder so irgendwas. Firefighter. So bin zurück. Kannst du mal den neuen Luke Hype machen? Welchen Luke Hype? Also Like Hype oder was? Firefighter komplett lost. Weil Like Hype ist doch alt. Elia ist lustig. Was ist mit Chassel? Das haben wir ja vorgelesen. Nikita Passiuk. Danke für 5 Euro und schreibt nichts dazu. Blueface. Bei den heutigen Spenden freut sich YouTube. Aber sowas von einer. YouTube redet da einen richtigen Mitschnitt. Aber ist auch okay so. YouTube, ich hab dich lieb. Du darfst gerne mit mir mitverdienen. An den Donis. Dank dir kann ich das auch machen, YouTube. Dank der Plattform. Jetzt müssen wir der Plattform auch mal einen Kuss geben. Und auch wenn ich irgendwo mal auf Twitch sein sollte. YouTube bleibt immer in meinem Herzen. Es wird immer auf YouTube Content geben. Da geht noch mal Kuss raus an YouTube. Genau. Nicht mit werden YouTube. Alles gut. Transporter. Handel die Werbeente. Freund. ZivNBK. Danke für allen. Eure Sieben sind. Mr. Black. Die Lasershow von vorhin fehlt noch. Die fehlt. Ach stimmt. Die fehlt noch. Die wollte ich doch machen. Ja gut. Dann kommt die aber jetzt hier rein. Oder soll man die machen? Jetzt? Hab ich die gemacht? Die hab ich nicht gemacht ne? Da war doch ne Lasershow. Da war doch ne Lasershow. Machen wir mal den Hype Leute. In diese Uhrzeit. Die hab ich ganz am Anfang versprochen und hab sie vergessen. 1, 2, 3. Hype. Da, Leute, Leute, Leute. Da, drücken wir mal auf die Hufe. Boah, wir checken über die Perfekt. Ah. Fertig. Ein bisschen spät jetzt, gell? Ein bisschen spät um die Uhrzeit. Aber besser als gar nicht. Gott sei Dank hab ich diese Doni von dir gelesen, mein Lieber. Das wär jetzt richtig böse gewesen. Eine kleine Spende bitte von Vincent. Eine kleine Spende. Hissis. Wie nennt man einen veganen Russen? Mooskauer. Grüß aus Bonn. Max mag Kakao. Kannst du das auch nicht erinnern? Ja. Ich merke mir eure Namen, wenn ihr die so schön habt wie du. Weil Max mag Kakao merkt man sich einfach. Aber nicht verändern. Micky. Hallo Kurt. Die Candychips sind wirklich super. Sind gestern angekommen. Schon wieder alle. Alter, das war vor 2 Stunden. Ey Micky, ich hoffe du bist noch da. Alter Bruder. Und ich lese es halt jetzt erst vor. Ey Micky. Kurs geht raus. Und schau mal. Er hat einfach sich Kellychips gegönnt. Die sind echt gut. Hast du die bestellt? Sicher aus dem Internet. Was die in Deutschland nicht gibt. Wenn du Deutscher bist. Außer du bist Österreicher. Aber ich weiß das nicht. Aber es sind österreichische Chips. Die hab ich auch. Warte mal. Hier. Wo hast du es? Sind auch grad neben mir. Alter mir tut das übelst gleich. Weißt du. Micky hat einfach vor 2 Stunden einen Fuffi da gelassen. Und ich hab es jetzt erst vorgelesen. Der arme Micky. Aber Micky. Ich hoffe du bist noch im Chat. Micky. Wenn du im Chat bist. Dann schreib. Hallo ich bin's Micky. Micky. Jetzt kommen sicher 50.000 Leute. Und schreiben. Hallo ich bin's Micky. Das wird sicherlich richtig lustig. Aber Micky. Ich hoffe du hörst das noch. Micky. Da geht ein. Schmatzer raus. Und ein Furz. Den hat er sich verdient. Also so. Äh. Christopher Street. Danke für 5 Euro. Da geht auch Kuss raus. Digi Gaming. 2 Euro für einen netten Polizeidens. Liebe Grüße Dominik. Äh. Chichi Kugel. Is that a Rary? It's a Rary. Für RLO3 von Roman. Eik. Dankeschön Roman. Alter. 24 Euro mit Wies. Der Ehrenbruder. Ja gut. Jetzt wird erstmal das MLO abbezahlt. Für 1500. Äh. Das wird abbezahlt. Das ist äh. Das ist jetzt eine große Investition. Weil wir haben ja jetzt ein Custom MLO in Auftrag. Also. Ja. Das kostet 1500. Die äh. Sush Kröte. Shiba Inus sind Shush. Shush heißt Fresh. Ob das stimmt. Äh. War die Frage. Hallo. Ich bin's Niki. Weil es heißt Florian und schreibt. Hallo. Ich bin's Miki. Du bist. Du bist mein Robert. Robert Adam. Echte Polizisten werden vom kopflosen Gramm. Das habe ich sogar vorgelesen von Mr. Black. Äh. Freak MPG. Liebe deines Dreams. PS. Mal Funk wechseln. Ja. Das erste Spende. Und mein Tipp. Geh wieder Funk 1. Das war vorhin wo ich komplett lost von und das nicht gecheckt habe. Danke auch André Noske. Jonathan. Danke fürs 5 Euro und Moin Donaten. Dann Grinch TV. Da Gringe. Danke für die 90 Cent. Mika Tam. Kauf dir Hundefutter davon. Vielen Dank für 5 Euro Hundefutter. Wird investiert. Tobias Halviert. Was sagt ein... Okay. Den kann ich nicht bringen. Dann wird erstmal reingestrikt. Aber danke für die 91. Gott sei Dank. Gott nicht eingeblendet. Alter. Ich den droppen würde. Markus 1. Echte Polizisten ist ein Folgung. Ja. Mir dieses Ja dazu schreibt. Ey. Markus. Markus. Markus weiß Bescheid. So. Ähm. Deine Erfahrung. M4. Nalu Spü. Was ist der Name? Dein Fall 1 und 90. Hatte eine Platzwunde. Musste zum Krankenhaus. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und dass die bald abheilt die Platzwunde. Schandal hat ja auch gerade erste Platzwunde vor ein paar. Nur die musste genäht werden da oben. Ja. Harme. I like gaming. Dank für 1990. Äh. Blueface. Seit wann sind hinten an Westen die Kabelbinder? Ähm. Warte. Meinst du die hier? Achso. Warte. Ich hab die Westen nicht an. Ich sollte mal was essen. Sonst sind die Leute wieder entspannt. Die Kabelbinder. Der Weste schon immer. Das Ding ist. Wenn ich ähm. Homeland mach. Da haben wir andere Westen. Also wir haben insgesamt andere Westen. Aber die Kabelbinder die waren schon immer in der Weste dran. Die waren nie anders. Die Westen die wir ja haben. Ronny Quade. Gibt es Edin eigentlich bei 1 zu 7 noch? Edin? Äh. Welchen Edin meinst du? Ich glaub den Edin? Wir hatten doch mal mehrere Edins bei 1 zu 7 oder? Ich glaub Edin haben wir doch noch ein paar. 1 zu 7. Ich war jetzt lange nicht mehr da. Also ich war jetzt glaub ich. Wann war ich das letzte Mal bei 1 zu 7? Vor ner Woche. Danke. Sag mal ne Frage. Hallo? Ja. Mir wurde die Frage gestellt. Ist Edin noch bei 1 zu 7? Edin? Edin. Fragin. Das wär meta. Das dürfen wir leider nicht sagen. Ja doch. Warte mal. Das geht nicht. Hallo. Ich bin's. Die Katrin. Wie sieht's jetzt aus? Hallo Katrin. Ist Edin noch bei 1 zu 7 jetzt? Da muss ich ganz kurz in mein Tablet schauen. Moment. Ich weiß es nämlich grad selber nicht. Weil ich war gleich mal bei 1 zu 7. Das kann ja immer passieren. Ah. Aber Edin war... Der war auch immer bei 1 zu 7. Twitch Chat was here. Da bin ich komplett bescheuert schon. Weil mir kam vor. Edin war... War immer da. Ich gucke. Der ist immer noch bei uns. Laut Tablet. Ja eben. Edin Seovic. Gangster. Genau. Warum soll er nicht mehr bei uns sein? Weil... Irgendjemand hat gefragt. Ist Edin noch bei 1 zu 7. Jetzt hab ich mir überlegt. Ist irgendwas passiert oder so? Weil oft posten dann die Leute irgendwas. Dass sie weg sind. Ich war jetzt eigentlich mal bei 1 zu 7. Jetzt war ich erstmal schockiert. Na gut. Und wenn Dario schuld. Immer. Edin unser P1 Fahrer. Ja. Wieso liegt der Pizza? Wie siehts aus? Von wem ist die Pizza? Ist das Pizza Marinara? Was Pizza Marinara? Was lauerstuhl? Ja hier Pizza Marinara. Hier am Tisch. Äh. Ach die. Die Ofenfrische. Ja. Ach so. Ja ne die äh. Du Zimtschnecke. Wollern filmen wir das. Was hier heute beim PD gab Pizza zu essen. Warst du ein bisschen sauer auf den einen Kopf? Den dich wegschöpbert hat? Das ist schon salzig oder? Ich war überhaupt nicht so heute. Ganz im Gegenteil. Ne. Ich dachte er wird zum Kunden befördert jetzt. Ne. Aber der hatte voll Angst. Der hat sich übelst entschuldigt bei mir. Der hat mir voll leid getan. Der hat gedacht ich schreie ihn jetzt an und bin ends mit auf ihn. Aber der hat dir nichts dafür gekonnt. Hab ich auch gedacht dass ich zuguckt hab. Ne. Ne ne du der konnte nichts dafür. Der. Ich sagte dem Evo. Der bin ich auch selber oft nicht hinterher gekommen. Der war so wendig. Der hat so schnell abbremsen können. Da kann ich es komplett verstehen dass der mir hinten drauf fährt. Das äh. Ich wäre ja selber dem Evo immer fast hinten drauf. Weil die so voll aufpassen müssen. Ne. Ich war gar nicht mit auf den. Der hat halt überhaupt nichts dafür gekonnt. Wo ich mit war war der Typ ähm. Der sich nicht aus dem Busch raus getraut hat. Achso der. Na gut. Der hat ähm. Ja. Da hat andere sich schon drum gekümmert hab ich gehört. Na gut. Äh. Äh. Ja. Ja. Aber es war halt echt komisch. Ja. Aber ich muss doch weiter vorlesen. Also da wollte noch jemand von dir ein Autogramm oder so ne. Ja. Dürfte ich eigentlich auch ein Autogramm von ihnen haben. Ja. 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 Jetzt geht's bald wieder weg. Also wenn du uns willst. Neu. Hast du einen neuen? Ich hab. Ich hab noch die. Das alte Design. Ja das hab ich ja. Jetzt im Shop. Jetzt im Shop. Jetzt bestimmen. Ich hab dich ab. Ach nee. Komm. Nee. Scheiße. Hat wir was zu essen dabei? Ja. Bitte. Danke. Also ich hatte schon Angst, dass das Ehrenkrieg ist. Alex ist da. Ganz kurz. Beiseite. Hey. Danke. Ich glaub du bist mein faulchen Charakter grad. Ups. Upsi. Na gut ich les mal weiter vor. Das wird das nichts mehr. Ähm. Also ja. Einen gibt's noch Ronny. Ich hab schon Schock bekommen wegen dir. Chataufsicht. Danke für 90 Cent. URN. Dankeschön für 5 Euro mit High. Jonas Jochem. Danke für den Euronot. Fanny. Danke für 1,07 Euro. Trainspotter.de. Feierabend. Mit echten Enten-Andel. Mh. Ne echte Peking-Andel. Äh. PegoGhostchu. Nix da drauf. Discord auf dich reagiert. Wegen vorhin. Warum denn? Dass ich, ich mein, dass ich da enttäuscht war. Äh. Es war halt so. So. Ich wollte jetzt gar kein Beef oder so anzetteln. Ich hab halt nur gesagt, dass das halt damals. Was liest du denn da? Weil wir halt so Realtalk-Gespräch gehabt haben über Leute, die gebannt wurden. Und dann ist halt der ganze Chat so mit nix, nix, nix voll. Und ich fand's halt, ich fand's halt damals halt richtig uncool von ihm, dass er das gemacht hat. Aber das wusste er auch. Lies mal einen Satz. Ich hab das halt nur gesagt. Ich hab nicht gesagt, was da was vorgefallen ist. Du kannst die fließen. Achso. Du guckst immer die Bühne. Ah, keine Ahnung. Ich bin, ich bin aber nicht auf seinem Discord. Ich hab keine Ahnung, was der da geschrieben hat. I don't know. Müsse ich mal gucken. Schau ich mir später an. Ich will da jetzt auch keinen Elefanten oder so losreißen oder irgendwie sowas. Ich hab nur gesagt, das hat uns halt, also mich hat's damals halt schon hart getroffen. Dass halt der Typ ist, der halt auf RLO gestreamt hat. Mit RLO Reichweite aufgebaut hat, so mit uns. Dann halt auf den Servers streamt, wo halt diese Leute halt so krass gegen uns waren. Das war das Ding. Und das wusste er halt auch zu dem Moment. Ich weiß nicht, was da die Leute gemacht haben. Also, ob die ihnen was anders erzählt haben. Ich weiß halt. Sowas will ich auch zuhause haben. Ich weiß halt, eins, eins, wie's ist. Und ja, wir waren halt damals befreundet, ne? Ich versteh's halt nicht, dass wenn du mit jemandem so befreundet bist, so. Also, wir waren halt damals befreundet. Dass man dann halt so, ähm, sowas einem eigentlich zulässt. Ich würd never ever ever respektmäßig auf nen Servers streamen, wo ich genau weiß, dass die mir was scha- äh, dass die meinem Kumpel irgendwas Falsches angetan haben. Wisst du, was ich mein? Das war das Ding. Und das hat mich so krass, also, damals war ich da so krass enttäuscht von das, von der Aktion. Und das hat sich, das hat sich im Nachhinein immer noch so nachgetragen. Also, ich, 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 äh, wir haben auch keinen Kontakt mehr oder so. Ich bin nicht mal mehr auf so einem Discord oder sonst was. Ähm, das Ding ist halt, ich will jetzt da nichts lostreden oder so. Aber, weil so viele in meinem Chat fragen, äh, was ist da passiert, dies, das, was ist mit Amonte? Und dann kam ich halt auf dieses Thema, was damals vorgefallen ist, ne? Ganz klar. Und ich, ich bin halt, ich bin halt ehrlich zu euch, ich will ein ehrlicher Mensch sein, was da alles ist. Und die privaten Sachen muss ich euch nicht erzählen, was da vorgefallen ist, das ist was anderes. Aber das war eine Sache, die wusste, die wussten aber eh schon ein paar, so, diesen County-Side-Server damals, was da vorgefallen ist, so. Weißt du, weißt du, was ich meine? Nixon schreibt, dass er stinksauer ist. Ich meine, ich kann's mir mal angucken, was er geschrieben hat. Ich möchte jetzt kein Beef oder so anzetteln. Also, wenn er jetzt stinksauer sein sollte, ich meine, ich sag halt nur, wie's damals abgelaufen ist, ne? Ich hab ja nicht mal irgendwas gegen ihn gesagt. Ich hab nur gesagt, dass ich das damals in meiner Sicht so respektlos war gegenüber uns. Das war das Ding. Aber ich kann, ich kann ja mal drauf gucken und schauen, was er geschrieben hat. Ist ja nicht so das Ding. Ich versteh's halt nur nicht, warum man da jetzt so einen dicken Hasen drauf macht, weil, wenn's ihn stört, dann soll er mich halt anschreiben oder sonst was. Ich hab ihn nirgends blockiert, er kann mir jederzeit schreiben, wenn ihn was stört, was ich da gesagt hab. Aber dass er da jetzt stinksauer ist, weil ich gesagt hab, dass ich das damals respektlos fand, das ist ein Jahr her oder so. Und ich hab eh gesagt, ich hab jetzt kein Problem mehr damit, mir ist es scheißegal, was er jetzt macht. Das ist halt schon, ich kann mal gucken, würde mich mal interessieren. Ich kann das ja privat mir schreiben oder sowas. Ich will jetzt kein Beef oder so irgendwie. Kein Beefy Beefy. Mal gucken, wie komm ich überhaupt auf diesen Discord drauf? Das interessiert mich jetzt schon. Bei mir gerade dutzende Ausschnitte vom Live hinzugeschickt wurden. Ich habe den Stream-Auschnitt gesehen und muss sagen, dass ich stinkzauer bin. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein harmonischer Mensch bin und Lügen absolut nicht leiden kann. Entschuldige, dass ich gegen meine, warte, ritterlichen Tugenden, Freundlichkeit und Höflichkeit verstoße. Aber es geht mal gar nicht nixen. Will er sagen, dass ich das Menschen bin und Lügen absolut nicht leiden kann? Also sorry, ne, aber das ist kindisch. Also lieber nixen, das ist jetzt mal an die Öffentlichkeit, an dich. Du weißt, was wir im Chat geschrieben haben. Du wusstest davon, was da passiert ist. Was die bei uns gemacht haben. Das mache ich jetzt einfach mal öffentlich. Ich kann das jetzt hier einfach mal sagen. Ich wollte das nie an die große Glocke hängen. Wollte ich nie und das habe ich heute auch nicht gemacht. Aber ich selber bin ein Mensch. Ich hasse Lügner. Und ich weiß auch, warum das Ganze so zerbrochen ist zwischen uns. Aber dieses Ding, dass du jetzt sagst, dass ich hier gelogen habe, das ist falsch. Das ist einfach nur falsch. Und das zeigt mir, dass du als Mensch komplett anders denkst und zu deiner Community falsch bist. Und das macht mich gerade echt traurig, Bruder. Ich dachte, ich dachte wirklich real, da kommt nichts, weil es dir eh egal ist. Weil sich das eh schon geklärt hat. Das hat sich ja schon längst geklärt, das ganze Thema. Und nur weil ich das angesprochen habe, das war ja nicht mal auf dich bezogen so richtig. Nur, dass ich gesagt habe, dass ich damals echt richtig, richtig krass enttäuscht worden bin von dir. Mir zu sagen, dass ich jetzt drüber lüge? Warum sollte ich jetzt meine Community anlügen und sagen, dass ich enttäuscht war? Ich war halt enttäuscht und das weißt er auch. Das weiß er doch ganz genau. Ich habe doch keine Lügen verbreitet über ihn oder irgendwas. What the fuck? Also ich... Das ist... Nee, der hat hier jetzt geschrieben, dass er stinksauer ist. Also... Aber ganz ehrlich, das ist... Genau das ist das Ding. Das ist das Ding, wo ich sage, das geht nicht. Weißt du, das Ding ist, ich hätte einfach von Anfang an... Das muss ich euch sagen. Ich hätte von Anfang an einfach alles droppen können, warum Nixon nicht mehr hier ist auf dem Server. Warum? Was ist passiert? Es gibt so viel Scheiße, die ich erzählen könnte drüber. So viel Scheiße, wo wir einfach gesagt haben, das wollen wir nicht mehr. Die ich nicht erzählt habe, weil ich gesagt habe, das ist Privatsache. Aber das ist falsch. Das ist einfach nur falsch. Also ich bin enttäuscht. Dass du sowas nochmal zu deiner Community schreibst, ist einfach nur falsch. That's wrong, Alter. Das ist einfach nicht okay. Also ich wollte hier gar nicht irgendwas groß an die Glocke hängen. Aber mich als Lügner darzustellen, weil ich gesagt habe, dass er damals auf dem Server ist und ich schwöre euch, ich schwöre auf mein zukünftiges Kind, auf mein zukünftiges Kind schwöre ich euch, dass ich in keinem Moment gelogen habe, dass ich gesagt habe, dass ich enttäuscht war, dass du auf den Server reingemeldet bist, der damals gegen uns war. Und du damals sogar wusstest, dass die damals gegen uns geschossen haben. Da schwöre ich auf mein zukünftiges Kind, dass ich zu keiner Sekunde irgendwas jetzt gerade im Stream gelogen habe. Darauf kann ich schwören. Auf mein zukünftiges Kind, was ich mit Chandel irgendwann mal haben werde. Also das ist schwach. Das ist wirklich schwach. Vor allem dann sollst du bitte ihnen zuschreiben, in welcher Hinsicht ich gelogen haben soll. Bei dir steht, dass ich ein harmonischer Mensch bin und Lügen absolut nicht leiden kann. Wo ist da Lüge? Es war nie eine Rede von einer Lüge, weder dass du gelogen hast oder ich gelogen habe. What the fuck? War nie die Rede von. Das ist echt schwach, Alter, das ist schwach. Ich kann jetzt einfach auch die Katze aus dem Sack rauslassen und den Leuten erzählen, was da wirklich passiert ist. Ich kann es auch auf dem Sack rauslassen, aber ich mach es einfach nicht. Ich könnte jetzt so ein krasses Statement droppen. So ein krasses Statement und komplett über dich drüber fahren. Aber ich mach es nicht, weil ich Mitleid mit dir habe, Bruder. Aber ist okay. Ist okay. Das ist alles anscheinend gelogen, was ich gesagt habe. Nur weil ich gemeint habe, dass das einfach damals den Respekt, also den Respekt hast du von uns komplett verloren aus der Hinsicht, was du da angestellt hast, Bruder. Das ist einfach so. Und da hat grad wer 107 Euro donated. Cookie Fisch. Vielen Dank. Ey, das ist so lächerlich, Alter. Und ich dachte, da kommt jetzt ein geiles Statement, was ist. Ne, Alter. Sowas Ekelhaftes, wirklich. Tut man einfach nicht. Und ich wollte ja nicht mal was anhängen. Ich habe ihm sogar gesagt, es ist ja nicht mal böses Blut oder so. Ich habe doch nicht mal gesagt, dass jetzt mit dem Server was ist. Wir haben doch... Ich habe doch gesagt, das ist so lang her. Es hat mich nur damals krass enttäuscht, was da passiert ist, dies, das. Ich habe ja nicht mal irgendwie was gesagt, was wirklich passiert ist, was vorgefallen ist, warum er vom Server geflogen ist und so. Darf ich euch kurz was sagen? Ich sage jetzt einfach... Ich sage jetzt einfach... Ich sage euch nicht, was der Grund war... Pass auf, ich sage euch jetzt was. Ich sage euch nicht, was der Grund war, warum das so passiert ist. Aber ich sage euch jetzt folgendes. Darf ich... Bitte Trommelwirbel jetzt. Weil das ist grad so hart lächerlich. Wir haben aufgrund Sachen, die uns wirklich, wo wir gesagt haben, das können wir nicht unterschreiben mit RLO. Das wollten wir auch nicht. Haben wir damals Nixon die Streaming Lizenz entzogen. Das war das Ding. Wir haben ihm die entzogen. Haben aber gesagt, du darfst weiter auf dem Server spielen, alles cool. Wir sind befreundet, dies, das. Ich war mit Nixon, ich habe Nixon in real life gesehen. Ich war mit Nixon befreundet. Es war alles gechillt. Aber streamtechnisch, was er auf RLO gemacht hat, das war das eine. Aber wir wollten nicht mehr, dass er auf RLO streamt. Hatte einen Grund. BZWS hatte mehrere Gründe. Die Gründe sage ich euch jetzt nicht. Das ist privat. Das bleibt weiterhin privat. So viel kann ich dazu sagen. Es gab Gründe. Und an denen halte ich immer noch fest. Und ich will das gar nicht an die Außenwelt droppen jetzt. Das ist okay. Ist okay. Wisst ihr was dann passiert ist? Ich kann euch... Ich schwöre auf das zukünftige Kind von mir. Wisst ihr was passiert ist? Nachdem er die Streaming Lizenz entnommen bekommen hat, hat er uns überall blockiert. Hat uns entfernt. Hat uns überall verlassen. Und dann war es das. Der hat mit uns die Freundschaft gekündigt. Das hat Nixon gemacht. Einfach so. Und dann sagt... Weißt du... Und das ist so eine Sache, wo ich gesagt habe... Bruder, das ist nicht gut. Das ist nicht cool. Und das hat mich damals so krass runtergezogen einfach. Dass er wegen einer Streaming Lizenz... Nur weil wir unsere Ansichten hatten, dass wir das nicht mehr wollten. Weil wir... Wir haben Sachen nicht okay gefunden, die er gemacht hat. Dann haben wir gesagt, wir wollen das nicht mehr. Dass er mit uns die Freundschaft beendet hat. Er hat sie einfach beendet. Für ihn war das dann durch. Für ihn war RLO durch. Für uns... Für ihn waren wir durch. Komplett. Weil er gesagt hat, ist nicht okay. Dass ich nicht mehr streamen darf. Dann beende ich die Freundschaft. So war das wirklich. Ich schwöre euch, wie es war. Es war halt so. Und... Daraufhin, äh... Haben wir das dann irgendwann mal geklärt gehabt. So dies, das. Dann war alles cool. Und auf einmal sehe ich halt, dass er dieses Countyside streamt. Ich habe ihm damals alles zugesendet. Wo ich gesagt habe, du, die haben damals bei uns Scheiße gebaut. Die haben uns Sachen kopiert. Warum streamst du auf sowas so? Das war halt damals. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wie das die Leitung ist. Aber es war damals halt so. Und... Ich fand das... Ich fand das... Sorry, dass ich das sage. Aber ich fand das halt so kindisch. Weil... Es war so eine Kleinigkeit. Und den hat das so aufgeregt. Und hat mit uns die Freundschaft beendet dies, das. Und das... Ich war halt... Ich war halt wirklich in dem Moment... Dachte ich einfach, er hat dieses Projekt halt nur für sich ausgenutzt. Ist... Ist vielleicht nicht so scheiß drauf. Aber für mich kam es so rüber. Weil ich war mit ihm befreundet. Ich war gut mit ihm. Und ihn hat das dann... Also... Ich droppe das jetzt hier. Weil es mich persönlich damals hat... Mir hat es wirklich wehgetan. Er meinte, ihm hat es auch wehgetan. Natürlich, dass er die Streaming-Lizenz entzogen hat. Aber ich habe nicht die Freundschaft mit ihm gekündigt oder so. Ich habe einfach... Wir haben einfach Sachen nicht gut gefunden, die er gemacht hat. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und dann Streaming-Lizenz. Aber wir waren trotzdem noch kumpel. Es war alles cool. Aber er wollte dann halt... Aus, weißt du? Einfach das Ding war das. Ne, und ich fand das... Also ich finde das jetzt echt traurig. Und... Nur weil ich gesagt habe, dass ich damals von ihm enttäuscht war. Und ich bin das immer noch... Also alleine diese Reaktion jetzt gerade... Zeigt mir, dass ich wieder hart enttäuscht bin von ihm. Und ich sage so... Wenn du einen Kumpel hast... Einfach einen Kumpel hast... Für mich hat Streaming nichts damit zu tun. Ob ich jetzt eine Streaming-Lizenz habe oder nicht. Wenn er einen Server hat und er sagt... Bruder... Stream da jetzt nicht drauf. Weil dies, dies und das finde ich nicht cool an dir. Gut, das ist die eine Sache. Aber dann direkt so die Freundschaft zu kündigen... Ich weiß nicht. Ich fand es halt traurig. Und ich sitze jetzt hier Real Talk. Egal was jetzt Nixon... Euch schreibt, mir schreibt. Das kommt jetzt von mir aus dem Herzen. Ich schwöre darauf auf alles. Ich lüge euch nicht an. Es war so. Und es gab auch Chat-Verläufe, wo ich ihn beleidigt habe. Wo er mich beleidigt hat. Das gab es auch. Gibt es alles. Da war eine Streiterei, dies, das. Aber das hat sich alles geklärt. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist einfach... Dass er jetzt das Ding wieder so hochnimmt. Und denkt, ich erzähle irgendeine Scheiße. Und er ist endsmet. Dabei habe ich nur gesagt, wie das damals war. Ich meine, jeder hat da seine eigene Ansicht. Aber ich finde... Mir hat das so den wahren Menschen hinter mir gezeigt. Ich weiß nicht. Für mich war das... Für mich war er dann so eine Fassade. Die dann zerfallen ist. Weißt du, was ich meine? Das zerfällt dann einfach. Weil er war für mich immer so ein Vorbild. Polizist, dies, das. So richtig Vorbild einfach. Und dann zerfällt das alles auf einmal. Dann so... Für mich ist das zerfallender Mensch. Das war das Traurige. Und ich war so krass enttäuscht von ihm. Und das ist das Ding. Und sorry, dass ich das jetzt hier mit euch gerade berede. Aber das musste einfach mal raus. Ich habe die ganze Zeit meine Fresse gehalten. Ich habe die ganze Zeit meine scheiß Fresse gehalten. Weil er das nicht an die große Glocke hängen wollte. Er wollte das nicht. Mir wäre das scheißegal gewesen. Weil er Angst hatte, dass dann die Leute über ihn drüber fahren. Hundertprozentig. Weil er wollte es nicht an die große Glocke hängen. Ich habe die ganze Zeit meine Fresse gehalten deshalb. Und jetzt droppe ich es mal. Und mir tut es leid, dass ich einen Freund verloren habe. Den ich auch real life gesehen habe. Wir waren cool miteinander. Und er wegen so einer Scheiße alles hingedroppt hat so. Und das hat so viel zerstört einfach. Und ganz ehrlich, mach was du willst. Schreib über mich, was du willst. Es ist mir scheißegal. Ich finde es traurig. Es ist einfach nur traurig. Klär das privat, warum wegen Zuschauern Beef gezogen. Ich mache kein Beef, kein gar nichts. Es ist nur so, dass ich vorhin ganz normal was gesagt habe über das, was damals war. Und dass ich halt enttäuscht war. Und er das direkt als Angriff sehen muss. Und ganz ehrlich, wenn er mir dann sagt, hier irgendwas mit Lügen und so. Und das hasst er. Dann sage ich halt, wie es ist. Ich möchte nicht als Lügner oder so dargestellt werden, dass ich eine Scheiße erzählt habe. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt schade drum. Es ist schade. Und das war auch, es war auch halt. Also ich sage euch nicht, was der Grund war. Das hatte private Gründe, warum er diese streaming Lizenz entzogen bekommen hat. Ich sage nur, es waren Gründe, die ich persönlich als Mensch nicht unterschreiben konnte. Und ich kann es auch immer nicht unterschreiben, was er damals gemacht hat. Ich kann es nicht unterschreiben. Es ist eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist mir, das gehört nicht zu uns. Das geht nicht. So, wisst ihr? Das kannst du nicht machen. Das war so die erste Enttäuschung. Die zweite war diese Freundschaftskündigung. Die dritte kommt ja jetzt. Aber ist halt so. Aber, ja. Ich wollte es nie an die große Glocke hängen. Und ich will auch nicht das weiter in die große Glocke hängen. Das ist das letzte Mal, dass ich höchstwahrscheinlich dazu versage. Ähm. Ja. Ist halt so. Ich meine, für mich hat es sich eh erledigt. Ist halt traurig. Aber ja. Aber ich will, ey, ohne Scheiß, ich will jetzt keinen Stress oder Beef oder so. Und bitte geht da nicht drauf und flamet oder andersrum. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber alleine, dass er schon so schreibt, ich bin stinksauer. Das ist halt. Das ist halt nicht reif. Sag doch einfach was los. Aber sag doch nicht, du bist stinksauer. Auf die Art und Weise. Das ist halt wieder dieses. Dieses Verhalten. Ich weiß nicht. Man kann doch ganz normal sagen. Ich sage auch nicht. Ich bin jetzt stinksauer. Weil dies und das und das geht gar nicht. Und Lügen und was weiß ich alles. Wir sind wieder da. Mein Internet um 1.05 Uhr macht er dicht. Um 1.05 Uhr macht er Restart. Ne, und dann war das halt so. Ja, ist halt. Ich weiß nicht. Ja, komm. Drop mich raus, bitte. Drop mich raus. Close. Hat mich gerade rausgedroppt. Ne, ist halt. Ich weiß nicht. Als hat er mich wirklich rausgedroppt. Na, danke. Aber ich wollte noch eine Fußraumspinne machen. Moin. Ein Zehner für den Server. Habe letzte Zeit gesehen, dass Chastain from Server weg ist. Ja. Habe ich auch erklärt, warum. Leider. Ich vermisse ihn jetzt schon. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Von Niklas Kater. Danke dir ebenfalls. Ah, schau mal. Der ist Cookie Fischer. Das war doch mal heftig. Vielen, vielen Damen. Sif, NBK, 8K sind voll leid. Kein Fußraumspinne. MrBlack auch noch mal 50 Euro mit Fußraumspinne. Xion, Love, Xion und Love. Kuss geht raus. Und Easy 8000 mit Fußraumspinne. Von Blueface. Vielen Damen. Ähm. Nein, ich find's die Katrin von Florian Adam. Und MrBlack noch 40 Likes. Ach, scheiße. Ich muss das jetzt echt durchziehen, ne? Äh, Florian Adam. Tesco, SR Crew. Dann, äh, Histian, Histoff. Danke für 1,90. Peng, Co, Ghost, Jewel. Das haben wir auch vorgelesen. Äh, Trainspot haben wir auch vorgelesen. Jawoll. Alter, komm noch mal. Ey, was habt ihr denn? Das ist ja jetzt noch am Ende so viel reinwurpelt hier. Ich muss aber noch mal einloggen, Leute. Sorry. Sorry, not sorry, Alter. Ich muss noch mal eindocken. War aber ein blöder Move von Justin. Ich muss sagen, Justin fehlt mir jetzt im HP. Also, wenn ich jetzt jedes Mal Karl-Heinz spielen werde, ich werde ihn vermissen. Das war so ein geiler Charakter einfach. Also, ich hab mit Karl-Heinz und ihm so viel, ähm, so geteilt, wisst ihr? Ach, das, äh, Justin wird bei vielen. Es ist so schade. Warum, warum verspielen sich die Leute das immer so? Das verstehe ich nicht. Oh, Klinux ist im Chat. Hallo, Klinux. Äh, nee, Klinux, ich wurde nicht gebannt vom Discord. Ich bin da wieder runtergegangen. Ich hab nur geguckt, was er geschrieben hat, was mich interessiert hat. Nee, ähm ... Ich versteh dich, aber calm down. Nee, ähm ... Ich weiß schon, aber das ist so eine Sache, die trägst du immer die ganze Zeit so mit dir rum. Und die Leute fragen immer und du hältst halt die ganze Zeit deine Fresse und hältst hin, ne? Es ist halt ... Es ist halt so eine Sache ... Äh, äh, wisst ihr, das war auch so eine Sache, wo ich mir so gedacht habe, ähm ... Halten wir uns nix vor, man teilt sich ja trotzdem mit Community. Wir waren ja RLO-Community und du teilst sie dir. Weißt du? Und für mich sind das so dieselben Menschen, die bei nix im Stream sind, sind auch Leute, die bei mir zugucken. Das ist, das ist halt so. Wir waren halt damals so ein Team, weißt du? Und, äh ... Das war halt ... Ich weiß nicht, ich ... Ich wollte so oft schon mal drüber reden, was da so passiert ist, weil die Leute die ganze Zeit fragen und jeder fragt, was ist los, was ist los? Ich muss jetzt nicht die privaten Details rausjobben. Aber, ähm ... So viele haben mich damals aufs Letzte beleidigt, weil ich damals nicht sagen konnte, warum nix raus ist. Die dachten, wir haben den gebannt einfach so unter Grund und was weiß ich, was da alles passiert ist. Ich wurde so krass beleidigt teilweise von Leuten, irgendetwas hochgeladen auf TikTok und hat gesagt, äh, ja, guck mal hier, äh, Kurt hat schon ... Hat nix rausgebannt und so und dann ... Alle schießen so gegen dich. Und du musst halt so gesehen die Fresse halten, weil ... Damals man das nicht an die große Glocke hacken wollte. Ich will's weiter nicht an die große Glocke hängen. Ganz klar, ich will's nicht an die große Glocke hängen. Aber er versteht's nicht. Das wäre einfach untergegangen. Er hat's jetzt an die große Glocke gehangen, indem er jetzt in seinen Discord reinmettelt mit ... Alter, ich bin jetzt so sauer. Ich bin stinksauer. Damit hängt's so an die große Glocke. Das wäre ... Also das, was ich heute gesagt hab, mit diesen ... Ähm ... Dass ich halt damals so krass enttäuscht wurde, weil er halt auf diesem Server da gespielt hat. Das wäre einfach untergegangen. Hätte nach zwei Tagen keiner drüber geredet. Das versteh ich halt nicht. Ich hab einfach nur Real Talk mit den Leuten geredet. Ich hab nicht mal private Details oder irgendwas gesagt. Ähm ... Ich war ... Aber ich möchte auch eigentlich ... Ich möchte ja eigentlich hier gar nicht so die Standpauke halt. Das ist ja nicht eigentlich mein Ziel. Ich will eigentlich mit euch Spaß haben. Das ist eigentlich das, was ich machen will. Aber wisst ihr, manchmal ... Manchmal musst du halt irgendwie mal was sagen. Ich weiß nicht. Welcher auch. Ist bis heute noch zum Teil so. Ja. Alter Cookie Fisch. Warum so viel? Warum hört Cookie Fisch so viel raus am Ende? Cookie Fisch. Du kannst aber was dazu schreiben. Äh ... Vielen Dank Cookie Fisch für 200 Euro. Alter Kuss geht raus. Äh ... Vielen vielen Dank. Aber danke fürs ... Äh ... Nichts dazu schreiben. Das ist ... Ein toller Moment dafür. Nee, aber ganz ehrlich ... Ich will auch nicht, dass ... Ich seh gerade irgendwer beleidigt da in seinem Discord oder so ... Schreibt grad wer ... Also ganz ehrlich ... Wer ... Wer jetzt rüber geht, ihn beleidigt, der hat bei mir bitte auch nichts zu suchen. Der kann mich bitte deabonnieren oder ... Ich weiß nicht was. Also wer jetzt anfängt hier ... Äh ... Leute zu beleidigen, genauso wie Leute, die von Arelo gebannt wurden. Es gibt ... Keiner ... Gibt jemandem das Recht, jemanden jetzt beleidigen zu müssen. Ja, das ... Das gibt niemandem jetzt das Recht dazu. Das ist eigentlich eine Sache, die mir so ein bisschen ... Äh ... Ins Ding reinging, aber ... Das hat jetzt nichts mit euch zu tun. Alles gut. Aber ihr müsst jetzt nicht reingehen und irgendwen beleidigen. Also wer das jetzt macht, der kann bei mir bitte deabonnieren. Oder wenn ich rausfinde wer vielleicht, der wird von mir sowieso perma gebannt. Weil ich will nicht, dass jetzt irgendwer zu irgendwen rüber geht und da ... Rüber geht, beleidigt oder so. Bitte Leute. Halt euch mal fest. Kannst du jetzt bitte einmal ... Wehen, dass die auf dem Discord die Klappe halten sollen. Ja, das Ding ist ... Ähm ... Solche Leute hast du immer. Wie ich gesagt habe, das hast du immer. Leider. Aber das sind auch Leute, die kann ich ja nicht ... Das sind keine Zuschauer von mir, das sind einfach irgendwelche random Dudes. Oder irgendwelche kleinen Kinder, die jetzt ... Äh ... Sich wieder null auskennen oder ihre Interneteier präsentieren müssen. Das sind halt ... Leute, da kann es auch nicht viel gegen machen. Aber das hast du immer. Es soll jetzt auch gar keine Hatewelle oder so irgendetwas kommen. Das soll ... Das soll nicht kommen jetzt, ja. Und Beleidigung macht gar nichts besser. Das zeigt nur umso mehr, dass das ... Dass das bescheuert ist. Äh ... Füttert die Troll nicht ... Ist nicht erwünscht. Ja genau, das ist ... Don't feed the troll ist halt wirklich so. Das Ding ist halt ... Je öfters du sagst ... Mach's bitte nicht, kommen immer Leute und machen's trotzdem. Es ist leider ... Es ist die bittere Wahrheit. Nichts ein Pinnbeschüpfscher, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, aber weißt du ... Ich gesagt hab, dieses ... Dann in Discord schreiben, dann hängst du's ja erst in die große Glocke. Dann kommst du ... Er kann ja auch privat schreiben. Du, äh ... Das was du im Video gesagt hast, können wir nochmal drüber reden oder sowas. Weißt du aber jetzt ... Das ist auch nochmal öffentlich an die Glocke, ich weiß ja nicht. I don't know. Aber Cookie Fisch, ähm ... Ich hätte was Schönes für dich. Ähm ... Ich hätte den hier. Waren das 200 Euro für ... Aber Cookie Fisch mit 107 ... Und dann nochmal ... 200 Euro. Ihr wolltet eigentlich noch eine Fußraumspinne, dann machen wir die mal. Machen wir die mal. Machen wir eine Fußraumspinne. So. Äh ... HP zockt 1999. Moin. Moin. Ein Zehner für den Server. Mein letzter Zeit gesehen, dass Justin vom Server weg ist. Das haben wir ja vorgelesen. Ah ... Justin, ey. Ich werde dich vermissen. Ich hab auch Justin geschrieben, ich werde ihn vermissen. Alle Justin ... Sollen wir Justin zurückholen? Das war aber schon fies, ne? Stell dir mal vor, wir holen Justin aber zurück. Aber ey, er hat uns angelogen. Justin, warum lügst du? Mal Justin. Warte mal. Hat Justin was gepostet? Der Arme. Oh, der hat ganz viel gepostet. Oh, der tut mir so leid. Ich meine, er ist selber schuld. Aber ey, es ist einfach Justin. Das ist ... Das ist fast der Papa. Ich hab irgendwas ... Wisst ihr, was ich gehört habe? Justin wollte, glaub ich, Karl-Heinz adoptieren. Irgendwas hab ich gehört. Irgendwer hat mir das gesagt, dass er Karl-Heinz adoptieren wollte. Das wär so süß gewesen. Stell dir das mal vor. Justin, der Polizist mit einer Frau. Er hatte irgendwie eine Frau gehabt. Dann zusammen so mit Karl-Heinz. Ach, das ist so traurig. Aber weißt du, was das Ding ist? Wir müssen an die Fairness denken. Das ist das Ding. Jeder andere Spieler wär halt auch geflogen. Und das ist die Scheiße. Das ist genau die Scheiße, die ich mein. Jeder andere Spieler wär in dem Fall ebenfalls geflogen vom Server. Aber ... Das ist leider das Traurige. Und auch wenn's mir so ... Es tut auch im Herzen weh. So, Justin war ein guter Spieler. Der war immer da. Wir hatten viel Spaß miteinander. Und dann ist er halt weg, ne? Ich mein, am liebsten würde ich jetzt rein und ihn zurückholen. Das ist ja unfair gegenüber den anderen Leuten. Das kannst du nicht machen, weißt du? Und da ist dieses Ding, wo die Leute immer denken, ja, ähm ... Die bannen die guten Spieler raus. Aber was willst du machen? Nur weil er ein guter Spieler ist und dann trotzdem scheiße. Das ist halt ... Das ist das Ding. Das tut eh weh. Justin, I will miss you. Uh. Der beste Ansprechpartner von Karl-Heinz, aber ... Oh, Hannu. Oh. Irgendwie quietscht meine Tür. Warte, ich mach mir die Tür auf. Oh. Hast du mal WD 40? Ich muss mal die Tür hier bissl ölen. Dieses Kennzeichen hat er nicht gemacht, oder? Oh. Nee. Das geht nicht. Das Kennzeichen hat er nicht Legend gemacht, oder? Und kommt damit durch. Hallo? Guck. Hallo? Hallo? Oh, aber du bist der Bauredener? Ja, natürlich. Ich finde ihr Kennzeichen ganz geschmackig. Sind sie spitz? Ich? Nee, ein Kugel. Zwei. Spitze mit nah. Bauen zusammen an. Zusammen in den Wald. Der andere fasst den anderen Mann jetzt gleich an. Ähm. Das Kennzeichen passt zu ihm. Zu wen? Er zum Schwanzkopf. Ach, ich glaub du mein dich. Nö. Ich mein Sie. Mich? Mmh. Ganz schön frech für sein Gesicht. Ach, die Stimme ist nur neidisch, alles gut. Ist so. Da quietscht's nicht mehr, dass wir die 40er hat geholfen. Perfekt. Ich rieche Liebe in der Luft, sind das sie zwei? Ich komme nur zu Leuten, die sich gern lieb haben, sie sind sie ziemlich nah. Sind sie vergeben? Ich ja. Ich nicht. Wie haben denn die Herren? Oh, da braut sich die Liebe an. Die Liebe fällt überall hin, man glaubt es kaum. Boah, schick weg. Du kriegst immer Trinkgeld. Du kriegst immer von den Bürgern Trinkgeld. Heute hab ich mein Trinkgeld bekommen für 1000 Dollar Trinkgeld einfach, wo nur 50 Dollar zahlen mussten. Oh, oh, ich kann unter ihre Hose gucken. Warum haben sie weiße Boxanui? Das war ganz schön viel Radiergummi reingekommen. Ui, 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 ui. Äh. Ähm. Komisch. Ja, ja, ist es bei dir... Was ist bei dir ein... Fuck. ...ein Handy gewesen? Nee, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Hm. Klingelingeling. 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 Geh ran. Klingelingeling. Ich bin's, die Katrin. Ran gehen, du faule Sau. Nee, ist auch nicht mein Handy. Nee, meinst du tatsächlich auch nicht. Oh, nee. Vielleicht liegt das Handy irgendwo auf dem Boden. Und komm da. Vielleicht liegt es im Chat, berät, wie das gleiche gut ist. Äh, ich weiß nicht, ob das so gut ist, das so zu bereden. Also, du kannst es ja gern privat beraten. Ich weiß nicht, im Stream beraten finde ich irgendwie doof. Aber du wirst es unbedingt im Stream geklärt haben, aber... Äh, ich bin da jetzt kein Fan von. Aber schau mal, es wäre... Ich hätte das... Du, ich hab das nie an die große Glocke gehängt. Nie. Never. Ich hab heute ganz... Bruder, ich hab heute ganz nochmal drüber geredet. Hab gesagt, das ist eh schon... Äh, das war so. Und ich war halt enttäuscht und gut ist. Aber wo ist das jetzt, dass du stinksauer deshalb bist? Das verstehe ich nur nicht. Ich mein, das kannst du gerne mir sagen, aber... Man kann doch nicht einfach so sagen, man ist deshalb stinksauer. Du wusstest... Du wusstest doch selber, dass ich enttäuscht war. Oder bist du stinksauer, dass ich... Dass ich meinen Leuten, äh, meine Community erzählt hab, dass ich damals hart enttäuscht war, dass das war oder wie? Das check ich nur grad nicht. Und irgendwas mit Lügen hab ich auch keine Ahnung. Warum da Lügen drinsteht. Das ist halt das Ding. Ich bin jetzt kein Fan von irgendwie live von Zuschauern, da jetzt einen Talk zu machen. Und dann zu sagen, äh, das ist so, das ist so, das ist so, Gleichstellung, dies, das. Weil, ey, wenn das... Weil wenn wir das machen, dann spreche ich auch die Themen an, die die anderen Themen an. Dann muss ich auch andere Themen ansprechen. Aber das ist... Das ist so ne Sache, ich weiß nicht, ob du das willst. Und ich glaub nicht, dass du das willst im Livestream. Aber, äh, keine Ahnung. On-Stream find ich das jetzt nicht so geil. Weil ich denk mir so, so, ähm... Es geht ja auch nur um private Sachen. Ist ja nicht nur das. Das mit dem Enttäuschen ist das eine. Das Privates ist was andere. Und ich find, dieses Private muss nicht unbedingt im Stream geklärt werden. Wisst ihr, was ich mein? Das muss nicht im Stream geklärt werden. Ich mein, mir wär's egal. Mir wär's egal, aber ich glaub, äh, nixen wär's nicht so ganz egal. Erpressen geht immer. Hohohohoho. Oh, der war gut. Ne, aber, äh... Also, von mir aus, mir wär's scheißegal. Aber, ich denk da so daran, wenn so private Sachen sind, das ist, äh, eher privat, wisst ihr? Alter, Alter, ist ja nur nicht das, das Ding. Die Funk regelt. Mhm. Fokus jetzt auf die Fuserspiele. Da hätt ich auch gerne jetzt einen Fokus. Aber das Ding ist, äh, ich seh's ja gerade im Chat. Der Chat ist grad full. Der Chat full, das muss ich auch auf dem Chat konzentrieren. So, ich guck mal. Aber ich blib's nicht an. Ich hätte gern irgendwo so ein kleines Ehepaar, die ich trollen könnte. Ich ruf dich auf Discord an. Ja, aber jetzt hier öffentlich, oder was? Komm. Ich schau mal. Auf jeden Fall, äh, Kinox ist schon dabei, mir die Leute zu senden, die beleidigt haben drüben. Immerhin das. Dann kann ich die vor meinem Discord bannen. So viel kann ich schon mal sagen. Die werden auf meinem Discord direkt Bärmer gebannt, die da drüben beleidigt haben. Ah, aber danke, danke Kinox fürs Mitschreiben. Ah, Kinox, sehr gut, Alter. Ja, schauen wir mal. Aber wir sind jetzt wirklich on-stream. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, warte, mach bezehrt. Okay, dann machen wir das on-stream. Gut. Also, wenn ihm das egal ist. Äh, Finn Buch. Können wir sagen, jeder macht Fehler bei Justin. Ja, aber... Kennst du dieses Stichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er seine Wahrheit spricht? Das ist halt dieses Sprichwort, stimmt halt zum meisten Teil. Und da habe ich dieses derbe Problem mit Leuten, die halt lügen. Ich bin so ein Mensch, ich mag es überhaupt nicht, belogen zu werden. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn jemand zu dir kommt und, wie ich schon gesagt habe, und dich anlügt. In dem Fall war es ja Justin. Also, jetzt ist das ja nichts anderes Thema. Ich bin gerade bei Justin. Dann ist es das Ding, dass du dem dann vielleicht nicht mal glaubst, wenn mal irgendwie immer so was kommen sollte, ne? Und, ähm... Ich fand es halt nicht okay. Ganz klar ist es vielleicht ein Ausrutscher von ihm gewesen. Aber wir sind so Leute, wir wollen, dass die Leute halt ehrlich sind zu uns. Ist halt so. Weil sonst, wie ich gesagt habe, sonst setzt du dich in dieses Script ran, weil er meinte, dass das Script ein Problem gemacht hat bei ihm. Und, dass es deshalb ausgelöst hat, dass er Geld waschen war, was halt nicht gestimmt hat. Ist halt unmöglich. Ich kann euch mal sagen, was du machen musst, damit du Geld waschen kannst. Äh, du musst nämlich... Sag ich das mal. Du musst hier unten hingehen. Zu diesem, zu diesem, äh, Dings hier. Musst hier reingehen. So, hier hin. Zur Wäsche. Und hier musst du dann Geld waschen, tippen. Dann musst du hier den Betrag eingeben, den du waschen möchtest, und dann auf okay. Es ist un... Ich wiederhole, unmöglich, Geld zu waschen. Das ist aus Versehen passiert. Das sind so viele Sachen. Und, äh, er hat gemeint, das Script hat anscheinend einen Fehler gehabt, aber wir haben gesehen, dass er sich genau hier... Hat er sich ausgelockt. Also, es wurde halt hier gelockt, dass er es hier gemacht hat. Und, äh, ja. Stell dir mal vor, du schenkst dem Glauben, und dann sitzt du da als Dev und probierst 60 Stunden gefühlt das zu debuggen, warum das einen Fehler ausgeworfen hat. Und das war das Problem, wo ich zu Justin auch gesagt habe, das geht halt gar nicht. Weil, wenn mir jemand einen Fehler reportet, und das vielleicht wirklich ein Fehler ist, von unserer Seite aus, was Gott sei Dank bewiesen ist, dass das unmöglich ist, dass das geht, dann denkst du das vielleicht. Und dann sitzt du da und investierst Stunden an Arbeit für etwas, was halt eine Lüge war, so. Weißt du? Das war das Ding. Und das war halt ein großer Ausrutscher. Also, sowas geht halt gar nicht, so. Und das ist so traurig, dass sich da Justin so ausgedingt hat. Also, es ist halt... Es ist zwar eine Kleinigkeit, aber dann doch wieder was Großes, weißt du? Das ist das Ding. Vollkommen. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Morgen, um 1.22 Uhr. Sag mal, wurdest du aufgeweckt und beleidigt, oder was? Leider Gottes. Ja, jetzt? Also, ich habe vorher nichts mitbekommen, weil für mich war das... ...dem Umständen stattfindet. Bitte? Ich hätte mir nicht gedacht, dass dieses Gespräch hier stattfinden wird. Und unter diesen Umständen schon gar nicht, ehrlich gesagt. Und für sich traurig finde, weil mein Handy übergeht vor lauter Beleidigungen. Also, danke für den ersten Shitstorm. Nicht an dich. Die Leute wissen schon. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir es öffentlich. Ich habe damit kein Problem. Ich will das ja gar nicht öffentlich machen. Das ist das Ding. Ich will das gar nicht. Ich will es nicht an die große Glocke hängen. Ich kriege bis heute ständig Nachrichten. Ich ebenfalls. Schau mal, ich ebenfalls. Ich habe da... Wir haben uns damals darauf geeinigt, dass wir sagen, wir reden nicht drüber. Wir sind nicht gegangen. Also, mir... Schau mal, mir war es immer egal. Ich hätte es immer sagen können. Mir wäre es egal gewesen. Nein, dann soll es jetzt öffentlich sein. Sag du jetzt, warum mir die Streaming-Lizenz entzogen worden ist. Und dann sage ich, warum ich gegangen bin. Sollen wir das machen? Ja, machen wir das. Kein Problem. Kein Problem. Gut. Dann kann ich damit mal anfangen. Hallo, chat mal in dieser Chelle. Entschuldigung. Wobei, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, ob ich... Nein, nein. Nee, wirklich. Es bringt sich jetzt nichts mehr. Nee, weil das... Nee, nee, nee. Das Ding... Ich kriege so viel Hate gerade ab. Nee, aber das Ding, wenn ich das sage, das ist... Du hast mir bis heute darauf keine Antwort gegeben, warum es so ist. Du konntest es bis heute nicht feststellen, warum das so ist. Reden wir jetzt von Countyside oder reden wir jetzt von... Von allem. Wir reden gerade von allem. Wir reden gerade darum, warum du deine Streaming-Lizenz erzogen bekommen hast. Genau. Und das ist... Ich bin ehrlich, das ist ein sehr privates Thema, wo ich sagen muss, dass... Du weißt ja, über was ich nicht will, dass man bei mir spricht, und du weißt ja, was ich nicht will, was ich über dich sagen soll. Was sollst du nicht über mich sagen? Ich rede jetzt von privaten Sachen. Wenn du jetzt das redest, was ich glaube, dass du sagen willst... Naja, ich weiß, warum die Streaming-Lizenz erzogen wurde. Es gibt ja mehrere Stichpunkte. Aber ich sag ja, ich glaube nicht, dass du willst, dass ich das sage. Das ist das Ding. Was hast du mir schon mal gesagt? Ich kann es gar nicht sagen, wenn du das so sagst. dass du... Ich glaube nicht, dass du das willst. Nein. Was ist das Ding? Sag es doch. Mir macht es wirklich nichts aus. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was du sagen willst. Kannst du nicht sagen, was ich... Hä? Oder kannst du es ja gar nicht sagen, was ich meine. Aber ich meine, das erste ist das... Das erste ist das mit dieser Enttäuschung, das ist klar. Weißt du, was ich heute im Streaming gesagt habe? Hast du das überhaupt mitbekommen? Mein Handy, ich habe ca. 300 ungelesene Nachrichten noch. Ja, pass auf. Pass auf, pass auf. Ich darf dir nur ganz kurz erklären, was ich gesagt habe. Ich habe es gesehen. Wir haben vorhin über gebannte Spieler geredet. Da habe ich mit dem Chat interagiert. Da gab es... Das habe ich mitbekommen. Und da kam auch das Thema Amonte uns auf mit Countyside. Und da bin ich dann auf dieses Thema gekommen, warum wir damals so ein bisschen Problematik mit Countyside hatten. Das war dieses eine Thema. Und das Einige, was ich gesagt habe, war eigentlich zusammengefasst, dass ich halt damals echt krass vor dir enttäuscht war, weil ich habe dir damals die Sachen gesendet. Du wusstest das auch. Und ich weiß, was die auch zu mir gesagt haben. Und du weißt, dass wir befreundet waren und alles. Und ich fand es dann zum einen halt krass respektlos, weil du weißt, wir teilen uns eine Community. Das wusste du von Anfang an. Du bist auf RLO sehr groß geworden. Alles schön und gut. Und dann halt auf diesen Server zu gehen, der uns halt Schlechtes wollte. Das ist also damals... Heute, ich habe eh gesagt, heute ist das nicht mehr so. Heute scheißegal. Ich glaube, ich meine, Rico konnte dafür auch nicht mehr was. Das war ja alles irgendein anderer Typ, der das gemacht hat. Und was weiß ich alles. Das war ja... Es war aber trotzdem ein Admin dort. Und die wollten es trotzdem nichts gut. Das war halt die ganzen gebannten Spieler von RLO drauf. Die hatten sowieso ein bisschen Zorn auf uns anscheinend. Und das habe ich dir so geschrieben. Und das wusstest du ja auch. Und du hast dann aber gesagt... Genau, wir haben mehrmals darüber gesprochen. Genau, wir haben mehrmals darüber gesprochen. Und dann hast du aber gesagt, du musst jetzt erst mal ein paar Wochen überlegen, was du jetzt machst. Genau richtig. Ich wollte dir aber nie was... Ich wollte dir nie was jetzt verbieten. Never. Du kannst ja machen, was du möchtest. In dem Fall. Ich sage nur, das hat mich halt hart enttäuscht, dass du es halt trotzdem gemacht hast. Ja, und wir haben darüber gesprochen. Ich habe dir gesagt, ich habe mit den Leuten von Countyside gesprochen, mit der Projektleitung stundenlang und habe sie ausgequetscht. Was ist da vorgefallen? Wurde das Regelwerk kopiert? Wurden die Tencodes kopiert? Und es wurde mir auf alles eine plausible Antwort gegeben. Zum Beispiel, die Tencodes hat Cookie gemacht. Die Regelwerke sind immer gleich. Die Tencodes kann unmöglich... Darf ich kurz was sagen? Die Tencodes... Cookie war zum einen da nicht im Team. Und zum anderen, die Tencodes, die haben wir ebenfalls gemacht. Das hat nicht nur Cookie gemacht. Ich habe die Doc von Cookie, wo die Tencodes drinnen sind, mit dem RLO-Logo noch davon damals. Ja, aber die hat nicht eher komplett gemacht. Wir haben die ja auch ausgebessert und Sachen hinzugefügt. Und die hatten das 1 zu 1 vom Forum runtergezogen. Genauso wie das Regelwerk damals. Ja, wenn ich dir jetzt 5 Server zeige, 5 RP-Server, garantiere ich dir, dass bei 4 RP-Servern die Regeln ziemlich ident sind. Verstehe ich, aber diese RP-Server haben damals nicht... Ja, darf ich kurz was sagen? Ich weiß, was du meinst. Aber diese Server waren nicht bei uns auf RLO und haben unser Vertrauen gehabt, haben dann Leute von uns abgeworben und haben dann die Sachen halt drüber kopiert. Das war das Ding. Hauptsächlich ging es dir aber um diesen einen Spieler, oder? Der dich da beleidigt hat. Nein, nein, um den ging es nicht. Das war noch das Topping obendrauf, der mich beleidigt hat bis zum Allerletzten. Der war ja dort irgendwie Police Chief und so weiter. Auf den habe ich mich aufgehängt. Ich habe gesagt, was ist mit dem? Wo ist der? Der hat Countyside, lange bevor ich auf Countyside gegangen bin, Countyside verlassen. Oder wurde von dort gebannt. Das kann nicht sein, weil der zu dem Zeitpunkt, wo du drauf gezeugt hast, war der noch bei der Polizei, was ich weiß. Ich hatte mit dem Typen nichts zu tun. Der ist gebannt worden. Ich würde da nie drauf spielen. Ich hätte da nie drauf spielen. Nee, nee, aber der Typ, das war das EI-Ü-Tüpfelchen. Das krasseste war aber, das habe ich dir damals erzählt, dass jemand von Countyside rübergekommen ist und gesagt hat, ja, hier mit Anwalt, dass die mich damit kriegen wollen, wegen diesem Dings da damals. Weißt du noch? Da habe ich mit allen Leuten, der kompletten Projektleitung, drüber gesprochen. Und da wurde mir gesagt, es ist nicht vorgefallen. Es ist nicht vorgefallen, aber sie haben drüber geredet. Sonst kommt keiner zu mir rüber und sagt mir das. Ich habe dir damals bei WhatsApp geschrieben, lass uns drüber reden. Die Countyside-Leute wollen mit dir drüber reden, ganz sachlich, dass das nicht so passiert ist. Aber es ist so passiert. Du hast es damals abgemacht. Du, aber seien wir mal ehrlich, es kommt zu mir keiner rüber. Weißt du, wie das Thema in mich war? Kann ich dir das kurz erzählen? Das Ding war ja, ich bin rübergekommen, nee, der Typ ist zu uns rübergekommen und hat gesagt, bitte, Weißt du noch, wer das war? Ich weiß es nicht, war es zu lange her. Jemand ist rübergekommen, hat gesagt, er war auch von Countyside, ändere deinen Impressum, nee, nicht Impressum, Entschuldigung, die Datenschutzerklärung, das war's. Er hat gesagt, ändere das schnell, gebe ich dir den Tipp. Habe ich dem gefragt, warum, wollen die mir jetzt ans Bein pissen, hat er gesagt, ja, er will nicht viel dazu sagen, aber die wollen irgendwas mit dem Anwalt da machen, weil da irgendwas nicht richtig ist. Und da habe ich ein bisschen nachhaken müssen und hat mir gesagt, was nicht richtig war, hat er gesagt, ja, die Discord-API-Anbindung, die fehlt in dem Ding drin. Und, sorry, aber das kannst du dir nicht ausdenken. Das geht nicht. Dass da einer kommt und dann sowas droppt, das kannst du nicht ausdenken. Und ich weiß auch nicht, aber das muss ich ja rumgesprochen haben, weil der Typ war dort jetzt nicht unbedingt, glaube ich, in der Projektleitung oder sowas. Das muss ich rumgesprochen haben, dass die das ja machen wollen. Ja, ich habe mit der Countyside-Leitung gesprochen, ist das vorgegangen, und die haben gesagt, nein, das waren wir nicht. Und ich habe dich um ein Klärung das Gespräch mit der Projektleitung über dem, du hast gesagt, nein, du hast kein Interesse, mit ihm daran zuzureden. Nee, habe ich auch nicht. Das hat sich, für mich hat sich das in dem Fall erleben. Wo habe ich ehrenlos gehandelt? Ich habe es probiert zum Aufklären, das habe ich schwarz auf weiß auf WhatsApp. Wo habe ich da ehrenlos gehandelt? Weil du wusstest, was die Leute da drauf gemacht haben teilweise. Und du siehst, da sind nur Leute drauf, oder es waren, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich weiß, so damals waren Leute drauf, die uns in den Rücken gefallen sind. Und das offensichtlich. Und das wusstest du aber auch. Da waren zwei Leute, die erscheint, die uns eingestellt haben. Das kann ich dir sagen. Ich habe jetzt keine Liste davon, aber ich weiß damals, welche Leute da drauf gespielt haben. Das waren alles Leute, die uns in den Rücken gefallen sind. Ich weiß, das Countyside passiert sicher auf vielen gebannten Spielern von RLO. Ja, ist so, ist so. Das stimmt. Und schau mal, du musst, na aber bitte versetz dich in die Lage, du gehst auf einen Server, nachdem du auf RLO warst, also die Streaming-Lizenz entzogen gekommen hast, gehst du dann direkt auf den Server, wo halt die ganzen gebannten RLO-Spieler drauf sind und Leute sind, die uns in den Rücken gefallen sind. Das war das Ding. Das war, finde ich, respektlos. Das tut man nicht. Und wenn man so erzählt, stimmt's ja auch. Ja, ist es ja auch. Aber ich habe einen Monat lang gewartet. Das macht doch nichts aus. Das macht doch nichts aus. Scheiß auf den Monat. Ja, aber wir haben unzählige Gespräche und ich habe mit der Leitung gesprochen und das stimmt ja so nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was dir die Leitung sagt. Ich weiß damals, was bei mir war und ich finde es halt krass, dass du der Leitung halt mehr glaubst als halt mir so, weißt du? Weil ich weiß genau, was damals war und ich habe gedacht, was sind denn das für Code-Li, die da herkommen? Ich habe keine Beweise, dass die, nein, nein, die hast du nicht, die hast du nicht. Aber, aber die hast du nicht. Aber ich fand es halt krass, dass du irgendwelchen Leuten vom Server halt dann so gesehen mehr Vertrauen schenkst als mir, den du halt schon länger kennst, mit dem du auch befreundet warst. Wir haben uns in Real Life getroffen, alles dies, das. Und dann glaubst du halt irgendwelchen Leuten, die uns damals nie was Gutes wollten. Die wollten uns nichts Gutes. Die haben bei uns Scheiße gebaut, die haben bei uns Leute abgeworben und die wollten anscheinend mir einen Anwalt aufhetzen. Ob die das jetzt gemacht haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Alleine, dass ich diese Drohung schon bekomme. Alleine, dass ich diese Drohung schon kriege. Alleine das ist schon zu viel, dass ich sage, ich zocke auf diesen Server nicht, einfach aufgrund des Respekts. Das tut man einfach nicht. Würde ich niemals machen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, bestes Beispiel, wäre ich jetzt, bist du Besitzer von der AX, was auch immer. Du bist ja auf der AX sehr viel. Richtig. Ja, genau. Ich werde dort drauf gebannt, bin dort groß geworden, hab dort gestreamt. Oder ich werde nicht gebannt, ich kriege die Streaming-Lizenz entzogen, ich verpisse mich von dort und gehe auf den Server, mit dem jetzt AX, sagen wir mal, irgendwo mal ein Problem hatte, dass die da dasselbe hatten, wie ich sage mal mal so, dieses, äh, wie kann man das vergleichen? Ja, einen Anwalt einschalten wollen, wegen einer Datenschutzerklärung, ähm, Spiele abgeworben haben und die ganzen gebannten AX-Spieler da drauf spielen. Ja, es gibt unzählige Server, die so, die so, ja, aber, bei allem Respekt, es gibt, es gab zu diesem Zeitpunkt und es gibt bis heute eigentlich keinen Server, mit dem wir jemals Probleme hatten und ich fand das dann halt so krass, dass du genau von allen Servern auf dieser Welt genau den halt rausgepickt hast, so, ich weiß nicht. Ich habe dir immer schon gesagt, ich brauche die Abwechslung. Ich habe zwei Server, du weißt, dass ich arbeite, dass mir AX irgendwann mal, bis die Schnauze voll ist, ich kann das nicht mehr sehen, dann vom echten Dienst in AX-Dienst, da brauche ich eine Abwechslung. Da war RLO immer perfekt, Ami-Setup, genau meins. Wir sind ja nicht der einzige Ami-Server mit Ami-Setup, gibt genügend andere, gibt es genügend. Ich finde keinen anderen Server, der so aufgebaut ist, wie ich sage, das RLO, Countyside ist sehr ähnlich aufgebaut, wo aber auch schon eine gewisse Community existiert. Das Ding ist halt, ich finde es halt dann auch krass respektlos, dass dann deine Moderatoren, darf ich das mal bezeugen, deine Moderatoren, wenn Leute fragen, ob das RLO ist, nein, besser als RLO schreiben. Das finde ich auch krass abgehoben irgendwie. Also das kann ich nicht sagen, dass das je Mods von mir geschrieben haben. Ich habe es auf Screenshot zugesendet bekommen, das kann ich dir gerne zusenden. Bitte mir sofort zusenden. Weil ich glaube, dass das sogar einer von Countyside sein könnte. Ich habe keine Mods. Ich weiß nicht, ich habe das nur mal gesehen, ich habe das mal Screenshot. Das kann ich mir beim Besten bitte mir zukommen lassen. Ja, lass ich dir zukommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das steht. Doch, das habe ich auf Screenshot. Das sind solche Sachen, weißt du, wo ich mir auch so denke, ja, schon lustig so, dass halt die eigenen Moderatoren dann sowas so reinschreiben, so, ja, das ist noch besser und so. Mir kommt halt vor, das wird halt, es wird halt, ja, krass beworben, so auf die Hinsicht, dass da irgendwelche Spieler draufkommen. So kommt es mir halt vor. Finde ich nicht, aber lass uns zum Thema kommen, warum ich überhaupt auf Countyside gewechselt bin. Ja, weil du die, mir wurde die Streaming-Lizenz entzogen und wie du dich vielleicht noch erinnern kannst, ich hatte ja damals das Gespräch mit Andl, was ich wiederum, dadurch, dass wir uns ja schon jahrelang vorher gekannt haben, habe es ich sehr ehrenlos gefunden, dass du, dass Andl mit mir dieses Gespräch geführt hat, er sagt mir, ja, komm Discord, wir müssen reden, er hat meine Nummer, er hätte mich anrufen können, du hättest mich anrufen können, Ich war an dem Tag nicht da und ich muss dir ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass Andl an dem Tag mit dir dieses Gespräch führt und du hast mir, darf ich kurz was sagen, darf ich kurz was sagen, einwerfen, du hast mir damals vorgeworfen, dass ich jemanden geschickt habe, was nie der Fall war, ich habe gar keinen geschickt, Andl hat das von sich aus selber gemacht. Er hat sich an dem Tag hingesetzt und hat gesagt, so, jetzt muss ich mal mit Nixen reden, das war das Ding. Und ich war an dem Tag nicht da, ich war 100 pro in dem Gespräch drin gewesen, 100, 1000 prozentig, aber ich wusste an dem Tag nicht mal, dass er ein Gespräch hatte und ich hatte niemanden vorgeschickt. Und du hast mir dann so vorgeworfen, von wegen, ich schicke Andl vor, um dich irgendwie mit der Streaming-Lizenz rauszuziehen, weil ich mich nicht traue oder sowas, das stimmt überhaupt nicht. richtig eingefressen auf dich und ich habe, das stimmt auch, ich habe dich darauf verabschiedet. Aber warum warst du angefressen? Ich habe dir nichts getan, ich habe niemanden vorgeschickt, gar nichts. Spielen ähnlich war bei Streaming-O-Server. Bitte was? Ich werde gerade gefoxt, geklinoxt. Was heißt gefoxt, geklinoxt? Das sind ganz andere Paar Schuhe, von denen du gerade redest. Ja, aber es sind doch parallel erkennbar. Gar nicht? Es war dann ja so, dass ich mit Andl das Gespräch geführt habe, wo er mir gesagt hat, dass mir die Lizenz entzogen wird, mit dem Hauptgrund, also der erste Grund, der aktuellste war, ich habe damals ein Thumbnail gemacht. Es war circa Mittag, ich bin auf den Server gegangen, es waren zwölf Leute am Server, ich habe mich versteckt in so einer Seitengasse und habe ein Thumbnail gemacht. Wie ich es immer gemacht habe. Ich habe ja keine Spectator-Geschichten oder so, sondern ich habe eben ganz billig das Thumbnail gemacht, V-Modus und hingestellt ein Foto gemacht. Es kam mir dann dringend was Privates dazwischen, sodass ich den PC für circa fünf bis zehn Minuten verlassen habe. Also ich habe nicht das Thumbnail zu Ende gemacht, sondern musste zur Tür. Wie ich dann das Ganze fertig war, Thumbnail zu Ende gemacht, habe das Auto wieder eingeparkt und habe den Server wieder verlassen. Dann war das Gespräch mit Andel, dass in der Zeit, wo ich mein Thumbnail gemacht habe, wurde ich angeblich angesprochen von einer Person und ich habe nicht geantwortet. Also Fehl-RP-Grund. AFK gehen, was halt nicht erlaubt ist in dem Fall, weil es halt AFK gehen und erlaubt das AFK gehen. Es war AFK, es war absolut AFK. Es hat bei mir eine Tür geläutet, ich musste weg. Es war dringend. Ja, ich war AFK, es stimmt schon. Es hat dann auch geheißen, es haben mich Mods, Admins spektatet, dass ich da so rumstehe. Ich habe probiert zu erklären, ich mache ein Thumbnail, ich kann nicht wie ihr Auto spawnen, ein Thumbnail mache, ich muss in den Polizeidienst gehen, dass ich mir ein Auto holen kann, dass ich das Thumbnail durch das machen kann. Dann hat es geheißen, es gibt andere Gründe auch, es gibt mehrere Beschwerden wie mich über Fehl-RP. Gab es, ja, hatten wir. Umzählige. Genau. Dann hatten wir noch dieses Vorwurf für Scripted-RP hatten wir auch. Hatten wir mehrere. Wie soll ich bei euch Scripted-RP durchführen? Ne, hatten wir aber auch, weil da haben wir uns... Das ist ja gerade das erste Mal, wo soll ich ein bei euch Scripted-RP machen? Ne, weil ja immer diese, ich sag mal, vor dem Stream, also es war so, vor dem Stream wusstest du, was passieren wird? Ach so! Zum Beispiel, weißt du noch, mit diesem Bankraub und ich weiß nicht, das wurde damals vorgeschlagen. Ja, aber da habe ich im Stream, das habe ich sogar gesagt, im Stream den Streaming-Titel geändert. Ne, 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 ne. Das habe ich sogar dazu erwähnt. Ne, das war Form-Stream und wir haben darüber geredet und deine Aussage war dann aber, du hast das von denen... Ja, aber schreibst du nicht auch in deine Streaming-Titel der größte Bankraub von 107 Jahren? Ja, weil wir den geplant hatten, aber du wusstest, dass das Kopf schon ist, was geplant war. Das war das Ding. Wenn ich als 1 zu 7er bin und wir haben den wochenlang vorher geplant, dann schreibe ich das in den Titel, weil ich weiß, heute ist der Tag, wo wir das geplant haben. Ich bin doch nicht so behindert und schreib den Streaming-Titel vorher schon raus. Nein! Und ich weiß auch, ich schwöre dir, da war Andel dabei, ich weiß noch, dieses Gespräch, da war was mit, dass du wusstest, dass die das machen, weil die dir das gesagt haben. Das war damals der Stand der Dinge. Das war das Ding, was wir gesagt bekommen haben von dir. Und dann schreibe ich das in den Streaming-Titel, weil ich weiß, das geht Leute Meter eh nicht beherrschen. Nein, es war aber wirklich so, ich schwöre dir, es war genau so, wurde es uns gesagt auch und wir haben damals drüber sogar geredet und da war halt deine Aussage, du wusstest, dass diese Leute das machen, aber ich weiß halt bis heute nicht, ob du das im RP wusstest oder ob du das OOC wusstest, aber das ist so eine Kleinigkeit. Das ist, für mich war das so eine Kleinigkeit. Es ist über ein Jahr her, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich weiß noch genau, ich wurde mal entführt, da habe ich mitten im Stream den Titel geändert, ich werde gerade entführt. Ja, ja, das ist ja nicht das Problem. mit der größten Bankraub, ich glaube, das war sogar der letzte Stream auf RLO, den ich gemacht habe. Nee, 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 das war länger her, das muss länger her gewesen sein. Sonst, und dann, die Sache, die ich eigentlich nicht sagen wollte, ist, der eine Supporter bei euch, der mir lange Zeit, bevor ich gebannt wurde, äh, gebannt, nicht gebannt. Ah ja, der darauf gesagt hat, du stehst auf der Abschlussliste, aber was unmöglich sein kann, es gab ein Gespräch, mit den Supportern, und er hat mir gesagt, nix und pass auf, es wurde gesagt, du bist auf der Abschlussliste, du bist beobachtet. Ja, wo ich, by the way, bis heute auch nicht weiß, wer das gesagt hat, weil wir haben nie mit den Mods oder so, oder mit den Supportern geredet, dass irgendwie auf einer Abschlussliste steht, nie. Ja, und jetzt, wenn man die Puzzleteile jetzt zusammensetzt, es hat mir ein Supporter vorher schon gesagt, pass auf, du bist auf der Abschlussliste. Andl sucht das Gespräch mit mir und sagt, nein, du bist AFK rumgestanden, obwohl Andl und dich, wir kennen uns persönlich, wir haben nächtelang Minigolf gespielt und solche Sachen, wo ich sage, hey, das sind Freunde, wir haben oft genug mit privaten Sachen gesprochen, höchst intime Sachen, hey, das sind meine Freunde, wenn was ist, dann kann man drüber reden, aber dann werde ich da so vorgeführt, Entschuldigung, wie ich das sage, und dann passiert es, dass mir die Streaming-Lizenz entzogen wird, wo ich dann sage, das war mit meinem Gewissen nicht vereinbar, dass ich mit diesen ganzen Sachen, die mir vorgeworfen werden, dass ich dann, dass dann heißt, ja, ich bleibe noch auf dem Server und ich tue jetzt so, als wäre nie was gewesen. Das war mit meinem Gewissen nicht vereinbar. Ich bin gegangen, weil ich gekränkt war und du bist gekränkt gewesen, weil ich gegangen bin. Nein, nicht, weil du gegangen bist, du hast die Freundschaft beendet, du hast uns überall blockiert und dann war es das mit uns so. Ich habe nur dich blockiert, nur dich. Ja, aber schau mal, das Ding war, weil ich wirklich so enttäuscht war von der Gesamtsituation. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, welcher Supporter das war, ich weiß nur, wir hatten einen Supporter, der hat gelogen wie am Spieß, der hat auch tatsächlich einen Streit ausgelöst zwischen Kleinox und Schandle damals, weil er Schandle damals bis aufs Letzte angelogen hat, über Sachen, die Kleinox gesagt haben soll, was er nie gesagt hat. Nur als Beispiel jetzt. Und vielleicht war das auch dieselbe Person. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich vermute, dass es vielleicht sogar dieselbe Person war, die dir dasselbe gesagt hat, weil, wie gesagt, wir einen hatten, der sehr viel Scheiße gebaut hat teilweise und der ist dann auch Gott sei Dank nicht mehr jedes geflogen. Und ich weiß nicht, ob das dieselbe Person war. Keine Ahnung. Ich kann nur so viel sagen, wir haben niemals, niemals mit Supportern in dem Raum gehockt und gesagt, ja, den Nixen, der steht auf der Abschlussliste. Niemals. Vor allem, das kann aus dem Grund nicht sein, das kann ich dir auch sagen, warum das nicht sein kann, weil das mit dieser Entscheidung, mit dieser Streaming-Lizenz, wie das erst viel, viel, viel später entschieden haben, als du gesagt hast, das kann gar nicht passiert sein. Der müsste theoretisch in diese Zukunft gereist sein und dann uns in einem Gespräch ertappt haben, wo wir drüber reden. Und anders. Letztes Jahr, letztes Jahr im Jänner ist mir das mitgeteilt worden und ich bin, glaube ich, im Mai oder was, also Monate vorher und da, ich, ich, ich verstehe voll, dass du sagst, das war von mir nicht in Ordnung, dass ich gegangen bin. Verstehe ich. Du kannst ja gehen vom Server, aber das Ding war, du kannst nicht einfach wegen so einer Entscheidung, den, weißt du, wie du das rübergekommen hast, wie so ein Kind, was gerade seinen Lutscher nicht bekommen hat. Du bist gekränkt, weil dir was genommen wurde und so kam es mir vor, wir haben dir irgendwas weggenommen und du bist direkt pisst auf alles, obwohl das nicht auf dich persönlich jetzt war. weil mir ein Lutscher weggenommen worden ist, ich war angepisst, weil für mich Freunde mich einfach so behandelt haben. Ja, wie ich das behandelt habe. Ja, auf dieser Ebene, statt dass mir also, hey, komm, Nico, setzen wir uns zusammen, reden wir mal kurz, schau her, da ist das und das vorgefallen, warum machst du das, wir müssen eine Swim-Lizenz entziehen, nein, zack, rübergefahren und weg mit dir. Darf ich gerade so sagen? Wenn ich, wenn, ja. Du weißt, dass, dass ich so meine Ansichten habe, weshalb, weshalb wir das gemacht haben so. Wir hatten da unsere Ansichten. weil ich Geldgeil bin. Die konnte ich, aber pass auf, darf ich dir was sagen? Die kann ich persönlich so nicht vertreten, hat auch mit den Leuten zu tun, weil wir uns eine Community teilen, das konnte ich nicht vertreten. Ging nicht, für mich. weil ich Geldgeil bin, hat sie auch geheißen. Na, das war nicht gemeint. Weil ich einen Merch-Shop eröffnet habe. Nein, das ist es auch nicht. Soll ich es sagen, warum? Ja, bitte sag's, wir reden ja gerade mit offenen Karten, auch wenn 5000 Leute sind. Du weißt, meine Community ist eine sehr spendable Community. Das ist schön und gut. Die sind abnormal. Genauso ist es. Meine Leute sind spendabel. Und das ist krank. Ich kenne keinen YouTuber, wo das auch so ist. Ist krass. Ah, ich weiß schon wieder, was du meinst. Nein, jetzt pass auf. Die Gaming-PC ist schade. Nein, 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 ich kann dir auch gerne noch mal was erzählen. Das ist kein Problem. Das Ding ist dann halt, du kommst halt her und mir kam halt vor, dass das Erste, was du halt gemacht hast, wie mache ich schnell Geld? Das war direkt ein Merch-Shop da. Das ist das eine, wie die Leute gesagt haben. Das andere war halt direkt monetarisieren, dies, das. Das mit Spenden, ehrenhaft, dass du viel an Tierschutz spendest, mache ich auch. Nur, ich hänge es halt nicht an die große Glocke, ich mache es privat. So, das ist, du machst es halt über Donations. Leute können donaten mit Hashtag hier Tierheim oder was. Dann wird das gespendet ans Tierheim. Ist schön und gut. Ist eine tolle Aktion, kann man machen. So, das ist das eine Ding. Das andere Ding ist, was ich nicht verstanden habe, wo ich gesagt habe, das geht einfach nicht, ist, ich weiß, du hast Leute, die spenden dir viel. Unsere Community, ich teile die mit dir. Das ist unsere Community, die supportet dich, die hilft dir aus. Du hattest eine Wishlist, du hast auch immer wieder Sachen von der Wishlist bekommen, das weiß ich auch und da waren zum Beispiel Sachen drin, ein bestes Beispiel, du hast mal gesagt, du brauchst einen neuen Bildschirm. ich weiß ganz genau, an diesem Tag haben Leute für dich gespendet, bis zum Gehtnichtmehr für einen neuen Bildschirm. Den Bildschirm, den du gekauft hättest, der stand monatelang in deiner Wishlist drin, du hast das nicht gekauft. Und dann kam mal diese Aktion und ich weiß, ich weiß, dass sehr viele auch an dich spenden, die wir uns hier haben, auch an dich für dein Equipment, dies, das, da mehrere tausend Euro, wenn ich das jetzt zusammenrechne, mehrere tausend Euro an dich gespendet und dann machst du einen Stream mit einem Spenden-Goal von, ich glaube, das waren 3000 Euro, dass die Leute spenden für deinen PC 1800 waren. Oder 1800 für deinen neuen Gaming-PC, wo ich mir gedacht habe, du hast so viele Spenden bekommen von unserer Community, dass du dir ein geiles Equipment kaufen kannst und dann machst du ein Spenden-Goal, obwohl du schon tausend von Euros von der Community bekommen hast. Weißt du, wie das dann so für mich rüberkommt? So richtig, ich geier da jetzt bis zum letzten Ding raus, dass ich da irgendwie Geld mache, weil ich weiß auch nicht, was du mit dem Geld gemacht hast, keine Ahnung, ich weiß, du musst versteuern, dies, das, das, ich auch. Aber ich fand das dann so, so krass, weil ich weiß, du kriegst auch viel donated, ist ja nicht so. Und dann nimmt man das Geld und steckt es ins Equipment. Ich hab letztes Mal auf, darf ich dir kurz was sagen auf Twitch, was ich gesehen hab? Da hast du ja auch gesagt, du steckst das Geld ins Equipment. Warum ist dann eine Grafikkarte auf deiner Wishlist? Warum? Warum nicht? Warum nicht? Du kriegst Spenden ohne Ende, schau doch mal, was dir die Leute geben. Die geben dir so viel und du, und du schiebst das dann so, ich will trotzdem, dass es mir wer von der Wishlist kauft. Die Leute supporten dich so krass. Nein, das ist doch ein absoluter Blödsinn. Natürlich ist das kein Blödsinn. Die Leute supporten dich krass, bis zum Gehtnichtmehr. Du kriegst, du kriegst, aber dafür brauche ich, nur weil ich eine Wishlist gebe. Du kannst dir eine Grafikkarte für 1200 Euro, musst du doch nicht auf die Wishlist packen. Die kaufst du dir, weil die Leute, die das spenden. muss ich es ja nicht sofort haben. Oder muss ich es mir sofort kaufen? Nein, musst du nicht. Das will ich dir nicht vorwerfen. Und ich weiß auch, warum du keine Wishlist machst. Warum mache ich keine Wishlist? Wegen dem ITTT-Schutz. Nein, ich mache meine Wishlist deshalb nicht, weil mir geht es gut. Ich kann mir das leisten. Ich könnte mir meinen PC sponsern lassen, der 20.000 Euro kostet. Ich rufe morgen wen an, der gibt mir diesen PC, ich mache einmal Werbung, ich habe einen 20.000 Euro Rechner hier stehen. Ich mache das nicht. Ich kaufe meine PC-Teile selber, weil mich meine Community unterstützt. Ich habe hier wieder 200 Euro, 107 Euro bekommen. Ich könnte mir jederzeit meinen Gaming-Rechner komplett sponsern lassen und mache es nicht. Ich könnte jetzt auch eine Wishlist aufmachen und ich mache es nicht. Und nicht wegen dem Identitätsschutz. Ich könnte das auch einfach auf meine Mutter laufen lassen und auf meinen Vater die Wishlist. Warum mache ich das nicht? Könnte ich genauso machen und kriege ich trotzdem die Sachen. Also mir jetzt vorzuwerfen, ich mache die Wishlist nur aufgrund meiner Identität nicht, ist schon krass unter aller Sau. Weil ich kaufe mir das, was ich von meiner Community bekomme. Und das ist genug. Von deiner Vertrauensperson von dir gesagt worden. Was? Von Schandl? Nein. Nee, Schandl wollte meine Wishlist haben. Aber sie hat gesagt, sie... Nein, nein, nein. Das kam nicht von mir. Sie wollte meine Wishlist haben, aber sie wollte es nicht wegen meiner Identität, weil wir dieselbe Adresse haben. Genau. Das weißt du. Aber ich wollte nie eine Wishlist haben. Aber Schandl ist ein anderes Thema. Schandl ist bei mir jetzt angestellt, aber das ist ein anderes Thema. Die hätte eine Wishlist machen können. Die hat ja keinen... Die streamt auch nicht. Die kriegt ja auch so jetzt keinen Support oder sowas. Soll sie halt eine Wishlist machen. Ja, aber genauso gut kann ich zu dir sagen, warum zockst du auf Grand RP? Aber sie hat keine. Bitte? Warum zockst du auf Grand RP? Kann ich ja genauso gut zahlen. Kann ich dir sagen. Ich bekomme dafür bezahlt und ich spiele es gern. Ja, genau. Zwei Sachen. Ja, und mir ist auch für Grand RP Geld angeboten worden, nicht mal wenig. Ja, nur zahlt meine... Aber darf ich dir kurz mal sagen, nur zahlt meine Community nicht dafür. Für mich ist Community was anderes, als wenn mich eine Firma bezahlt. Weil ich mit einer Firma bezahlt. Ist schön. Wenn meine Community mir spendet, ist schön. Aber ich mache dann nicht extra eine Wishlist auf, obwohl mir meine Community schon tausend von Euro spendet. Mache ich dann nicht extra diese Wishlist auf, setze mir eine Grafikkarte drauf und sage dann on stream, ja, danke für eure Spenden. Es wird alles ins Equipment gesteckt. Das ist das Ding. Das macht man nicht. Das ist Disrespect gegenüber der Community. Weißt du, was ich meine? Und auch das damals mit dem PC... Ich bin komplett mit offenen Karten vor der Community mit Donations, weil ich, du weißt es selber auch, es geht alles über einen Steuerberater und über meinen Beruf muss ich ja doppelt und dreifach aufpassen, was ich da sage, weil man da relativ flott im Strafrecht ist. Und deswegen, das mit dem PC, mit dem Donation Goal, war damals eine Idee von einer lieben Moderatorin, die keine Moderatorin von mir ist, die gesagt hat, hey Nixon, du machst so viele tolle Sachen für Tierheim etc., mach doch mal ein Donation Goal für dich selber. Aber darf ich... Alles schön und gut. Habe ich gesagt, ja, mache ich. Man kann es absolut so sehen, dass abgehoben ist, aber dann ist ein jeder Streamer, es hat ein jeder Streamer, er hat ein Donation Goal, bloß sie nennen es halt dann Taschengeld. Nein, das ist... Darf ich dir nur kurz was anhängen? Und dann habe ich das einmal gemacht, einmal, habe es eh sofort bereut und kriege davon, eine Trübe gefahren. Nee, weil du weißt, nein, das ist... Schau mal, ist das was anderes? Schau mal, mir würde es ja vollkommen durch den Strich scheißegal sein, wenn wir uns die Community nicht teilen. Für mich ist das... Für mich sind das die Menschen, die mir das ermöglicht haben, dass ich hier sitzen kann. Ja, warte, 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 warum die mich schützt. Und dann... Nee, pass mal auf. Für mich sind das die Menschen, die ermöglichen mir das, was ich hier machen kann. Das habe ich mir aufbauen können, ist schön. Und du weißt selber, woher auch die Leute kommen. Die kommen... Richtig. Die kommen auch von mir. ist diese Community. Und dann kommst du her und für mich kam das so rüber, als nutzt du das komplett bis auf den letzten Cent aus. Weil ich kann dir sagen, auch schon vor diesem Donation-Goal, wenn ich da jetzt alles mitbericht... Ich bin jetzt nicht so ein Typ und rechne jetzt alles ab, was du jetzt da an Donations gemacht hast. Aber du weißt, meine Community ist spendabel. Du hast so, so, so viel Geld für dich privat bekommen und sagst, ja, du brauchst jetzt aber hier noch ein 1300 Euro Donation-Goal. Und ich wusste einfach zu diesem Zeitpunkt schon, dass du mehrere tausend Euro nur von meiner Community auch bekommen hast, dass du dir ein geiles Equipment kaufen kannst. Und das fand ich so respektlos gegenüber der Community, das zu machen. Und deshalb, ich wollte das schon so lange in meiner Community sagen, wie krass mich das damals fertig gemacht hat, weil das auch meine Leute sind. Die gucken mir zu... Die haben mir alles ermöglicht, weißt du? Und wenn ich dann so sehe, dass da jemand so was macht, kommt das halt so rüber. Oder es ist halt dann vielleicht so, dass ich dann so denke, boah, der beutet da die Community aus. Das ist richtig krass so, weißt du? Und das war dieses Ding. Ja, wenn man es so sieht, dann schon. Eben, das ist ja das Ding. Aber dann schreiben mir Leute, das ist wegen der Wischlist, weil wir wollen, wir wollen das Ding wechseln. Ja, bitte. Da schreiben mir Leute, ich finde mal an, das wird bei dir ähnlich sein, wie ich jetzt auf Twitch gewechselt bin, schreiben Leute, hey, nicht wechsel auf Twitch, weil ich kann dir auf Superchat dann nicht mehr donaten. Ja. Dann sage ich, okay, ist so, ist mir egal. Dann schreiben aber auch Leute, hey, ich kann dir so nichts kaufen, nichts donaten, weil ich habe keine Visa-Karte, aber ich würde dir gerne nicht unterstützen, hau doch den Bildschirm auf die Wischlist, dann kann ich dir das so machen, so donaten. Darf ich dir mal sagen? Sachspenden. Und du weißt, Sachspenden werden anders versteuert wie Geldspenden, wo sich der Steuerberater wiederum freut. Aber darf ich dir kurz was sagen? Das Ding ist halt, der Unterschied wäre, wenn du ein kleiner Streamer wärst, ein paar Euro donaten bekommen von der Community, ist ja okay, aber ich weiß, was bei dir an, ich sag mal, Patte fließt, dass du dir das easy leisten kannst und ich weiß auch, wie dein Stand gerade ist. Das ist ja nicht schlecht. Ich weiß, wie du lebst. Ich weiß deinen Lifestyle. Und das war dieses andere Ding. Ich weiß ja deinen Lifestyle auch. Ja, ja, eben. Das ist ja das Ding. Und ich bin dir keinen Cent neidig. Bin ich auch nicht. Das bin ich nicht. Ich bin dir keinen einzigen Cent neidig. Das Ding ist, das Ding ist, hör mir kurz zu, ich bin dir keinen Cent neidig. Alles schön und gut. Ich gönne dir alles. Nur bitte, 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 nutze diese Community nicht aus, um dann irgendwie, ich weiß nicht, Aber genau so kommt es rüber. Das ist das Ding. Ich bedanke mich für ein 1 Euro Donation. Genauso. Es gibt Kinder, die donaten mir 1 Euro mit dem Hashtag Tierheim oder Tiere. Und das geht genauso ans Tierheim. Und du weißt, eine Superchat Donation ist das unlukrativste, was es gibt. Das ist doch egal. Es geht doch nicht darum, ob es lukrativ ist oder nicht. Das kommt von den Menschen. Nein, nein, nein. Warte, warte. Nein, auf das gehe ich nicht hinaus. Der Donate ist ein 1 Euro. Es kommt 50 Cent kommen dann effektiv an. Ja. Und wie es jedes Mal ist, an jeder, der sich meine Donation Streams anschaut, so hat es Kinderhospiz, Tierheime, Kinderheime, egal was es bisher alles war. Ja. Ich habe jedes Mal Tausende Euro noch draufgehauen, um auf eine runde Summe zu kommen. Ja. Zwischendurch, diese ganzen kleinen 100-Euro-Beträge, die ich die ganze Zeit nebenbei donate ans Tierheim mit Daueraufträgen an die Tierheime, die erwähne ich ja gar nicht mehr. Und ich bedanke mich einfach umso mehr dafür im Stream, weil ich finde es extrem rührend, wenn kleine unter anderem Kinder ihr Taschengeld hergeben für Tierheime. Schau mal, aber um das geht es doch gerade gar nicht. Das ist ja gut und richtig. Für sowas viel, viel mehr. Das ist extrem wichtig, weil es die Herzlichkeit in unserer Gesellschaft eh total flüten wird. Und ich freue mich über eine 500er Tierheim, Toni, 30 Mal mehr über eine verdammte Grafikkarte. Ja, aber die Grafikkarte bringt sich gar nichts. Ob ich jetzt mit 30, 70, 30, 90 zock, ist scheißegal. Es geht doch gerade gar nicht darum. Das ist ja alles schon gut. Das habe ich dir ja schon von Anfang an gesagt. Das, was du da machst, ist ja super toll und ist ja alles in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Das ist ja alles gut. Das Ding ist halt nur, dass man so, sowas eigentlich nicht macht. Also für mich kam das halt so rüber, weil du halt da sitzt und du kriegst auch trotzdem sehr viel an dich gespendet. Das muss man auch sagen. Ja, es ist im ersten Jahr. Meine ganzen Donations im ersten Jahr sind alle komplett ans Tierheim gegangen. Komplett. Dieses Tierheim ist geflutet worden mit Geld. Das war abartig. Dann hat es angefangen, natürlich, wenn man wächst, dass die Leute dann sagen, hey, schau her, der ist doch, der bemüht sich, geben wir ihm doch mal was. Und dann schreiben die Leute, hey, das ist für Fredi. Fredi ist mein Kater übrigens. Das ist für Fredi, was ich auch total witzig und lieb finde. Das ist für dich. Das ist für das. Das ist für dies. Und dann ist es, dann passiert es natürlich, dass man dann Donations verwendet für Streaming Equipment. Ja, aber das hast du ja nicht gemacht in dem Fall. Das weiß ich ja. Du hast das ja dann auf die Wishlist gepackt. Jemand hat für dich donatet für ein Bildschirm und hast du monatelang nicht gekauft und hast das dann auf die Wishlist gesetzt. Das hat mir gezeigt, dass du das eben nicht dafür benutzt hast. Genau wie jetzt. Du hast Spenden gesammelt für dein Equipment und setzt deine Grafikkarte auf die Wishlist. Da beißt sich was. Das ist wie wenn ich sage, bitte spendet mir für ein Auto. Die Grafikkarte ist komplett unnötig. Warum ist die dann auf der Wishlist, wenn es dir unnötig ist und unwichtig? Warum ist es dann da? Du kriegst so viel von der Community zurück und willst dann trotzdem, dass irgendwer das für sich so kauft, weißt du? Ich will nicht, dass es für mich kauft. Ja, warum steht es dann auf der Wishlist? Warum steht dann, wenn einer Bock hat, das zu kaufen, kauft es mir? Da steht es so kauft. Du weißt, es gibt Leute in unserer Community, die extrem reich sind. Was? Das nutzt man doch nicht aus. Das heißt, das nutzt man doch nicht aus. Also sorry, Nein, das nutzt man nicht aus. Aber es gibt Leute in unseren Communities, ich weiß es, es gibt Autohausbesitzer in unseren Communities, die wirklich sagen, wo das Titat schon, was sind 2.000 Euro für mich? Wo ich sage, bitte, ach du meine Güte, was sagst du sowas? Aber das ist genau der Punkt, so solltest du nicht denken. Das ist der Punkt, so solltest du bei Gott nicht denken. Ja, ich wünsche es immer den Leuten, pass auf, sagst du bei einer 500, du hast jetzt 1 Euro Donation bekommen, sagst du dann den Autohausbesitzer auch, das wünsche ich mir nicht. Pass mal auf, ich wünsche den Leuten immer, dass sie genug Geld haben, dass sie sowas leisten können, wenn sie sowas machen. Ich wünsche es ihnen. Aber ich stelle nicht eine Grafikkarte auf den Grund rein, weil ich weiß, ich habe da reiche Leute, die mich gucken. Ich setze das rein und hoffe, dass wer kauft. Sorry, aber das ist halt echt. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich gerade schon wieder so wie damals, wo ich jede kleinste Teil werde ich beobachtet. Du wirst nicht beobachtet. Du spektierst meine Wishlist, du schaust meine Twitch-Streams. Ich bekomme das teilweise, du wirst jetzt lachen, ich bekomme das zugesendet. Jedes Wort, was ich sage, wird von mir zerlegt. Und dann stehe ich, der will da die Donations einsammeln und so. Ich bekomme das zugesendet. Ich bin dir entfolgt und alles, was ich damit abgeschlossen habe. Schau, Janis schreibt, er wird von Grand RP von einer Firma bezahlt und bei einer Wishlist von seinen Fans hat. Das ist halt dieser Unterschied, wo ich halt gesagt habe, weil du halt auch Grand RP angesprochen hast. Für mich macht es halt einen Unterschied, wenn ich dafür Geld bekomme, was jetzt nicht unbedingt von der Community ist. Es ist schön und wir haben so ein Win-Win. Es gibt Leute, die feiern auch Grand RP, weißt du zum Beispiel. Und ich selber habe es zum Beispiel zum Abschalten. Für mich ist das ein kompletter Win-Win. Komplett. Ich werde bezahlt, um das zu machen, auf was ich Bock habe. Und das Geile ist, ich bin auch nicht bei einem Vertrag mit Grand RP. Ich könnte jederzeit sagen, ich mache heute einfach kein Grand RP mehr. Ich glaube, ich bin einer der einzigen Streamer, der gesagt hat, ich will keinen Vertrag haben, weil die meisten Streamer haben einen Vertrag dort. Und wenn ich auch immer sagen kann zu mir selber, du, schau, sitzt du da? Ja, dann machst du es wahrscheinlich über die Klicks. Na, na, schau mal. Sitz du da? Und sobald ich keinen Bock mehr habe, Grand RP zu spielen, dann höre ich morgen auf. Dann kann ich das jederzeit machen. Wenn ich heute sage, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich höre auf. Und das ist so für mich, dieser Unterschied, wo du halt auch vorhin gesagt hast, weil du das so verglichen hast, ist es anders, wie wenn dich jetzt eine Firma bezahlt oder dich deine Fans bezahlen und du dieses Geld dann nicht ins Equipment steckst. Wenn ich von Grand RP mein Geld bekomme, dann ist es scheißegal, ob es jetzt ins Equipment steckt oder nicht. Das hat nicht ein Fan von mir bezahlt. Aber wenn ich dann sage, ich sitze hier und sage, alle Donations kommen in mein Equipment und einer spendet mir für deinen neuen Bildschirm, für deine Grafikkarte, was auch immer, und dann mache ich mir dieses Spenden-Goal auf oder kaufe mir das dann halt damit nicht, obwohl du halt im Stream gesagt hast, du brauchst einen neuen Bildschirm. Da hat es dann bei mir Ding, 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 Ding im Kopf gemacht. Da war der erste Part, wo ich gesagt habe, warum machst du das so? Weißt du, das war dieses Ding. Du hast als Arzt essen, beobachtet Nixen, ihr auf jeden Schritt... Nein, das war nicht beobachtet Nixen. Wir haben das gesehen und wir haben uns unser Teil gedacht und dachten und so, warum machst du das so? Du hattest das gar nicht nötig. Das war das Ding. Du hast auch eine Wishlist nicht nötig. Hast du nicht. Ja, aber du hast auch nicht nötig, auf Grand-RP zu zocken eigentlich. Habe ich nicht, aber ich mache es, weil es eine Win-Win-Situation ist und ich tatsächlich... Ja, aber jetzt kann ich genauso sagen, du verarschst ja deine Community. Warum verarsche ich meine Community? Mit was verarsche ich die? Wenn ich auf deinen Kanal gehe, kann ich schauen... Ja, sag mal bitte, wo verarsche ich mich? ...die Streams, wo du Grand-RP zockst, fängst du an, wenn du Grand-RP zockst, oder Grand-RP, ja. Streamst du zuerst RLO, hast ein neutrales Thumbnail, generierst so Zuschauer und holst die auf Grand-RP, weil du durch die Klicks kriegst du die Designationsform von Grand-RP. Darf ich dir kurz was sagen dazu? Das Ding ist, dass ich Multistreams mache. Ich fange auch oft mit Grand-RP an oder mit BO2. Ich mache das, auf was ich Bock habe und die Leute mir sagen, ich soll Multistreams machen. Aber irgendwie, bitte verarsche ich meine Fans, nur weil ich mache, ich mache sogar, wie du sagst, eine Thumbnail extra, dass ich Real-Life-Online überstehe. Ich könnte jetzt auch einfach Real-Life-Online ins Thumbnail packen und sagen, ich zocke Real-Life-Online, dann zocke ich Grand. Dann könnte ich es verstehen. Aber ich mache ganz normale Thumbnails, mache sogar Titel, wo ich sogar jetzt dazuschreibe, dass ich Grand-RP spiele. Die heißt dann halt gemütlicher Stream, Abendswort. Genau, wo ist das Verarsche an die Fans? Also mir kommt vor, du suchst jetzt was, um mich schlecht darzustellen, aber ich habe nichts. Nein. Ja doch, du sagst, ich verarsche meine Fans. Wo verarsche ich die? Nein, so kann es einem vorkommen, habe ich gesagt. Inwiefern? Was, was, wo? Inwiefern? Ich verdiene, darf ich dir kurz was sagen? Darf ich dir ganz kurz was einwerfen? Es ist egal, wie viele Klicks ich auf ein Video mache, ich bekomme immer das Gleiche ausbezahlt, nur um das mal richtig zu stellen. Egal, ob ich fünf Klicks mache, aber dann werden sie mich höchstwahrscheinlich nicht übernehmen, das ist das eine. Aber es ist egal, ob ich 100.000 Klicks, eine Million Klicks oder 10.000 Klicks auf ein Video oder Stream mache, ich kriege immer gleich bezahlt, mein Lieber. Immer gleich. Du hast eine große Community und es ist klar, dass dann Chrome MP dementsprechend gut zahlt. Wenn sie mir 800 Euro, Dollar angeboten haben, wirst du vermutlich einen Nuller noch hinten dran kriegen. Wie viel bitte? Einen Nuller hinten dran. 8.000, na, so viel leider nicht, das wäre schön. Dann wäre ich jetzt im siebten Himmel, danke. Aber so viel verdiene ich nicht mit Grand RP, nein, tatsächlich nicht. Aber, ja, ein Ellotrix hat ein schönes Video bekommen, aber den habe ich auch nicht bekommen. Ellotrix hat ein 600.000, die bekommen. Aber so hoch sieht es bei mir leider nicht aus. Das ist nicht, wäre schön, ist aber nicht so. Tatsache ist, sie wollen mich Leute unterstützen, weil sie es nicht anders können, weil sie einfach zum Beispiel keine Kreditkarte haben oder keine PSF-Karte benutzen wollen, was ich auch total unterstütze, sondern sie machen das Ganze über Separation, Laststrip, was auch immer. Das geht dann über die Wischlist. Darf ich dich noch ganz kurz was fragen? Ja. Das habe ich mich schon so oft gefragt, weil du mal im Symbol, also dieser Satz, das habe ich dir auch schon mal gesagt, dieses Ende des Monats bleibt nichts mehr übrig, da muss man schauen, dass man über die Wunden kommt. Dieser Satz. Ja. Warum hast du deinen Zuschauern das gesagt? das habe ich gesagt, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute, denen es wirklich, wirklich schlecht geht. Ja. Und es ist nun mal so, dass viele, viele, viele Leute hauen Donations raus und wissen gar nicht, womit der sie vorkommt, die haben gar keinen Bezug zu Geld. Ach, du meine Güte, hauen da 500 Euro raus, was auch immer. Es ist so, dass viele Leute, gerade gegen Ende des Monats, hauen die noch das Geld raus und dann ist es so, dass du am Ende des Monats wirklich mit 300 in der Kreide bist oder wenn nicht so noch viel mehr. Du hast es auf dich bezogen. Eine ehemalige Moderatorin von uns zum Beispiel so. Und mein Ziel ist es, mit meinen Streams primär Leute für Blaulichtorganisationen zu interessieren beziehungsweise zu begeistern. Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, was auch immer. Und auch ihnen einen gewissen, ich nenne es jetzt mal, Lifestyle beizubringen. Das ist einfach, das Leben ist nicht immer Zuckerschlecken. Das stimmt, aber warum lügst du dann die an? Warum sagst du, du kommst am Ende des Monats nicht mehr drüber? Weißt du, wo das drüber kommt? Weil es bei mir schon Monate gegeben hat, wo es nicht gut funktioniert hat. Hat es schon gegeben. Ich will nur so viel sagen, das kann ich dir da nicht abkaufen. Das musst du mir nicht abkaufen, aber es hat schon Momente gegeben, wo wir uns noch gar nicht gekannt haben, wo es bei mir... Nein, nein, es geht um jetzt. Ja, das kann sein. Bitte, dann soll das so sein. Aber das, was du in dem Stream gesagt hast, das weißt du, wie das rüber kam? Das ist wie, wenn ich jetzt hier sitze und zu meiner Community sage, danke für deine Donation, ich komme am Ende des Monats nicht mehr über die Runden. Damit trigger ich das, dass die vielleicht noch mehr spenden. Weißt du, wie das rüber kommt so? So dieses, ah, dann spende ich den mal, weil er kommt ja nicht mehr über die Runden. So, er hat gerade wenig Geld, dann spende ich mal. So kam das rüber. Wenn du sowas sagst, das kannst du nicht zu deiner Community sagen, du kommst am Ende des Monats nicht mehr drüber. ich weiß, dein Live ist, ich weiß, wie du lebst. Bitte, machen wir uns nichts vor. Das ist einfach eine Lüge und das sag ich, ich weiß nicht. Ich hätte nicht ein Chat-Set live. Nein. Als würde ich nur mit Gucci und Prada rumlaufen. Nein. Aber sind wir uns ehrlich, dir geht es ja nicht schlecht. Du hast alles, was du brauchst, dir geht es nicht schlecht. Und ich danke dem Schicksal oder den Göttern jeden Tag dafür, dass es so ist, wie es geht. Ja, aber dann sei dafür dankbar. Ist ja alles schön und gut, aber dann lüge nicht die Leute an und sag, du kommst am Ende des Monats nicht mehr über die Runden. Wo habe ich gesagt, ich komme am Ende des Monats nicht mehr über die Runden? Habe ich zugesendet bekommen. Ich könnte den Clip direkt einblenden. Du bekommst alles zugesendet. Alles. Ich kriege alles zugesendet. Ich habe alles. Dann bitte blende es jetzt ein. Gut, ich such es mal raus. Bitte. Wenn du mir das nicht glauben möchtest, ich such es raus. Ich lüge keinen an. Ich weiß, wie es ist. Also, dass ich gesagt habe. Ich weiß noch nicht, ob du das... Nur das ist so ein Thema, wo ich dir gesagt habe, ich weiß nicht. Möchtest du das wirklich live klären? Möchtest du das? Ja, ich will das live klären, weil es jetzt schon wurscht ist. Na, ich sage halt nur so, mir kam... Weißt du, diese ganzen... Überleg mal, wie das für mich kommt. Diese ganzen Sachen auf eins zusammengehäuft, wie das rüberkommt für mich. Und ich habe mich da so hart in der Gang gefühlt, weil RLO dich das Projekt so krass gepusht hat und du das dann in meinen Augen so krass gejust hast und dann noch sowas halt gesagt hast. Das ist halt... Ich weiß dir, geht es dir schlecht. Aber ich würde mich niemals... Pass mal auf, ich würde mich niemals hinsetzen und meiner Community sagen... Pass mal auf, ich würde mich niemals hinsetzen und zu meiner Community sagen, ich komme am Ende des Monats schwer über die Runden. Wenn ich das live on Stream sage, kann ich dir sagen, dann werden hier die Donations explodieren, wo mir Leute sagen, da für dich, damit du über die Runden kommst, was weiß ich. Das ist was, Ich habe ja so viel mal gesagt, dass das Server so teuer ist. Kann ich mich erinnern, wie ich noch damals auf RLO auf dem Discord war. Ne, da sage ich auch den Leuten, der Server zahlt sich von selber. Das zahlen die RLO-Leute komplett. Wenn du schaust unter Dings, in unsere Server-Dings, da siehst du, wie viel donated wird für den Server. Und den Rest, darf ich dir nur was sagen, Den Rest zahle ich persönlich dazu, denn ich habe tatsächlich sehr viele Ausgaben, zum Beispiel jetzt auch wieder 1500 Euro für ein Custom MLO. Für 3.0 entstehen sehr viele Ausgaben. Sehr, sehr viel. Und ich gebe tatsächlich mehr Geld aus, als dass ich das ausgleiche. Weil das, was jetzt gerade auf unserer Website ist, sind rein die Laufkosten des Servers und nicht die Sachen, die wir kaufen oder wo wir Leute beauftragen, etwas zu machen. Das kostet auch noch mal sehr viel Geld. Und das... Okay, wir schauen jetzt gerade eine Reihe nach Sachen, wo wir uns gegenseitig Geldgeilheit... Nein, 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 nein. Das Ding ist nur, das Ding ist nur, wo ist das Geld geil, wenn ich drauf zahle? Und du mir, weißt du, du wirfst mir Sachen vor, die kann ich dir... Wo ist es Geld geil, wenn ich bei den Tierheim-Tonations drauf zahle? Die geht es nicht. Die habe ich, von Anfang an habe ich dir gesagt, das ist eine Ehrenaktion und die geht es auch nicht. Aber ein Großteil, ja? Ein Großteil. Das ist schön. Und das habe ich gesagt und das geht es nicht. Und ich weiß, dass es ein Großteil auch an dich geht und sei dir gegönnt. Aber sei zu den Leuten ehrlich. Es ist auch meine Community. Ich will, dass du einfach... Ich bin ehrlich. Ja, dann setz dich nicht hin und sag, du hast am Ende des Monats kein Geld mehr. Das ist doch Rumbug. Bitte blende den Ding an. Ich mache das jetzt. Ich suche das raus. Vielleicht habe ich den noch. Schauen wir mal. Ich suche den raus jetzt. Wird halt ein bisschen dauern, weil es schon sehr lange her ist und ob ich den finde. Aber ich werde den auf jeden Fall... Also wenn ich ihn nicht heute finde, sende ich es dir so zu. Bitte, ja. Schauen wir mal. Was ist denn? Ich finde es so krass, dass du das bestätigt haben willst von mir. Ja, bitte. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sage, ich komme am Ende des Monats nicht über die Runden, weil ich bin Beamter. Nein, du hast gesagt, du kommst am Ende des Monats wird das Geld knapp. Da muss man schon schauen, dass man über die Runden kommt. So war es natürlich ausgedrückt. Besser gesagt. Also nicht, du kommst über die Runden, sondern du kommst schwer über die Runden, wenn das vielleicht besser ausgedrückt ist. Es ist... Es ist... Ich weiß es auch nicht. Es ist... Weißt du, es gibt Leute... Weißt du, mich macht das einfach nur innerlich aggressiv, weil ich Leute kenne, den jetzt wirklich beschissen und du stellst dich so dar, als hättest du echt schwere Monate gehabt so mit Geld. Das ist... Ich hatte schon schwere Monate. Aber doch nicht die letzten paar Jahre. Das ist doch... Das kann doch nicht sein. Tut mir echt leid. Weißt du, was für mich schlechte Runden sind? Wenn ich nichts habe, ich besitze nichts, ich habe null, ich bin komplett bei null, habe alles aufgeben müssen und muss schauen, dass ich am Ende des Monats mir noch Essen kaufen kann. Das ist für mich... Ich komme am Ende des Monats nicht mehr über die Runden. Das haben gerade sehr viele Leute. Das ist ja komplett subjektiv, was bedeutet. Wenn es ein Multimillionär, der ist ja jetzt Elon Musk, der über Nacht Milliarden verliert, weil er Twitter doch nicht kauft, sagt er auch, ihm geht es schlecht. Und das wüsst du dann deiner Community so sagen, also das wüsste der Community dann so sagen, das ist halt... Das ist dann der falsche Ansatz. Ich würde damit sagen, dass es ein subjektives Wort ist. Ich habe noch nicht unter einer Brücke schlafen müssen, das ist klar. Aber ich habe schon sehr wohl schon Monate gehabt, wo ich ordentlich im Minus war. Ja, das hatte ich auch schon. Aber dafür sind keine Donation-Sachen eingesetzt worden. Nein, nein, aber dann sage ich nicht zu meiner Community, ich komme am Ende des Monats für die Runden. Und so wie du lebst, kann ich mir das nur sehr schwer vorstellen, weil auch wenn du im Minus bist, ich weiß, wie es dir geht, es ist alles gut bei dir. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, mich jetzt hinzusetzen. Und weißt du, was bei mir ist? Ich werde mich die nächsten Jahre sehr hart verschulden. Ich baue demnächst. Das hast du mir. Dann bin ich hart im Minus. Ich bin sehr hart im Minus. Dann setze ich mich jetzt auch hin und sage, ich komme schwer über die Runden am Ende des Monats, weil ich baue mir jetzt ein Haus. Könnte ich jetzt auch sagen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, weil mir geht es ja gut. Ich kann gut leben, das Hausbau ist klar, musst du einen Kredit aufnehmen, musst du bauen. Klar, muss jeder, geht nicht anders. Aber da komme ich doch niemals auf die Idee, nur weil mein Konto im Minus ist, dass ich mich hinsetze und mir geht es gut und lebe dann in meinem Haus und sage dann, ja, ich muss schauen, dass ich über die Runden komme. Das ist das Ding. Und dann kriege ich sowieso noch Donations von meinen Leuten, die für mich verküppen und alles spenden. Wenn du mal was ordentliches kaufst, in einem großen sechsstelligen Betrag zum Beispiel und dir geht dann irgendwas Größeres ein, ich sage jetzt mal, das Auto ist von heute auf morgen kaputt oder es braucht jemand dringend finanzielle Unterstützung, in deiner Familie und du bist von heute auf morgen, weil ein Schicksalsschlag passiert ist, in 500 Euro in der Kreide jedes Monat, dann geht es dir dreckig. Und das ist auch bei mir vorgekommen vor zwei Jahren circa. Das ist vorgekommen. Und das muss man der Community auch mitteilen, dass große Donations nicht Sinn und Zweck sind, weil das eben genau so passieren kann. Aber dann sag das so und sag nicht, du kommst am Ende des Monats schwer über die Runden. Das ist schon wieder falsch. Ich habe das einmal gesagt anscheinend, dass ich am Ende des Monats schwer über die Runden gekommen bin und habe gesagt, aber im gleichen Stil, zum Beispiel, wenn man sich meine Tippistream-Seite anschaut, dass ich an die Leute appelliere, überlegt euch jede Donation fünfmal, weil die Zeiten einfach extrem unrosig sind. Und jetzt sind die Zeiten noch verschwindet damals. Ja, das hast du jetzt ja reingemacht. Ja, klar. Weil es ist einfach, ich finde es einfach verrückt, wenn Leute so große Donations raushauen. Ja, da muss man es ja nicht bis aufs Maximum rausholen, dass man dann eben, wie ich gesagt habe, dass man diese Wishlist macht, also diese Grafik gerade drauf packt. Aber ich habe jetzt schon erklärt, warum die Wishlist, weil Leute manchmal sie anders supporten wollen. Manche Leute wollen Superchat donaten, weil sie einfach nur mit Superchat können. Manche wollen, können nur donaten mit PayPal, manche können nur Leute mit Wishlist. Und die wollen halt drücken ihren Support anders aus. Ich weiß, ich möchte dich unterstützen, weil du so ein leiberter Kerl bist. Das ist schön und gut. Ich könnte das auch komplett unterschreiben, wenn ich halt wüsste, wenn ich nicht wüsste, dass so viel Geld für dein Equipment schon gespendet wurde. So viel. Da hättest du dir, ich glaube, du könntest dir 10, 20 fette Gaming-Rechner hinstellen. Wenn ich jetzt schätzen müsste. Ich weiß es nicht, was du an Equipment Geld bekommen hast. Nach oben hin gibt es ja keine. Nein, das stimmt schon. Aber ich sage jetzt mal, so ein 5000 Euro PC, 3000 Euro PC, da hättest du schon längst 10 Stück von hinstellen können oder was. Und dann, das ist dieses Ding, weißt du, dieser Ausmaß ist das Ding. 10, 10, 10.000 Euro PC ist okay, das ist schon heftig. Aber ja, gut. Nein, aber du weißt, was ich meine. Es ist jetzt was anderes, wenn du jetzt ein Streamer bist und du machst jetzt so eine Wishlist, du fängst gerade das an, bist klein, aber dir gibt die Community so viel, dass du das ins Equipment stecken kannst und dann halt das trotzdem auf die Wishlist zu setzen. Das ist halt, das ist für mich so gierig, weißt du, das ist einfach krass gierig, wenn man sowas macht. In meinen Augen. Ja, aber genauso gut kann ich, wie ich es schon gesagt habe, kann ich sagen, es ist von dir gierig, dass du da vom Grand-RP auch noch Geld abzweigst. Aber wo ist das gierig? Das für mich, also für mich wäre das gierig in der Ansicht. Wenn du auf dem Haushalt von der Community genug Geld kriegst und hinter Grand-RP stecken ja auch, glaube ich, meistens drei Burschen nur. Nein, hinter Grand-RP kann ich halt stehen, weil für mich das eine Win-Win-Situation ist. Darf ich dir ganz kurz sagen, wie viel Geld ich machen hätte können, wenn ich sehr, sehr viele krasse Angebote angenommen hätte, die nichts in meinem Kanal zu tun hätten. Nichts. Und dann kommt jetzt mal ein Angebot, wo ich zuerst sehr unsicher war, aber ich habe gedacht, das kann doch nicht stimmen. Und dann bieten die dir da eine relativ gute Summe dafür, dass du das machst, was du eigentlich als Content eh machst. Du spielst GTA-RP und hast deinen Spaß. Und ich zocke halt drauf, weißt du, wie für mich das ist das? Grand-RP ist für mich wie GTA Online. Nur halt so ein bisschen mit einem Plus, weißt du, so ein bisschen lustiger. Aber für mich ist das wie eine riesengroße GTA-Online-Lobby. Und dadurch, dass ich kein GTA Online mehr zocken kann, weil die Lobbys einfach bis zum Tode zerhackt sind, ist das für mich mein Abschaltventil, wenn ich gerade keinen Bock habe, Serious-RP zu spielen. Und für mich war das Win-Win. Aber inwiefern ist das gierig, wenn ich da eine Win-Win-Situation sehe und so viele krasse Deals abgelehnt habe, wo ich so viel Geld mit rausschlagen hätte können, das wäre gierig gewesen. Oder würde ich jetzt Beauty-YouTuber sein und GTA-RP spielt, hätte damit nichts zu tun, dann gerne wirf es mir vor. Aber bitte wirf mir nicht vor, du findest das gierig, weil ich grand-RP spiele, was zu meinem Kanal passt, wo ich hinterstehen kann, wo ich sage, das finde ich toll. Ja, aber bitte wirf mir nicht vor, dass ich geldgierig bin, weil ich mal gesagt habe, dass es schwer sein kann, wenn du hier unten kommst. Hätte ich niemals gemacht. Weil ich gewischt es gemacht habe. Hätte ich nie, nie, niemals gedacht. Ich habe auch so gesagt, das mit Geldgericht hast du dir selber gesagt. Das sagst du dir selber. So habe ich dich nie genannt. Nein, ich habe das auf Band, dass du das gesagt hast. Habe ich das gesagt, dass du Geldgericht bist? Ja, ich habe das auf Band. Das glaube ich nicht. Doch. Hast du das auf Band, ja, dann spielst du es ab. Wenn ich das gesagt habe, dann tut es mir leid. Ich habe es auf Band. Ich würde es... Weil ich hätte dich persönlich jetzt nie Geldgericht genannt. Das war eigentlich ein Gespräch, was wir damals geführt haben. Das hast du aufgenommen? Ja. Warum nimmst du sowas auf? Warum tut man sowas? Also ich habe es nicht aufgenommen. Weil ich mir nicht sicher war, was du mir damals sagen wirst. Und ich war mir nicht sicher, ob Lügen kommen werden. Und sind Lügen gekommen? Ich finde, dass mit der Sache, wo du sagst, dass es ehrenlos von mir ist wegen der Counter-Side-Sache, finde ich, ist gelogen. Weil ich das vorher abgeklärt habe mit der Counter-Side-Projektleitung und der Spieler, auf den du so pisst bist, nicht drauf ist. Aber du hast trotzdem, du wusstest trotzdem, dass ich nicht dagegen war. Das weißt du. Und das weißt du. Bis ans Ende habe ich gesagt, ich finde das nicht gut. Und das weißt du. Und das wissen alle anderen auch. Und das kann ich so unterschreiben. Und dann sagst du mir, ich hatte nichts dagegen. Also, Entschuldigung, wenn dann da was gelogen ist, dann ist das gelogen, was du gerade sagst. Weil ich habe auf jeden Fall nie gesagt, dass ich das gut finde und damit okay bin, wenn du da mit meiner Community, die wir hier aufgebaut haben, auf den Server dann streamst, wo dann die Leute gegen uns waren. Also, da kannst du mir nicht vorwerfen, ich habe das immer okay gefunden. Entschuldigung, aber das ist jetzt... Das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Ich habe mich ja vorher vergewissert, dass diese Leute da nicht drauf sind. Das hat doch nichts mit den Leuten an sich zu tun. Die Leute, die gegen RNO gehusst haben, sind nicht auf Counties seit mehr. Und das habe ich vorher abgeklärt. Das war damals aber das ganze Projekt, was das Problem war. Da hast du mir überhaupt nicht zugehört damals. Und da hast du das ganz assoziiert. Heute in dem Stream, nach über einem Jahr, bläst du das in deinen vor 10.000 Zuschauern aus. Das fand ich nicht cool. Du hast das gesagt, du bist stinksauer, nur weil ich gesagt habe, schau mal, ich habe nur gesagt, dass ich damals wirklich, und das stimmt auch, das weißt du doch, wo war das gelogen? Ich habe gesagt, dass ich sehr enttäuscht von dir war. Das habe ich dir sogar so geschrieben. Und ich bin immer noch davon enttäuscht und das weißt du auch. Ich habe dir nie gesagt, ich finde das cool, was du machst. Ich bin alle ständig aufeinander enttäuscht. Nee, aber, dass du mir jetzt vorwirfst, ich habe dich da angelogen. Das ist kompletter Humbug. Komplett. Mir kommt es so vor, du suchst irgendwas, um mich jetzt scheiße darzustellen. So kommt es mir gerade vor. Genau so kommt es mir auch umgekehrt vor. Ja, aber nur ist das Ding, wenn ich dir was sage. Ich weiß nicht, dass du am längeren Ast sitzt. Du hast eine Fähre. Nein, ich sitze nicht am längeren Ast, nur kommt von dir. Du weißt oft selber nicht, warum du was machst. Du weißt es oft selber nicht. Ich weiß, warum ich etwas mache. Ich weiß, warum ich Grand-RP mache. Du weißt nicht, warum du damals dieses Goal gemacht hast, so richtig. Warum du das damals gut fandest. Natürlich, aber was ist denn das jetzt für ein Bullshit? Ja. Ich weiß die ganze Zeit, warum ich Sachen mache. Du stellst mich ja gerade als senilen Trottel hin. Nein. Aber mir kommt es so vor, du machst etwas und dir kommt es gar nicht so vor, als, 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 wie sage ich das am besten? Als nimmst du das so richtig wahr oder es fehlt, wie soll ich sagen, es fehlt, es fehlt an Antworten. Wenn ich dir eine Frage stelle oder sage, warum hast du das gemacht, zum Beispiel, warum hast du der Community das gesagt, dann kommst du, dann weichst du aus auf ein Thema mit, du möchtest deiner Community beibringen, dass man mit Geld gut umgehen sollte. Aber das hat doch mit dir als Person nichts zu tun. Ich sage nicht, ich komme am Ende des Monats schwer drüber, nur meine Community damit zu belehren, dass die besser mit Geld umgehen. Das ist halt, der Sinn dahinter ist nicht richtig. Genauso wie dieser Sinn nicht da ist, dass ich anscheinend jetzt, weil deine, du hast gesagt, ich habe gelogen, wo habe ich gelogen? Jetzt kannst du es nicht nachweisen, wo ich gelogen habe. Du kannst mir keine Antwort drauf geben, wo ich gelogen habe. Wo? Doch, weil ich habe damals zu dir gesagt, lass uns reden. Die Leute von Countyside, die brauchen, mit denen wollte ich nicht reden. Und du sagst, du willst nicht. Ja, das stimmt ja auch. Ich wollte ja nicht mit denen reden. Warum soll ich mit denen reden über ein Thema, was ich mit denen... Ich habe probiert, euch zu verbinden und dass das Ganze aufgeklärt wird. Wo habe ich dann ehrenlos gehandelt? Im Gegenteil, ich habe probiert, dass sich alle versöhnen, weil ich so ein harmonischer Mensch bin. Nein, du wusstest, wie ich dazu stehe. Das wusstest du. Und ich fand das so krass, weil wir befreundet waren. Zuallererst, dass du mich überall blockiert hast. Das war das Erste. Da war ich sehr schockiert. Da habe ich mir gedacht, okay, cool. Anscheinend gab es dann eine Freundschaft. Das war mal das Erste. Und das Zweite war dann, ich stehe immer hinter meinen Freunden und ich dachte zumindest, wir waren Freunde. Und wenn ich hinter meinen Freunden stehe, ist mir jeder einzige Kack-Server-Scheiß-Drecks egal. Ich stehe hinter meinem Kumpel und wenn er sagt, die haben mir was Schlechtes gewollt, dann falle ich denen nicht in den Rücken. Und das war das Ding, weil wir befreundet waren. Und da hat es mir gezeigt, okay, Freundschaft gibt es nicht. Und das hat wehgetan. Genau. Und dasselbe war für mich zu dem Zeitpunkt schon früher, wie es geheißen hat, beobachtet den Nixen. Der Nixen ist euch ein Dorn im Auge. Der Nixen... Ja, und du hast mir... Schau mal, aber pass mal auf. Der Nixen... Ja, du hast da einen... Du hast da einen Typen... Du hast da anscheinend einen Typen vertraut und nicht mir. Ist die eine Sache... Nein, nein, nein. Ich habe es beobachtet. Ich habe es beobachtet. Was hast du beobachtet? Ich habe dem Typen nicht gesagt, ich glaube dir. Ich habe es beobachtet. Und tatsächlich war ihm dann an dem Tag, wo der Andrus mir gesagt hat, wir müssen über Discord reden. Und er hat mir gesagt, du, wir beziehen dir jetzt vor der Streaming-Lizenz mit Fortregelwirkung. Aber okay, passt. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ja, aber kann ich dir bitte nochmal erklären, dass dieser Typ, was auch immer der gesagt hat, dass das gar nicht stimmen kann, weil wir nie ein Gespräch mit Supportern hatten über dich? Und das ist... Mir wurde die Streaming-Lizenz entzogen, weil ich da auf K rumgestanden bin. Nein! Das war es nicht. Ich sage dir, woran es gelegen hat. Weil ich, ganz ehrlich, und Andel, wir haben das beide so gesehen, wir zwei. Wir zwei waren das. Nicht nur ich, auch Andel. Wir haben uns hingesetzt und wir haben halt uns so gedacht, das waren die Kleinigkeiten. Das war die Kleinigkeiten. Die Streaming-Lizenz haben wir auch aus dem Grund entzogen, weil wir halt gesehen haben, okay, schau, was der macht. Es ist halt für uns, hat es sich so angefühlt, als hättest du halt die Community einfach nur dafür genommen, um die abzuziehen, so auf die Art und Weise. Weißt du, was ich meine? Ja, und weißt du, wie man das nennt? Üble Nachrede und Kreditschädigung eigentlich, was du da gemacht hast im Stream vorher. Ja, ich wollte, auch deshalb wollte ich auch nie drüber reden, weil ich mir gedacht habe, du bist Polizist, du wirst mich dafür anzeigen und so weiter und dann sind wir vor Gericht und dann muss das alles vorgegängst werden. Ich hatte sogar Angst davor, drüber zu reden, weil du auch gesagt hast, wir sollen mal eine Klappe halten oder wir sollen darüber nicht reden. Ich habe nicht gesagt, deine Klappe ist ja klar. Nein, aber du hast auch gesagt, du willst nicht drüber reden und du willst, dass es nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen wird und das konnte ich auch verstehen. Es ist nie mein Ziel, als Streamer, ist es niemals mein Ziel, andere zu haten. Ich bin kein Umwunschabier, wie der Typ heißt und deswegen habe ich dich nie erwähnt mehr seit dem Vorfall. Aber ganz ehrlich, ich finde das halt jetzt krass, dass du mir das so sagst mit diesen üblen Nachreden und sowas, dass du mir das so jetzt anschuldigst. Das finde ich jetzt ein bisschen traurig, warum man das so machen muss. Ich schulde dich an. Doch, du hast gesagt, dass ich das gemacht habe. Ja, weil das so ist. Ja, dann ist es doch eine Anschuldigung, oder? Ja, aber ich habe gesagt, dass ich dich deswegen anzeigen werde? Nein, sicher nicht. Nein, aber du schuldigst mich jetzt an, nur etwas gesagt zu haben. Das Ding ist halt, deshalb habe ich auch zu dir gesagt, ich will darüber eigentlich privat reden. Das war ja das Ding, dass ich das nie zu dir sagen wollte. Du kannst das aber nicht vor fast 10.000 Zuschauern diese Büchse öffnen. Habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe keine Büchse. Die Büchse hast du, mein Lieber, geöffnet. Nein, du hast gesagt, du bist von mir enttäuscht. Ja. Und dann kommt der Erste und schreibt... Wo ist das üble Nachrede, bitte? Das nennt man Kreditschädigung. Schau mal in den StGB nach, Paragraf 152. Also, Entschuldigung, willst du jetzt, willst du jetzt wirklich ein sachliches Gespräch zwischen uns privat führen oder möchtest du mir jetzt aus dem Strafgesetzbuch was raussuchen, womit ich mich strafbar machen könnte, damit ich jetzt scheiße dastehe? Weil ich habe dir, ich habe vor dem Gespräch gesagt, das sind private Sachen, die will ich mit dir vielleicht gar nicht erst hier öffentlich reden, sondern privat. Weil dass ich sage, dass ich von dir enttäuscht bin, aufgrund einer Aktion, die habe ich nicht gesagt, was du gemacht hast, das ist auf gar keinen Fall irgendwie möglich, dass du mich dafür anzeigen kannst oder irgendwas. Und ich habe vorhin, und du hast vorhin zugestimmt, wir machen das öffentlich, jetzt ist es öffentlich und jetzt wirfst du mir hier irgendwelche Paragrafen vor. Also ich bitte dich, wo sind wir denn hier? Du hast mir das vorher vorgeworfen, dass du von mir, du hast vor 10.000 Leuten gesagt, ich bin von Nixon enttäuscht, dass er auf Countys hat gegangen ist, etc. Das habe ich gesagt, und wo ist das umschädigend, dass ich von dir enttäuscht bin, dass du auf Countys seid bist? Dann bimmelt mein Handy und die erste Nachricht war, weil ich bin ja so, ich kriege ja nicht so viele Kommentare, dass ich auf mein Handy das noch aktiviert habe mit den YouTube-Kommentaren, Nixon, du ehrenlose Stück Scheiße. Und was habe ich damit zu tun, wenn irgendein Random dich anschreibt? Nein, nein, nein. Aber, weil du genau weißt, du hast über eine Million Abonnenten und da gibt es nur ein Prozent davon. Du, ganz ehrlich, wir haben ein ganz normales Gespräch über mehrere Leute, nicht nur über dich gehabt. Und da haben wir ganz normal geredet und ich habe nicht mal irgendwas... Aber über mich hast du 10 Minuten lang geplaudert. Und dann wird ein Discord geflutet voller Hass. Ja, aber dafür kann ich doch nichts. Ich habe ja nicht mal Hass verbreitet oder so. Ich habe nur gesagt, ich war enttäuscht von der Aktion. Nicht, ja, aber du weißt genau, dass du eine Community hast, die auf dem Fingerschnitt losrennt. Aber warum, warum kommst du dann mit, das wäre, das ist gegen irgendein Paragraphen, dies, das und ich würde mich dann strafbar machen. Was soll das? Du wolltest auch schon mal anderen sagen, dass das üble Nachrede ist. Was laberst du? Nein. Wo hat mich jemals jemanden gedroht? Das Einzige, was wir bis jetzt gemacht haben, ist, dass wir auf irgendwelche Fake-Tory gegangen sind und gesagt haben, die sollen die Sachen rausnehmen, weil wir dagegen sonst vorgehen werden. Das haben wir gemacht bis jetzt. Ich habe nie zu irgendjemandem gesagt, üble Nachrede, dies, das. Oder meinst du damals dieses Umut-Abi-Thema? Unter anderem auch, aber da gab es davor, davor schon jemanden, wo man, wo man das hilft. Ja, Umut-Abi, es gab es uns keinen, der gegen mich üble Nachrede oder irgendwas gemacht hat. Was soll denn da gewesen sein? Ja, da gab es davor schon Hetze mit einem anderen, mit einem anderen, der uns ja auch verlassen hat. Aber da gab es doch nie irgendwas mit Übernachrede, dass ich irgendwie eine Anzeigen will. What the fuck? Zum einen, wäre mir das... Das wäre... Einzige heikel. Wir haben damals mit dem Polizisten, Mann, der Waffe und ich, da haben wir darüber gesprochen, dass ich, hey, du könntest eine Anzeigen mit Übernachrede machen. Ja, dann seid ihr zu mir gekommen, aber ich nicht zu euch, oder? Ja, aber das Thema hat es gegeben. Ja, aber dann kommst du, das hast du gesagt, dass ich das wollte. Da haben wir lange darüber diskutiert, dass... Ja, aber dann sag... Aber bitte, dann sag nicht jetzt hier so, dass ich das wollte. Du hast vorhin zu mir gesagt, ich wollte sowas auch schon. Und das ist halt kompletter Schwachsinn. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir das anzuzeigen. Auch aufgrund deshalb, wenn ich das machen würde, hat er meine kompletten Daten und mir sind meine Daten hunderttausendmal wichtiger, als dass ich irgendein Fussel da monatelang vor Gericht sitzen muss und den anzeigen muss. Weißt du, wegen der ist nur scheiße. Mir ist die Zeit einfach zu wichtig. Ich habe einfach, genauso auf das hier jetzt, ich habe überhaupt keinen Bock hier auf diesen Beef gerade. Null. Es soll auch kein Beef sein. Weißt du, was das Ding halt war? Dass mir was auf dem Herzen gelegen hat. Es ist mir heute, ich sage mal, in Anführungsstrichen rausgerutscht, weil wir über Themen geredet haben. Und das will ich dann auch nicht. Ich stehe dann aus dem Bett auf, um ein in der Früh, weil ich als Lügner dastehe und wenn Discord überflutet wird, dann muss ich mich auch rechtfertigen. Das lasse ich auch nicht zu auf mir dann sitzen. Ja. Das widerspricht dir gegen mich und ich habe nie gelogen. Du weißt, ich war zu dir immer ehrlich. Und wir haben, wie dein eines, wie was von dir verschwunden ist, was dir sehr am Herzen gelegen ist, ich habe dir immer geholfen. Ja, das stimmt. Es ist mir extrem leid, dass es so weit wie heute hier gekommen ist. Es ist so weit abartig. Weil das ist ja der Letzte. Und ich sage es dir, wenn ich das gewusst hätte, dass es bis zu einem Shitstorm mal geht, ich hätte nie zum Streamen angefangen. Aber der Shitstorm kommt nicht aus meiner Richtung. Ich habe nicht gesagt, dass du dies und das und jenes bist. Ich habe gesagt, dass ich enttäuscht wurde von dir. Wenn ich dich was bitten darf. Darf ich dir was sagen? Wenn ich gegen dich schießen wollen würde, dann hätte ich das schon längst gemacht. Aber längst. Da hätte ich das schon längst. Aber warum sollte ich? Ich will das gar nicht. Ich will gar nicht gegen dich schießen. Ja, wir kommen eh auf keinen grünen Zweig. Was mir sehr leid tut. Ich sehe ein, was du denkst. Ich hoffe, du siehst auch ein bisschen ein, was ich denke. Aber können wir einfach getrennte Wege gehen und uns nicht mehr wehnen und gar nichts? Ja, wie soll das funktionieren? Die Leute werden immer drüber reden. Auch über heute werden die drüber reden. Und wirst du 100 Pro im Chat da nochmal Sachen reinkommen? Das wird sicher zwei Wochen dauern oder was, bis das Ganze hier erledigt ist. Aber danach, dass es wirklich ein für alle Mal erledigt ist, die Leute haben das da jetzt gehört. Die, die es interessiert haben, zugehört, die es nicht interessiert, sind aufgegangen. Aber einfach, ich will nicht über sowas reden. Ich will nicht die Sachen an den Kopf werfen, die ich denke. Und ich will aber auch nicht, dass mir Sachen an den Kopf geworfen werden, wo ich sage, das ist nicht so. Und genau, du willst nicht als Lügner dastehen, ich will nicht als Lügner dastehen. Und deswegen ist das Scheitere komplett aus dem Weg. Schau mal, ich muss gar nicht als Lügner dastehen, weil ich weiß, was ich gesehen habe. Ich habe, ich meine, willst du diesen Clip nochmal haben? Bitte, ja, den kannst du mir noch schicken. Den kann ich dir gerne senden. Ich will jetzt nicht unbedingt vorspielen, aber ich, ich weiß ja nicht, wegen, wegen Copyright und so weiter, dies, was dann passiert, wenn nicht, dass du irgendwie mal Haas läufst und dann siehst du den Clip im Video und dann lässt du es ausnehmen oder was auch ich immer, was da passiert. Du schickst mir den Clip und ich schicke dir die Sprachaufzeichnung. Und dann hat sich die Sache. Aber schau dir, bei der Sprachaufzeichnung, würde ich auch sagen können, dass das ja gegen das Recht ist eigentlich. Könnte ich jetzt auch sagen, wie wir die Anzeige erstatten. Nein, ist es nicht. Ist es nicht? Nein, wenn ich, wenn ich dich aufzeichne und ich behalte es für mich, ist es nichts. Ich darf es nicht öffentlichen. Achso. Ach gut, weil ich dachte, das ist generell verboten, weil du auf Handys kannst du keine Aufzeichnung mehr machen, wie früher. Früher konntest du, ähm, am Handy, wenn du einen Anruf hattest, konntest du aufzeichnen. Das haben sie jetzt überall raus blockiert und ich dachte, dass das deshalb rausgenommen wurde, weil es auch die Aufzeichnung alleine illegal ist. Weil ich dachte, du darfst nur aufzeichnen, wenn du dem Gegenüber auch sagst, dass du aufzeichnest. Das war mein Stand der Dinge. Da musst du den, das ist auch bei einer Hotline, wenn du irgendwo anrufst, dann sagt die Hotline, ja, dieses Gespräch wird aufgezeigt. Genau. Und das ist auch das Rechtliche, was ich gerade im Kopf hatte. Ich hatte jetzt nicht im Kopf, dass du das... Ja, weil wenn du das ganze Gespräch aufzeichnest, wie für eine Firma, geht es aus Datenschutzgründen. Du stimmst natürlich im Datenschutz zu. Wenn wir beide ein Gespräch führen, so privat, dann, und ich würde das, zeichne das auf, dann kann ich das für mich selber ja benutzen, wie ich will. Ich darf es nicht veröffentlichen. Nee, aber ich finde, also ich, aber das finde ich halt auch ein bisschen so eine Orsch-Aktion, wenn man halt irgendwie was aufnimmt, weil man halt hofft, dass man dann irgendwas mal gegen jemanden verwenden kann. Das ist die einzige, die einzige Ding, um etwas aufnehmen zu können. Ja, aber das habe ich, wenn man was in meinem Beruf rasch lernt, dann ist es, es zählen nur Fakten. Ja. Aber an Sachen, die man sich erinnern kann, die zählen nicht. Aber trotzdem, ich habe dich halt als Freund gesehen und das, also ich finde... Ich dich ja auch. Ja, aber ich zeichne meinen Freund nicht auf, so keine Ahnung. Das war ja damals schon, wie es im Verbrechen war. Trotzdem, keine Ahnung. Wo mir Sachen vorgebracht wurden, wo ich gesagt habe, das stimmt nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wie ich aber gesagt habe, schau her, ich finde es von einem Freund nicht cool, dass der zu mir sagt, hey, schau her, dass du mit Andel dann und so über meinen Rücken, hinter meinen Rücken redest und schau her, der macht das, der macht das, der macht das. Du hast einfach mit Tacheles gesprochen, hab gesagt, okay, wir haben da den Verdacht, das ist so und so. Es wurde mit mir nie gesprochen. Andel hat mit dir gesprochen und ich habe mit dir dann auch gesprochen. Ja, danach. Ja, weil ich nicht, ich habe dir doch vorhin gesagt, ich wusste nicht, dass Andel an dem Tag das Gespräch macht. Ich wäre hundertpro dabei gewesen und ich habe niemanden vorgeschickt. Und du warst mit mir fertig, weil du gedacht hast, ich schicke jemanden vor, weil ich irgendwie auf dich pisst bin oder sonstiges und du dann halt weg vom Fenster bist. So kam es rüber und das war auf gar keinen Fall so. Und das ist so ein Ding, wo ich mir auch gedacht habe, da hättest auch du mich anschreiben können und sagen können, du sag mal, was ist denn da los, was ist hier, da ist gerade ein bisschen kacke, was ist da passiert. Kam nicht zustande. Ich blockiert wurde überall. Ich habe dich blockiert, aber wir hatten fünf Minuten später habe ich dich blockiert, weil du hast mir ein Discord angeschrieben und wir hatten dann ein Gespräch, ein langes Gespräch. Und wir hatten viel langes Gespräch. Wir haben da genau dasselbe geredet, als wir jetzt geredet haben. Bloß eben, dass es halt jetzt die Leute zugehört haben. Aber wie gesagt, ich möchte dir nur noch mal sagen, mir tut es halt so ein bisschen im Herzen weh, dass man zum einen, dass mit dieser Freundschaft, dass das so zurückgegangen ist. Mir tut das weh. Es hat mir sehr weh getan, dass es einfach so kommen musste. Das Ding war nur, ich habe in dem Fall, wie ich es sehe, so meine gleichen Ansichten. Ich bin heute nicht durch dieses Gespräch irgendwie, wie du sagst, auf den grünen Zweig gekommen, und sie sagt, ja, stimmt, du hast recht, es ist so. Für mich ist die Ansicht immer noch dieselbe. Ob du es akzeptierst oder nicht, ist halt so. Du hast auch deine Ansicht zu dem Thema, ist halt so. Ich möchte dich auch nicht schlecht darstellen oder irgendetwas. Das war auch der Grund, warum ich mit dir das jetzt eigentlich vorhin privat machen wollte und nicht öffentlich. Aber du wolltest das öffentlich. Ich will auch nochmal, dass du da deine Zustimmung gibst, wenn ich das weiß. Absolut. Ich habe mehrmals im Chat angeschrieben. Ich möchte mich reden. Du wolltest dieses, weil ich habe dann keinen Bock, dass es dann doch heißt, ich wollte das nicht und so. Und eigentlich wollte ich das eher privat machen, aber du hast gesagt, mach mal das hier. Und ich habe dir halt jetzt so, wie es ist, meine Meinung dazu gesagt. Und das, weißt du, das ist ja nicht nur ein Punkt, das waren diese ganzen Punkte. Wenn ich das so sehe, ich habe mich, ich habe mich echt beschissen gefühlt und ich habe mich so ausgenutzt gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich sage so, ich verstehe was aus deiner Sicht. Ich fühle mich, ich fühle mich in der Sicht ausgenutzt, dass du jetzt eine Community hast, ist schön und gut, mit dieser Community, die du dir mit Erebo aufgebaut hast, genau auf den Server dann halt gegangen bist, der halt uns damals Schlechtes wollte, ist vielleicht heute nicht mehr so. Ich habe auch, ich habe auch gesagt, ich habe mit den Leuten nichts zu tun, ich habe nichts gegen den Server. Ich habe nichts, rein gar nichts mehr gegen die. Das, was passiert ist, schaue ich drüber, es ist passiert. Mein Gott. Ich fand es trotzdem halt damals, habe ich auch gesagt, scheiße, dass du da drauf bist, mittlerweile interessiert es mich gar nicht mehr, wo du drauf spielst. Ist mir scheiße. Du kannst auch gerne dort auf Server spielen, wo Leute von uns drauf sind, die mir das Schlechteste wollen. Ist mir egal. Es war nur damals, was zwischen uns eine Freundschaft war und dass man dann halt den Freund so stehen lässt und sagt, ich zocke da halt trotzdem, obwohl ich weiß, mein Kumpel hat das und das geschrieben. Keine Ahnung. Und das mit dem Freund, wie du so schön sagst, so die Streaming-Lizenz, bevor das passiert ist, so entzieht. Was findest du richtig? Ich habe dir die nicht entzogen, das hat Andel gemacht und ich weiß nicht, wie er mit dir umgegangen ist. Ich glaube aber, Andel ist immer, darf ich dir eines sagen? Es sind beide die Chefs vom Server. Nein, aber Andel ist der Metal-Chef. Ich bin der, der eher, Ich weiß, dass der Andel, der Russikale ein bisschen unter ist. Und da hätte, ich wollte sagen, kein Ethnixen, Andel hat ein bisschen drüber geschossen. Ich weiß, das war ja nicht dabei beim Gespräch. Ich wäre gerne dabei gewesen zu dem Moment und hätte das ein bisschen deeskaliert, aber Ich streame nicht so oft, hat es geheißen, wo ich sage, Andel, du weißt, ich bin berufstätig. Es passiert nun mal, dass ich manchmal zwei Wochen nicht streame. Wenn ich dann einmal auf AX streame, dann passiert es halt einmal, dass ich selten auf RLO. Ich glaube, das, was Andel gemeint hat, war halt, dass du nur zum Streamen da warst und halt sonst nie da. Das war halt das. Das ist halt schon aufgefallen. Du warst halt sonst auf AX, wusste ich auch, dass du da auch bist, wenn du nicht streamst. Weil ich dort eine Kommandantenfunktion habe und mein Assistent-Cheap habe ich auf RLO damals zurückgelegt, weil es geht nicht aus. Ich komme nicht mehr. Aber das sind so Sachen, wo ich... Und da war ich einfach wirklich als Freund schwer enttäuscht, dass es so ist, dass ich, blöd gesagt jetzt, dass ich so... Ich bin mir so blöd vorgekommen, so blöd behandelt. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, wenn ich mich so behandle, dann verlasse ich das Projekt komplett. Und ich bin auf RLO komplett... Ich kann mich an schöne Zeiten erinnern, wo wir wirklich noch Skripte.de gemacht haben. Da haben es Gurtu und Andel gestreamt, da waren wir zu sechst, wir haben dann Officer Fox, Bundy... Ja, das waren die Anfangszeiten, wo wir noch kein richtiges RP gespielt haben, da haben wir Storys gespielt, das war lustig. Da gab es noch kein RP. Ja, das stimmt, ja. Das haben wir gesagt, wir haben... Ich bin echt... Und das sage ich ganz ehrlich, ich bin stolz und froh, dass ich da mit dabei war damals, weil es hat mir das RP gezeigt, dass sie mir die Kulissen aufgebaut haben und sowas. Das war witzig. Und wir sind danach stundenlang im Discord gesetzt. Oh, ja, im Discord hat es damals das nicht gegeben. Wurscht, irgendwo sind wir gesessen, und haben geplaudert und so. Es war eine wunderschöne Zeit. Es tut mir, wie gesagt, sehr, sehr leid, dass es so auseinander geht. Aber ich sage es dir, lieber Kurt, ich bin nicht geldgeil. Ich bin nicht aufs Geld aus. Ich fliege meine Community nicht an, das tue ich niemals. Wir sollen beide Arme abfallen. Und wie du vorher auch so gesagt hast, sollte ich ihm als Vater werden. Ich schwöre auf meine zukünftigen Kinder. Ich habe meine Community niemals angelogen. Und ich habe niemals es aufs Geld oder so abgesehen. Das sage ich auf meine zukünftigen Kinder. Ich weiß, wir können jetzt beide auf unsere Kinder schwören, aber es gibt bei dieser Diskussion kein Wichtig und kein Falsch. Weil du hast meine Anzeige, ich habe meine Anzeige. warum man das halt bis aufs Letzte so nimmt. Weißt du, das ist halt, das war so, dass das alles schön und gut, aber das Erste war immer so direkt, was mir jetzt dann vorgekommen ist, dieses direkte mit Geld einsteigen. Weißt du, wie lange ich YouTube gemacht habe, ohne einen Cent damit zu verdienen? Ich weiß. Dann kommst du und du machst schon mal direkt einen Shop auf, alles drum und dran, alles schön gut. Wir hatten da auch nichts gegen dich. Alles gut. Wir fanden es damals schon ein bisschen so komisch. dass es so schnell geht, weil eigentlich du fängst mit dem Stream an und dann kommt das alles nach und nach. Bei dir war schon die Wishlist da, die Donis waren da, alles halt schon direkt aufgebaut. Hast du recht? Hast du wirklich recht? Alles cool, aber das war eigentlich das Problem. Da haben wir nur gedacht, so okay, ist halt ein bisschen komisch, dass es schon direkt alles da ist und so, weil man fängt ja erst mal klein an, baut sich ein bisschen was auf und da war so ein bisschen erstes Gefühl, so ein bisschen mulmig. Na, hoffentlich, hoffentlich ist das halt dann nicht so. Da gebe ich dir recht. Aber ihr hättet das jetzt zu mir sagen können. Nee, ist unangenehm. Ist unangenehm, wirklich. Das wäre sehr unangenehm gewesen. Wir waren doch Freunde, wir haben doch über Sachen gesprochen, die waren wesentlich unangenehmer. Ja, aber damals war das noch nicht so. Da hätte ich mir gewünscht, ich hätte dir als Antwort gegeben, diesen Shop habe ich aufgemacht, erstens mal, weil es eine gewisse Nachfrage da war. Nee, es ist ja auch okay. Darf ich dir was sagen? Du musst dich nicht rechtfertigen. Es ist gut. Ich habe mir niemals im Leben gedacht, dass ich mal einen Fanshop offen habe, wo sich Leute eine Tasse kaufen. Ja, das ist gut. Und der größte Abnehmer in einem Shop bin ich selber, weil ich kaufe mir selber immer von einem Shop. Ich gönne dir vom Herzen alles, was du damit machst. Es ist auch damals so. Ich habe mir nur gehofft, bitte nutzt die Reichweite jetzt nicht aus, so auf die Art und Weise, weil das war mir halt so wichtig. Einfach so direkt. Es ist eine Sache, da nutze ich die Community voll und ganz aus. Da nutze ich sie aus, voll auf der Strich und Faden. Und das ist, wenn ich sie begeistere für Blaulichtorganisationen und Polizeiberuf. Da lüge ich sie. Ja, kann man ja machen. Also du lügst sie dann an? Ja, weil es gibt sehr wohl im Polizeiberuf auch Sachen, die nicht schön sind. Das kann ich aber nicht sagen, weil die Behörde schaut bei mir zu. Das kann ich nicht sagen. Ja, aber das hast du jetzt gesagt. Das ist öffentlich. Ich meine da ja nicht so blöd gesagt, es gibt Überstunden, die finde ich zum Kotzen. Das passiert. Ja, aber sag nicht zu viel, das ist das Problem mit der Behörde. Das weißt, das wissen die auch, es schauen nämlich bei mir Offiziere zu, das weiß ich. Und ich muss da eh auf jedes Wort dreimal. Aber es gibt Überstunden, die finde ich einfach, die sind zum Kotzen. Das kann ich aber nicht immer sagen, weil im Großen und Ganzen mache ich Werbung für den Polizeiberuf. Auf eine moderne Art und Weise. Bist du offiziell im Werbedingstor tätig oder nicht? Offiziell nicht, nein. Offiziell nicht. Weil es gibt ja so ein eigenes Werbepolizei-Dings. Nein, auch bewusst nicht, aber ich bin in der Social Media Abteilung der Polizei bekannt. Ich bin da regelmäßig Gesprächsthema, weil nur Streams angeschaut werden etc. Also es wird zerpflückt, auf gut Deutsch, was ich da mache. Deswegen muss ich auch genau aufpassen mit dem ganzen Zeug. Aber dahingehend sage ich jetzt wirklich Leute, der Polizeiberuf ist trotzdem das Beste, was es gibt. Und das sage ich mir noch komplett ehrlich. Aber es gibt Momente nach einem Anstrengendienst, wo man denkt, oh Gott, was tue ich mir dann an. Aber das gibt es ja in jedem Beruf. Aber genauso wie ich sage, geht es zur Freiwilligen Feuerwehr, geht es ins Hohen Kreuz, setzt sich im Tierheim ein. Und dahingehend nutze ich die Community aus, aber ich sage, das tue ich gerne. Ja, das ist ja richtig. Ich habe auch nie irgendwie angezweifelt, dass das schlecht ist, was du machst an sich. Du versuchst, also schau mal, du versuchst ja, den Leuten etwas zu vermitteln. Nur das Ding ist, ich finde halt, wie ich das zum Beispiel gesagt habe, in diesem über die Runden kommen, das ist, ich weiß, das sage ich jetzt wieder. Aber für mich, ich weiß, dass das in dem Fall nicht gestimmt hat. Dass man das in dem Moment gesagt hat. Du versuchst halt etwas zu vermitteln, dass man sagt, okay, Geld wird knapp, bitte mach dies, mach das. Nur ist es komplett falsch, das zu sagen, weil sonst kommen Leute, du musst dir vorstellen, du bist ein Creator, du stehst da, die Leute schauen dich und dann denken die dir, geht es schlecht. Und das Erste, an was die Leute denken, ist, ich spende dem. Und das kam für mich so rüber, so, ja, erst mal die Donis pushen, die mir sagen, mir geht es gerade nicht so gut. Das ist halt etwas, was ich niemals machen würde, dass ich sage, ich komme schwer über die Runden, weil ich dann ganz genau weiß, dann kommen Leute und würden mir Geld dafür spenden, weil sie wissen, okay, ich komme schwer drüber und das stimmt dann halt gar nicht mehr im Endeffekt, weißt du, das ist das Ding. Ich muss genau aufpassen, was du sagst, weil es, weil man nicht halt. Nein, nein, aber es kam so rüber, wenn du das so sagst, wie du es gesagt hast, dass du dann wirklich nicht über die Runden kommst und dann Leute kommen und dann spenden aufgrund dessen, dass du nicht über die Runden kommst. Das ist etwas, wo ich gesagt habe, auf diese Idee würde ich gar nicht erst kommen, weil ich genau weiß, was ich damit auslöse. Ich weiß, was ich damit auslöse und das müsstest du eigentlich auch wissen mittlerweile. Ich denke, bei mir war es mit einem erzieherischen Hintergrund, dass ich, wie ich schon gesagt habe, dass es eigentlich war, Leute, dreht jeden Cent dreimal um. Manche Leute, wenn es nicht jetzt ist, sondern eine schwierige Zeit ist, manche Leute haben immer schon eine schwierige Zeit und es hat bei uns beiden eine Dame donated mit mehreren Kindern, wo ich jedes Mal gesagt habe, bitte hör auf, aus, ist, und du weißt es dir selber. Ja, natürlich, natürlich, das gibt es ja auch. Ich habe teilweise das Gefühl, wenn ich Leuten sage, hör auf zu donaten, tun sie das recht. Gefühlt. Ich habe schon Leute, auch du kennst es sicher, Tipistream, Leuten das entzogen, dass sie donaten können. Genau, ja. Bei gewissen Funktionen geht das ja. Es geht ja mit Paypal, PaySafe-Karten gehen, dann kaufen sich die Leute PaySafe-Karten. Bei PaySafe-Karten, wie du sicher auch weißt, ich glaube, die zieht sich ja fast 70 Prozent ab. Ich schau mal, ich weiß gar nicht, was die Prozente sind. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß bis heute nicht, was YouTube mir in Prozente zieht. Ich mache einfach mein Ding und habe Spaß dran. Ja, ich schaue drüber, weil der Steuerberater gesagt hat, schau her, du kriegst, weil ich überreichte dem Steuerberater diese Tipistream, da gibt es ja den Knopf oben rechts, das muss ich ausdrucken. Naja, aber das ist egal, wie viel Prozent du abdrücken musst. Wichtig ist, was ankommt an sich und diese Prozent, also damit du das dazurechnen kannst, so wie du sagst. Das ist ganz, ganz wichtig die Transparenz, dass man den Leuten sagt, schau her, nur weil ihr jetzt einem Streamer 100 Euro gebt, das heißt noch lange nicht, dass 100 Euro ankommen. Das habe ich auch schon oft gesagt. Das ist, ähm, das steht viel. Das ist ganz wichtig, weil manche gerade so, äh, ähm, Donations, die ans, das öffentlich, äh, es ist, weil man gerade das Wort nicht hat. Darf ich dir ganz kurz was an den Kopf werfen? Hau es mir drauf. Wie wär's denn, wenn du mit einem Tierheim zusammen eine eigene Donation-Page machst, wo das direkt reingeht? Weil, weißt, darf ich dir kurz was erklären? Tippy Stream bietet nämlich an, das weißt du vielleicht nicht, wenn du für wohltätige Zwecke etwas sammelst, äh, ohne Gebühren. Okay, das weiß ich nicht. Solltest du dich mal informieren, die bieten das anders. Da haben wir das schon anders geregelt, diesbezüglich die Donations, die so reinkommen, die werden anders behandelt. Ähm. Ne, aber jetzt rein für, für, wenn du was Wohltätiges machen willst, kannst du zu Tippy Stream geben dann eine eigene Seite machen und, äh, kannst halt dort. Solltegehend gab's die, die Sache, äh, das Tierheim, was ich als erstes donated habe damals, was wirklich überflutet worden ist. Weil ein winzig kleines Tierheim, was auch in meiner Instagram-Story drin ist, ähm, da gab's ja dann diese Sachen, diese Probleme, die du auch kennst, wie ich dich erinnere, und die Geschichte. Ach so, dass irgendwer dir nachgegangen ist. Äh, der bei dir in der Gasse war. Ja. Dass wirklich Leute im Tierheim reingerufen haben, also jetzt, wie schaut Officer Nixon aus, wann war der da? Mhm. Da waren dann schon, bis im Moment auch, wo es sich die auch vorzüglichen, oha, da gibt's Leute, die, die stalken die ja richtig und wo es also, ein bisschen unbehagen, wo es sich wirklich verfolgt fühlt, und David hat, nein, ich muss anfangen, ein System einfallen zu lassen. Und so habe ich mir einfallen lassen, ja, ich, dahin, es gibt ein Tierheim in Graz, von dem ich dir erzählt habe, dass er damals mitgeholfen hat. Es sind mehrere Tierheime, die da mithelfen. Und wenn ich das donate, dann immer über Paypal und nicht mehr über Namen, weil auch schon Leute angefragt haben, mit welchen Namen ich da donate. Aber weißt du, was das Ding ist, du musst es mit Namen machen, weil du kannst das sonst nicht von der Steuer absetzen, das wird sonst mitversteuert. Hat mein Steuerberater mit oder anders geregelt? Hat er anders geregelt, weil du musst eigentlich angeben, Namen und alles und Adresse. Ja, wegen dem Absetzen. Das hat funktioniert. Aber da habe ich vorher Kontakt mit denjenigen, so wie es beim Kinderhospiz war, die ich mich angeschrieben habe, wegen dieser Absetzbarkeit von der Steuer, denen habe ich das dazu geschrieben und da schreibe ich explizit dazu, ich will nicht, dass meine Daten weitergegeben werden und so weiter. Das war beim ersten Mal, wo ich wirklich noch ins Tierheim gefahren bin und denen das Geld bar auf die Kralle gegeben habe, nicht der Fall. Und da wird es einem dann wirklich schlagartig anders und da war ich noch sehr klein. Ich finde, ich bin ja immer, im Vergleich zu dir, bin ich ja ein Nicht-Streaming-Community, aber wenn du mit 5000 Abonnenten plötzlich wirklich das Tierheim anrufst und sagst, hey, da haben gerade drei Leute angerufen und gefragt, wie du ausschaust. Ja. Das ist passiert. Das ist auch der Grund, warum man das online macht. Also wenn ich spende... Ich habe das damals nicht gewusst. Ich habe das... Irgendwann online. Da war ich jung und in der Veranstaltung. Und ich gebe auch nicht, aber schau mal, ich mache das zum Beispiel eher privat. Ich hätte immer einen Stream, da haben wir auch 1000 Euro so gespendet, also kam von mir aus. Ohne, dass irgendwer was zuniert, dann haben wir 1000 Euro einfach gespendet. Und wenn ich halt privat spende, dann mache ich das immer über Paypal und halt mit meinem Namen, dies, das, aber ich gebe halt nicht an, woher das ist. Und ich sage auch nicht, wo ich das hingespendet habe. Ich meine, das ist auch so, ich sage auch nicht über der Community, wenn ich was spende, weil ich mir so denke, das ist halt so eine Sache, das ist für mich, dass ich mich gut fühle und nicht, dass die Community denkt, ah, schau, der hat ja gespendet, geil Vorbild so. Ich finde, das müsste im Menschen einfach schon so verankert sein, ob man es macht oder nicht. Naja, es gibt sehr viele Leute, die mich aber anschreiben und sagen, hey, ich habe dir vor zwei Wochen 10 Euro tonetet, ist das angekommen? Weißt du, manche Tonetisches kommen ja erst relativ spät an, das Budget zwei Monate später zu oder was, das, wo ich dann sage, okay, passt, das strecke ich mal hin nach vor, wo ich mir dann eh sehr schwer tun mit dem Zusammenrechnen teilweise. Genauso wie, oh, vorletzter Street, mein letzter Stream war das auf YouTube, wo einer 30 Donations zurückgezogen hat und alle Donations waren fürs Tierheim. Offene Fälle, Paypal kennst du sicher auch. Ja, aber da, da musst du schauen, was du machst. Das ist halt auch nicht okay, wenn das dann später erst ist. Ich habe heute 30 Rechtfertigungen geschrieben, 30, in zwei Stunden gesessen, weil du musst jede einzelne Donation dann wieder... Ich hätte den, ich hätte den einfach blockiert. habe ich im Nachhinein, ich musste trotzdem die Rechtfertigung drücken zu schreiben. Da müssen nicht, müssen tust du nicht. Ja, sonst wird es automatisch nach sieben Tagen zurückgeflucht. Nein, wird es nicht, das entscheidet trotzdem noch Paypal. Das heißt, auch wenn du nicht darauf antwortest, kannst du trotzdem auch für dich entschieden werden. Ich habe einen mega Sachverhalt geschrieben und habe Paypal gemeldet, was da war. Aber lange Rede, kurz, ich will, dass das transparent ist, weil ich genau auf das hinaus will, Leute für öffnen, äh, jetzt war ich wieder das Wort nicht sein, für wohltätige Zwecke zum Donation, also zum Spenden motivieren. Und da muss ich eine Transparenz haben, weil wenn ich die nicht habe, Ja, aber das geht sonst nicht. der Erste sagt, Moment, das hast du jetzt gesteckt in ein neues Quad oder in was weiß ich was, ja. Da muss ich transparent sein und während er das sagt, kann ich jeder sagen, schau her, die Donation ist da und da rein geflossen, um, Ich hätte halt an deiner Stelle so eine Art eigene Donation Seite gemacht, die komplett abwegig von deiner ist und dann halt wirklich, wenn du das 24-7 machst, so gesehen, dass halt direkt dorthin geht. Daingehend gab es eine eigene Wishlist mit sich, dass ich das sage, dahingehend hat es eine eigene Wishlist gegeben, die mit Tierfutter, Katzenstreu, Katzenspielzeug und das habe ich dann aber damals wieder eingestampft, das war glaube ich zwei, drei Monate drin, weil, Zu viel? Nein, das würde ich nicht sagen, das Tierheim ist nicht rund in die Uhr besetzt. Ja. Das heißt, der Bossbote hat da die Sachen die ganze Zeit hingestellt etc. und es kam zu extremen Problemen, weil es sind Sachen verschwunden, weil er vielleicht ergenommen hat von der Tür oder nie angekommen sind, dann sagen die Leute zu mir, ich habe da einen Katzenstreukisterl gespendet, ist es angekommen und ich sage, ich habe keine Ahnung, ich weiß, ich habe da nicht den Überblick, wenn ihr mich mehr fragt, kommt das an, kann ich sagen, ja, ich schaue nach und kann den Leuten einen Screenshot schicken, da habe ich keinen Überblick und ich mag es nicht, wenn ich für irgendwas Werbung mache, wo ich keinen Überblick habe, das gerät mir dann aus der Kontrolle, deswegen habe ich es dann wieder eingestellt. Wie gesagt, das Thema ist eh für mich das ist eh supi, das habe ich auch von Anfang an gesagt, das respektiere ich auch, kann man machen, kann man unterstützen, das ist nicht das Ding. Das ist wirklich. Schafft es jetzt vielleicht wieder, dass wir irgendwann mal einfach so normal miteinander reden? Wir fahren uns auch nicht an oder so, oder? Im Hintergrund ist schon ein ordentlicher Ich sage halt so, das Ding ist halt, diese Ansicht, die ich halt habe, diese Enttäuschung gehe ich da so mit, ich meine, du bist ja auch enttäuscht, aber das war halt, ich muss aber ehrlich sagen, deine Enttäuschung kam dadurch zustande, durch diesen, ich sag mal, schön ausgesprochen Scheiß-Supporter, der irgendeine, ich schätze mal, Lüge erzählt hat, weil wir, ich kann dir sagen, nie mit Supportern geredet haben. Ja, und ich, ich immer mit Anneln zuerst über etwas rede und das gar nicht sein hätte können, weil du hast mir das damals erzählt, er hat das da und da und da gesagt und da stand das noch gar nicht im Raum. Das stand an dem Zeitpunkt noch nicht im Raum, wo der das anscheinend behauptet hat. Aber weißt du, was sowieso das Lustige ist? Wir haben auch teilweise Spieler gehabt, aber das ist, das ist ganz komisch. Wir wissen aber nicht, wer es ist. Da kamen Spieler zu uns, haben gesagt, ähm, ich stehe auf der schwarzen Liste, ich werde beobachtet und werde bald rausgeschmissen vom Server. So, halt gebannt, weil er anscheinend, wenn er das nächste Mal scheiße baut, fliegt er. Und das macht, bei mehreren Spielern, ähm, die nicht mal unter Beobachtung oder irgendwas stehen, macht das einfach die Runde oder hat es gemacht, mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Und ich glaube, wir hatten irgendwo ein, zwei schwarze Schafe, die Unruhe gestiftet haben. Und ich weiß bis heute nicht, wer es war, aber mittlerweile hat es aufgehört, deshalb denke ich, dass die Person nicht mehr bei uns ist. Ich weiß, er war garantiert Support da bei euch. Ja, aber er ist das 100 pro jetzt nicht mehr. Wenn das der nämlich war, weiß ich nicht. Ich habe damals auch den Discord verlassen, das weiß ich nicht mehr, ob es das war. Nee, du kannst mir da sonst schreiben, wie er Support das war. Wenn es der war, kann ich dir eh bestätigen, dass es er war oder nicht. Ich muss mir den Ding mal raussuchen, jetzt wie, die Nachricht. Aber wenn es der ist, dann kann ich dir, also wenn es der ist, wo ich denke, dass es ist, dann kann ich dir eine schöne große Geschichte darüber erzählen, was der so angestellt hat bei uns auf dem Server. Aber da muss er mir halt auch irgendwie glauben, willst du wie Schandle glauben? Das war glaube ich eine Story zwischen Schandle und Tinox und so. Nicht böse Absichten. Man weiß ja nicht, ob einer was mit Absicht macht oder nicht. Ich weiß gar nicht, was dein Ziel dahinter war. Ich weiß es nicht. Ich persönlich habe mich so dreckig gefühlt. Das war das Ding. Weil ich habe einen kranken Bezug zu meiner Community. Das ist mir saumäßig wichtig, dass ich diesen Bezug habe. Und ich habe so gefühlt, dass die Community halt verarscht wird. So habe es ich halt gefühlt und dass es abgezogen wird und so einfach schnell so irgendwie alles raus, alles raus, was geht so auf die Art und Weise. Und das ist halt dieses Ding, wo ich mir gedacht habe, ist nicht so cool. Und da habe ich mich eigentlich auch scheiße gefühlt. So, ich habe mich da wirklich extrem scheiße gefühlt. Ich habe mir auch Vorwürfe gemacht. Warum sage ich nichts? Warum bin ich still? Ich hatte teilweise Angst. Ich wollte auch nicht drüber reden. Das weißt du vielleicht nicht. Aber ich hatte Angst, dass, wenn ich drüber rede, ich eine Anzeige von dir kassieren könnte. Weil mir halt schon viel am Herzen gelegen ist so. Und ich so oft diesen Drang hatte, das irgendwie mal rauszublasen. Keine Ahnung. Und ich hatte einfach Angst, dass du mich irgendwann mal anzeigen könntest, weil ich irgendwas sage, was dir halt nicht passt. Weil ich damals auch mitbekommen habe, da hat sich immer irgendwer bei euch auf HX das Kopf ausgegeben und das auch gesagt, da wirst du schauen, dass du was machst oder so. Ja, ja, da bin ich da bin ich extrem heikel. Ja, ja, ja. Zum Beispiel da. Und da habe ich mir gedacht, Alter, wenn der da schon proviert Anzeigen und so weiter, dann dachte ich mir so, ich halte lieber meine Fresse. Und dann habe ich auch gesagt, okay, passt so. Ähm, das lag mir schon so oft auf der Seele, das einfach mal zu droppen, alles, was da so passiert ist. Aber ich habe mich halt nie getraut in der Hinsicht. Und ich wollte auch ehrlich gesagt auch nie ein Beef oder so machen, dass ich jetzt irgendwelche Leute zu dir hetze und die sollen dich beleidigen. Das ist auch nicht mein Ziel. Aber ist klar, sobald du über dieses Thema redest, wie gesagt hast, ist es logisch, dass irgendwelche Leute zu dir kommen. Aber da muss ich dir ehrlich sagen, es sind Leute, die nicht zu meiner Community gehören. Die sehe ich nicht als die. Und Klinux hat mir auch die ganzen Leute gesendet, die bei dir drüben beleidigt haben. Und die werden bei mir alle weggebannt auf dem Discord, die das gemacht haben. Also jeder einzelne davon, weil ich das auch nicht akzeptiere. Nur dass du weißt, das kommt auf jeden Fall nicht aus meiner Absicht raus, dass ich will, dass Leute zu dir kommen, dich beleidigen. Ich weiß, dass das nicht deine Absicht ist, ja. Aber allein, dass du es halt heute erwähnt hast, mit, ja, Mixen, dass da war, ich bin enttäuscht. Ich muss dir aber ehrlich sagen, ich habe nur erwähnt, dass ich enttäuscht war. Ich habe sonst nichts gesagt davor. Nichts. Ich habe gesagt, ich war enttäuscht, dass du halt da gestreamt hast, weil ich diese Story da erzählt habe. dass mich Leute als ehrenloses Arschloch und Arschloch ist bei mir auf der Blacklist und deswegen sind diese genehmigungspflichtigen Kommentare. Also wenn ich da jetzt reinschaue, da habe ich wahrscheinlich einen Haufen Kommentare zum Genehmigen oder Löschen. Ja, aber das ist halt nicht beabsichtigt und das sind auch Leute, die da von mir gebannt werden. Das sind halt irgendwelche Leute, ich sage mal, irgendwelche kleinen Kinder, die jetzt ihre Internet-Eier noch raushängen lassen wollen. Also keine Ahnung. Das darf man auch gar nicht ernst nehmen. Du, ich habe auch schon Kommentare bekommen mit wirf dich vor und zu, bring dich um, dein Content ist scheiße. Das sind halt so Sachen, ist halt so. Die kriegt man dann automatisch. Einfach blockieren und raus. Aber im Großen und Ganzen kann man es zusammenfassen. Es ist eigentlich ein Missverständnis, wenn man es so sagen kann. Für mich ist es... Darf ich dir was sagen? Missverständnis... Ja genau, du sagst, es ist so für dich. Ich sage aber, es ist nicht so. Weil es ist eigentlich ein Missverständnis. Für dich ist es ein Missverständnis, für mich... die Ansichten habe ich halt. Und... ich habe dieses... Weißt du, ich habe irgendwie dieses Gefühl, weil ich dir halt so vertraut habe und so, und da auf einmal alles so in Brüche gegangen ist und so. Ja, genauso wie ich euch vertraut habe und euch viele Sachen anvertraut habe und euch viele Informationen zukommen lassen und dann... Ja, nixen... 10 Cent sind wir da jetzt. Ich habe mich genauso enttäuscht. Genauso enttäuscht und genauso kitschig gesagt gebrochenes Herz gehabt. Du sagst auch, das ist ein Missverständnis. Es war nicht so. Das Missverständnis, was du glaube ich... Was auf jeden Fall... Es ist dieser eine Typ, der da anscheinend... Vielleicht hast du mir eh was gesendet. Nee, hast du mir nicht. Dieser eine Typ, der dir das erzählt hat und du da gedacht hast, wir hassen dich und wollen dich weg ekeln oder so. Mir kam es so vor, als denkst du... Es hat halt dir die Faust aufs Auge geblastet. Ja, ich weiß. Und das ist auf jeden Fall nicht so passiert und es kann gar nicht so passiert sein, weil diese Entscheidung erst viel später getroffen wurde und wir nie mit einem Support... Warum sollten wir auch mit einem Support darunter reden? Das macht keinen Sinn. Also... Keine Ahnung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Kontakt mit einem Supporter. Wirklich nicht. Das weiß ich nicht. Es hat mir damals einfach wie die Faust aufs Auge gepasst und es hat mich enorm bekränkt. Weil, wie du sagst, ja, Freunde, hinher... Ich fand es halt die Lösung so scheiße... Ich hab damals verletzt damals, ja. Ich fand es halt die Lösung so scheiße, dass man halt alles dicht macht und man halt lockt und halt so... Ja, weiß nicht. Ich war ja nicht mehr dabei. Da war ich damals wirklich so stark, das hab ich noch mal nie gemacht. Das machen wir keine Ex-Freundin normal. Aber ich war damals so tiefst gekränkt, ja. Ich hab damals den Ausdruck benutzt, ich wurde gefoxed. Das hat... Aber das ist ein schlechter Ausdruck mit Fox, da war es komplett anderes. Weil Fox, zwischen Fox und mir, das hab ich aber eh schon mal erzählt, das war einfach Meinungsverschiedenheit mit dem Serverprojekt und wir konnten nicht mehr zusammen arbeiten, weil halt da Meinungsverschiedenheiten beim Serverprojekt waren. Und dadurch gab's dann Streitereien, weil er wollte das so, wir wollten das so und hat dann nicht geklappt und bevor du da die ganze Zeit jetzt rumstreitest mit der Person, hat sich das halt geteilt und... Ich war live dabei, ich kann mich erinnern, ja. Ja, da gab's halt ein bisschen Bifi-Mifi zwischen Fox und mir und so, aber das hat sich ja alles gelegt. Das ist... Das ist alles gut jetzt. Ja, aber... Mein Wunsch wär's, ja, dass wir... Wenn wir nicht schon miteinander können mehr, dass wir uns zumindest kontrolliert aus den Weg gehen, ja. Wir brauchen uns nicht mehr treffen, das ist ihnen alles in Ordnung, aber dass wir zumindest sagen, fast zum Schlussstrich gezogen, wir können, wenn wir uns über den Weg laufen, bringen wir uns nicht um, auf gut Deutsch, aber wir können normal miteinander reden, ohne dass ich als erstes zu dir sage, oh, der streamt ja nur auf CoronaP, weil er geldgeil ist und der hat ja nur eine Wishliste in seine Community aus, dass, blöd gesagt, wenn dir das sowas vorfällt, dass ein Psycho in deiner Gasse steht, dass ich dir das in Ruhe schicken kann, okay, schauen wir das im Fenster, genauso wie ich das gerne von dir hätte, wenn sowas dir zugetragen wird, dass du es mir sagst. Ist halt... Ich weiß halt nicht, ob sich so die Ansichten so direkt ändern, von heute auf morgen, so weißt du, ist halt... Nein, garantiert nicht. Ich weiß, ich sag halt so, ich weiß das so, was ich so fühle und was ich gesehen habe und daraus habe ich mir was gedacht, ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen da so denke, oh, scheiße, guck, der macht dies und das und das. Das, was mir halt dieses Ding halt gezeigt hat, war eben das mit diesem, ich stecke mein Geld ins Equipment und dann wurde das halt nicht gemacht oder ich weiß halt nicht, was damit gemacht wurde, so weißt du? Ja, ich kann dir jetzt noch 30 Mal sagen, nur weil ich es nicht sofort gekauft habe, bla, 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 bla. Nein, um das ging es nicht. Und das ging es doch nicht. Es ging halt darum, du hast halt, wie ich zum Beispiel vorhin erwähnt habe, man wünscht sich ein Bildschirm, man sagt on Stream, ja, ein Bildschirm geht langsam kaputt. Dann gibt es Leute, die sind so spendabel und senden dir 500 Euro im Stream für einen neuen Bildschirm, was eh schon mehr kostet, als der Bildschirm eigentlich kosten würde, so um den Dreh. Und dann kauft man sich den nicht. Scheiße jetzt mal auf die Monate. Aber dann war halt dieser Bildschirm, ich setze mal den also auf diese Wishlist drauf. Und dasselbe war halt damals mit diesem Setup, wo ich, ich wusste halt, du hast halt noch kein krasses Setup und so. Und ich, ich weiß, dass die Leute so spendabel waren, dass du dir zu dem Zeitpunkt sicher 5 Setups haltest kaufen können. Und hast dann eben dieses 1300 Euro Goal gemacht. Und hatte zuerst wirklich nichts. Ich, ich musste, ich musste, wie ich angefangen habe mit YouTube, musste ich zu meinen Eltern gehen, Geld betteln, dass ich mir was zu essen kaufen kann. Weil ich von YouTube habe ich 200 Euro gemacht im Monat. Das war das erste. 200 Euro im Monat. Das war, das war so das erste Geld, das ich von YouTube bekommen habe. Und ich bin damit nicht ausgekommen und habe halt von meinen Eltern auch noch Geld bekommen. Und da muss ich, am Ende des Moors muss ich dir andrücken. Das war wirklich so. Und da konnte ich halt nicht so nachvollziehen, weil ich, du weißt es selber, die spenden die Leute auch privat für dich. Jetzt nicht aufs, nicht aufs Tierhandel, sondern für dich. Fürs Equipment auch, ne? Das weißt du. Ist ja so. Unterschiedliche Dinge. Blöd gesagt, jetzt wenn für dieses Donation, wenn ich mal zu Meckes gehe, ich habe ja keine zwei Konten, weil ich sage, dass das Konten wird auch nur das werden. Das ist das Land, oder? Nein, nein, das geht's nicht. Aber ich weiß, was du meinst, aber warum das damals war, dieses Donation-Goal. Ich hatte Geburtstag und es war die Idee von der Moderatorin, hey, mach das doch mal, damit dir auch mal direkt was Gutes zukommt. Das, das waren die Gründe. Aber, aber nicht nur, nicht nur das, es ging ja auch nicht nur um dieses, diesen einen Goalstream. Es ging halt darum, dass ich halt wusste, du könntest dir fünfmal so ein Setup hinstellen, was du da bekommst von deiner Community und die, der das für das Equipment gespendet hat und das halt dann, ähm, das Ganze dann halt, äh, ich weiß nicht, was damit passiert ist und man halt dann diesen Stream macht. Es ging nicht darum, dass du dieses Goal gesetzt hast. Wie gesagt, gönne ich dir, kann man machen, aber davor kamen schon so viele Spenden für das Equipment rein und das war so, wo ich halt mir gedacht habe, warum? Und da weiß ich bis heute nicht, warum. Ich, ich hab damals angefangen mit einem Gaming-Laptop, einem Headset. Punkt. Das war, ich hatte kein, kein Stream-Deck, ich hatte kein, kein zweiten Bildschirm, nichts. Ich hatte, ich hab die Donations vorgelesen, indem ich mich eingeloggt habe auf TipeStream mit dem Handy. Den Chat hab ich mitgelesen auf dem Handy. Das heißt, ich hab immer meinen eigenen Chat offen gehabt auf dem Handy, hab das mitgelesen und dann geswitcht auf TipeStream und hab die Donation vorgelesen, weil du kennst das ja, man sieht das ja dann nicht live im Stream im Spiel. So hab ich angefangen. Es hat dann irgendwann, kam halt dieser Umbruch, wo ich mir gedacht hab, hey, jetzt ist deine Community schon ein paar tausend Leute groß, es wird Zeit, den Leuten mal was Besseres zu bieten. Genau, ja. 30 Euro Headset von Logitech, wo, wenn man ein bisschen lauter mal was sagt, wenn man komplett übersteuert und man schaut sich dann seinen eigenen Streams und denkt, ach du Kacke, was ist denn das für eine Qualität und dann natürlich, ich hab dich immer geschaut, ich hab andere geschaut und geschandelt und dann denkt, boah, die streamen auf 1440 und die haben so ein gutes Mikrofon und drei, vier Bildschirme und so. Dann denkst du, puh, das ist heftig. Ich hätte das auch gern so in die Richtung. Dann kam irgendwann relativ rasch, weil wenn ich einer bin, dass ich was in den Kopf setze, dann setzt er das rasch um. Das war jetzt auch bei Twitch genauso. Das habe ich auch innerhalb von 24 Stunden aus dem Boot gestampft. Hä? Ich mach das, ich mach das, ich mach das. Und ja, wie es halt dann so ist, dann kommt halt das so tröpfchenweise rein. Dann kommt man sich, ich meine, zuerst kam der neue PC und solche Sachen und da war, das war der Startschuss. Dieses Donation Goal war so eine Art Startschuss. Das stimmt nicht. Ich hole mir jetzt, ich hole mir jetzt einen PC und schau, das ganze was sagen. Warte kurz, warte. Ich hole mir jetzt mal einen neuen PC und der PC ist der Startschuss. Das war ja, das Donation Goal war der PC. Dazu habe ich mir dann die Bildschirme dazu, die sind durch eine Donation gekommen, das stimmt. und dann kommt dazu das Stream Deck. Das ist zum Beispiel ein zweites Stream Deck. Das hast du... Mein erstes Stream Deck habe ich an einen kleinen Internetverkehr, äh, einen kleinen Streamer geschenkt. Ich habe mir das große Stream Deck dann gekauft, man kauft sich das Mikro, man kauft sich das alte Stream Deck, das hast du auch geschenkt bekommen. Das war meine allererste Sache von einem Freund, von, den ich persönlich kenne. Da war ich so klein, da haben mir ja nur Leute zugeschaut, die ich persönlich kenne. Aber überleg mal... Das war ja die Geburtstunde von der Visualist. Aber überleg jetzt mal Bildschirme deines Stream Deck hast du jetzt mal beides zum Beispiel geschenkt bekommen. Das würde man ja sagen. Und ich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe dir gesagt, zu dem Zeitpunkt, das weiß ich, da wurde so viel auch davor gespendet, da hättest du fünf solche Setups hinstellen können mit vollem Bildschirm. Das wäre gegangen. Die beiden, die beiden Bildschirme und ich hoffe, ich verrate jetzt niemanden, die beiden Bildschirme wurden mir von jemandem geschenkt, der ist Autohausbesitzer in Deutschland. Mercedes Autohausbesitzer. Der hat zu mir gesagt, Zitat, ich möchte dich persönlich unterstützen, ich gebe dir so keine Donation, weil die Sachspende kommt mehr bei dir an. Alles andere musst du Steuern abziehen, etc. Deswegen möchte ich dir 100% unterstützen. Hau die Bildschirme drauf. Habe ich gemacht. Ich habe die Bildschirme draufgegeben, weil ich gewusst habe, dass es ihm fünf Minuten später mir donaten wird oder schenken wird. Habe ich gewusst, dass er was machen wird. Genau gleich war es auch beim Stream Deck. Damals habe ich das gemacht. Das war mein zweiter keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Einer meiner ersten Streams auf jeden Fall, das kleine Stream Deck, hat er mir geschenkt, ein Freund. Das war ein Freund, der damals auf AX geöffnet hat, der gesagt hat, voll super nixen, dass du streamst. da hast du ein Stream Deck, damit kannst du leichtes machen. Ja, aber das ist nicht auf den Punkt, auf den ich hinaus wollte. Der Punkt war, du hast sehr viele Spenden bekommen für dein Equipment und hast dann dieses Spenden Goal gemacht. Schatz auf das Spenden Goal, dass es dir in dem Zeitpunkt fünf solche Equipments hinstellen können, was die Leute dir da gespendet haben für das Equipment. Das Spenden Goal war sozusagen der Anstoß für mich, soll ich das jetzt auf ein neues Level bringen oder nicht? Warum? Du hast ja schon so viel bekommen für das Equipment und hast es noch nicht ausgegeben. Das war der Punkt. Weißt du, was ich meine? Du könntest dir fünf Equipments hinstellen zu Hause. Aber ob ich jetzt die Donation so kriege oder in Form von einem Spenden Goal, weil die, ich weiß sicher, die Leute spenden haben. Wie hattest du doch schon? Hör mal kurz zu, du hattest die, du hast so viele Spenden, weil dich Leute unterstützen, weil wir eine spendable Community haben. Unsere Community ist wirklich heftig. Du hast so viele Spenden bekommen. Ich bin ja nicht blöd, ich habe gesehen, was da reingeflattert ist. Und ich gönne es dir. Ich gönne es dir vom Herzen. Wenn die Leute dir spenden fürs Equipment, dann ein Spenden Goal zu machen und dann zu sagen, ja, das ist jetzt für mich der Startschuss, obwohl du schon fünf solche Setups hinbauen kannst. Weißt du, wie das rüberkommt? Ja, es sind ja aber auch diese Donations dann in genau das geflossen. Genauso wie jetzt auch hier. Und ich kann ja jetzt nicht nur fünf Setups kaufen, nur weil es äh, nein, um das geht es nicht. Um das geht es nicht. Das Ding ist, du setzt dich hin, du machst deinen Stream und sagst, du möchtest jetzt einen Gaming-PC holen und das, obwohl du schon so viel von der Community bekommen hast, dass du dir sowas schon längst leisten hättest können, aber pumpst nochmal an Geld. Das ist das Ding. Und das ist das. Darf ich dich nach? Ich will dich nur fragen, was war der Grund, das zu machen? Was war der Grund? Weil du hättest das ja schon kaufen können. Was war der Grund? Ich hatte in dieser Woche oder im Geburtstag und die Moderatorin hat schon gesagt, Nixen, ich glaube, das war kurz bevor ich fürs Tierheim einige Tausender gespendet habe, Nixen, du hast so viel jetzt gespendet, mach doch mal einen Donation Gold für dich und für was soll ich einen Donation Gold machen? Habe ich mir gedacht, ich kann halt schwer einen Donation Gold machen für ein Haus in der Karibik zum Beispiel oder was weiß ich was. Na, wir bringen das Streaming auf ein nächstes Level und Stardust ist ein PC. Ja, aber den hattest du schon längst. Hättest du schon längst leisten können. Den hättest du schon längst leisten können. Ja, das schon. Das verstehen wir nicht falsch. Das war für mich einfach, wir haben uns nach dem Stream unterhalten und ich habe gesagt, Scheiße, wenn das so rüberkommt, war das falsch. Ich habe so nicht gedacht. Es kommt nicht so rüber, es ist einfach falsch, das so zu machen. Weil die Leute wollten dir das ermöglichen, die Leute haben dir gespendet. Weißt du, was ich mache? Ich bekomme so viel für RLO gespendet. Weißt du, was ich mache? In jedem Stream, wo ich Donations für RLO bekomme, merke ich mir das, dann sehe ich, das war für RLO, das war für MLO. Dann rechne ich mir aus, wie viel Geld kann ich in RLO investieren. Und das war auch der Grund, warum ich mir jetzt erstmal wieder ein MLO kaufen konnte für 1500 Euro, weil ich gewusst habe, die Leute haben so viel gespendet, ich kann es mir leisten. Und wir haben letztes Mal ein MLO für 500 Euro auch gekauft. Das kommt alles von den Donations, weil die Leute das gespendet haben. Und da schaue ich auch drauf, dass das auch da ausgegeben wird. Wenn man was ein bisschen drüber oder drunter ist, ist halt so. Aber das sind die Sachen, die bekomme ich, ich bekomme so viel gespendet für RLO, für RLO, für RLO. Und das Ding ist, ich finde es halt nicht okay, weil dir die Community so viel gibt. Die gibt ja so viel. Und wenn du halt so einen Stream machst oder weiter nach Geld anpumpst, so auf die Art und Weise, kommst du halt rüber, es tut mir halt leid, wie es ist, ich sage nur die Facts. Und du könntest dir diesen PC schon längst leisten, weil sie dir schon so oft gespendet haben für dich nixen, für dein Setup. Dann bin ich nicht so und sage, ja Leute, guck mal, ich habe Geburtstag, komm, wir machen nochmal einen 1300 Euro Stream für Setup, obwohl ich mir das Setup schon fünfmal leisten könnte. Und ich will nur, dass du weißt, ich gönne dir alles vom Herzen. Alles gönne ich dir. Ja, ich dir ja auch. Aber bei mir hört es halt da auf, wo ich merke, es wird halt krass ausgenutzt, weil man merkt, okay, es läuft und das kam mir so rüber. Ich will es dir nicht, ich will es dir nicht, ich will es dir nicht, dass die unterstellen jetzt. Das ist meine Ansicht, wie ich es sehe. Ich unterstelle es dir nicht. Vielleicht ist es nicht so oder vielleicht ist es für dich und für andere genauso nicht so. Für mich, in meinen Augen, war das so, weil für mich gibt es keinen Grund, tut mir leid, wenn ich da jetzt sitze, aber für mich gibt es keinen Grund, Tausende von Euros gespendet zu bekommen für mein Setup noch dazu, für mich und ich dann einen Stream mache mit 1300 Euro Goal für mein Setup. Das macht keinen Sinn für mich. Das macht, und ich kann mir schon fünfmal dieses Setup leisten. Das ist für mich, das ist für mich diese Sache, die mich so hart... Ja, aber warum hängst du dich denn genau auf dem so auf? Weil das auch meine Community ist und das ist das, was du nicht verstehst. Ja, aber Tausende Euro sind gespendet, waren an wohltätige Zwecke. Das macht nicht zur Sache. Für mich, weißt du, wie mir das vorkommt, dass mit diesem wohltätigen Zweck, das ist schön und gut. Aber mir kommt immer so vor, man nimmt das immer, weißt du, was ich spende? Ich spende auch sehr gerne und sehr viel, nur ich halte es für mich. Ich behalte es für mich. Was ich spende, ist meine Sache. Das muss ich an die große Glocke hängen. Du willst was Schönes den Leuten sagen, dann mach das. Aber nimm das nicht jetzt als Ausrede, dass du jetzt hier 5000 Euro für deinen PC kriegst und dann noch... Ja, aber warum hängst du dich auf diesen Donations? Weil das meine Community ist und ich habe dieses Gefühl, dass die ausgelöst wird. 300 Teams gemacht und der eine Stream, auf den hängst du dich voll auf. Nein, nicht auf einen Stream. Es geht um mehrere. Die haben immer wieder dir was gegeben und es ist nicht nur der eine Stream. Es ist alles. Es ist alles inbegriffen, wo ich gesagt habe, ich sehe, dass etwas gespendet wird für dich und du sagst den Leuten, du verwendest es für etwas, aber machst es dann nicht. Und machst dann... Oh, bitte was, wo? Wo benutze ich es dann nicht dafür? Du konntest dir das Setup zu dem Zeitpunkt, wo die... Das ist das beste Beispiel, was ich dir halt sagen kann mit diesem Spenden-Goal, weil das das offensichtlich war. Hättest du dir das 5-10 Mal leisten können, so ein Setup. Und das hat... Ich habe nie erwähnt, dass ich es mir nicht leisten könnte. Ich hätte es mir auch ohne es... Aber warum hast du dann Spenden-Goal? Was ist das? Das tut man nicht. Das ist Ausnutzen für mich. Das nutzt die Leute aus dafür. Das ist das, was ich halt gesehen habe in dem Moment. Dann müsstest du jeden Streamer ausrichten, der das hat. Denn ich bin ehrlich, ich bin so ein Typ, wenn ich was brauche, dann kaufe ich mir das. Aber ich sage nicht, ich verwende das dann für das und das und das. Wenn mir wer spendet, wenn mir wer einfach so spendet, dann sage ich danke, dass wir ins Haus investiert. Ist so. Ich investiere das dann ins Haus. Wenn mir wer spendet, ist es für RLO. Ich investiere es in RLO. Ist so. Und wenn mir wer für das Equipment spendet, dann sage ich, Bruder, ich habe ein Equipment, ich brauche nichts. Wozu spendest du mir das? Das kannst du vielleicht mit einem anderen spenden oder was weiß ich. Und genau das habe ich im letzten und vorletzten Stream gesagt. Aber dann macht das keinen Sinn. Ich mache das komplett kostenlos. Ich brauche keine Donations. Lass es nur ein Abo. Ja, wenn du keine Donations brauchst, dann machst du doch aus. Dann machst du das nur noch für Tierheim. Ist doch auch schön. Ne, aber das Ding ist, pass mal auf, das Ding ist einfach, in dem Moment habe ich halt, habe ich dich halt mit anderen Augen gesehen. Und da war so, weißt du, dieses unten durch so. Weil es ist nicht jeder Streamer so. Es gibt Streamer, die so sind, aber du machst das halt mit meiner Community so. Weil wir teilen uns die. Und das war der Punkt. Hättest du jede andere Community gehabt, ich wäre nicht drauf eingegangen. Und deshalb, deshalb rede ich ja auch mit dir drüber. Und das ist das Ding gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Und dann haben wir dir diese Streaming-Lizenz auch entzogen, wo wir gesagt haben, nee, das geht nicht. Das war scheiß Aktion, so weißt du, bei uns. Ja, und genauso wurde mit mir nie mit offenen Karten geredet. Und das, obwohl es geheißen, wir sind Freunde. Was, mit nie mit offenen Karten? Wir haben dir am den Tag noch gesagt und da warst du beim Piss und hast mich blockiert. Andel hat dir das doch auch so erzählt. Ja, aber du hast mir nie, du hast mir nie, nie hat man mir zu mir gesagt, hey, schau, Nixen, mach keine Wichtigste, das kann man falsch verstehen. Donations. Nee, das ist dein Ding. Weil es nichts offen ist und so. Darf ich dir nur sagen? Ja, aber anscheinend nicht, weil du eigentlich bist. Nein, 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 ich bin da nicht pisst drauf. Es ist dein Ding, nur ist es so, wenn du dann halt drauf kommst, wenn das so passiert, wie es bei dir passiert ist. Du weißt ja selber nicht, warum du das sonst so machst. Du kannst mir, bis heute kannst du mir keine gescheite Antwort drauf geben, warum du dir dieses Setup, du dich damals einfach gekauft hast mit dem Geld, was du schon längst bekommen hast von deiner Community und meiner Community, das sind unsere Communities, die gehören, die gehören fast zusammen, das sind ja fast dieselben Leute auch, die uns zwei gucken. Damit wir gehen, es geht weiter auseinander. Na, pass mal auf. Und diese Leute ermöglichen dir das und das ist etwas, da habe ich Respekt vor, wenn mir jemand sowas ermöglichen, ich kann mir so ein Setup fünfmal kaufen, dann mache ich halt diesen Stream nicht auf und pumpe die nochmal nach Geld an und da will ich bis heute, warte ich drauf, dass ich eine Erklärung dafür bekomme, warum du sowas machst. Das ist das Ding. Ich habe es dir jetzt schon zum 50. Mal gesagt, ich hatte Geburtstag und es wurde mir von meiner Moderatorin gesagt, soll diese Zuschauer liebe Grüße, Nixon, mach doch mal einen Stream für dich, wo die Donations nur für dich sind. Aber es geht ins PC-Setup, stand drin. Ja, und ging ja auch ins PC-Setup, der PC war eine Woche, später war er da. Ja, weißt du, was ich gesagt hätte? Ich hätte gesagt, ich habe schon so viel Geld von meiner Community bekommen, er ist schon bestellt. Entschuldigung, dass ich das sage, aber es macht für mich keinen Sinn. Es macht für mich leider keinen Sinn. Ja, es macht für mich Sinn, dass ich mir denke, dann verkaufst du deine Community an Grand RP. Mach ich ja nicht. Damit du den rausholst. Mach ich ja nicht. Ich verkaufe keine einzige Person, verkaufe ich an Grand RP. Ich werfe dir das auch nicht auf den anderen Kopf. Aber das kannst du gerne machen. Ich meine, an der Ansicht mache ich das halt nicht. Nein, mache ich es nicht, weil mir ist es egal. Hast du aber vorhin gesagt? Ja, weil du mir auch, aber ich sage nur, es ist so, als wenn du das machen würdest, weil du wirfst mir die ganzen Sachen wie Geldgeilheit an den Kopf. Nee, nee. Das mag ich nicht, weil ich will nicht als Lüger da stehen. Das stimmt nicht. Das tust du nicht, aber es macht, schau mal, es macht nur für mich keinen Sinn, wenn ich sage, ich stecke ins Equipment, dann mache ich das. Ja, es macht für dich den falschen Eindruck, aber das ist ja was rein Subjektives. Aber ich mache, weißt du, das ist so falsch. Stell dir vor, ich sitze da, ich mache einen Donation Stream, ich sage jetzt mal für ein Motorrad. Das Motorrad kostet 15.000 Euro. So, oder ich mache kein Goal. Ich sitze da und sage immer wieder den Leuten, ich wünsche mir ein Motorrad, bitte spendet, oder nicht bitte spendet, sondern alle Spenden fließen ins Motorrad. Jetzt bekomme ich von der Community statt 15.000 Euro, 20.000 Euro gespendet. Ich weiß, das neue Motorrad. Verstehst du, was ich meine? Das ist falsch. Das ist falsch gegenüber der Community. Das tut man nicht. Weil das Geld... Ich habe aber nie die Community belogen. Nein, ich habe nicht gesagt, das ist falsch, das tut man nicht. Nein, nein, das geht doch nicht. Ich habe nur gesagt, das ist falsch, das tut man der Community nicht gegenüber an. Das ist etwas, was ich nicht tun könnte, da sie sagt, die Spenden gehen ins Equipment und dann stecke ich die wo ganz anders. Ich habe all meine Donations benutzt von Anfang an für das, was geheißen hat, dass ich sie benutzen soll und die Sachen, die einfach dann im Plus sind, die sind in Waschmittel, Benzin, Wurstzämmel gegangen, whatever, bis hin, dass ich Donations bekommen habe, GES mit einem Freund und Kollegen, habe ich gemacht und da gehe ich ja komplett offen damit über und wenn ich dann sage, da mache ich heute, denn die Donations für heute gehen alle in einen Streaming-PC, was ich auch gemacht habe, habe ich gemacht, bloß, dass ich einen Balken reingeklatscht habe mit dem Donations-Sticket reinkommen. aber das macht halt keinen Sinn, weil du diesen PC schon fünfmal gefühlt bezahlt hättest können und das hat mir so gezeigt, dieses, warum macht man sowas, nur weil dein Geburtstag ist, es hört sich halt für mich nicht plausibel an, dass man es nur deshalb macht, was jemand gesagt hat. Da sage ich doch, nee, ich brauche sowas nicht, weil ich habe das Geld schon und ich werde mir damit jetzt einen PC kaufen, so auf die Art und Weise und das ist das, wo wir dann gesagt haben, da können wir das nicht mehr so miteinander, weil ich muss sagen, ich habe mich in diesem Moment krass als du das bist, alter Schwede. Perfekter Parkpunkt, warum kommt jetzt sowas? Das meine ich bin spinnabel, das meine ich. Ja, ich habe gerade 500 Euro gespielt, einfach so von LX Akami, einfach so um 3 Uhr morgens. Aber schau lieber Nixon, das meine ich. 500 Euro werden hier gerade reingeballert. einfach so, komplett random. Sehr unpassend gerade zu dem Thema. Ja, moin. Nee, aber schau. Alter, das ist jetzt, äh, also ich habe jetzt alles erwartet, nur das nicht, dass jetzt um 3 Uhr morgens in so einem ernsten Gespräch jemand auf die Idee kommt, 500 Euro zu spenden. Habe ich jetzt nicht erwartet. Bist du noch da, hallo? Ich bin da, ich bin da, ich lasse dich das gehen. Aber da haben wir zum Beispiel das beste Beispiel, da ist eine Person, die haut hier gerade 500 Euro raus und solche Personen hast du auch, das weiß ich. Es ist, unsere Community ist so krank spendabel, das sieht man wieder hier um 3 Uhr morgens. Leute, welcher Streamer kriegt um 3 Uhr morgens in einem ernsten Gespräch mit 3400 Zuschauern 500 Euro einfach so donated, einfach so ohne Message, bitte sagt mir das. Einen. Kein Montana Black kriegt das. Nein, das ist das Ding. Unsere Community ist so krank spendabel und das war dieses Ding, wo ich mir gedacht habe, warum macht man ein Donation Goal, die Community gönnt dir so krass den PC, haut dir da die Tausender, 500er, was auch immer rein und dann macht man dieses Goal. Weißt du, das ist dieses, ich will dich nicht als Lügner darstellen, das wollte ich nie. Es ist nur dieser Respekt, der fehlt gegenüber der Community, weil du musst das respektieren, wenn dir jemand und das Geld gibt es, ein harter, heute das Geld, der erhofft sich, du kaufst damit das. Das erwähne ich nach jeder Donation, auch nach 1 Euro Donation, sage ich, wo ich weiß, das sind 15, 16 Jahre. Ich habe da eine Donaterin, die ist Lehrling, wo ich sage, um Gottes Willen, bitte erspar dir dein Lehrling Geld, bitte aus, stopp, keine Donation mehr. Ich sage das jedem nach dem Stream, je oder nicht, während dem Stream. So, nochmal mit einem Puffi raus von Heinz-Gerlert-Dietrich, kann ich ein bisschen Party machen. Jetzt kommt lustige Musik, Willen. Nee, aber schau, das ist das Ding und da muss ich sagen, da bin ich gegenüber meiner Community, was das angeht, da geht so ein Respekt raus, wo ich sage, Wishlist, warum? Also das ist jetzt nur meine Sache, ob du eine Wishlist willst oder nicht, das ist dein Ding, aber bei dir ging es halt darum, du sagst, du investierst das Geld in Equipment und hast dann eine Wishlist, wo die Leute nochmal dein Equipment kaufen können. Das ist halt dieses Ding. Gut, wie du gesagt hast, einer macht so über Donation, der andere kauft so eine Wishlist. Kann ich nachvollziehen, was du meinst. Nur ich weiß, dass die Leute aus unserer Community so spendabel sind und die machen das gerne im Stream, die spenden das gerne im Stream, wie man sieht, dann kann man sich damit auch schön was kaufen. Da brauchst, also ich muss dir sagen, du bräuchtest so eine Wishlist gar nicht. Das kommt alles so schon. Die Leute hauen da so, guck dir das an, wenn ich meine um drei Uhr morgens. Richtig, ich ebne da ja voll recht. Ja, es gibt Leute, die sagen, ich will dich unterstützen zu 100 Prozent und das ist mit der Wishlist. Ich weiß, was du meinst. Ich kann es verstehen, nur es kommt halt, es kommt halt so falsch rüber, weißt du, was ich meine? Ja, aber wie gesagt, das ist dann eher ein Missverständnis oder es ist was Subjektives. Und ich will da auch gar nichts auf den Kopf werfen, aber das Ding ist, ich kann bis jetzt nicht nachvollziehen. Vielleicht habe ich eine andere Ansicht von der Community. Ich habe da vielleicht eine andere Ansicht als du, was das betrifft. Vielleicht haben wir da komplett zwei unterschiedliche Meinungen. Ich bin halt der Meinung, man sollte zumindest dann so ehrlich sein und sagen zu den Leuten, wenn ich zum Beispiel jetzt Also bin ich so ehrlich? Nein, wenn ich Geld für mein Equipment bekomme und ich bekomme, ich habe insgesamt 5.000 Euro bekommen insgesamt und ich sehe deinen Kontostand nicht, ich weiß du nicht, was du bekommen hast. Ich bitte, ich will jetzt auch gar nicht behaupten, du konntest dir da 10, 20 Setups kaufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, unsere Community Spendabel, die schenkt dir das, die schenkt dir dieses Setup daher und deshalb konnte ich menschlich nicht nachvollziehen, dieses Goal zu machen, auch wenn dein Geburtstag war, dies, das und dann, dass das Geld in den PC geht, obwohl du schon längst das Geld für den PC hast. Und das war das Ding für mich, der Auslöser, wo ich halt einen komplett anderen Blick auf dich hatte, wo ich irgendwie dann so enttäuscht war und wir gesagt haben, weißt du, das war eben dieser Zeit, wo wir gesagt haben, das können wir mit RLO nicht gemeinsam, das wollen wir nicht. Das ist ein falsches Bild für uns. Für mich hat das ein falsches Bild gemacht. Ja, das wollten wir auch so nicht. Ich darf dir auch gerne sagen, das Geld, was vom Grand RP kommt, geht komplett auch ins Haus über. Und alles, was ich aber spende, und alles, was ich spende, geht auch bei mir privat weg und da muss ich nicht unbedingt posten, was ich mache. Es gibt ja auch nur Sachen, die man privat macht. Ich habe eben gesagt, ich, das Geld vom heutigen Stream geht zu 100% in den PC, da haben sie eine Anzeige, damit ihr seht, wie viel da gerade zusammenkommt, weil es kommt wirklich krass viel zusammen. Und das war's, dass das so einen Stein ins Rollen bringt, das hätte ich ja nie gedacht. Nein, das ist ein kleiner Balken für abstempelt. Für dich vielleicht, für mich nicht, weil für mich die Community alles bedeutet. Die hat mir alles, alles gegeben, was ich... Die haben mir das hier ermöglicht, was ich auf eine angemeldete Nebentätigkeit habe. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Ja, aber genau deshalb habe ich so einen kranken Respekt davor und zutzel nicht den letzten Cent aus der Community. Das war das Ding. Aber das mache ich ja auch nicht. Aber warum... Na, aber warum... Ich kann... Es war ein reiner Informationsbalken, wie viele Donations da zusammengekommen sind. Für den PC, aber du hattest das Geld für den PC. Das war das Ding. Ich schaue mir den Stream gerne noch zehnmal an, aber ich kann mir... Ich glaube nicht, dass ich da je gebattelt... Ich habe noch nie... Nein, es geht auch nicht ums Battlen. Um Gottes Willen, nein, du battelst ja nicht. Das habe ich auch nie behauptet. Ich habe dir nur meine Meinung gesagt dazu, dass wenn du von der Community Geld gespendet bekommst in den Streams, das fürs Equipment ist und ich weiß, das waren mehrere Tausende von Euros. Das weiß ich. Ich weiß jetzt noch nicht genau die Summe. Ich rechne nicht aus und gucke dir jeden Stream nach. Ich weiß so, dass es bei dir auch relativ gut abgeht. Das ist ja... Ist offensichtlich. Es geht ab. Und wenn du das siehst, dann bekommst du halt dieses Gefühl, wenn er dann hier nochmal sitzt und dann sagt, ja, ich brauche nochmal Geld für den PC und du hast das schon längst. Das ist das Ding. Ja, aber das habe ich nie so gesagt. Das hast du nicht so gesagt, das weiß ich. Ich zeige, Leute, ich kaufe mir jetzt einen neuen PC. Wer mit mich unterstützen will, der kann das. Der kann mich unterstützen. Ja, das ist zunächst und wohl, wenn ich jetzt recht erinnere, würde das sicher erreicht, aber niemals mit dieser Absicht, wie ich es jetzt gefühlt an den Kopf geworfen werde, den ganzen Abend oder Nacht oder morgen, dass ich da wirklich probiere, Kinder auszuquetschen. Nein, es muss ja nicht bei Kinder sein. Die kompletten Donations drehe ich mir komplett ab. Nein, nein, es muss ja nicht bei Kind oder irgendwas sein. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich online gekommen bin. Ich mag nicht als Lügner dastehen. Ich habe da auch nicht gesagt, dass du Lügner bist. Bitte, um Gottes Willen. Nein. Ja, aber so kommt es mir jetzt rüber. Nein, nein, nein. Ich würde nicht rüberkommen, als würde ich den Leuten das Geld aus der Tasche zu wollen. Nein, nein, man sollte nur, darf ich dir nur eines sagen, ich sage nicht, dass du lügst, in der Hinsicht. Ich sage nur, dass für mich das halt nicht jetzt Lügen war. Du hast ja nicht gesagt, dass du noch gar nichts bekommen hast für Setup oder so und du brauchst jetzt unbedingt das Geld, weil dann, das wäre ja was anderes, ein anderes Thema. Das ist nicht das, was ich meinte. Das Ding, was ich schon die ganze Zeit versuche zu sagen ist, dass man da selber nicht mal sagt, so, jetzt habe ich das Geld, jetzt wird das, dieser PC gekauft, ich bin glücklich und bedanke mich bei meiner Community, dass ich das jetzt machen konnte. So auf die Art und Weise. Das ist ja was, es ist eine Dankbarkeit da, du bedankst dich überall. Aber genau so war es, ich habe es auf Instagram auch noch, für den fettes Danke gepostet. Ja, natürlich. Ich habe das meiste Wort, was ich benutze im Stream ist Danke und wenn ich näher am Wasser gebaut würde, ich versuchte, ich sage, in den Streams weinen vor lauter Freude. Ich werde morgen in meinem Stream, also heute, in meinem Stream nochmal genau darauf eingehen, ich werde die Community darüber aufklären. Sollte es Leute geben wie dich, die das anscheinend missverstehen, werde ich es nochmal genau darauf eingehen. Für mich ist das, Entschuldigung, was ich das sage, für mich ist das noch immer kein Missverständnis. Für mich, ich, du hast mir, ich habe immer nicht den Grund, warum. Ich habe den Grund nicht. Ich habe keinen logischen Grund. Warum ich ein Donation Goal hatte? Nein, warum du die Donations für dein Equipment, die du bekommen hast, nicht ins Equipment gesteckt hast, sondern noch mehr Donis wolltest, obwohl du das Equipment schon fünfmal kaufen hättest können. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe, ich kann verstehen, ich bemühe mich, dass ich diese Moderatorin morgen in den Stream kriege, dass ich die leisten kann. Die Moderatorin hat damit nichts zu tun. Du verstehst das komplett fast. Sie hat zu mir gesagt, Nixen, mach ein Donation Goal mal für dich, weil ich habe Donation Goal schon gehabt, für Kuala. Wenn mir, wenn mir morgen wer sagt, schau mal, ich stehe jetzt hier, jemand kommt zu mir und sagt, du, morgen ist dein Geburtstag, mach einen Stream für deinen BMW. Dann sage ich zu ihm, brauche ich nicht. Warum? Ich habe den da stehen. Ich brauche den nicht. Ich habe den ja schon gekauft. Wozu brauche ich jetzt einen Stream für einen BMW? Das ist diese, diese Logik, die versuchst du gerade mir zu erklären und ich kann sie nicht verstehen, weil du hattest dieses Setup. Fünfmal hättest du das kaufen können und du sagst mir irgendeine Moderatorin. Es war der Startschuss, es war der Startschuss für ein neues Entertainment. Was laberst du? Das stimmt doch nicht. Du hattest doch schon. Doch, ich bin vom Laptop umgestiegen auf einen Stand-PC mit zwei Bildschirmen mit einem besseren Mikrofon. Ja, ist ja alles gut und so. Was war der Startschuss? Doch, nicht der, nicht der Donation-Stream mit dem, mit dem Goal. Du hattest davor schon so viel bekommen. Ich hätte den Stream vermutlich 1000 Euro bekommen, so. So habe ich mit dem Donation-Goal 1300 Euro bekommen in dem Stream. Ja, noch extra dazu, zu denen, wo du schon fünf Setups kaufe, das können, ich, ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber das, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Das waren Tausende von Euro. Ich frage mich halt nur, wo die dann halt so hingegangen sind, wenn man, wenn man so sagt. In, in meine Miete, in, in die Abwasserrechnung, in die Stromrechnung. Miete? Du zahlst Miete? Ich zahl Miete. In mein, in Spritpreise, in Versicherungen, in das, was du auch zahlst. Ja, das stimmt, ja. Ich, ich kann nicht, ich kann ab jetzt all das, was ich plus habe, auf ein extraes Konto geben und kann das immer öffentlich machen. Nee, nee, um das, schau mal. Aber ich bin, ich bin genauso Bedürfnis wie du und wenn ich auf dem Klo, auf die Spülung, zahle ich Wasser. Ja, ich weiß, das wissen wir alle. Und wenn ich ein Donation-Goal mache mit Stromrechnung für das nächste Monat, weil die Strompreise ziehen an. Ja, das hast du, glaube ich, auch nicht. Aber dann ist es, dann wäre das genauso, ja. Ich kenne so viele Streamer, die wirklich, die so Sachen machen, wie die Geldbörse oder Juli-Geldbörse, Sparschwein für den Sommer und solche Sachen, ja. Da habe ich mir gedacht, okay, dass man sieht, so wie viele Donations da reinflattern und das bietet so, ich ziehe das Geld, Geld in Leupers Tasche und meine, das sehe ich ja voll ein. Darf ich dir kurz was sagen? Aber ich habe das zu 100% für den Gegen-PC verwendet für den Tag und das war einfach in keinster böser Absicht. Und ich verstehe nicht, wie man das, wo du auf eingeschnappt sein kann, auf dieses Donation-Goal. Das verstehe ich mir da nicht. Du verstehst die Ansicht nicht, was ich damit meine. Es ist nur ein Beispiel. Ich will mich nicht komplett darauf fixieren. Es ist nur gerade das beste Beispiel. Weißt du, was ich beim Merch-Shop kriege? Ich verlinke, der Merch-Shop rennt über Dritte. Ich kriege bei T-Shirts 0 Cent, damit die T-Shirts billiger sind. Ja, natürlich. Da kriege ich 50 Cent pro Kaffee-Tasse. Ja, ist ja gut und schön. Und der Merch-Shop ist dreimal im Jahr offen. Du, ich zweifle deinen Merch-Shop jetzt gar nicht an oder so. Ich will das auch gar nicht angreifen. Da kriege ich 2,50 Euro im Monat, wenn der Shop offen ist. Das ist mir... 10 Euro davon im Jahr. Und den muss ich noch versteuern auch noch. Also, ich möchte einfach nicht als Geldgeil so dastehen. Ich verstehe, dass du es anders verstehst, aber das ist nicht so. Nee, schau mal. Das mit dem Merch-Shop, das ist die eine Sache, das ist mir komplett egal. Das ist, runter irgendwo. Ich kann es dir noch mal sagen. Ja, die Wischliste, wo mir Leute sagen, hey, hau die Bildschirme drauf, ich will dir das spenden. Ja, das ist schön. Wenn einer dir ankündigt, ich donate dir heute 500 Euro. Ja, nee, das ist alles schön und gut. Das, äh, ich... Was ist es denn dann so, was dich so extrem an mir stört, dass ich so als Arschloch dastehe? Das hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber das, was mich halt gestört hat, das war eben das, dass ich, ähm, dass ich das eben wusste mit den, äh, Donis und dir Leute das halt wirklich... Das sieht doch jeder, ein jeder Mensch. Ja, ich weiß. Wenn die Streams in der Allöffnung ist, pass auf, pass auf, aber... Ein jeder Mensch kann das sehen, dass, mir finde ich in den Streams, ich habe noch keinen einzigen Stream rausgenommen. Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du musst es mir nicht sagen, ich weiß, jeder kann nachrechnen, wie viel das ist, ich möchte es auch gar nicht nachrechnen, ist es mir auch egal, mir kam es, mir kam es und mir kommt es halt immer noch so vor, dass das halt, ich weiß, du musst deine Sachen zahlen, ich, ich weiß es, das ist alles gut und schön, aber, ähm, irgendwo habe ich halt so meine Grenze, wo ich sage, ähm, das ist halt, das ist halt gegenüber der Community nicht gerecht und das wäre, wie ich dir gerade auch nochmal erklärt habe, dass ich das Zehnfache oder was auch immer von dem schon längst hätte holen können, so ein Rechner, so ein Gaming-Rechner, ich, wie gesagt, es ist auch meine Community, sie ist sehr spendabel, ähm, die haben, die hätten dir das schon lang ermöglicht und das halt nochmal mit diesem Anpumpen, äh, es ist Geburtstag, nochmal 1300 mehr dazu, so, obwohl, ähm, das Maß voll ist. Nein, es war nicht 1300 Euro mehr, um Gottes Willen, das nicht, es war ein 300 Euro mehr, aber wurscht. Nein, aber schau mal, es ist, es ist nur dieses, dieses, ähm, man, man bekommt. Es war für mich eine Transparenz und nicht um Geld. Nein, nein, bitte. Oben sieht man so viel, um das geht's doch nicht. Das soll ja so sein, um das geht's ja nicht. Und am Schluss hat sich die Community gefreut, weil wie dieses Donation Gold voll war, hat es einen Gaming-PC gezeigt und alle haben sich gefreut. Das ist ja ein Miteinander-Freund und ich probiere den Leuten echt ein Lächeln auf die, auf die Lippen zu zaubern durch meine Streams, genauso wie du ja auch. Nein, aber es ist, schau mal, es ist nur so, wenn du, wenn du von deiner Community etwas geschenkt bekommst und ich, ich, ich habe deine Streams gesehen, du hast davor schon gesagt, die Dronis werden in das Equipment gesteckt, das weiß ich. Das war schon lange, darf ich nochmal wiederholen, lange bevor du diesen einen Stream gemacht hast mit, äh, dem PC-Goal. Das war lange davor. Und da ist halt die Sache, ich, ich möchte es dir auch nicht vorwerfen, das sind, wie gesagt, tausende von Euros geflossen für dich, für das Equipment. Aber ich kann gar nicht 100% von meinem Geld in die Domation stecken. Das geht gar nicht. Nein, das geht auch nicht. Du musst Steuern und alles abziehen. Ich weiß. Nein, nicht deswegen. Aber ich habe mit einem Laptop angefangen, ich hätte mir über den Laptop 20.000 LED-Glügeln als Effekte daneben machen können. Was hätte ich am Laptop noch verbessern sollen? Du hattest damals Equipment, du wolltest dir immer einen richtigen Gaming-Rechner kaufen, das war ja dein Ziel, ins Equipment stecken, das Geld. Das war lange, lange Zeit nicht mein Ziel, weil ich von drei verschiedenen Orten aus gestreamt habe. Und ich habe gesagt, ich bin angewiesen auf ein Laptop. Also mir hast du damals erzählt, du wolltest einen fetten Gaming-Laptop dir mal kaufen. Genau deshalb. Und dir kostet noch ein paar Teile. Ich habe gesagt, wenn ich mal wo sesshaft werde, dann kaufe ich mir einen Stand-PC. Und das ist eingetreten. Und das war der Startschuss damals. Mit diesem Stream. Bitte hätt ich da nichts drauf auf, dass ich irgendwie Geld beim Geil bin oder sonst irgendwas. Das verletzt mich nämlich so tief, weil das ist nicht so. Und ich würde nicht mit dir jetzt schon drei Stunden diskutieren, wenn ich nicht wollen würde, dass du glaubst, ich bin da kein Lügner. Ich will dich nicht. Aber sonst irgendwas. Ich will dich da so nicht darstellen. Ich will, dass du das checkst als mein ehemaliger Freund. Schau mal, ich kann es halt, vielleicht bin ich einfach eine andere Art Mensch. Ich kann es dir, wie gesagt, am besten Willen, kann ich mir keine logische Erklärung dafür ausdenken. Das ist das Ding. Und das ist das, wo ich mir so denke, vielleicht habe ich recht, vielleicht habe ich unterbekommen. Ich weiß nicht, was dein Ziel ist. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist es unterbewusst. Ich weiß es nicht. Für mich hat es halt genau diesen Eindruck gemacht. War ja nicht nur das, es waren ja auch diese anderen Dinge, wo du, vielleicht habe ich die falsch geduldet. Ich weiß nicht. Aber ich möchte dich jetzt auch gar nicht als Geldgeil oder sowas bezeichnen. Ich habe halt nur gesagt, so, dass man vielleicht so ein bisschen, ich will es nicht falsch ausdrücken, das ist sonst... Für dich war der Schlussstrich, dass du, oder ihr gesagt hat, es passt, es ist in einer Art und Weise Geldgeil. Und für mich war es einfach der Schlussstrich, dass ich gesagt habe, die entziehen mir jetzt als Freund in Streaming-Lizenz. Das ist für mich der Schlussstrich, dann war... Das Kapitel ist für mich geschlossen. Das Ding war halt auch, das... Das ist mein Schlussstrich. RLO war ja in der Hinsicht auch so eine Art Sprungbrett für dich, muss man auch sagen. Und... Weil ich mit RLO angefangen habe, mit RPE. Natürlich, ja, ich weiß, aber schau mal. Ich habe lange Zeit mit dir zusammengezockt, ohne irgendein... Du weißt doch, warum ich angefangen habe. Ich wurde im Dienst verletzt und mir war so stinkt langweilig daheim. Und ich habe immer nur Polizei-RP gemacht, nie was anderes. Weil ich das Polizeiberuf so liebe, das könnte man doch auch gut vermarkten und den Leuten zeigen, echter Polizist schlingt GTA-RP-Polizist. Das war der Grund, warum ich angefangen habe. Ich hatte niemals Geld im Hintergrund, im Hintergedanken. Es war immer... Es war die Langeweile zu Hause mit einem gebrochenen... mit einem gebrochenen Hand, warum ich angefangen habe. Du musst ehrlich sagen, wo ich angefangen habe? Lange, lange Zeit davor habe ich mit dir gezockt, mit diesen Skripten, Skriptet-RP, wo es noch keine Whitelist gab. Ja, aber das Ding ist halt dieses, was du jetzt meinst... Bedenk doch bitte mal das, was vorher passiert ist und nicht diese... Nein, nein, das... Schau mal, du sagst... Wirst du geblendet von irgendwas? Ich bin von nichts geblendet, von gar nichts. Ich habe nur Sachen gesehen und habe mir dazu meine Meinung gebildet. Das war alles. Und ich habe... Bis heute verstehe ich es nicht. Auch nach dem Gespräch hier verstehe ich es nicht. Und ich glaube auch, du verstehst mich nicht. Weil ich merke, wenn ich mit dir drüber rede, dann kommst du auf ganz andere Themen, die damit gar nichts zu tun haben in Verbindung. Da ist keine Verbindung dran an dem Thema. Sobald ich wieder mit diesem Thema komme, mit warum, dann kommst du mit etwas und das macht für mich keinen Sinn. Es... Es ist halt... Es hat halt keine Logik. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube deshalb, du verstehst mich nicht und ich verstehe vielleicht dich nicht. Was du mir sagen möchtest und was ich dir sagen möchte. Was meint der Chat gerade mit echten Polizisten? Das checke ich nicht. Achso, echte Polizisten. Ja, das ist... Ist ein Insider. Achso, okay, gut. Check ich nicht. Weil er auf AX wirklich angefangen hat mit nur echten Polizisten damals. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, Insider, check. Verstanden. Ja. Nee, ist halt... Ähm... Wie gesagt, also ich glaube, wir reden da so ein bisschen dran vorbei an der ganzen Sache so, weil... Wie gesagt, wenn ich auf das Thema komme, ich werde dadurch auch nicht klüger. Ich verstehe nicht, was du genau damit umsetzen wolltest. Ähm... Weißt du, was das Ding nur war? Das Ding ist, ich möchte halt irgendwie das Ganze, dass das, ähm... Also ich bin so ein Typ, ich schütze so die Community so ein bisschen. So habe ich das Gefühl gehabt, so dieses, ich soll das vielleicht mal sagen, das mal anreden, wie ich das fühle. Und... Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das nach über einem Jahr rauskommt, oder... Nee, das war jetzt... Ich habe das Thema gegessen, ja. Für mich auch, für mich war es gegessen, das Ding war nur, ich habe... Ich werde morgen bei mir auch nochmal ansprechen im Stream und werde neu erklären, es ist nicht so. Es sollte das Gefühl irgendwo rübergekommen sein, es ist nicht so. Und ich werde mich bemühen, dass ich irgendwie noch mehr Transparenz reinbringe. Es hat nichts mit Transparenz zu tun. Ja, ich will aber, dass die Leute wissen, was mit dem Geld passiert, ja. Ich... Nee, nee, da... Worst-Case-Szenario ist, dass ich mit dem Steuerberater zukommen lasse, ich kann dann alles schicken und das Finanz... Ich habe dir erzählt, ich hatte letztes Jahr drei Geldwäsche-Überprüfungen. Habe ich nicht bekommen, warum hast du die bekommen? Habe ich bekommen, weil die Donations von... ich habe mein Ein-Konto, ja, das ist zwischen zehn Team, ich habe ein Konto, weil mein Steuerberater sagt, ich brauche kein eigenes Konto für Tipee Stream und Superjet. Deswegen habe ich das auf einem Konto, weil es ist ein Gehaltskonto von der Polizei und ich musste so ein bisschen auseinanderdividieren, aber das macht nichts. Also vielleicht, weißt du was, ich glaube in Geldwäsche, weil vielleicht Kopp und dann direkt bestechlich oder so, man weiß es nicht. Nein, 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 es war, weil ich die Rechnungen bekommen habe aus Irland von Google und von Niederlanden Tipee Stream. Und da musste ich mich rechtfertigen, dreimal musste ich mich mit großen, jede einzelne Tipee Stream-Einnahme musste ich mich rechtfertigen, wo die kommt her, wie ist es her und dann muss man halt die Streams raussuchen, die Donations, dass man Tipee Stream Unterlagen schicken, Superjet Unterlagen schicken, bla bla bla. Ich habe dann halt den Steuerberater scheiße gebaut. Darf ich dir das kurz erklären, warum? Weil du musst, wenn du sowas machst, musst du jede einzelne Donation von Tipee Stream zur Zusammenfassung, die musst du dem Steuerberater zusenden. Das mache ich auch so. Weißt, das habe ich ja vorher gesagt, das ist ja im Tipee Stream dieser eine Button, wo du das alles raussuchen kannst und da steht ja nicht jede einzelne Donation, sondern da wird ja das zusammengefasst. Und zwar in, wenn ich mich ganz täusche, jetzt in Monatsbeträge oder so und dann kommen aber die Tipee Stream Donations in so Tröpfchenweise, wie du vielleicht weißt. Das ist aber dann Paypal und die Paypal Sachen musst du dann auch einzeln machen. Das, was bei Tipee Stream ist, das läuft ja wirklich über Tipee Stream. Das musst du nicht nachweisen. Das ist Tipee Stream Sache. Da, aber das, was du meinst, das ist wahrscheinlich Paypal jede einzelne Donation. Nein, nein, es war Tipee Stream, es war, das waren die Google Dings und das war drei Mal habe ich mich für dasselbe rechtfertigen müssen, bis ich dann wirklich geschehen habe, wenn ihr gewisse andere Leute in höheren Positionen auch so kontrollieren würdet für mich, und ich nenne jetzt keinen Namen, weil das war wirklich eine Hochschädigung, dann wäre ich ein zufrieden österreichischer Bürger und dann kam nie wieder was von der Bank, wenn sie vom Finanzamt. also das meine ich mit die Transparenz. Ich werde, weil ich möchte nicht, dass Leute irgendwas über mich glauben, was jetzt stimmt. Ich muss mich dazu nochmal morgen in meinem Stream nochmal äußern, kurz, dass das Ganze transparent ist. Das musst du doch gar nicht. Und so weiter. Aber ich habe das Bedürfnis, so wie du jetzt das Bedürfnis gabst, du musst das sagen, was mit Nixen passiert ist. Nein, aber, schau mal. Habe ich jetzt das Gefühl, ich muss meiner Community, weil ich habe auch eine Community und ich habe eine neue Community, die dich gar nicht kennen und die kommen jetzt über Twitch, die kommen über Radio Not und durch die ganzen anderen Spiele, die ich spiele. Die haben keine Ahnung, was da gerade auf meinem Discord rausgegangen ist. Ich muss denen das morgen sagen, hey, da ist das und das vorgefallen. Weißt du, was ich meine? Ich muss leider Gottes ein Statement abgeben, wo ich den Leuten genau sage, so läuft das ab, so war das und so wird es weitergehen. Ja, aber pass auf, ich sage es mir nur, was ist, du musst niemandem etwas beweisen, wo das Geld hinfließt, das musst du auch mir nicht, das musst du keinem beweisen. Das ist auch scheißegal. Aber du hast ja gerade eben gesagt, ich könnte mir zehn Streaming Equipments kaufen. Nein, das war jetzt nur ein Beispiel, ich möchte mich gar, ich habe gesagt, ich will mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nur du kannst dir einzelne zusammenrechnen und dann siehst du es halt im Stream, was dir die Leute geben. Das Ding ist halt, für mich sah das so aus, die Leute geben dir, die Hand ist voll, aber du bist ja noch voller. Das war das, was ich gesehen habe und da musst du mir, pass auf, da musst du auch nichts nachweisen. Und ich weiß nicht, dass ich das trotzdem, wenn jemand nur so einen Gedanken kriegt. Nein, aber so kann es rüber, weil, das tut mir so weh, weil, das ist, weißt du, was mich aufregt, wenn ein Montana Black, der 500 Euro Tonete kriegt und das war live, weil, das habe ich zufällig beim Essen gesehen, der kriegt 500 Euro Tonete und weiß, was er sagt? Danke, Digi. Nein, hättest nicht mehr sein können, Digi. Das ist aber, das ist aber auch, man muss sagen, Monte ist, ähm, eigener, na, Monte musst du auch, bitte, das ist, das ist ein bisschen anders, Monte ist ein Typ, müsst ihr euch vorstellen, eine Art Typ, der hat zum einen so viel Geld, Richtig, der ist schon so groß, der hat den Bezug, der hat den Bezug so ein bisschen verloren, aber man muss sagen, Monte ist auch vom Humor her, so ein Typ, der meint das, der meint das nicht ernst, wenn er das sagt. Die Leute feiern das einfach, das ist sein Humor. Und das, ich bin das Gegenparton, ich sage ja selber, ich bin das Gegenparton von, von einem, ein Montana Black, ja, das ist jetzt, ja, du sagst, es ist halt so, aber ich will zum Beispiel, Montana Black ist halt, schau mal, jeder macht scheiße, schon mal, Montana Black hat auch scheiße gebaut, der hat zum Beispiel NFTs beworben, die Scam waren und so weiter, hat sein Geld mitgenommen und keiner redet mehr heute drüber. Großer Betrugsache, ich weiß ja. Ja, genau als Beispiel und keiner redet mehr heute drüber. Aber das sagt, muss ich auch sagen, deswegen ist mir die Transparenz so wichtig. Nein, aber du, schau mal, du musst keinem was beweisen, bitte tu das nicht, du musst nicht sagen, du machst, du machst so viel Wohlfältige Sachen. Auch das, was du gesagt hast, jetzt mit, was, was vor allem Stream, habe ich jetzt so stark das Bedürfnis, dass ich sage, hey, Kurt, es ist nicht so. Ich, ich mache das nicht deswegen. Ich, ich tue das nicht. Das, ich will, ich will nicht, dass die Community das glaubt. Ich würde gerne, dass du mir das glaubst. Es geht nur darum, dass ich es halt gerne verstehen würde. Glauben ist die eine Sache, es geht nur ums Verstehen, dass ich dieses, dieses, ich habe das, ich habe das, also ich, wie gesagt, wir reden da jetzt um heißen Brei, aber ich habe das bis heute nicht verstanden. Und das war das Ding, was, weil, weil egal, was du mir sagst, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich vielleicht, ich bin vielleicht ein anderer Typ Mensch, weißt du? Garantiert, das ist so, das ist so. Und wenn wir uns jetzt über Religion, Politik oder Geld unterhalten würden, gäbe es genug Themen, wo man nicht auf einen Sitzel und Zwei kommt. Ich, ich muss nur was sagen, ich kenne auch eine Sache, die aber richtig krass privat ist, die kann ich jetzt auch hier nicht sagen, das will ich ja auch gar nicht sagen. Aber das hat auch so ein bisschen das nochmal verstärkt, was ich gedacht habe. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du, was du sagen willst, aber das hätte ich gern, dass du nicht sagst. Ne, das sage ich auch nicht, das habe ich auch, habe ich auch nicht vor zu sagen, aber hallo. Das ist, das Wohnort des Willi hätte ich das, nein, 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 du, das ist, das sind private Sachen, die haben hier auch nichts zu suchen, habe ich auch gesagt, wenn es so privat ist, dass es wirklich schon, wie ganz Persönliche geht, das, was wir jetzt machen, ist Stream, gell, dies, das, das ist, das ist was, das ist nichts Persönliches, das ist gut, vielleicht. Ich weiß, was du sagen willst. ich glaube, du weißt, ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das ist eine Sache, doch, doch, das war bei dem, was ich mit Ando gesprochen habe, während du in Wien warst woanders. Da bin ich mit Ando und Shandu und noch mit anderen zusammen, wir waren mal Eis essen in Wien. Da habe ich ihnen was gezeigt, was mich gefreut hat. Und das ging es nicht. Habe ich, nicht? Okay, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, darf ich das als Choke zitieren? Darf ich das als Choke zitieren? Ja. YouTube Money? Meinst du das? Du hast es nämlich als Choke zitiert, aber wir wussten, dass es natürlich nicht real ist. Das war ein Choke von dir. Ich weiß es gar nicht. YouTube Money, ja, aber das habe ich als Choke, das tue ich dir nicht nachtragen. Das ist ein Choke gewesen von dir, von deiner Seite aus. Das hat nichts damit zu tun. Ich habe, ich habe dem Eindruck damals was gezeigt, was ich mir gekauft habe, wo ich sehr stolz drauf bin. Aber das ging es nicht. Und was enorm mit Schulden verbunden ist, enorm, und deswegen, deswegen, das war schon lange, Jahre, bevor ich zum Streamen angefangen habe, habe ich diesen, diese Schulden, auf gut Deutsch, ja, es sind Schulden. und deswegen mir gedacht, dass du das jetzt sagen willst. Nee, das wollte ich nicht sagen. Das waren Sachen, die sind lange, Jahre, das hat angefangen schon 2015, dass ich da in Schulden gegangen bin, und ich habe mich einfach gefreut und habe das dem Andu damals als Freund gezeigt, dass ich mir das gekauft habe. Nein, um das geht es nicht, um Gottes Willen. Das ist was ganz anderes, das ist was wirklich Persönliches. Das hat nichts mit irgendwas zu tun, was du dir irgendwann mal geholt hast. Ich habe schon so viel Blödsinn gesprochen, ich kann mir das nicht in jeden Fall sagen. Nein, 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 es geht um was ganz, ganz anderes. Ich habe schon mal wie Money Boy gesprochen, das kann leicht sein. Das kann leicht sein. Nein, nein, nein. Das kann schon mal sein. Ich weiß nicht, ich kann da vielleicht wieder mit dir privat drüber reden oder so, aber da war so eine Sache, da bin ich dann echt halbwert ausgerutscht und mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ich sage viel Blödsinn, das kann schon sein, dass ich da mal was gesagt habe. Ja, aber das hast du aber, es ist mir nur so unangenehm, weißt du, warum mir das so unangenehm ist? Dass das halt, du hast es auch komplett ernst erzählt. Ich weiß halt, dass es ernst gemeint war, weil es ernst von dir kam. Sag es mir nach dem Stream. Ich sage es mir nach dem Stream. Ich habe dir so viele private Sachen erzählt, ich kann mich nicht daran erinnern, was das sein soll. Wie gesagt, du musst bitte du nichts offenlegen, kein gar nichts, damit machst du dich auch nur angreifbar, muss ich sagen. Nein, nein, nein. Ich bin nicht dazu verpflichtet oder sonst was. Ich sage dir nur, ich finde das toll mit den Donis für Tierheim und so weiter. Das ist ja alles gut und schön. Es ging rein, es ging mir jetzt auch eher weniger um das Geld. Das ist mir scheißegal. Ich gönne dir jeden Cent, wirklich ist mir scheißegal. Es geht nur um die Community und das war mir so krass wichtig, dass ich weiß, dass unsere Community, weil wir uns die schon geteilt haben, damals haben wir uns die geteilt, heute auch noch teilweise, wie man sieht, und dann, dass da halt alles gut läuft. Ich möchte nicht, dass meine Community dann da so ausnehmen und da hatte ich immer dieses Gefühl, wegen diesem Stream eben mit diesem Doni-Goal und dann mit... Nein, ich bitte dich, hänge dich nicht auf dem auf. Bis heute, wenn die Leute bei mir beim Stream sind, ich habe Anfang vom Stream sagen wir 600 Zuschauer. Ich weiß nicht, das ist für meine Größe enorm. Wenn du zum Streamen anfängst, eine Stunde später, habe ich 200 Zuschauer, weil die Leute schreibt, ich gehe jetzt zu züren. Habe ich jemals schon gesagt, oder hat einer von deinen Spitzen jemals schon gesagt, hey, da hat Nixon gesagt, viel Spaß bei Kurt, ich glaube nicht, dass er das schon mal gesagt hat. Oder habe ich jemals schon gegen RLO gehustet, indem ich für die Center der Hilfe in RLO gegangen bin, wo ich mich auch gekränkt habe? Nein, habe ich nicht. Ich habe nie irgendwo böses Blut oder sonst irgendwas geschaffen, weil mir gedacht, nein, deswegen mache ich das nicht. Sicher, ich bin kein Streamer, der sich durch Beef oder durch, ich sage es ganz ehrlich, wie ein Umut Abi, sich durch Hate zu Klicks oder zu Ablust. Nee, aber, ey, bitte nicht, sonst kommt wieder Umut Abi und macht wieder einen Distract gegen mich, bitte nicht. Der kriegt das ja zugeschickt, irgendwie. Wobei ich aber sagen muss, der Refrain war schon ein Ohrwurm. Ja, der war super. Weißt du, was du sagen musst, Umut Abi, der hat sich gebessert, der macht jetzt wieder Fortnite. Immerhin macht er was Gescheites jetzt Umut Abi. Immerhin. Umut Abi ist nicht dumm, es war für ihn eine Verkaufsmasche oder eine Marketing- Ich kann's, er ist große YouTuber oder Twitcher und holt sich so auch seine Klicks. Natürlich. Nee, aber ich kann, ich habe mit Umut aber auch so privat geredet, ich kann den bis heute nicht einschätzen, muss ich ehrlich sagen und da war ich auch im Verzweifel mit ihm so ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er ist innerlich, innerlich ist er echt ein, ich glaube innerlich ist er echt ein Netter und der hat halt auch so ein bisschen seine Problemchen, aber der ist innerlich so ein richtig Netter und der hat sich jetzt auch wieder gefangen, so weißt du. Und nee, der, also ich weiß auch nicht, ich weiß bis heute, da kann ich es nicht nachvollziehen, ob es ernst war oder nicht ernst, weil wenn ich mit ihm im Call war, war er immer ganz lieb und nett und so und dann nach dem Call einen Tag später kam der Das musst du dir mal antun, bevor ich mir gedacht habe, das musst du dir mal antun, dass du jemanden so sehr hast, dass du sowas machst und klar habe ich mir gedacht, er hasst dich gar nicht so. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, der ist, das war nicht Marketing, ich weiß es nicht, er wollte, doch er wollte schon irgendwie aufsteigen, aber er war so an sich eine nette Person, mit der du trotzdem reden konntest, er war wirklich so netter. So ein bisschen, weißt du, so ein bisschen wie C-Max, der hat auch so scheiße geworden. 30 Sekunden, der Freddy schreit ganz, ganz fürchterlich, ich bin gleich wieder nach 30 Sekunden. Alles klar. Jetzt geht der Stream aber auch schon wieder 8 Stunden dran, so ist das ein neuer Rekord. Ach scheiße, es ist 3.54 Uhr, holy shit, der muss 3000 Zuschauer sich den Schmann hier gönnen? Wirklich? Ja gut, es gibt viel zu diskutieren hier drin. Bald kommt ein Bild-Video-Beef mit anderen Streamer kommen. Nee, aber ganz ehrlich Leute, ich habe keinen Bock auf Beef, ich bin ehrlich, ich finde es schön, dass wir das jetzt wenigstens so klären, wisst ihr? Ich habe, ich will nicht, dass sich Leute gegenseitig hassen und dass es dann Beefy-Beefy zwischen zwei Communities gibt oder so. Deshalb auch ganz gechillt ist es immer schön, wenn sich die Leute von den Communities nicht gegenseitig beleidigen oder so, weißt du? Und ich finde es gerade schön, wenn man hier so ein bisschen reden kann, ist mal was anderes. Bitte vertragt euch einfach. Hat doch nichts mit Vertragen zu tun, das was wir haben, sind einfach andere Ansichten und und andere Vorstellungen vielleicht und vielleicht, wir sind halt komplett unterschiedliche Menschen vielleicht. Es gibt halt so Sachen, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Also wie gesagt, ich kann das null nachvollziehen, was er, was er gemacht hat. Er wiederum kann es nachvollziehen, ich nicht, ich kann ihm nicht folgen. Das ist wie, wenn wir zwei unterschiedliche Sprachen sprechen und ich habe die nicht gelernt. Ich kann das, ich verstehe es nicht. Maybe 12 Stunden Streamer, das wäre es. Also wer, Leute, wer von euch gibt sich das jetzt bitte? Alter, diese 500 Euro Doni, die hat mich vorhin echt auseinandergenommen hier. Aber I, X, Akami, ich kuss, Kuss geht nochmal wirklich raus an dich. Wirklich, da geht nochmal ein fetter Kuss raus. Vor allem, dass du nichts dazu geschrieben hast und da kamen die einfach so richtig random rein. Einfach aus dem Nichts. Zurück, das glaubst du, Neni, was gerade passiert ist? Nein. Mein lieber Fredi hat ein Katzenklo, was in sich geschlossen ist. Das ist eine Box, wo er reingehen muss, was er, was er pinkelt oder kackt. Er hat es geschafft, dadurch, dass er es immer gegen die Tür kratzt, hat sich die Tür ausgehängt und er hat sich selbst im Katzenklo eingesperrt. Ja. Nice. Kann man sich nicht ausdenken. Darf ich kurz pushen? Zurück, ich habe mir dieses vollautomatische Katzenklo gekauft, das ich immer gesendet habe. Das hast du mir von, ach so, ja, ja. Kauf dir das. Glaub mir, du wirst es lieben. Ich fürchte mich, dass die Scheiße in diesen Rillen hängen bleibt, dann. Nein, 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 das ist nicht das mit dem Rillen, nein, das ist nicht das mit dem Rillen, was du glaubst. Das ist das, das sich dreht? Ja. Okay, na, ich bin ein großer Fan von nehmen und wegwerfen. Ich meine, du musst es am Ende des Tages eh wegwerfen, aber es ist, es ist so angenehm, du musst nicht mehr jeden Tag die Scheiße eins und drausen. Ich hole die tägliche Dose zweimal. Äh, vor allem weißt du, was das Gute an dem Katzenklo ist? Die Katze hat immer ein sauberes Klo. Sobald die Katze einmal reinscheißt, ist sie ja eigentlich wieder dreckig. Und das Klo macht es jedes Mal nach dem Reinscheißen und reinpissen wieder sauber. Und das ist das Schöne fürs Katzenwollbefinden. Praktisch, ja. Na, es ist wirklich für die Katze super, weil, äh, unsere eine Katze, sobald ein kleines Stück Kote drin war, wollte er nicht mehr scheißen und hat da irgendwo daneben geschissen. Da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Und, da gehen wir dieses Gerät haben, geht er jetzt immer da rein kacken und das ist halt echt, das ist wirklich super. Das ist die beste Erfindung ever für Katzen. Also, es gibt nichts besseres, das ist ein vollautomatisches Katzenklo. Aber nicht das mit den Rillen, sondern wirklich das, was sich dreht. Hau ihm auf die Wishlist. Der war gut. Aber schau mal, dann passt es doch mal zu Fredi's Wishlist. Dann hast du ja nicht mal was, das wirklich Fredi, äh, passt. Weil, mit der Grafikkarte. Fredi, Fredi hat schon, Fredi, Fredi liebt Grafikkarten. Ja, Fredi liebt Grafikkarten, wie das Gefühl. Weil, da hast du wirklich mal was, was gescheites für eine Katze. Dann freut er sich mal wirklich drüber. Es war ja zum Großteil eine Fredi's Wishlist mal mit, echt mit allem Grund dran, aber, äh, bei allem Respekt, äh, er braucht keine goldene Käfig. Ja. Weißt du was, ihm geht's prächtig, so wie es ja gesagt. Naja, du verlässt bald die Stimme. Also, es ist viel mit der Früh, ach du Scheiße. Ja, ich stream auch schon seit, 8 Stunden, 27, jetzt ist ein ziemlich langer Stream gewesen. Boah, ey, ich hab so keinen Bock, wenn dann diese ganzen Diskussionen auf TikTok hochgeladen sind, 100%ig, wette ich was mit dir. Aber jetzt ist es zu spät. ich, ich muss mein, mein Discord wieder aufmachen, glaube ich. War der zu? Na, ich hab ein, so ein was reingeschrieben, reingestellt, dass man nicht ständig reinschreiben kann. Time-Limitierung. Nachdem jemand geschrieben hat, ich, ich werde dich vernichten. Habe ich das nicht gesehen? Ich hab eh gesagt, du bist, äh, ich hab, ich hab keinerlei Bock drauf, dass zwischen uns oder Communities jetzt ein Beef entsteht oder so. Nein. Ich möchte gar nicht haten oder irgendwas, ich bin damit komplett zufrieden. Eiligen wir uns drauf, dass wir uns uneinig sind, aber man muss nicht immer, äh, nicht einig sein, weil wenn alle Menschen gleich wären, dann wär's, wär's ekelhaft. Es ist nur so, ich werd das höchstwahrscheinlich niemals verstehen können, so, vielleicht, weißt, vielleicht, musst du nicht, musst du nicht. Vielleicht kannst du von meiner Sicht so ein bisschen nachvollziehen, was ich gemeint habe, ähm, wie es halt rüberkommt. Vielleicht ist es auch falsch. Ich verstehe Ansätze, aber ich verstehe nicht alles, ja, aber einigen wir uns auf die Uneinigkeit, dass wir wenigstens einmal einig sind. Auf die Uneinigkeit. Der grüne Zweig, der fehlt. Richtig, muss man nicht sein, macht nix. Aber mir war es wichtig, dass es jetzt auch jetzt besprochen wird, weil sonst hätte ich nicht schlafen können. Okay, ja, verständlich. Ich hoffe, du musst bei mir nicht so aufstehen. Nein. Nein, ich glaube nicht. Immerhin. Ähm, ja, wie gesagt, mit der Transparenz und so hin und her, das musst du nicht oder so, ich will dich auch zu nichts zwingen oder sowas. Ich überleg's mal. Na, Alter, mach's doch sowas. Vielleicht rube ich morgen einen Steuerberater und frage nochmal, der hat eh morgen. Ja, ganz ehrlich, wie willst du das so offenlegen, wie willst du das zeigen, ja, das und das und dahin und das. Weißt du, so war das ja nicht mal gemeint an dich. Das war, eine ganz, also, ich glaube, du denkst immer so, dieses Geld geil anschneiden und das wollte ich gar nicht so krass anschneiden. Es ging viel, viel eher darum, dass mit dieser Community, dass man das so, so ausgenutzt hat. Jetzt nicht wegen dem Geld an sich, sondern, ich weiß nicht, das war halt so, keine Ahnung. Ja, du musst es nicht verstehen, so wie ich viele Sachen nicht verstehe. Ich will dir auch nicht, nicht jetzt irgendwas vorwerfen, so Geld, irgendetwas. Tut mir leid, falls ich es nicht mal so genannt habe. Ich wollte nur in dem Augenblick mich, und auch meine Community beschützen, weil es einfach, wenn es das übergeht, mit Hasskommentaren. Und das Letzte, was ich mache, ist, dass ich dann meine YouTube-Videos, die Kommentare deaktivieren muss, weil so viel Hass kommt. Weil ich sieht einzig, wenn du mir jetzt sagst, Nixon ist ein Arschloch, weil der, keine Ahnung, mir fällt gar nichts so Schlimmes ein. Dass ich irgendwas wirklich Schreckliches getan habe, dass ich Geld abzweige, und ich verzock das im Casino, obwohl es eigentlich bis zu dir wäre. Ja, aber schon mal, so was, das Ding ist ja, du hast das auch nicht nötig unbedingt so, dir geht es ja gut. Das ist ja alles im Leben so. Ja, aber ich weiß aus persönlicher Erfahrung im Familienkreis bekannt gehabt, dass es sehr schnell zu Ende sein kann mit sowas. Aber das, ich will... Ja, aber überleg mal, es gibt Leute, denen geht es wirklich beschissen da draußen. Ja, absolut. Und wenn du das mal vergleichst mit dir, weil, hallo, das ist, du hast einen... Richtig, ja, absolut. Mir geht es nicht schlecht. Absolut, ja, du bist wirklich... Ich habe es auch nie behauptet, dass es mir schlecht geht. Das habe ich nie gesagt. Aber, ja, lassen wir es einfach. Es ist, ist gegessen, fertig. Ich ziehe einen neuen Schlussstrich. Ich bleibe dabei, wenn man mich darauf anspricht, was war mit Kurt, was war mit RLO, dann verweise ich auf diesen Stream hier und sage, damit alles besprochen. Schaut es euch an. Ja, wer sich das anschauen will, dann viel Spaß, das nachzugucken. Ja. Im Endeffekt, ich will, dass das so geklärt ist und, also, ich möchte dir auch nichts auf den Kopf werfen oder so, aber, du musst halt, du musst halt diesen Standpunkt halt sehen, wenn du so eine Reichweite dann so aufgebaut hast, dann so übererritt, oder war das halt da noch mit diesem, dass du dieses, was mit dem Server da gemacht hast, wo, wo ich halt gedacht habe, so why, so, es gibt so viele Server. Keinster böse Absicht, zu keinem Zeitung, sonst hätte ich mich nicht so bemüht, dass es da zu einer, zu einem friedlichen Zusammenkommen kommt, zu keinem, und wenn ich, wenn dieser Typ dann auch immer drauf gewesen wäre, hätte ich gesagt, nein, es seht mich nicht. Ja, und ich habe, ich habe, ich habe kein böses Blut mehr mit denen, es ist alles erledigt, so. Ich bin wirklich mit Freunden mitgegangen, ja, ich bin mit einem Kuki, mit einem Stahlmann, mit einem Rico, die ich auch schon von der Polizei so gekannt habe, von RLO mitgegangen dann. Es war einfach ein, man folgte dann irgendwie den Freunden, ja, und es war aber nie in irgendeiner Art und Weise bösartig, das, mir soll die linke Hand abfahren, wenn das bösartig war, zu keinem Zeitpunkt. Also, keine böse Absicht, ich habe einfach nur einen Army-RP-Server gesucht, der ähnlich ist wie RLO, und, auch wenn du es nicht hören willst, ich habe ihn gefunden, ich bin sehr glücklich auf Counter-Seite, und ich harmoniere sehr gut mit der Projektleitung. Ja, stimmt, jetzt bin ich aber auch nur senden, warte mal, den einen. Das habe ich vergessen, dir zu senden mit dem, äh, das besser ist, hallo, warte mal. Jetzt kann ich dir senden. Achso, von, 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 von der RLO von mir, okay. Ja, ja, das, das wolltest du, weil du es gesagt hast, da habe ich nämlich auch, da bin ich richtig reingequitscht, als ich das gelesen habe, so, und, äh, wir sind immer so Leute, wir schießen nie gegen, ähm, andere Server, das machen wir nicht. Mod, das halt gemacht hat, so richtig gegen uns geschossen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das macht. Ja, 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 Jolly, Jolly, ja, 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 ja. Oh, nee. Relativ aus. Äh, bitte lassen wir es zukommen, und ich werde, den Screen habe ich gemacht. Ein ernsthaftes Wörtchen reden. Glock 17 ist besser als RLO. Was ist denn das für ein Kontext? Wie kommt man auf Glock 17? Es wäre wo. Nee, nee, nee. Der, der hieß so da oben, guck mal, Synth Glock 17, so hieß der Typ, und den hat er angedings. Ach, das ist ein Name? Das ist ein Name, ja. Und er fragt, ist das RLO, und er schreibt, nee, ist besser als RLO, da bin ich richtig weggecringed. Okay, ich habe gedacht, das muss halt nicht sein, so. Ich muss absolut nicht sein, ich kenne den, das ist kein richtiger Mod von mir, das ist ein Arbeitskollege von mir, ich werde mit ihm reden. Noch besser. Dass das nicht so sein soll, also es ist in dem Sinne Mod, es ist einfach einer, den ich markiert habe, mit diesem Blau-Sein, damit ich im Chat besser sehen kann. Deswegen war das, ich entschuldige mich dafür, dass er das geschrieben hat. Nee, ich sage nur, weil, das ist immer so dieses Gegenschießen, was ich ja so ein Auni so geil finde, weil, wir machen das auch nicht, dass wir sagen, ja hier, County Side, Scheißserver, RLO ist da besser, weil wenn wer fragt, wie findest du County Side, sage ich, keine Ahnung, aber RLO ist auf jeden Fall besser, so das machen wir halt nicht. Das ist halt, also Kindergarten, weil so entstehen dann wieder Leute, dann sehen das wie die Leute, dann sagen sie, ach guck, der schießt dagegen, oder hinher, und auf das habe ich auch keinen Bock. Ja richtig, und ich glaube, weder du noch ich haben aus dem Grund zu streamen angefangen, dass wir uns mit Hate, oder mit Beef, Klicks verschaffen müssen, dass, du hast deine Community erschaffen, mit deinem Ding, und der Respekt, dass du das geschafft hast, das so zu machen, ich habe meine Community irgendwie an Land gezogen, mit dem, was ich mache, und ich finde, man sollte sich dafür gegenseitig respektieren und nicht anpissen. Das überlasse ich gerne YouTubern und Twitchern die nichts auf die Reihe kriegen. Jo, fast. Gut, dann hat sich das erledigt, äh, wie gesagt, das private Ding kann ich dir nochmal schreiben, oder nochmal sagen später. Aber nicht mehr heute, Nicht mehr heute, ich kann dir jedenfalls sagen, was du gehört hast, und das war halt auch so, dass wir so ein bisschen wagen umgedreht, dass ich mir so, okay, das bestätigt meine Ansichten, so, das war das Ding, das ist viel in der Früh. Au. So, ähm, in diesem Sinne, lass mir die Schandler ganz begrüßen. Jawohl. Liebe Grüße an den Chat, und, vielleicht hört oder sieht man sich hoffentlich mal unter besseren Umständen. Jawohl. Passt. Gute Nacht. Schlafen. Ciao, gute Nacht. Ciao. Hat ich auch ledigst. Ist das nur ein, Stream-Record? Ist schade, wenn wir 8 Stunden, 36, das ist für mich voll toll, nicht so lang. Aber, Alter, wie lange haben wir jetzt bitte geredet, bitte? Kann mir das wieder sagen? Haben wir jetzt 4 Stunden straight getalkt und geredet? 3 Stunden. Leck mich am Zück, wir haben 3 Stunden einfach nur geredet. Oh, 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 ja, aber wie gesagt, wir sind da uns uneinig. Also, ich glaube, so richtig vertragen wir uns nie, in dem Fall. Es hat aber einfach damit zu tun, ich habe halt meine Ansichten, eher seine. Ich glaube, mehr muss dazu auch nicht sagen. Das ist halt so. Ich meine, ihr habt jetzt meine Ansichten gehört, wie ich das finde. Ihr könnt euch eure Meinung bilden, ich möchte euch ja nichts einreden, soll jeder so denken, wie er möchte. Ich möchte jetzt nur nicht, dass ich jetzt gegenseitig Communities beefen oder haten oder sonst was. Einfach aufgechillt, passt das so und jeder soll sich seine eigene Meinung dazu bilden, was er denkt oder was nicht und darf es dann für sich behalten, hätte ich gesagt. Weil ich denke mir so, ich will kein Meinungs-Youtuber sein, der sagt, ich habe recht und du nicht. So, jeder sich nach dem Gespräch hier davon denken, was los ist. Darf auch gerne das dann für sich behalten. So, jetzt kann ich nochmal hier vorlesen. Florian Adam, mit einer Eurone, keine Message dabei, da geht Kuss raus. Pascal, was ist denn hier los? Diskussion? Ne, wir haben gerade ein bisschen was geklärt, Pascal. Kuss geht raus. Hätte man zwar auch privat klären können, aber ich glaube, jetzt ist mal die Katze aus dem Sack, jetzt kriegen wir nie wieder Nachrichten darüber, was passiert ist, Alter. Ich bin so froh darüber, dass das mal auf dem Sack ist, nächstens. DMA Detox, sind zwar nur 2 Euro, aber unterstütze dich gerne, Kuss. Kuss geht raus, dass wir ins Haus investiert. Danke für ein Ikea-Glas, geht ins Ikea-Glas. Weißt du, jetzt muss ich, eigentlich, muss ich jetzt ja, wenn ich gesagt habe, für das Ikea-Glas, muss ich das jetzt kaufen und dann irgendwo die Kamera halten. Kuss geht raus. Ja, ich muss euch auch mal ehrlich sagen, das meiste, was ich derzeit von euch bekomme, das dürfte auch wissen von mir, das geht alles in meinen Hausbau und natürlich auch in meinen Gaming-Bloom. Nicht vergessen, aber bei mir steht jetzt bald Hausbau vor der Tür. Echte Polizisten waren heute im Stream, ja. Das war zu gut. So, Benni, vertrage euch irgendwann bitte. Das war der Vogel, glaube ich. Aber wie ich schon gesagt, das ist immer so eine Sache. Vertragen ist so ein Punkt, kommen wir nicht, aber nein gut. Schau mal, das ist auch der Grund jetzt. Wir sind ja nicht zusammen auf dem Sauerprojekt, wir müssen miteinander klarkommen. Aber das, aber so circa war es auch mit Fox, ihr müsst euch vorstellen, die hatten zwei Ansichten, der eine versteht so, der andere so. Du kannst, das Beste, was du heute machen kannst, ist, dass du mit dieser Person halt nicht mehr viel zu tun hast, auch wenn es weh tut irgendwie. Es hat für mich auch sehr wehgetan, so Freundschaft einfach weg und dann war es das. Das tut immer weh, aber, nein, ich wünsche dir das Beste, dir gute Nacht, und wir weiter so. Dankeschön. Kommt jetzt fort, nein, nein. Fox war im Stream, Akkurs geht raus. Ah, da ist er. Es gibt seit Jahren keinen Stress mehr. Ne, ich hatte Fox, ich hatte lange keinen Stress mehr, Gott sei Dank. Alles gut. Bin ich auch sehr froh drüber, dann war mal ein fettes Gespräch und dann haben wir das gegessen. Aber das war, Gott sei Dank, nicht im Internet. Au. Aber wir haben, wir haben ja miteinander, so, irgendwie auch gar nichts mehr im Hut, gar nicht mehr gecallt oder so. Dann sind, sag mal so, wir sind uns auch so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, manchmal sitze ich da und so, vermisst das so ein bisschen, wo, wo wir Tau United und so gezockt haben, das ist halt schon, das ist so ein bisschen traurig dann. Aber man hat ja schon so eine Zeit verbracht miteinander. Ist das überhaupt der echte ist? Ist das der echte Officer Fox? Oder weh, der verarsch spielt, ist aber der falsche. Also wenn ich den jetzt nur zur rüber gehen blockieren, den will ich ja nicht blockieren. Ist das der echte? Weil es gibt so viele Fakes. Das Ding ist, du kannst halt nicht mehr nachgucken, ob das der echte ist oder nicht. Also mal gucken. Äh, er hat immer noch dasselbe Bild drin. Ich weiß gar nicht, ist er um diese, er ist doch nicht um diese Uhrzeit wach, er laber nicht. Er hat immer der Scheiß, wenn du noch keinen Haken hast, Alter. Da schreibt er zwar gerade rein, aber ich weiß nicht, ob das der echte ist. Ich hab mit Channel geschrieben, hock dich morgen mal dran. Ah, okay, dann ist der echte. Gut. Cool. Aber habt ihr, habt ihr gemerkt, äh, Nixen mit dem echten Polizisten, wie er, wie er gefragt hat, was es im Chat ist? Das ist ein Meme. Bei uns ist das schon ein Meme geworden. Mit dem echten Polizisten. Er hat aber, hat auch mit Arx zu tun, muss man sagen. Weil da, das ist immer das Ding, ja, echte Polizisten spielen nur auf dem Server und deshalb machen wir auch immer echte Polizisten das und das, ne? Doch, das ist so. Okay, alles gut, der weiß Bescheid. Der weiß Bescheid. Ich dachte schon, vielleicht fake, weil was macht denn der um 4 Uhr morgens, Alter? Ich dachte, er muss, ach so, es ist, ah ne, doch, es ist Montag schon, oder? Ja, Montag ist. Was macht der um 4 Uhr morgens montags? Ne, aber, ich bin, ich bin jetzt erstmal, wisst ihr, was jetzt ist? Mir ist doch eine Last abgefallen, muss man sagen. Eine Last ist weg. Wir haben darüber geredet, ihr wisst jetzt, was los ist oder was passiert ist. Nie wieder fragen, was ist mit Nixen passiert und wie ist das? Du hast meine Spende überlesen. Och ne, vor 3 Stunden, ach bitte, Brudi, nein. Oh, da sind ein paar durchgegangen, warte, ich muss die noch alle vorlesen, sorry. Ähm, da war ich noch nicht fertig, Bruder. I'm so sorry about it. Sehr sorry about it. Kuki Fisch war ja hier mit 1 zu 7. Niklas Kater war das letzte, was ich gelesen habe, ne? Moin, Moin, ein 10er für den Server habe letzte Zeit gesehen, dass Justin vom Server weg ist, das haben wir auch noch vorgelesen. Aber wann das, sag mal, wo bin ich stehen geblieben? Ist Eden, das haben wir vorgelesen? Ach hier, Lost Clips 09 mit 1 Euro. Ähm, Martin Berge, im Chat sind alle da, das Fox ist gerade hier. Der war ich die ganze Zeit, ich hab nicht gesehen. Roddy Quade, das haben wir auch vorgelesen, war nicht hier. Äh, Del Trois, ich höre zwar echt gern zu, aber das ist privat, klärt das bitte unter euch. Das Privatsphäre. Ne, ich sag's so, die ganz privaten Sachen haben wir hier eh nicht angesprochen. Das ist, ähm, und er wollte es öffentlich klären, dann haben wir es jetzt einfach gemacht. Ich hätt's, also ich bin ehrlich, ich hätt's jetzt auch eher privat lieber geklärt, aber dann, ich kann ihn auch verstehen, weil in der Hinsicht hast du dann wieder die Leute fragen, was kam jetzt bei raus, was ist dies, was ist das? Und sobald's irgendwie in der Öffentlichkeit ist, musst du's irgendwie in der Öffentlichkeit austragen. Es ist leider so. Das sind die Leute, weil die gehen so auf die Nuss und das hört auch nicht mal auf. Dann wirst du da oft gefragt. Ich bin doch jetzt relativ froh, obwohl ich's so erst nicht öffentlich machen, weil ich doch froh, dass das jetzt öffentlich ist. Ähm, Gummibirnbande mit 90 Cent. Dankeschön für 90 Cent. Äh, Kavumba, danke für den Euro. Dom FCU, danke für den 10i. Er schreibt nichts dazu, der Ehrmann. Lincoln 62, Kevin Wollseid, was ein schöner Name. Hey, der Officer, der dich vorhin weggerammt hat hier, habe den Evo doch bekommen und gestellt. Akkus, hast du gekriegt? Ja, das ist schön. Da geht raus, äh, Kuss geht raus an dich. Lincoln 62, ach, jetzt weiß ich, warum der Lincoln 62 heißt. Perfekt. Bagella mit 14, dankeschön, Bagella. Offenstelle, Offenstelle, Linker Explodierer BMW, mein letztes Geld. Kuss geht raus, aber bitte, da geht nochmal Ehre raus, aber trotzdem bitte, wenn es euer letztes Geld ist oder irgendwas, spart's euch weg. Ähm, bitte nur donaten, wenn ihr könnt und wollt. Wenn ihr gerade ne Miesen seid, bitte nicht donaten, weil wenn ich schon letztes Geld lese, ist das schon wieder unangenehm. Äh, Freddy, Pacella ist abgehoben und ein Stinky, perfekt. Äh, Pacella schreibt, Freddy ist abgehoben. Jetzt kommt sicher, äh, Freddy doch mal rein. Ah ne, Freddy konnte sich nicht leisten, stimmt, hat der Sperre bei mir. Ricardo Kuh, mal danke für 1,07 Euro, danke. Oder hat Freddy bei mir, ah ne, Freddy hat ja unten geschrieben, opala. Freddy, eigentlich hast du bei mir ne Sperre fürs Donaten, was weiß ich denn so? Muss alles ins Online-Kazine verpulvert werden. Ah, hat das Spaß. Äh, Pascal, was ist denn hier? Das ist doch vorgelesen. Gut, dann bin ich aber alles durch und Florian Adam sind wir auch durch. Geil. Und dieses X-Akame, Alter, diese 500, ich verstehe das immer nicht. Vox, komm weg. Ne. Also, also ich muss sagen, da, da haben wir uns auch mal ziemlich zerstritten gehabt, aber es hatte halt auch so seine, seine Gründe auch, da muss man auch sagen. Er hat es auch mal ziemlich geschäppelt in der, in der Kiste, aber irgendwann hat sich das dann gelegt mit einem Gespräch. Da hat man es dann aber auch, da haben wir auch eingesehen, was wir falsch gemacht haben und so, ne. Hab gerade gemerkt, dass der Sohnemann immer noch eine Playstation nicht bekommen hat. Der Sohnemann, das stimmt, hat doch immer nicht die Playstation bekommen. Was machen wir denn da? Da ist das Anwesen eigentlich on, freue mich schon. Kommt Cisco nochmal auf den Server. Das Anwesen ist noch nicht on, aber das ist eigentlich fast fertig. Kleinigkeiten fehlen noch, aber es ist, das Mapping ist komplett fertig an sich. Nur noch, dieses Textstream fehlt noch. Und Cisco kommt vielleicht mal wieder. So. Ähm. Kommt jetzt noch neun Stunden Roblox streamen? Also ihr habt mich aber echt gern, gell? Ja, wir machen noch neun Stunden Roblox streamen im Anschluss. Kommt auch noch dazu. Dann hab ich da mit, wie die da mitfahren mit meiner Fahrradtour. Ich bin, glaube ich, heute durch das ganze Land geradelt. Das LAPD auf LAPD Lieutenant 2. So, jetzt aber hat euch das gemerkt, aber langsam mal ins Bett. Ich glaube, jetzt haben wir alles geschafft, was wir machen wollten. Ähm, da geht nochmal kurz an jeden raus. Ich würde zwar jetzt da gerne einen Einspieler machen, ich glaube, ein paar Leute sind schon eingepennt, aus dem Grund nicht. Äh, ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die heute dabei waren und an XKami für das Sponsoring heute von 500 Euro. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich krass. Und wie gesagt, äh, habt euch alle gegenseitig lieb. Fahr ein Bikes. Habt euch alle lieb. Verbreitet keine Hates. Es ist alles an sich geklärt und, ähm, ja, andere Ansichten sind andere Ansichten. Ist halt so. Gut. Also, Leute, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch noch, auch wenn das jetzt ein sehr langer Stream war. Und, ja, dann einen wunderschönen und guten Reiz dann. Ich hoffe, jetzt haben wir die Katze jetzt den Mausen Sack gelassen. Äh, neues Meme, das Geld kommt in die Tasse, was? Hab ich irgendwas nicht mitbekommen? Das Geld kommt in die Tasse? Was? Hab ich irgendwas grad nicht gecheckt? Warum soll es neues Meme sein, hab ich irgendwas gesagt dazu? Wusstest du eigentlich, dass die Detective ein Band hat? Was? Äh, keine Ahnung, ist das bei meins? Also jetzt, also ich, im Anschluss auf Twitch, folgt mir genau auf Twitch jetzt noch Roblox RP, neun Stunden. Also bitte gerne auf Twitch folgen, da bin ich gleich in neun Stunden Roblox Stream, Leute. Also bis dann, schaut unten in die, achso, jetzt hab ich ja die Beschreibung Twitch. Geht auf Twitch Xun Official, da erstmal Roblox Stream. War nur Spaß, alles gut. Gut, also, haut rein, ciao, ciao. Jetzt wirklich, jetzt geht's aber ab ins Bett, jetzt ist zu spät.